Vierter Teil. Ein mächtiger Gegner ist das Übel Zeit. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Ihr edler Rittersmann, so edel wie es keinen anderen gäbe, der solche Leiden für mein Wohl erduldet, der Himmel selbst für eure Möhen nun euch schuldet. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Weil Streits Magenbeschwerden seine Krankheit um mehrere Tage verlängerten, verbrachte er Silvester im Bett und ernährte sich nur von Lieferpizzen, von denen er, wenn sie dann eintrafen, kaum einen Bissen himunterbrachte. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er nicht mal mehr Lust auf Schokolade. Die Schokotrüffeln, die er nach dem abgelaufenen Hühnerfisch verputzt hatte, waren beim ersten Toilettenbesuch zuerst wieder aufgetaucht. Die einzig erfreuliche Abwechslung bot ihm die Tom Waits DVD, die Robin ihm zu Weihnachten geschenkt hatte und die er an Neujahr endlich ausgepackt hatte. Seine Dankesnachricht war mit einem knappen, keine Ursache erwidert worden. Bis er sich fit genug fühlte, für die Reise nach Cornwall und seine verspäteten Weihnachtsgeschenke zu überbringen, hat es drei gute fünf Kilo abgenommen, und dies war auch der erste Kommentar seiner bekümmerten Tante, als er endlich vor ihrer Haustür in St. Mons stand und sich wortreich dafür entschuldigte, dass er an Weihnachten nicht hatte da sein kann. Hätte er mit seiner Reise zu Joan und Ted auch nur einen Tag länger gewartet, wäre er gar nicht mehr zu ihnen gelangt, denn kaum war er eingetroffen, traf eine Schlechtwetterfront auf den Süden Großbritanniens, Stürme peitschten die kornische Küste, der Zugverkehr wurde eingestellt, Tonnen von Sand wurden von den Stränden gespült und die überschwendten Straßen der Küstenorte verwandelten sich in eisige Wasserkanäle. Ganz Cornwall war zeitweise vom restlichen England abgeschnitten, und auch wenn es St. Mors nicht so schwer traf wie Mavagissi und Fowey weiter unten an der Küste, lagerten auch hier Sandsäcke voll in Hauseingängen. Tarnfarbenbraun und Geschützkrau kachten die Brecher gegen die Hafenmauern. Die Touristen machten sich, genau wie die Robben, unsichtbar. Einheimische in nassem Ölzeug grüßten einander stumm nickend, wenn sie die Läden betraten oder verließen. Der fröhlich bunte Liebreiz des sommerlichen St. Mors war hinweggefegt, und wie bei einer abgeschminkten Schauspielerin kam das wahre Ich des Städtchens zum Vorschein. Harter Stein und ein steifes Rückgrat. Auch Teds und Jones' Haus wurde vom Wägen gepeitscht und von Böen gebeutelt, doch glücklicherweise stand es höher am Hang. Derart ans Haus gefesselt, wusste Strike an Lucys Erklärung denken, er sei eindeutig besser, da wenn Krisen zu meistern, als Beziehungen zu pflegen. Und ihm dämmerte, dass sie damit nicht Unrecht hatte. Er war darauf geeicht, Notfälle zu bewältigen, die Nerven zu behalten, schnell zu kombinieren und sofort zu reagieren. Doch wie er nun feststellte, erforderte Jones schleichendes Ende Eigenschaften, die ihm weitaus weniger lagen. Was Strike hier fehlte, war ein Ziel, auf das er hinarbeiten konnte, um seine Tower zu verdrängen. Ihm fehlte die zwingende Notwendigkeit, den Schmerz und Stress zugunsten von etwas Wichtigerem beiseite zu schieben. Daraus hatte er bei der Army immer Kraft gezogen, doch hier, in Jones' Küche, neben blümchenbedruckten Auflaufformen und alten Ofenhandschuhen, konnte er keine seiner alten Bewältigungsstrategien anwenden. Schwarzer Humor und stoische Gelassenheit wären von den wohlmeinenden Nachbarn, die ihn dazu bringen wollten, den Schmerz zuzulassen und offen zu zeigen, als gefühllos aufgefasst worden. Strike verzehrte sich danach, etwas zu tun, doch stattdessen wurden ihm Smalltalk und umsichtige häusliche Hilfe abverlangt. Joan freute sich im Stellen, die Stunden und Tage mit ihrem Neffen entschädigten sie dafür, dass er das Weihnachtsfest verpasst hatte. Strike fühlte sich und gab ihr, was sie sich wünschte, so viel Geselligkeit wie nur möglich. Den ganzen Tag saß er mit ihr zusammen und unterhielt sich mit ihr. Die Chemotherapie war unterbrochen worden, weil Joan zu schwach geworden war. Mittlerweile trug sie ein Kopftuch über den letzten, spinnwebenden Haaren, und Ehemann und Neffe beobachteten nervös, wie sie in ihrem Essenstoch hatte oder gingen in Habachtstellung, sobald sie von einem ins andere Zimmer wechselte. Beide hätten sie inzwischen mit Leichtigkeit tragen können. Strike stellte noch eine weitere überraschende Veränderung an seiner Tante fest. Genau wie ihr sturmgepeitschter Heimatort dieser Tage eine ganz neue Seite enthüllte, offenbarte sich eine ihm unbekannte Joan, die offene Fragen stellte, statt eine Bestätigung ihrer eigenen Vorurteile hören zu wahren oder den verschleiert und tröstliche Lügen zu bettern. »Warum erst rechtlich nie geheiratet kommen?« fragte sie ihren Neffen am späten Samstagvormittag, als sie zusammen im Wohnzimmer saßen, Joan im weichen Lehnsessel, Strike auf dem Sofa. Angesichts des düsteren Regentages hatten sie die Stehlampe neben dem Sessel eingeschaltet, in deren Licht Joans Haut fein und durchscheinend wirkte wie Seitenpapier. Strike war so darauf konditioniert, ihr zu erzählen, was sie hören wollte, dass ihm spontan keine Antwort einfiel. Die ehrliche Begründung, die ihr Dave Proworth gegeben hatte, schien ihm unangebracht zu sein. Wahrscheinlich würde sie sich schuldig fühlen, wenn er ihr erklärte, dass er einfach kein Mensch fürs Heiraten sei. Denn dann hätte sie etwas falsch gemacht, ihm nicht beigebracht, dass es kein Glück ohne Liebe geben könne. Also beheife er sich mit einem Klischee. »Keine Ahnung, vielleicht, Sim, habe ich die Richtige noch nicht getroffen. Wenn es dir um Perfektion geht,« entgegnete die neue Joan, »die gibt es nicht.« »Du wünschst dir doch nicht, ich hätte Charlotte geheiratet, oder?« Er wusste mir zu gut, dass seine Ex-Verlogte für Joan und Lucy der Teufel gewesen war. »Ganz gewiss nicht,« sagte Joan mit einem Anflug ihres alten Kampfgeists, und sie lächelten einander an. Ted stickte den Kopf durch die Tür. »Kürenze ist da, Liebes. Die Wagen steht vor dem Haus.« Die Krebskrankenschwester, die Streik am ersten Tag seines Besuchs kennengelernt hatte, war ein größerer Segen, als er es sich je hätte vorstellen können. Die schlanke, sommersprossige Frau, etwa in seinem Alter, brachte nicht etwa den Hauch des Todes ins Haus, sondern das Versprechen eines Lebens mit mehr Unterstützung und Komfort. Streiks langjährige Erfahrung mit medizinischem Personal hatte ihn gegen eine spezielle Ausprägung herzlicher, unpersönlicher Fröhlichkeit abgehärtet, aber Krenzer behandelte Ted und Sean nicht wie einfältige Kinder, sondern auf Augenhöhe, und tatsächlich hörte er sie, während sie in der Küche den Regenmantel ablegte, mit dem einstigen Seenotretter Ted über die Menschen reden, die mit dem Rücken zum Sturm Selfies schossen. »Genau, die haben dir sie nicht verstanden. Respektieren oder fernhalten, hätte mein Dad gesagt. Morgen, John«, sagte sie, als sie ins Zimmer trat. »Hallo, Kommerin.« »Morgen, Krenzer«, sagte Streik und stand auf. »Dann, äh, dann räume ich mal das Feld.« »Wie geht es Ihnen heute, meine Liebe?« fragte sie an John gewandt. »Nicht allzu schlecht«, antwortete John. »Nur ein bisschen«, sie sagte nichts weiter, solange ihr Neffe in Hörweite war. Doch während Streik die Tür hinter sich zuzog, vernahm er vom Kiesweg draußen neuerliche Schritte, und auch Ted, der mit der Zeitung an Tisch saß, blickte auf. »Wer ist das?« Im nächsten Augenblick tauchte Dave Powe, erfinter der Glasscheibe, in der Tür zum Garten auf. Er hatte einen riesigen Rucksack geschultert, vom Regen gepeitscht, tat er ein und grinste. »Morgen, Didi«, sie gaben einander die Hand und umarmten sich, ihre Standardbegrößungen seit vielen Jahren. »Morgen, Ted!« »Was machst du denn hier?«, wollte Ted wissen. Paul Wolf setzte den Rucksack ab, zog ihn auf und sterte mehrere tiefgefrorene Portionen Essen auf den Tisch. »Penny hat Aufleife gebacken. Ich gehe gleich Vorräte einkaufen und weil die wissen, was sie so braucht.« Nie war die reine hilfsbereite Freundlichkeit, die in Dave Powe warnte, wie eine Flamme, für Streik deutlicher sichtbar gewesen. Außer vielleicht an seinem allerersten Grundschultag, als der Winzling Paul Wolf den großen Streik unter seine Fittiche genommen hatte. »Guter Mann«, sagte Ted gerührt. »Sag Penny, vielen Dank, ja.« »Sie lässt grüßen an Sorg,« bemerkte Paul Wolf, »als wäre nichts gewesen.« »Willst du mir Gesellschaft leisten, während ich eine rauche?«, fragte Streik. »Fir.« »Ah, geht am besten in den Schuppen,« schlug Ted vor. Gehorsam und mit gegen den sturmlend und regende Beutenköpfen stapften Streik und Paul Wolf durch die Pfützen im Garten und zogen sich in Teds Schuppen zurück. Erleichtert zündete Streik sich eine Zigarette an. »Aißt du auf Diät?« Paul Wolf musterte es gleich von Kopf bis Fuß. »Grippe und Lebensmittelvergiftung.« »Ach ja, du hast ja erwähnt, dass du krank warst,« Paul Wolf nickte zu Jones Fenster. »Hie geht's hier?« »Hm, nicht so toll.« »Wie lange bist du hier?« »Kommt aufs Wetter an.« »Pömer, ganz im Ernst.« »Ich bin dir wirklich dankbar für alles.« »Ach, Klappe, du Idiot.« »Aber kann ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten?« »Sch raus damit.« »Überwähle Ted heute Mittag mit dir, auf ein Bier zu gehen. Er muss für ein paar Stunden aus dem Haus. Er durfte sich breitschlagen lassen, wenn er weiß, dass ich bei Jones bleibe. Sonst lässt er sie nicht allein.« »Betrachte es als erledigt,« sagte Paul Wolf. »Du bist ein Gottesgeschenk.« »Ja, ich weiß.« »Arsenal hat es also in die K.O.-Wunde geschafft.« »Ja«, sagte Streik, »aber jetzt wartet Bayern München.« Er hatte vor Weihnachten das Qualifikationsspiel seines Teams verpasst, weil er Wiese durchs Westend gefolgt war. Die Champions League, die ihm eigentliche Abwechslung und Ablenkung hätte bescheren müssen, zog ihn in diesem Jahr nicht wie sonst in den Bann. »Und Wobben hält in London den Laden am Laufen, während du hier bist?« »Ja.« Wobben hatte Streik vorhin angeschrieben und um einen kurzen Austausch über den Fall Bambrow gebeten. Er hatte geantwortet, er werde zurückrufen, sobald er eine freie Minute habe. Auch er hatte Neuigkeiten zu ihrem Fall. Allerdings war Margret Bambrow seit fast 40 Jahren verschwunden, und genau wie Krenzer, die Krankenschwester, wollte Streik sich zur Zeit eher auf die Lebenden konzentrieren. Als er fertig gerauft hatte, kehrten sie ins Haus zurück, wo Ted und Krenzer sich in der Küche unterhielten. »Sie möchte heute lieber mit Ihnen reden als mit mir.« Sie lächelte Streik zu und schlüpfte in ihrem Regenmantel. »Dann bis morgen Vormittag, Ted.« Als sie schon auf halbem Weg zur Tür war, sagte Paulworth, »Komm, Ted, die gehen auf ein Bier.« »Oh nein, danke, Junge,« sagte Ted, »ich bleibe lieber hier.« Mit der Hand am Türknauf blieb Krenzer stehen. »Das ist eine sehr gute Idee. Sie sollten mal an die Fische Luft, Ted. Oder ans Wasser, muss man wohl eher sagen.« Der Regen trommelte unaufhörlich aufs Dach. »Bis morgen.« Dann war sie verschwunden. Nach etwas gutem Zureden war Ted schließlich einverstanden, Paulworth auf ein Sandwich ins Victory zu begleiten. Als sie endlich weg waren, nahm Streik die Zeit um vom Tisch und ging damit ins Wohnzimmer. John und er plauderten ein wenig über die Überschwemmung, da die Fotos der Beicher vor Mavergussi interessierten sie weit weniger, als es ein paar Monate zuvor der Fall gewesen wäre. Streik sah ihr an, dass sie zur Zeit weniger das große Ganze als das Private beschäftigte. »Was sagt mein Horoskop?«, fragte sie, als er umblätterte. »Lache, ich wusste gar nicht, dass du an diesen Kram glaubst. Ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich tue,« sagte John. »Trotzdem lese ich es immer.« »Du bist«, er versuchte sich, ihr Geburtsdatum in Erinnerung zu rufen. Sie hatte im Sommer Geburtstag. »Krebs«, sagte sie und lachte kurz auf. »In mehrfacher Hinsicht«, Streik lächelte nicht. »Ein guter Zeitpunkt, ausgetretene Pfade zu verlassen,« las er und überflog eilig den Rest des Horoskops, um alles die Prämierende zu zensieren. »Seien sie gegenüber neuen Ideen aufgeschlossen. Der rückläufige Jupiter fördert ihr spirituelles Wachstum.« »Hm«, sagte John, und nach einer kurzen Pause, »ich glaube nicht, dass ich an meinem nächsten Geburtstag noch herbenkomm.« Die Aussagen kauf ihn wie ein Schlag in den Bauch. »Sag das nicht.« »Wenn ich es dir nicht sagen kann, wem dann?« Ihre Augen, die immer vergissmeinig blau gewesen waren, waren inzwischen wie ausgeblechen. Derart auf Augenhör hatte sie noch nie mit ihm gesprochen. Sie hatte stets versucht, leicht über ihm zu stellen, weil der gut 1,90 große Soldat für sie immer ihr kleiner Junge geblieben war. »Ted und Lucy, kann ich sowas nicht sagen. Du weißt, wie sie sind.« »Er«, antwortete er gepresst, »Ted, du kümmerst dich um ihn, ja? Besuche ihn. Er liebt dich sehr.« »Fuck.« So viele Jahre hatte sie von ihren Mitmenschen gefordert, immer nur ihre guten Seiten zu zeigen. Alles durch die rosarote Brille zu sehen. Und jetzt, da sie ihm endlich mit schlichter Ehrlichkeit und Offenheit begegnete, wünschte er sich, er könnte stumm nickend den neuesten Verwicklungen im jüngsten Nachbarschaftsskandal lauschen. Warum hatte er sie nicht öfter besucht? Versteht sie von selbst, sagte er. »Ich möchte, dass meine Trauerfeier in der Kirche von St. Maus stattfindet«, fuhr sie leise fort. »Dort bin ich schon getauft worden, aber begraben werden will ich nicht. Das ginge nur auf dem Friedhof oben in Churro. Und die ständige Fahrerei, um mir Blumen zu bringen, würde Ted umbringen. »Tsch, ich kenn ihn doch. Die wollten immer auch hinterher zusammen sein, aber wir haben nie Pläne gemacht und jetzt, jetzt will er mit mir nicht mehr darüber reden. Also hab ich mir allein Gedanken gemacht kaum und ich will eingeäschert werden. Du saust dafür, ja?« »Bald Ted jedes Mal anfing zu weinen, sobald ich davon anfange, und Lucy mir einfach nicht zuhört.« Stryk nickte und rang sich ein Lächern ab. »Ich möchte nicht, dass die Familie bei der Einäscherung anwesend ist. Ich hasse Einäscherungen, die Vorhänge, das Förderband. Ihr verabschiedet euch in der Kirche von mir, dann geht ihr mit Ted in den Papp und überlasst dem Bestatter das Einäschern. In Ordnung? Hinterher kann dir meine Asche abholen, mit Teds Boot rausfahren aufs Meer und mich über den Wellen verstreuen. Und wenn er an der Reihe ist, dacht ihr das Gleiche mit ihm. Dann sind wir wieder zusammen, und du und Lucy, ihr braucht euch keine Gedanken wegen der Grabpflege zu machen, wo ihr doch so weit weg in London wohnt. In Ordnung?« Das Argement hatte so viel von der Joandie erkannte, praktische Goethe und Voraussicht. Doch was er nicht erwartet hatte, war jener letzte Punkt, war die auf den Wellen davantreibende Asche. Statt eines Grabsteins mit gemeißelten Datum, ein Verschmelzen mit dem Element, das ihr und Teds Leben beherrscht hatte, hoch über der Küste, in lebenslanger Verbundenheit mit der See, man abgesehen von einem kurzen Zwischenspiel, als Ted aus Protest gegen seinen Vater zur Militärpolizei gegangen war. »Asokut«, stieß er hervor. Sie ließ sich in ihren Sesse zurücksenken und lächerte ihn erleichtert an, weil sie es sich von der Seele geredet hatte. »Es ist so schön, dass du hier bist.« Während der vergangenen Tage hatte er sich an ihre kurzen Absenzen und die schwunghaften Themenwechsel gewöhnt. Darum überraschte es ihn nicht, wie es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre, als sie keine Minute später sagte, »Ich wünschte mir, ich hätte deine Robin kennengelernt.« Strike, der im Geist immer noch Jones Asche in den Sonnenuntergang treiben sah, wiss ich zusammen. »Ich glaube, du würdest sie mögen, und ich bin mir sicher, dass sie dich mögen würde.« »Lucy findet sie hübsch?« »Ja.« »Ist sie.« »Armes Mädchen«, wummerte Joan, und er fragte sich, wie sie das meinte. Natürlich hatte die Presse über die Messerattacke berichtet, als Robin damals gegen den Schreckewhipper ausgesagt hatte. »Komisch, mit dir über Roskope zu reden.« sagte Strike, »auch, um nicht länger über Robin und Beisetzungen und den Tod sprechen zu müssen.« »Wir untersuchen gerade einen alten Vermisstenfall. Der Kerl, der damals ermittelt hat, er hatte Joan nie Einzelheiten aus seinen Ermittlungen erzählt, und als er sah, wie gespannt sie ihm zuhörte, fragte er sich, warum. »An die Ärztin kann ich mich noch erinnern,« sagte sie lebhafter, als er sie seit Tagen ernebt hatte. »Marco Bamberoo, genau, sie hatte ein Baby.« »Und dieses Baby ist unsere Klientin,« führte Strike aus. »Anna, sie und ihre Partnerin haben einen Zweitwohnsitz in Formef.« »Die arme Familie«, sagte Joan, »nie zu erfahren, und dieser Polizist meinte, er würde die Antwort in den Sternen finden.« »Ja, er war überzeugt davon, dass der Mörder ein Steinbock gewesen sein muss.« »Ted ist Steinbock.« »Danke für den Tipp,« sagte Strike ungerührt, und sie gluckste. »Möchtest du noch einen Tee?« Während das Wasser heiß wurde, checkte Strike seine Nachrichten. Barkley hatte ein Update über Two Times Freund ihm geschickt, aber die jüngste Nachricht stammte von einer ihm unbekannten Nummer, darum öffnete er sie zuerst. »Hei, Commerin, hier ist Prudence Donlevy, deine Halbschwester. Elle hat mir deine Nummer gegeben. Ich hoffe, du fasst diese Nachricht so auf, wie sie gemeint ist. Ich will gleich vorweg schicken, dass ich es absolut verstehen und nachführen kann, wenn du nicht mit uns zusammen Dads Geburtstag und das neue Album der Dadbeats feiern willst. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber mein eigener Weg zu einer Beziehung mit Dad war echt schwierig. Allerdings habe ich letztendlich das Gefühl, dass es absolut bereichernd war, ihm einen Platz in meinem Leben einzuräumen. Und ja, ihm zu verzeihen. Wir hoffen alle sehr, dass du dir noch mal überlegst, was ist los? Joan war ihm schlurfend und gebeugt in die Küche gefolgt. »Was machst du hier? Ich kann dir doch alles bringen. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Schokokekse versteckt habe. Wenn Ted sie findet, verdrückt er sie alle auf einmal und der Blutdruck macht seiner Ärztin jetzt schon Sorgen. Was hast du gerade gelesen? Diesen Blick kenne ich. Du bist wütend.« Er war sich nicht sicher, ob ihr neuer Wunsch nach Ehrlichkeit aus seinem Vater mit einschloss. Aber irgendwie hatte dir ums Hauspatschen der Regen eine Art Beihitstuhlatmosphäre geschaffen. Er gab Lieder, was in der Nachricht stand. »Ach«, sagte Joan und deutete auf eine Tupperware-Dose im obersten Fach. »Da sind die Kekse drin.« Sie kehrten ins Wohnzimmer zurück, nachdem er ihr zuliebe einige Kekse auf einen Teller darpiert hatte. Manche Dinge änderten sich nie. »Du hast Prudence nie kennengelernt, oder?« fragte Joan, als sie wieder in ihrem Sessel saß. »Sie nicht und auch nicht Mamie, die Älteste, oder Ed, den Jüngsten. Stryke hat sich alle Mühe, gleichgeltig zu klingen.« Etwa eine Minute lang sagte Joan gar nichts. Dann blähte ein tiefer Seufzer ihren Brustkorb auf, und sie sagte, »Ich finde, du solltest zu der Feier gehen, komm.« Und wie so? Strykes Erwiderung glann selbst in seinen eigenen Ohren nach selbstgerechtem, pubertären Trotz. Zu seiner Überraschung lächelte sie ihn an. »Ich weiß, wie das damals abgelaufen ist,« sagte sie. »Er hat sich wirklich unmöglich verhalten.« »Tratzdem ist er dein Vater.« »Nein ist er nicht.« »Ted ist mein Vater.« Er hatte das noch nie laut ausgesprochen. Jones Augen wurden feucht. »Das würde er so gern von dir selbst hören,« sagte sie leise. »Komisch, nicht wahr?« »Vor vielen Jahren, vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch ein Mädchen. War ich mal bei einer richtigen Zigeuner-Wahrsagerin. Früher haben sie immer oben an der Straße ihr Lager aufgeschlagen. Ich dachte, sie würde mir nur schöne Sachen erzählen, wie man es erwartet, oder? Man bezahlt immerhin. Und weißt du, was sie zu mir gesagt hat?« Strykes schüttete den Kopf. »Du wirst nie Kinder haben.« »Einfach so, mir auf dem Kopf zu.« »Tja, da lag sie wohl falsch, was?« Wieder taten Tränen in Jones' verblasster Augen. »Warum hatte er ihr das nie zuvor gesagt?« fragte sich Stryke. »Es wäre so einfach gewesen, sie glücklich zu machen. Stattdessen hatte er eisern an seiner geteilten Neualität festgehalten und war immer wütend gewesen, dass er hatte wählen, benennen und damit automatisch Verrat hatte begehen müssen.« Er griff nach Jones' Hand und sie drückte überraschend fest zu. »Du solltest zu dieser Feier gehen, komm. Ich glaube, dein Vater ist der Schlüssel zu...« »Ach, zu vielen Dingen.« »Ich wünschte«, ergänzte sie nach einer kurzen Pause, »du hättest jemanden, der für dich sorgt.« »So läuft das heute nicht mehr, John. Von uns Männern wird inzwischen erwartet, dass wir selbst für uns sorgen, in vielerlei Hinsicht.« »Aber so zu tun, als hätte man keine Bedürfnisse.« »Ist doch albern«, entgegnete sie leise. »Was sagt denn dein Horoskop?« Stryke rief nach der Zeitung und räusperte sich. »Schütze, unter dem rückläufigen Herrscherplaneten müssen sie damit rechnen, dass sie sich nicht zu unbeschwert und saglos fühlen wie sonst.« »Wo immer ich auch bin, mein treuer Famulus wird stets dir folgen.« Edmund Spencer, die Feenkönigin. Es war drei Uhr nachmittags geworden, ohne dass Robin etwas von Interesse beobachtet hätte, seit sie um neun Uhr morgens in ihrem Land Rover in die Straße eingebogen und auf das unscheinbare Haus zugefahren war, das Stryke vor Weihnachten observiert hatte. Regen tröpfelte auf die Windschutzscheibe, und sie wünschte sich halb, sie würde rauchen, nur um etwas zu tun zu haben. Sie hatte die blonde Bewohnerin und Besitzerin des Hauses online identifiziert. Sie hieß, Eleanor Dean war geschieden und lebte allein. Und Eleanor war definitiv zu Hause. Robin hatte sie zwei Stunden zuvor hinter einem Fenster vorbeigehen sehen. Doch offenbar wollte sie bei diesem Wetter das Haus nicht verlassen. Den ganzen Tag über hatte niemand sie besucht, schon gar nicht wie Sets Boss. Am Ende waren die zwei doch verwandt, und sein vorweihnachtlicher Besuch fiel schlicht unter die Dinge, die man an Feiertagen erledigte. Man beglicht die selschaftliche Schulden, verteilte Geschenke, ließ sich blicken. Das Kopftätscheln war vielleicht nur ein privater Scherz gewesen. Jedenfalls deutete es auf Nichtsexuelles, Kriminelles oder Taverses hin, und nur daran waren sie interessiert. Wobbins Handy klingelte. »Hi. Kannst du reden?«, fragte Strike. Er ging die steile, kurvige Straße vor Teds und Jones Haus hinunter und stützte sich auf den klappbaren Gehstock, den er mitgenommen hatte, weil vorauszusehen gewesen war, dass die Straßen nass und womöglich rutschig sein werden. Ted war wieder zu Hause. Sie hatten Joan zu ihrem Mittagsschläfchen nach oben gebracht, und Strike, der gern rauchen, aber nicht allzu gern in den Schuppen zurückkehren wollte, hatte beschlossen, einen kurzen Spaziergang durch den beständigen Regen zu machen. »Ja,« antwortete Robin, »wie geht's, Joan?« »Unverändert.« Strike warte nicht über sie sprechen. »Du willst dich über Bambro austauschen.« »Richtig,« sagte Robin, »es gibt Gutes, nichts Neues und Schlechtes zu berichten.« »Ne, das Schlechte zuerst,« sagte Strike. Die See toste immer noch, Gischt explodierte über der Kaimauer in der Luft. Er bog rechts ab in Richtung Ortsmette. »Das Justizministerium lässt dich nicht mit Kriet speichen, der Brief kam heute Morgen.« »Aha.« Der prassende Regen zerfetzte den bläudigen Zigarettendunst, löschte ihn aus. »Naja, kann ich behaupten, dass mir das überwascht.« »Was haben Sie geschrieben?« »Der Brief liegt im Büro,« sagte Robin, »aber kurz gesagt sind seine Psychiater der Meinung, dass sich in diesem Stadium nichts an seiner unkooperativen Haltung ändern dürfte.« »Na schön,« sagte Strike, »war sowieso nur ein Schuss ins Blaue.« Robin konnte ihm die Enttäuschung anhören und nachführen. Inzwischen arbeiteten sie seit fünf Monaten an dem Fall, hatten keine neuen Pferden, die diesen Begriff gerechtfertigt hätten, und nachdem man ihnen nun auch ein Gespräch mit Kriet verwehrt hatte, kam es ihr fast vor, als würden sie und Strike in den Gezeitenbecken zwischen den Felsen am Strand herumstochern, während wenige Meter weiter draußen der Weiße Hai unerreichbar in die Tiefe abtauchte. Ich hätte noch mal Kontakt mit Amanda Lawrence aufgenommen, Fuya White, die meinte, sie habe Margot hinter dem Fenster der Druckerei gesehen und die mit uns reden wollte, aber nur gegen Geld. Du erinnerst dich? Ich habe ihr angeboten, dass wir ihr die Spesen erstatten, falls sie zu uns ins Büro kommen will. Sie wohnt in London, es wurde also nicht viel kosten, und sie überlegte es sich. Großzügig von ihr, knurrte Strike, und was sind die guten Nachrichten? Anna hat Cynthia ihre Stiefmutter überredet, mit uns zu sprechen. Wirklich? Ja, aber allein, Roy weiß immer noch nicht Bescheid, sagte Robin. Cynthia will sich heimlich mit uns treffen. Ma, immerhin etwas, eigentlich sogar eine ganze Mähne, ergänzte Strike nach kurzem Nachdenken. Seine Füße trugen ihn wie von selbst in Richtung Papp, auch wenn sein nasses Hosenbein kalt an seinem verbliebenen Knöchel klebte. Wo treffen wir uns mit ihr? Bei ihr zu Hause geht es nicht, weil Roy nichts mitbekommen darf. Sie schlägt Händenkort vor. Dort arbeitet sie in Teilzeit als Museumsführerin. Apropos Museum, irgendwas Neues von Postkarte? Barclay ist heute vor Ort, sagte Robin. Er will versuchen, Fotos von ihr zu machen. Und was treiben Moise und Hutchins? Vorsichtig stieg Strike die breiten, glitschigen Stufen zum Papp hinunter. Moise ist dann Two-Times-Freundin dran, die sich nicht den kleinsten Fehrtritt leistet. Diesmal hat Two-Times wirklich kein Glück. Und Hutchins hat Leichtfuß übernommen. Und wo wir gerade dabei sind, du sollst kommenden Fighters den Leichtfuß-Abschlussbericht abliefern. Ich könnte mich an deiner Stelle mit dem Klienten treffen. Soll ich? Das wäre großartig, danke. Erneichtert betrat Strike das Victory. Unter ihm bildete sich eine Pfütze, als er seinen Mantel auszog. Ich weiß immer noch nicht, wann ich zurückkomme. Du hast wahrscheinlich mitgekriegt, dass der Zugverkehr eingestellt wurde. Mach dir wegen der Dädecai keine Gedanken. Wir haben den Laden im Griff. Aber ich war noch nicht fertig mit dem Bambo. Augenblick, sagt Robin. Musst du Schuss machen? Nein, sagt Robin. Schon in Ordnung. Sie hatte gesehen, wie Eleanor Deans Haustür aufgegangen war. Die rundliche Blondine trat in einem Regenmantel mit Kapuze, die praktischerweise ihr Blickfeld verengte, heraus ins Freie. Robin stieg aus, schloss die Tür des Land Rover und nahm mit dem Handy am Ohr die Verfolgung auf. Unsere blande Freundin hat gerade das Haus verlassen, sagte sie leise. Hast du nicht gesagt, du hättest noch gute Nachrichten im Bambo-Fall? Strike hatte den Tresen erreicht und sich durch einen schlichten Fingerzeig ein Pint gesichert, das er bezahlte und einen Ektisch trug, an dem er im Sommer mit Paul Wolf gesessen hatte. Läh dich, sagte Robin und bog in sicherem Abstand zu der ahnungslosen Bondine an Endiler Straße um die Ecke. Ich wünschte mir, ich könnte dir erzählen, dass ich Daufwade oder Satchwell gefunden hätte, aber der letzte Mensch, der Margot lebend gesehen hat, ist doch immerhin auch etwas, oder? Du hast Gloria Conti aufgespült? Freu dich nicht zu früh, Robin staffte weiter durch den Regen. Anscheinend wollte Elena einkaufen gehen. Vor ihnen befand sich eine Tesco-Filiale. Ich konnte noch nicht mit dir sprechen, aber ich bin dir fast sicher, dass sie es ist. Ich habe ihre Familie in den 1961er Volkszielungsunterlagen entdeckt. Mutter, Vater, ein älterer Sohn und eine Tochter Gloria, zweiter Vorname Mary. Wie es aussieht, liegt Gloria inzwischen in Frankreich, in Niem, genauer gesagt, und ist mit einem Franzosen verheiratet. Sie hat die Gloria abgelegt und nennt sich Mary Jobert. Sie hat eine Facebook-Seite, aber die ist privat. Aufgespürt habe ich sie über eine Ahnenforschungswebseite. Eine ihrer Cousinen in England hat einen Stammbaum erstellt, korrektes Geburtsdatum, alles stimmt. Wach, verdammt gute Arbeit, sagte Stryke. Weißt du, mich könnte mir vorstellen, dass sie für uns sogar interessanter sein könnte als Satchwell oder Dolph Wade. Die letzte, die Margo lebendig gesehen hat, die ihr nahe stand und der einzige noch lebende Mensch, der Theo, gesehen hat. Strykes Begeisterung trug einiges dazu, bei Robins Argwohn zu zerstreuen. Er könnte nur deshalb seine Initialen hinter ihre To-dos gesetzt haben, weil er glaubte, sie sei der Aufgabe allein nicht gewachsen. Ich habe ihr eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt, fuhr Robin fort, aber bisher keine Antwort bekommen. Falls sie nicht antworten sollte, weiß ich, wo ihr Mann arbeitet und könnte ihm eine E-Mail schreiten, damit er ihr eine Nachricht zukommen lässt. Aber es erst auf privatem Weg zu versuchen, fand ich taktvoller. Ja, finde ich auch, sagte Stryke und nahm einen Schluck Doom bar. In diesem warmen, trockenen Pub zu sitzen und mit Robin zu reden, war ungemein tröstlich. Und auch das war noch nicht alles, sagt Robin. Ich glaube, ich habe herausgefunden, welcher Lieferwagen am Abend von Margos Verschwinden vom Klöcken, weil Green weggerast ist. Was? Wie denn das? Stryke war fassungslos. Wie kam über Weihnachten der Gedanke, dass der Aufdruck, den die Leute für eine aufgemalte Blume gehalten haben, auch eine Sonne gewesen sein könnte? Du weißt schon, der Planet. Ach, genau genommen ist die Sonne ein Stern. Ich spaß dir. Ich weiß, dass die Sonne ein Stern ist. Die Blondine mit der Kapuzenjacke betrat, genau wie Robin vermutet hatte, die Tesco-Filiale. Robin folgte ihr und genoss den warmen Luftzug im Eingangsbereich, auch wenn der Boden unter ihren Füßen schmierig und schmutzig war. Es gab 1974 in Kirkenwall einen Bioladen, der eine Sonne als Logo hatte. Ich habe in den Zeitungsarchiven der British Library eine Anzeige gefunden, daraufhin im Companies Haus nachgefragt und konnte tatsächlich mit dem Beschäftsführer sprechen, der noch am Leben ist. Ich weiß, dass Sie nicht mit ihm hätte sprechen können, wenn er nicht mehr am Leben gewesen wäre, kamen sie weiteren pedantischen Einwänden zuvor. Verflucht noch eins, Robin, sagte Strike, während der Wegen gegen das Fenster in seinem Rücken prasselte. Gute Nachrichten und ein Doomba wirkten definitiv stimmungsaufhähend. Exzellente Arbeit. Danke. Und jetzt pass auf, er hat dem Typen gekündigt, der die Bestellungen auslieferte, und zwar Mitte 1975, weil er mit dem Lieferwagen immer so schnell unterwegs war, dass sie ihn zwischenzeitlich sogar eingebuchtet haben. Er wusste noch, wie der Fahrer hieß, Dave Underwood, aber ich hatte noch keine Zeit. Mitten auf dem Gang mit den Konservendosen machte Eleanor unversehens kehrt und kam direkt auf sie zu. Robin tat so, als müsste sie sich für eine Weissort entscheiden. Nachdem ihre Zielperson sie passiert hatte, beendete sie den Satz. Noch keine Zeit, ihn zu suchen. Du beschämst mich, Strike rieb sich die müden Augen. Zwar bewohnte er inzwischen statt des Sofas das Gästezimmer, aber was den Schlafkomfort anding, stellte die Art der Matratze nur eine minimale Verbesserung dar, weil sie ihm bei jeder Umdrehung unter lautem Quietschen die kaputten Sprungfedern in den Rücken bohrte. Ich habe es bloß geschafft, Ruby Elliotts Tochter aufzuspüren. Ruby, die zwei Frauen vor der Telefonzelle reinhensah, hakte Robin nach und sah, wie ihre blonde Zielperson auf eine Einkaufsliste hinabblickte und im nächsten Gang verschwand. Genau die, ihre Tochter hat mir eine E-Mail geschickt. Sie wäre sich gern mit mir unterhalten, aber wir haben noch keinen Termin vereinbart. Und ich habe nochmal bei Janice angerufen, sagte Strike, hauptsächlich, weil ich Irwin kein zweites Mal ertragen hätte. Ich wollte sie fragen, ob sie sich vielleicht an den richtigen Namen dieses Apple Forb erinnert, aber sie ist gerade für sechs Wochen in Dubai bei ihrem Sohn. Ihr Anrufbeantworter sagt tatsächlich, hi, ich bin für sechs Wochen in Dubai und besuche Kevin. Vielleicht schreibe ich ihr ein paar Zeilen, dass es nicht schlau ist, jedem beliebigen Anrufer anzupreisen, dass das Haus gerade leer steht. Ach, und hast du deine Haiwin angerufen? Eleanor sah Robin, studierte inzwischen die Babynahrung. Noch nicht, sagte Strike, aber ich habe... Im selben Augenblick vermeldete sein Handy, dass ihn jemand anderes zu erreichen versuchte. Das könnte er sein, Robin. Ich melde mich später. Strike wechselte zum nächsten Anruf. Kommen wir in Strike? Ja, hallo, ich bin's. Greg Terbert. Sie haben um Rückruf gebeten? Greg Weglang besagt. Strike konnte es ihm nachführen. Als Terbert ihm die alte Filmdose übergeben hatte, hatte er gehofft, sich damit ein Problem vom Hals zu schaffen. Gregory, danke für Ihren Rückruf. Ähm, ich habe ein paar Fragen an Sie. Ich hoffe, das ist okay. Nur zu. Ich bin das Notizbuch Ihres Vaters durchgegangen und wollte Sie fragen, ob Ihr Vater zufällig einen Mann namens Niccolo Ritchie kannte oder ihn irgendwann erwähnt hat. Er wurde Mookie genannt. Mookie, Ritchie, nein, sagte Gregory. Er kannte ihn nicht, aber ich kann mich daran erinnern, dass der über ihn gesprochen hat. In zur Ruhe eine, eine Sexshopgröße, richtig? Gregory klang, als würde ihm ein wodiger Schauder über den Rücken laufen, so wie er über den Gangster sprach. Strike hatte so etwas schon öfter erlebt, nicht nur bei Angehörigen der Sensationslistern in Öffentlichkeit. Nicht mal Polizisten oder Anwälte waren immun gegen den Kitzel, wenn sie in den Dunstkreis von Kriminellen gelandten, die mindestens so viel Geld und Macht hatten, wie sie selbst. Er hatte schon hohe Beamte getroffen, die beinahe bewundernd vom organisierten Verbrechen sprachen, das sie zu bekämpfen versuchten, und Anwälte, deren Vorfreude auf ein Gläschen mit einem prominenten Mandanten weit über die Hoffnung auf eine partiefähige Anekdote hinausging. Strike nahm an, dass der Name Mookie Ritchie für Talbot mit angenehmen Kindheitserinnerungen verknüpft war, so als wäre er eine romantische Gestalt aus einer vergangenen Ära, in der sein Vater noch ein vernunftbegabter Polizist und glücklicher Familienmensch gewesen war. »Ja, genau der«, sagte Strike, »also, es sieht so aus, als wäre Mookie Ritchie in Margot Bamboos Paxes gewesen, und als hätte ihr Vater das auch gewusst.« »Wirklich?« »Ja«, sagte Strike, »und eigenartigerweise taucht diese Information nicht in den offiziellen Akten auf.« »Na ja,« »Date war krank«, verteidigte Gregory ihn. »Sie haben sein Notizbuch gelesen. Die meiste Zeit wusste er nicht, was er tat.« »Das sehe ich ähnlich«, sagte Strike, »aber wie stand er nach seiner Genesung zu den Beweisen, die er zuvor zusammengetragen hatte.« »Wie meinen Sie das?«, mit einem Mal klang Gregory argwörnisch, als befürchtete er, Strike könnte ihn in eine Richtung locken, die er lieber nicht einschlagen wollte. »Na ja«, dachte er vielleicht, dass alles wertlos gewesen sei. »Ihr hatte Verdächtige allein aufgrund ihres Sternzeichens ausgeschlossen«, sagte Gregory leise. Er dachte, »Ihr habe im Gästezimmer einen Dämon gesehen. Was glauben Sie denn, was er dachte?« Er war... Er hat sich geschämt. Er konnte nichts dafür, trotzdem kam er nie darüber hinweg. Er wäre gern wieder eingestiegen und hätte alles gerade gerückt, aber... Aber das haben sie nicht mehr zugelassen. Er wurde in den Hohestein versetzt. Der Bambrue-Fall hat alles in den Schmutz gezogen, all seine Erinnerung an seine Zeit als Ermittler. Seine Freunde waren ausnahmslos Polizisten und... Und er hat keinen von ihnen mehr sehen wollen. Dass sie ihn ausgemustert haben, hat ihn sicher gekannt. So würde ich es nicht ausdrücken, aber... Wenn Sie mich fragen, hatte er das Gefühl, mies behandelt worden zu sein, ganz zu Recht, sagte Gregory. Hat er später hier seine Notizen durchgesehen, um sie zu überzeugen, dass er alles in die offiziellen Akten übertragen hatte? »Das weiß ich nicht«, sagte Gregory leicht gereizt. »Ich glaube, er hat sich gesagt, die haben mich abserviert, die halten mich für ein Problem. So doch Lawson mit der Sache fertig werden.« Wie kam Ihr Vater mit Lawson zurecht? »Hören Sie, was soll das alles?« Und noch eher Strike etwas erwidern konnte vor Gregory Ford. »Lawson hat meinen Vater deutlich gemacht, dass dessen Zeit abgelaufen war. Er wollte ihn nicht in seiner Nähe haben, wollte ihn nicht in der Nähe der Ermittlungen haben. Lawson hat meinen Vater nach Kräften diskreditiert, und zwar nicht nur wegen der Krankheit, sondern auch als Menschen, als den Polizisten, der er vor der Krankheit gewesen war. Er hat allen befohlen, die an dem Fall arbeiteten, sich von meinem Vater fernzuhalten, sogar in der Fallzeit. Falls Infos nicht weitergegeben wurden, ist das genauso sehr Lawsons schuld. Wer weiß, vielleicht hat Dad es überprobiert und wurde abgewiesen.« »Ich kann den Standpunkt Ihres Vaters auf jeden Fall nachvollziehen«, sagte Strike. »Eine schwierige Situation.« »Sehr richtig«, Gregory klang leicht besänftigt, genau wie Strike gehofft hatte. »Um noch mal auf Mookie Ritchie zurückzukommen.« »Soweit Sie wissen, hat Ihr Vater also nie direkt mit ihm zu tun?« »Nein«, antwortete Gregory. »Darf er aber Dads bester Freund unter den Kollegen. Ein gewisser Bowning. Er war bei der Sitte. Er hat mal eine Razzia in einem von Mookis Clubs geleitet. Das weiß ich noch. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Dad davon erzählt hat.« »Was ist aus Bowning geworden? Könnte ich vielleicht mit ihm reden?« »Er ist gestorben«, erwiderte Gregory. »Worüber genau... Ich würde gern wissen, woher der Film stammt, den Sie mir überlassen haben, Gregory.« »Keine Ahnung«, murrte Gregory. »Dad ist einfach eines Tages damit nach Hause gekommen«, sagt Mom. »Wissen Sie noch ungefähr, wann das war?« »Dies war eine höfliche Umschreibung der Frage, ob Törber zu jenem Zeitpunkt noch geistig gesund gewesen war.« »Das muss gewesen sein, während Dad am Fall Bambrough gearbeitet hat.« »Warum?« Strike holte tief Luft. »Es tut mir sehr leid, aber wir mussten den Film der Polizei übergeben.« Hutchins hatte den Film am selben Morgen abgeholt, als Strike nach Cornwall aufgebrochen war. Als Ex-Polizist mit immer noch guten Kontakten zur Truppe wusste er, wohin er ihn hatte bringen müssen, und die er hatte sicherstellen können, dass die richtige Stelle ihn zu sehen bekäme. Strike hatte Hutchins gebeten, nicht mit Robin darüber zu sprechen und ihr auch nicht zu erzählen, was er mit dem Film getan hatte. Nach wie vor hatte sie keine Ahnung, was darauf zu sehen war. »Bitte«, fragte Gregory entsetzt. »Aber warum?« »Das war kein schmude Film«, Strike hatte die Stimme gesenkt, weil eben ein älteres Paar das Victory betreten hatte und desorientiert nach dem Unwetter draußen tropfend und blinzend nur zwei Schritte neben seinem Tisch stehen geblieben war. Es war ein Snaff-Film, da hat jemand gefilmt, wie eine Frau von mehreren Männern vergewaltigt und erstorgen wurde. Diesmal bibel still in der Leitung. Strike sah zu, wie das ältere Paar auf die Bar zuschlurfte und die Frau unterwegs ihre Legenhut absetzte. »Wirklich? Erstorgen?« Gregory Stimme lag jetzt eine Oktave höher. »Ich weinen.« »Das war nicht vielleicht gesteht?« »Nein«, sagte es weit nur. Er würde ihm keine Details verraten. Er hatte schon Menschen sterben sehen, er hatte Tote gesehen. Die Art von blutigem Schleim, die man in Horrorfilmen vorgesetzt bekam, sah anders aus und selbst ohne Tonspur, wurde er nicht so weit vergessen, wie die nackte Frau unter der Kapuze auf dem Boden des Lagerhauses gezuckt hatte, während ihre Mörder ihr beim Sterben zugeschaut hatten. »Und ich nehme an, Sie haben der Polizei erzählt, woher Sie den Film haben?« Gregory klang eher panisch als zornig. »Das ließ sich leider nicht vermeiden«, erklärte Strike. »Es tut mir leid, aber einige der Beteiligten könnten noch am Leben sein und für die Tat angeklagt werden. So etwas kann ich nicht einfach unter den Teppich kehren.« »Ich hab nichts verheimlicht. Ich wusste nicht mal was. Ich wollte damit auch nicht andeuten, dass sie etwas wussten oder vertuschen wollten«, unterbrach Strike. »Wenn die Leute glauben, wir haben Pflege-Kinder-Strike, ich hab der Polizei mitgeteilt, dass sie mir den Film von sich aus übergeben haben und nicht wussten, was da aufzusehen war. Wenn es zum Äußersten kommen sollte, sah die ich vor Gericht aus, dass sie nicht die leiseste Ahnung hatten, was da auf ihrem Dachboden lag. Ihre Familie hatte vierzig Jahre lang Zeit, den Film zu vernichten, und sie haben es nicht getan. Daraus wird niemand ihnen einen Streck drehen«, beschwichtigte Strike, der genau wusste, dass das die Boulevardpresse anders sehen könnte. »Ich hab befürchtet, dass so etwas passieren würde«, Gregory klang jetzt extrem depresst. »Ich hatte von Anfang an ein munniges Gefühl, seit sie zum Kaffee bei uns waren, diese ganze Geschichte auch zu wärmen. Sie haben noch gesagt, ihr Vater hätte gewollt, dass der Fall gelöst würde.« Wieder blieb es länger stähl. Dann sagte Gregory, »Er hätte es gewollt, aber nicht, wenn meine Mutter dafür um ihren Frieden gebracht wird, oder mir und meiner Frau die Pflegekinder weggenommen werden.« Strike fiel in eine Reihe von Entgegnungen ein, die nicht Anne nett gewesen wären. Nicht zum ersten Mal begegnete er der beklemen Überzeugung, dass die Toten genau das gewollt hätten, was am praktischsten für die Ledenden war. Sobald ich gesehen hatte, was auf dem Film drauf war, wäre es unverantwortlich gewesen, ihn nicht der Polizei zu übergeben. Wie gesagt, ich hätte jedem, der mich danach fragt, unmissverständlich erklären, dass sie nichts vertuschen wollten und mir den Film aus freien Stücken überlassen haben. Mehr gab es nicht zu sagen. Gregory beendete eindeutig unglücklich den Anruf und Strike rief Robin zurück. Sie war immer noch bei Tesco, wo sie gerade ein Päckchen Studentenfutter, Kaugummi und eine Flasche Shampoo bezahlte, während ihre Zielperson zwei Kassen weiter Babypuder, Babynahrung und Schnuller sowie verschiedene Lebensmittel erwarb. »Hi«, sagte Robin ins Handy und drehte sich zur Ladenfront, während die Blondine an ihr vorbeiging. Das eben war Gregory Taubert. »Was wollt...« »Ach ja, wichtig«, sagte Robin mit neu erwachtem Interesse, während sie der blonden Frau aus dem Laden folgte. »Was war eigentlich auf diesem Film? Das hast du noch gar nicht erzählt. Hast du den Projekter zum Naufen gebracht?« »Habe«, sagte Strike. »Ich erzähle dir alles über den Film, wenn wir uns wiedersehen. Dazu, ich wollte noch etwas anders sagen. Überlass Mookie Richie mir in Ordnung. Schenker streckt für mich seine Fühler aus. Ich will nicht, dass du nach ihm suchst oder Erkundungen einholst. Könnte ich nicht, hast du mich verstanden?« »Schon gut immer mit Herr Hur«, sagte Robin überrascht. »Witchie muss doch inzwischen über neunzig. Er hat Söhne«, fiel Strike ins Wort. »Söhne, vor denen selbst Schenker Angst hat.« »Oh«, Robin hatte sofort verstanden. »Ganz genau. Also, sind wir uns einig?« »Ja«, versicherte Robin ihm. Nachdem Strike aufgelegt hatte, folgte Robin Eleanor hinaus in den Regen und zurück zu deren Reihenhaus. Sobald die Haustür ins Schloss gefallen war, stieg Robin wieder in ihren Land Rover, zog die Studentenfuttertüte auf und ließ die Haustür nicht mehr aus den Augen. Bei Tesco hatte sie sich gefragt, ob Eleanor vielleicht als Babysitterin arbeitete, so wie sie eingekauft hatte, aber während der Nachmittag allmählich zum Abend ausblutete, kamen weder Eltern, um ihre Schutzbefohlenen abzuliefern, noch war auf der stillen Straße Babygeschrei zu hören. »Denn er, der grausame Tyrann, hielt sie mit Zauber und Magie im tiefen Kaker fest in Bann und machterte mit Qualen sie des Tags wie Nachts in Agerprayen«, Edmund Spencer, die Feenkönigin. Nachdem nun auch die Blandine aus Stoke Newington zu einer Person von Interesse geworden war, wurde der Fall Wiesel zu einem Job für zwei bis drei Kräfte. Die Detektei observierte Eleanor Deans Haus und verfolgte gleichzeitig Wiesels Boss und Wiesel selbst, der weiter seinen Geschäften nachging, sich seines üppigen Salers erfreute, das kein Mensch für verdient hielt, der aber gleichzeitig dicht die leiseste Andeutung fallen ließ, was er gegen seinen Chef in der Hand hatte. Unterdessen zahlte Two Times weiterhin für die Beschattung seiner Freundin, wenn noch inzwischen wohl eher aus Verzweiflung, denn aus Hoffnung und auch Postkarte war verdächtig stillgeworden. Ihre einzige Verdächtige, die eulenhafte Museumsführerin aus der National Portrait Gallery, war von ihrem Arbeitsplatz verschwunden. »Ich hoffe, sie hätten da die Grippe und sich nicht umgebracht«, sagte Robin am Feitag Nachmittag zu Barclay, als sie zufällig im Büro aufeinander trafen. Stride saß immer noch in Kornruhe fest und Robin hatte eben den Leichtfuß-Auftraggeber aus der Detektei begleitet. Er hatte widerwillig seine beträchtliche Abschlussrechnung bezahlt, nachdem er nichts weit an Erfahrung gebracht hatte, als dass der Musical-Tänzer, den seine nutzlose Tochter sich vernaht hatte, ein anständiger, monogamer und offenkundig heterosexueller jünger Mann war. Barclay, der Pat seine Spesenquittungen übergeben hatte und später die Nachtschicht bei Wiesel übernehmen würde, sah sie überrascht an. Wieso sollte sie sich umgebracht haben? »Ich weiß nicht«, sagte Robin, »die letzte Nachricht, die sie geschrieben hat, kann leicht panisch. Vielleicht dachte sie, dass ich sie zur Rechenschaft ziehen wollte, als sie mich mit den Kunstkarten sah. Du woes Schlaf«, war Barclays einziger Rat. Robin trat an den Wasserkocher. »Für mich nicht«, sagte Barclay, »ich muss in einer halben Stunde Andy ablösen, sind in Pimlico und sehen mal wieder zu, wie Two-Times-Vögelchen niemanden aufreißt.« Pats hielte mehrere Zähne ab und reichte sie Barclay, den sie eher zu tolerieren, als zum Mögen schien. Pats liebster Mitarbeiter war, gleich nach Robin Morris, den Robin seit Neujahr nur dreimal getroffen hatte, zweimal zum Schichtwechsel bei einer Observation und einmal, als er seinen Wochenbericht im Büro abgegeben hatte. Er hatte ihr kaum in die Augen sehen können und ausschließlich über die Arbeit geredet, eine Veränderung, die hoffentlich von Dauer wahr. »Welcher Klient steht als nächstes auf der Warteliste, Pat?« fragte sie, während sie Kaffee machte. »Ai, wir haben keine Leute für noch einen Fall«, stellte Barclay gerade heraus fest, während er sein Geld einsteckte. »Nicht solange Streik weg ist. Er kommt am Wochenende zurück, vorausgesetzt, die Züge fahren wieder.« Robin stellte Pats Kaffee vor ihr ab. Sie hatten vereinbart, dass sie sich am folgenden Montag in Henton Court mit Cynthia treffen würden. »Am Monatsende muss ich übers Wochenende heim«, teilte Barclay Pat mit, die derzeit die Schichtpläne erstellte. Während sie das Programm auf dem Computer anklickte, grummelte er, »Ich soll die Zeit nutzen, soll ich noch kein Pass brauche.« »Wie meinst du das?« Erschöpft ließ Robin sich mit ihrem Kaffee auf dem Sofa im Vorzimmer nieder. Theoretisch hatte sie frei, brachte aber nicht die Energie auf, nach Hause zu fahren. Schottische Unabhängigkeit, Robin. Barclay sah sie unter seinen dichten Bauern an. Schätze, ihr Südengländer hat kaum was mitgeklickt, aber das Königreich zerbricht gerade. »Das passiert doch nicht wirklich, oder?« kam Robin zurück. »Jeder, den ich da oben kenne, stimmt im September mit Ja. Einer meiner alten Schulkumpels hat mich, als ich zuletzt oben war, einen Engländerfreund genannt. Das macht dieses Arschloch kein zweites Mal«, knurrte Barclay. Als Barclay gegangen war, fragte Pat, »Wie geht's seiner Tante?« Robin wusste, dass Strikes Tante gemeint war, weil Pat ihren Vorgesetzten nur beim Namen nannte, wenn es »absolut unvermeidlich« war. »Schlecht«, antwortete sie, »zu schwach für die Chemo.« Pat rammte sich die E-Zigarette zwischen die Zähne und tippte weiter. Nach einer Weile sagte sie, »An Weihnachten war er allein oben.« »Ich weiß«, sagte Robin, »er hat mir erzählt, wie nett du warst, dass du ihm Super vorbeigebracht hast. Er war dir wirklich dankbar.« Pat schniefte, Robin trank ihren Kaffee aus und hoffte, dass er ihr die nötige Energie verlier, um es vom Sofa bis in die U-Bahn zu schaffen. »Ich hätte gedacht, einer wie er hätte, was vorhin ergehen könnte außer seinem Dachboden.« »Naja, er hatte eine schwere Grippe«, sagte Robin, »er wollte niemanden anstecken.« Aber während sie ihren Becher ausspürte, den Mantel anzog, sich von Pat verabschiedete und über die Treppe nach unten ging, spürte Robin, wie sehr sie der kurze Wortwechsel beschäftigte. Sie hatte sich oft gefragt, woher Pats unerklärliche Abneigung gegen Strike rührte. Ihr Tonfall hatte deutlich gemacht, dass Strike in ihrer Vorstellung irgendwie immun gegen jede Art von Einsamkeit oder Verletzlichkeit war. Und Robin fragte sich, wie sie darauf kam, weil Strike nie ein Geheimnis da ausgemacht hatte, wo er wohnte, genauso wenig wie aus der Tatsache, dass er allein lebte. Robins Handy klingerte. Die Nummer kannte sie nicht, und sofort musste sie wieder daran denken, dass auch Tom Turvey von einer unbekannten Nummer angerufen hatte. Leicht beklommen blieb sie vor dem U-Bahn-Eingang an der Tottenham-Cortwood stehen und nahm das Gespräch entgegen. »Ist er, Robin, Ellicott?« fragte eine Stimme mit Manchester-Akzent. »Ja.« »Haja,« sagte die Frau nervös, »Sie wollten, Sie wollten mit Dave Underwood sprechen? Ich, ich bin seine Tochter.« »Ah«, sagte Robin, »Danke, dass Sie zurückrufen.« Dave Underwood war der Mann, der zum Zeitpunkt von Margot Bambrows Verschwinden den Lieferwagen des Bioladens gefahren hatte. Robin hatte seine Adresse online ermittelt und ihm drei Tage zuvor einen Brief geschrieben, aber nicht mit einer so schnellen Reaktion gerechnet. Inzwischen hatte sie sich mehr oder weniger damit abgefunden, dass all ihre Anfragen zu Margot Bambrow ignoriert wurden. »Ihr Brief war ein kleiner Schock,« sagte die Frau am Telefon. »Es ist nur so, ich glaube, dass Dad nicht selbst mit Ihnen reden kann. Er hatte vor drei Wochen eine Tachiotomie.« »Oh, das, das tut mir leid,« Robin hielt sich das Weihohr zu, um den Verkehrslärm auszublenden. »Ja«, sagte die Frau, »aber er ist gerade bei mir, und ich soll Ihnen ausrichten. Hören Sie, er kriegt doch kein Ärger, oder?« »Nein, nein, natürlich nicht,« antwortete Robin. »Wie ich in meinem Brief geschrieben habe, wollen wir nur verifizieren, dass der Lieferwagen nichts mit der Sache zu tun hatte.« »Na, dann ist hier gut,« sagte Davs Tochter. »Also, er war, er war's wirklich, irre, wie sie das Herausgefundene hatten. Dabei haben damals alle geschworen, dass auf dem Lieferwagen eine Blume gewesen wäre, richtig? Damals war ihm das nur recht. Er hatte Schiss, dass er Schwierigkeiten bekommen könnte, aber er hat sich deswegen jahrelang mies gefühlt. Er hatte sich bei einer Auslieferung verfahren und musste durch den Kirk Mulgreen rasen, um wieder auf seine Route zu kommen. Er hat sich damals nicht gemeldet, weil der Chef ihm erst am Morgen eine Standpauke gehalten hatte, er sei mit den Lieferungen nicht schnell genug. Und dann, dann stand auf einmal in der Zeitung, dass es Dennis Creed gewesen sein sollte, und da hat er lieber, na ja, Sie wissen schon, in so was will niemand verwickelt werden. Und je länger er nichts gesagt hat, desto schlimmer hätte es für ihn ausgesehen, weil er es nicht gleich gemeldet hatte.« »Verstehe«, sagte Robin, »ich ahne, wie er sich gefühlt hat. Ja, also das hilft uns sehr weiter, und nachdem er seine Sachen ausgeliefert hatte, richtig, da fuhr er zurück zum Laden und wurde gleich noch mal rasiert, als der Lieferwagen geöffnet wurde und er die falsche Bestellung ausgeliefert hatte. Ach, da musste er direkt wieder los.« Also war Margot Bambrough eindeutig nicht in dem Lieferwagen gewesen. »Danke, dass Sie sich bei mir gemeldet haben«, sagte Robin, »und danken Sie Ihrem Vater für seine Ehrlichkeit, er war uns eine große Hilfe.« »Gern geschehen«, sagte die Frau und dann schnell, bevor Robin auflegen konnte, »sind Sie das Mädchen, das der Shackle Whirper in der Mannel hatte?« Eine Sekunde lang spielte Robin mit dem Gedanken zu verneinen, aber sie hatte den Brief an Dave Underwood mit ihrem echten Namen unterschrieben. »Ja«, antwortete sie, »aber längst nicht mehr so warmherzig.« Sie war nicht gern das Mädchen, das der Shackle Whirper in der Mannel hatte. »Wow, ich hab meinem Dad gleich gesagt, dass Sie das sein müssen. Na, immerhin kann Creed Sie nicht mehr erwischen, was?« Es hatte fast fröhlich geklungen. Dobbin pflichtete ihr bei, bedankte sich erneut für die Hilfe, legte auf und lief die Stufen zur U-Bahn hinunter. »Immerhin kann Creed Sie nicht mehr erwischen, was?« Die launigen Abschiedsworte begleiteten Robin bis in die U-Bahn. So locker und leicht hin konnten nur Menschen reden, die nie blinder Angst empfunden hatten, die nie wehrlos brutale Aggressionen und eisigem Stahl ausgeliefert gewesen waren, die nie ein nach Schwein klingendes Grunzen an ihrem Ohr gehört oder in kalte, starre Augen hinter einer Maske geblickt oder ihr eigenes Fleischreißen gespürt und gleichzeitig kaum Schmerz empfunden hatten, weil der Tod ihnen so nahe war, dass sie seinen Atem schon riechen konnten. Auf der Wolltreppe warf Robin einen Blick über die Schulter. Der Pendler hinter ihr tippte wiederholt mit seinem Aktenkoffer gegen die Rückseite ihrer Schenkel. Manchmal fand sie den körperlichen Kontakt mit einem Mann schier unerträglich. Sobald sie am unteren Ende der Wolltreppe angekommen war, marschierte sie schnell weiter, um den Pendler hinter sich zu lassen. Immerhin kann Creed sie nicht mehr erwischen. Als wäre das alles nur ein Spiel, bei dem man sich nicht erwischen lassen durfte. Oder hatte der Umstand, dass Robin in der Zeitung gestanden hatte, sie für die Anruferin irgendwie weniger menschlich gemacht? Nachdem Robin sich in der U-Bahn zwischen zwei Frauen gesetzt hatte, kehrten ihre Gedanken zu Pat zurück und zu deren eigenartig fassungsloser Feststellung, dass Strike keinen Zufluchtsort zu haben schien, wenn er krank war, dass er niemanden hatte, der sich um ihn kümmerte. Woher nur rührte Pats Antipathie? War es die instinktive Überzeugung, dass man als Mensch unverwundbar war, sobald die Zeitungen über einen berichteten? Als Robin vierzig Minuten später mit der Aussicht auf einen ruhigen Abend und einer Tüte voller Lebensmittel ihre Haustür aufschob, fand sie die Wohnung leer vor, abgesehen von Wolfgang, der sie überschwänglich begrüßte und ihr dann mit einem Winsinn zu verstehen gab, dass er eine volle Blase hatte. Seufzend nahm Robin die Leine und drehte mit ihm eine schnelle Runde um den Block. Danach fühlte sie sich nicht mehr imstande, noch etwas Richtiges zu kochen und rührte nur ein paar Eier zusammen, die sie mit einer Schabbe Toast aß, während sie die Nachrichten guckte. Sie ließ gerade die Badewanne volllaufen, als ihr Handy erneut klingelte. Lesignier stellte sie fest, dass es ihr Bruder Jonathan war, der bald sein Studium in Manchester abschließen würde. Sie glaubte zu wissen, weswegen er anrief. »Hi, John«, sagte sie. »Hi, Wobbs, du hast dich auf meine Nachricht geantwortet.« Sie wusste natürlich, dass sie das nicht getan hatte. Er hatte ihr die Nachricht am Vormittag geschickt, während sie Tuthams Freundin beim Kaffeetrinken observiert hatte. Lediglich einst die Glashorn-Roman hat die Gesellschaft gelastet. John wollte wissen, ob er und eine Freundin über das Wochenende am 14. und 15. Februar nach London kommen und bei ihr übernachten könnten. »Tut mir leid«, sagte Robin. »Ich weiß, aber ich hätte den ganzen Tag zu tun. Ich bin mir nicht sicher, um ganz ehrlich zu sein, John. Ich weiß noch nicht, ob Max Plana hat. Es macht ihm doch bestimmt nichts aus, wenn er in deinem Zimmer pennen, oder? Courtney war noch nie in London. Am Samstag wollen wir in eine Comedy-Show gehen. In Bloomsbury, viele.« »Ist Courtney deine Freundin?«, Robin musste lächeln. Was sein Liebesleben anging, war Jonathan der Familie gegenüber immer extrem wortkarg gewesen. »Ist sie meine Freundin?«, wiederhote Jonathan suffisant. Aber Robin hatte das Gefühl, dass ihm die Frage gefiel und schloss daraus, dass die Antwort »Ja«, lautete. »Ich check das mit Max ab, okay, und erruf morgen zurück.« Nachdem sie Jonathan abgewimmelt hatte, kehrte sie in ihr Zimmer zurück, um ihren Pyjama, den Morgenmantel und etwas zu lesen zu holen. Der Dämon vom Paradise Park lag quer auf ihrem ansonsten korrekt ausgerichteten Bücherstapel. Sie zögerte kurz, griff dann aber danach, nahm das Buch mit ins Bad und versuchte, sich nicht auszumalen, wie sie sich mit ihrem Bruder und einem fremden Mädchen im Zimmer bettfertig machte. War sie vorzeitig gealtert? War sie so prüde und spießig geworden? Sie hatte nie die Uni abgeschlossen. Bei Femden auf dem Boden zu pennen war nie Teil ihres Lebens gewesen. Und seit der Vergewaltigung in ihrem Wohnheim hatte sie auch nie den Wunsch verspürt, irgendwo zu übernachten, wo sie nicht die Kontrolle über die Umgebung hatte. Wobbin ließ sich in das heiße Schaumbad gleiten und seufzte zufrieden. Es war eine lange Woche gewesen, stundenlang hatte sie im Auto gesessen, wenn sie nicht gerade in der Wiesel oder Elena Dean hier durch den Regen getrottet war. Während sie mit geschlossenen Augen die Wärme und den synthetischen Jasmin-Duft, die was billigen Schaumbads genass, kehrten ihre Gedanken unwillkürlich zu Dave Underwoods Tochter zurück. Immerhin kann Creed sie nicht mehr erwischen. Ganz abgesehen von dem kränkten Schatz auf den Tonfall erschien es ihr bezeichnend, dass eine Frau, die seit Jahren wusste, dass Creed den Lieferwagen mit dem Sonnenlogo nicht gefahren hatte, trotzdem davon überzeugt zu sein schien, dass er Margo entführt hatte, denn natürlich hatte Creed nicht immer einen Lieferwagen benutzt. Er hatte bereits zwei Frauen ermordet, bevor er den Job bei der Reinigung bekommen hatte und weiterer Frauen einfach überredet, in seine Kellerwohnung zu spazieren, obwohl er Zugriff auf das Gefährt gehabt hatte. Wobben stug die Augen wieder auf, griff nach dem Buch und blätterte zu der Seite, bis zu der sie gekommen war, hielt das Buch über den heißen Schaum und las weiter. Eines Abends im September 1972 beobachtete Dennis Creed's Vermieterwand erstmals, wie er eine Frau in seine Kellerwohnung brachte. Während Creed's Verhandlung sagte sie aus, sie habe kurz vor Mitternacht das Gartentor quieken gehört, aus dem Schlafzimmerfenster zur Treppe ins Souterrain geblickt und gesehen, wie Creed und eine Frau, die ein bisschen beschwitzt aussah, aber noch halbwegs gehen konnte, das Haus betraten. Als sie Dennis Queter nach der Frau fragte, antwortete er mit einer weithergeholten Geschichte, die Stammkundin seiner Reinigung sei betrunken auf der Straße unterwegs gewesen und habe ihn, der ihr zufällig begegnet sei, angebettet, von seiner Wohnung aus ein Taxi ofen zu dürfen. Tatsächlich war die Frau, die Violet beim Betreten des Hauses beobachtet hatte, die arbeitslose Gay Whiteman, die an diesem Abend von ihrem Freund versetzt worden war. Whiteman hatte das Glasshopper, eine Bar in Schauditsch nach dem Genuss mehrerer alkoholhaltiger Cocktails, um 22.30 Uhr abends verlassen. Später wurde beobachtet, wie eine Frau, auf die Whitemans Beschreibung passte, unweit der Bar in einen weißen Lieferwagen stieg. Abgesehen von Cooper, die am selben Abend eine Brunette in einem hellen Mantel in Creeds Wohnung gehen sah, wurde Gay Whiteman nach dem Verlassen der Bar von niemandem mehr gesehen. Inzwischen hatte Creeds zum einen die überzeugende Maske des Verletzlichen angelegt, die besonders ältere Frauen wie seine Vermieter ansprach, sich zum anderen aber auch einer gesellige, sexuell ambivalente Persönlichkeit angeeignet, die gut bei betrunkenen und einsamen Frauen ankam. Creeds gab später zu, dass er Whiteman im Glasshopper angesprochen, ihren Drink mit Nembutar versetzt und ihr vor der Bar aufgelauert habe, wo sie, verwirrt und unsicher auf den Beinen, sein Angebot dankbar angenommen habe, sie nach Hause zu fahren. Seine Vermieterin wiederum nahm die Erklärung mit der Stammkunden aus der Reinigung für bare Münze, weil ich keinen Grund hatte, daran zu zweifeln. Tatsächlich kauerte Gay Whiteman zu diesem Zeitpunkt bereits geknebelt und an den Heizkörper gekettet in Creeds Schlafzimmer, wo sie bleiben sollte, bis Creeds sie im Januar 1973 erwirkte. Kein anderes Opfer ließ ihr über einen so langen Zeitraum am Leben, was nur beweist, in welchem Ausmaß er inzwischen überzeugt davon war, dass seine Kellerwohnung ein sicherer Ort sei, an dem er seine Opfer vergewaltigen und foltern könne, ohne Angst haben zu müssen, aufzufliegen. Allerdings besuchte ihn seine Vermieterin kurz vor Weihnachten unter einem banalen Vorwand und gab später an Zeugenstand zu Protokoll, dass er mich loswerden wollte, das habe ich gemerkt, und ich dachte noch, irgendwie riecht es in der Wohnung eklig, aber nebenan hatten wir damals öfter Probleme mit der Kanalisation. Er meinte, er könne gerade nicht reden, weil er auf einen Anruf warte. Ich weiß genau, dass es vor Weihnachten war, weil ich mich daran erinnern kann, dass er keine Weihnachtskarten aufgestellt hatte. Ich wusste zwar, dass er nicht viele Freunde hatte, aber ich dachte, irgendwer muss doch an ihn denken. Im Radio lief Long-Head Lover from Liverpool, und zwar laut, das ist mir noch im Gedächtnis, aber das war nicht ungewöhnlich, denn es liebte Musik. Coopers Überraschungsbesuch besiegelte wohl Whitemans Todesurteil. Creed erzählte später einem Psychiater, dass er damit geliebäugelt habe, Whiteman als Spielzeug zu behalten und sich so weitere riskante Entführungen zu ersparen, dass er es sich dann aber anders überlegt und beschossen habe, sie von ihrem Elend zu erlösen. Creed ermordete Whiteman am Abend des 9. Januar 1973. Das Datum hatte er gewählt, weil es mit einer beitägigen Abwesenheit von Y. Cooper zusammenfiel, die damals eine kranke Verwandte besuchte. Creed trennte in der Badewanne Whitemans Kopf und Hände vom Körper, wickelte den Leichnam in eine Plane und fuhr ihn im Schutz der Nacht mit dem Lieferwagen in den Epping Forest, wo er ihn in einem flachen Grab verscharrte. Nach seiner Rückkehr kochte er das Fleisch von Whitemans Kopf und Händen, zertrümmerte die Knochen, wie er es schon mit den stablichen Überresten von Vera Kenny und Novene Starrock getan hatte, und füllte die poliverisierten Knochen in die mit Äffenbein in Tarsien verzierte Kiste unter seinem Bett. Nach ihrer Rückkehr in die Liverpool-Vote fiel Violet Cooper auf, dass sich der eklige Geruch verpflichtigt hatte, woraus sie schloss, dass die Abflüsse gereinigt worden waren. Vermieterinnen und Mieter nahmen ihre geselligen Abende wieder auf, bei denen sie miteinander tranken und zu Schallplattenmusik sannen. Gut möglich, dass Creed in jener Zeit damit experimentierte, Weih unter Drogen zu setzen. Sie sagte später aus, sie habe nach den Abenden, an denen Dennis ihr Gesellschaft leistete, oft so tief und festgeschlafen, dass sie sich noch am nächsten Morgen völlig benebelt gefühlt habe. Whitemans Grab blieb vier Monate unentdeckt, bis der Terwehr eines Spaziergängers im Waldboden wühlte und einen Schenkeknochen ausgrub. Die fortgeschrittene Verwesung, das Fehren von Kopf und Händen sowie jeder Kleidung machten die Identifizierung zunächst unmöglich. Erst nach Creed's Verhaftung, als man unter den Boden, die er in seinem Wohnzimmer Whitemans Unterwäsche fand, dazu ihre Hose und einen Oparwing, den ihre Familie wiedererkannte, konnten die Ermittler den Mord an Whitemann auf die Liste der Anklagepunkte gegen Creed setzen. Gates' innere Schwester hatte nie die Hoffnung aufgegeben, dass Gail noch am Leben sein kannte. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich den Ring vor mir sah. Bis zu diesem Augenblick war ich felsenfest davon überzeugt, sie hätten sich geirrt. Irgendwann kommt sie zurück, habe ich immer wieder zu Mom und Dad gesagt, ich konnte nicht fassen, dass es auf der Welt solche Bosheit geben und meine Schwester ihr ausgeliefert gewesen sein sollte. Er ist doch kein Mensch. Noch bei der Verhandlung hat er mit uns gespielt, mit den Familien, winkte uns morgens immerlich hinzu, sah zu den Eltern oder dem Bruder oder zu sonst jemandem, wenn das Opfer erwähnt wurde. Auch später, nach seiner Verurteilung, gab er immer wieder gruselige Einzelheiten preis, was Gail gesagt und wie sie ihn angebettelt hatte. Jahrelang mussten wir mit der Angst leben. Wenn ich könnte, würde ich ihn mit bloßen Händen erwürgen. Trotzdem könnte ich ihm nie so viel Leid zufügen, wie er Gail zugefügt hat. Zu menschlichen Gefühlen ist der doch nicht fähig. Da betet man, vom Flurweinautes Kachen zu hören, und Wobben zuckte so heftig zusammen, das Wasser über den Wannenrand schwappte. »Ich bin's nur«, rief Max, der ungewöhnlich fröhlich klamm. Dann hörte sie, wie er Wolfgang begrüßte. »Hallo, du! Ja, hallo, doch du! Hallo!« »Hi«, rief Robin. »Ich war vorhin mit ihm draußen. Vielen Dank. Komm, leiste mir Gesellschaft. Es gibt was zu feiern.« Sie hörte Max die Stufen heraufkommen, zog den Stötzel, blieb aber noch in der Wanne sitzen, während das Wasser abfloss, und las das Kapitel zu Ende. Fische Schaumbläschen klebten an ihrer Haut. Da betet man, dass es eine Helle gibt.« 1976 gestand Creed gegenüber dem Gefängnispsychiater Richard Meriden. Nach der Entdeckung von Whitemans Leiche habe er sich bedeckt halten wollen. Creed gab zu, dass er gleichzeitig nach Berühmtheit gegiert und Angst vor einer Verhaftung gehabt habe. Ich habe jeden Artikel über den Butcher gelesen. Ich habe sie genau wie alle anderen im Epping-Forest begraben, weil ich klarstellen wollte, dass sie alle Opfer desselben Täters waren. Aber mir war natürlich bewusst, dass ich alles aufs Spiel setzen würde, wenn ich dieses Muster nicht bald waviierte. Nachdem Wei mich mit ihr gesehen und mitbekommen hatte, wie ich mit ihr in meine Wohnung ging, war es sicher besser, mich eine Weile bedeckt zu halten und mich auf Nutten zu verlegen. Dass er beschoss, sich auf Nutten zu verlegen, sollte nur wenige Monate später zu einer beinahe Verhaftung führen. Hier endete das Kapitel. Robin stieg aus der Wanne, wischte das übergeschwappte Wasser auf, zog sich Pyjamo und Morgenmantel an und ging ins Wohnzimmer, wo Max vor dem Fernseher saß und eindeutig glückselig aussah. Seine gute Laune schien sogar Wolfgang angesteckt zu haben. Der Hund begrüßte Robin, als wäre sie von einer langen Reise heimgekehrt und schlägte ihr das Badeöl von den Knechern, bis sie ihn freundlich bat, damit aufzuhören. Ich habe einen Chuck, verkündete Max und stellte den Fernseher stumm. Auf dem Couchtisch vor ihm standen eine Flasche Sekt und zwei Gläser. Zweiter Hauptdarsteller in einem Mehrteiler von BBC One, darauf müssen wir anstoßen. Das ist fantastisch, Max. Robin freute sich aufrichtig für ihn. Finde ich auch, er strahlte sie an. Hör mal, glaubst du, dein Streik könnte mal zum Essen vorbeikommen? Ich spiele einen Veteranen, da wär's gut, mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich bei der Army war. Das macht er bestimmt. Robin hoffte, dass sie damit Recht hatte. Sie nahm ein Glas entgegen, setzte sich und hob es zu einem Toast. Glückwunsch. Danke, Max stieß mit dir an. Wenn er vorbeikommt, koch ich uns was. Das wäre echt gar nicht schlecht. Ich muss wieder unter Leute. Allmählich verwandle ich mich in einen dieser, er war immer nur für sich Menschen, über die sie im Fernsehen berichten. Und ich bin dann wohl die ahnungslose Mitbewohnerin, sagte Robin, die in Gedanken immer noch bei Vi Cooper war, die dich für einen heizenden Mann gehalten und sich nie gewundert hat, warum du ständig die Wohnzimmer dir neu festnageln musstest. Max lachte, fragt, und das werden sie dir mehr verüben als mir. Das läuft doch immer so, die Frauen, die nichts gemerkt haben wollen. Aber einmal ernsthaft, einige davon, ähm, wie hieß doch mal dieser Amerikaner, der seine Frau nur in die Garage ließ, wenn sie ihn zuvor über die Gegensprecher-Nage angerufen hatte? Jerry Brudos, sagte Robin. Brudos war in der Dämon vom Paradise Park erwähnt worden. Genau wie Creed hatte er Frauenkleider getragen, als er eins seiner Opfer entfüllt hatte. Ach, ich brauche wieder ein Sozialleben, verdammt. Und in dem Einfluss von Alkohol und guten Neuigkeiten war Max mitteilsamer, als Robin ihn je erlebt hatte. Seit Matthew mich verlassen hat, habe ich mich einfach nur hundeelend gefühlt. Ich habe nicht immer gefragt, ob ich die Wohnung nicht vielleicht doch verkaufen und umsatteln sollte. Offenbar war ihr die Panik anzusehen, schoss es Robin durch den Kopf, denn Max versicherte ihr sofort. Oh, keine Angst, das soll nicht passieren. Aber die Wohnung zu behalten, hat mir fast das Genick gebrochen. Ursprünglich hatte ich sie nur seinetwegen gekauft. Leg dein Geld in Immobilien an, mit Immobilien. Kannst du nicht verlieren, hat er immer getredigt. Er sah so aus, als wollte er noch etwas sagen, überlegte es sich dann aber anders. Max, ich muss dich was fragen, sagte Robin. Du kannst auch gern Nein sagen, aber mein jüngerer Bruder und eine Freundin brauchen für den 14. und 15. Februar eine Übernachtungsmöglichkeit in London. Wenn du nicht, sei nicht albern, sagte Max. Sie können hier drauf schlafen, er tätschelte das Sofa. Das kann man ausziehen. Och, das hatte Robin nicht gewusst. Das ist super, danke. Der Sekt und das heiße Bad hatten Robin schläfrig gemacht. Trotzdem plauderten sie noch eine Weile über Max neue Rolle, bis Robin sich zu guter Letzt entschuldigte und verkündete, sie müsse wirklich ins Bett. Doch während sie unter die Decke kroch, entschied sie sich gegen das nächste Creed-Kapitel. Manche Dinge wollte sie lieber nicht im Kopf haben, wenn sie Schlaf brauchte. Doch kaum, dass sie die Nachttischlampe ausgeknipst hatte, war klar, dass ihr Hirn nicht abschalten würde, und sie griff nach ihrem iPad. Sie hörte nur über Kopfhörermusik, wenn sie wusste, dass Max zu Hause war. Nach gewissen Erfahrungen im Leben stellte man sicher, dass man Reaktionsmöglichkeiten und genügend Vorwarnzeit hatte. Jetzt allerdings mit einer verriegelten Wohnungstür, wovon Robin sich grundsätzlich überzeugte, und ihre Mitbewohner und einem Hund in Ruf weiter, nahm sie die Kopfhörer zur Hand und schaltete die vier Joni Mitchell-Eiden, die sie anstelle eines weiteren Parfum-Verkaufs erworben hatte, in den Schaffel-Modus. Wenn Robin, wie neuerdings öfter, Joni Mitchell hörte, malte sie sich bisweilen aus, wie Margo Bambo sie durch die Musik hindurch anlöcherte. Margo war für alle Zeiten 29 geblieben, eine Kämpferin, die schon in der Jugend den Ehrgeiz entwickelt hatte, es mittels Intelligenz und harter Arbeit aus der Armut herauszuschaffen, und die sich nicht von einem Leben hatte unterkriegen lassen wollen, das komplizierter war, als sie je gedacht hatte. Ein eher unbekanntes Lied erklang. Es handelte von einer Liebesaffäre. Der Text war schlichter, direkter als die meisten anderen Mitchell-Songs und mit weniger Metaphern und Poesie beladen. Last chance lost, the hero cannot make the change, last chance lost, the shrew will not be tamed. Robin musste an Matthew denken, der sich einerseits nicht damit hatte abfinden kann, dass seine Frau mehr vom Lieden gewollt hatte als Umzüge in immer größere Eigentumswohnungen und der andererseits seine Geliebte nicht hatte aufgeben wollen, die in Wahrheit schon immer besser zu seinen Idealen und Seelen gepasst hatte als Robin. War er etwa der Held, der sich nicht ändern konnte, und Robin die Kratzbürste, die sich nicht zähmen ließ und eigensinnig darum kämpfte, in einem Beruf zu arbeiten, den außer ihr jeder für einen Fehler hielt? Während Robin im Dunkeln Mitchells Stimme lauschte, die in ihren späteren Alben tiefer und dauchiger klang, drängte sich eine Idee, die schon seit Wochen am Rand ihres Bewusstseins herumschlich, eigensinnig in den Vordergrund. Die Idee hatte auf ihre Chance gelauert, seit Robin den Brief aus dem Justizministerium geöffnet hatte, in dem man Strike den Besuch bei einem Serienmörler verwehrt hatte. Strike hatte sich mit der Entscheidung des Ministeriums abgefunden, und tatsächlich hatte Robin das auch, weil sie das Leid der Opferfamilie nicht vergrößern wollte. Und doch war der Mann, der Anna womöglich vor einem Leben in schmerzlicher Ungewissheit bewahren konnte, nach wie vor am Leben. Wenn Irene Hickson unbedingt mit Strike hatte reden wollen, wie gern würde dann Creed möglicherweise sein jahrzehntelanges Schweigen brechen. Last chance lost, the hero cannot make the change. Robin setzte sich abrupt auf, zog die Kopfe raus den Ohren, scheiterte das Licht an und griff zu Notizbohrenstift, die in letzter Zeit immer neben ihrem Bettladen. Strike brauchte ihr nicht zu erfahren, was sie vorhatte. Zwar konnte sich ihre Aktion negativ auf die Detektei auswirken, doch dieses Risiko musste sie eingehen. Denn falls sie es nicht versuchte, würde sie sich auf ewig fragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gegeben hätte, Creed zum Reden zu beinen. Und weder Kunst noch Igels Blut kann diese Schmerzen lindern, sie sind wohl hellen Qualen. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Endlich wurde der Zugverkehr zwischen Cornwall und London wieder aufgenommen. Strike packte seine Taschen und versprach seinem Onkel und seiner Tante, bald wiederzukommen. Joan hielt sich beim Abschiedsstumm an ihm fest. So unglaublich es ihm auch erschien, aber Strike hätte einen jener mit emotionaler Erpressung unterlegten Abschiede bevorzugt, die ihn früher so sehr verärgert hatten. Auf der Rückfahrt nach London stellte er fest, dass die monochrome Winterlandschaft aus Schlamm und zitternden Bäumen, die vor dem schwutzig-schlierigen Fenster vorbeizog, seine Stimmung perfekt widerspiegelte. Jones langsamer Verfall war nicht mit den Stabefällen zu vergleichen, mit denen Strike bislang zu tun gehabt hatte und die fast durchweg unnatürlich gewesen waren. Als Soldat und Ermittler hatte er sich gezwungenermaßen daran gewöhnt, das plötzliche, brutale Ende eines Menschenlebens zu verarbeiten und zu akzeptieren, dass ein Vakuum entstand, wo eben noch eine Seele geflackert hatte. Jones' schleichende Kapitulation vor dem Feind im eigenen Körper, da für ihn etwas Neues. Eine leise beschämende Stimme in seinem Kopf wünschte sich, dass endlich alles vorbei wäre und das Trauern beginnen könnte, und während der Zug ihn ostwärts trug, freute er sich beinahe auf das temporäre Refugium seiner leeren Wohnung, wo er unbeobachtet würde trauern können und weder eine Leidensmine für die Nachbarn noch ein fürdiges Gesicht für seine Tante aufsetzen müßte. Er schug zwei Essenseinladungen für den Samstagabend aus, eine von Lucy, eine von Nick und Ilza, und vergob sich stattdessen in den Büchern der Detektei und den Berichten, die Barclay, Hutchins und Morless eingereicht hatten. Am Sonntag bereitete er sich auf das Gespräch am Montag vor und sprach noch mal mit Dr. Gupta und mehreren Verwandten von den zwischenverstorbenen Zeugen im Fall Bambrow. Als er am Sonntagabend vor dem auf dem Herz zimmernden Spaghetti stand, todelte eine zweite Nachricht seiner unbekannten Halbschwester Prudence ein. »Heikomeren, ich weiß nicht, ob du meine erste Nachricht erhalten hast. Hoffentlich erreicht dich diese hier. Ich wollte nur sagen, ich verstehe, glaube ich, warum du nicht nit auf Dads Gruppenfoto oder zu der Party kommen willst. Bei der Feier geht es allerdings um Nähe als nur um ein neues Album, und das würde ich gern mit dir persönlich besprechen, aber als Familie wollen wir das vertraulich halten. Du verzeihst mir hoffentlich die Bemerkung, dass ich, wie du, das Ergebnis einer kurzfristigen Affäre von Dad bin und ebenfalls lang mit Verletzungen und Zaun zu kämpfen hatte. Würdest du vielleicht einen Kaffee mit mir trinken gehen, damit wir das ausführlicher besprechen können? Ich wohne in Putney. Bitte schreib mir zurück, es wäre schön, wenn wir uns kennenlernen könnten. Mit den allerbesten Wünschen. Puh.« Stryke zündete sich über dem inzwischen lautblubbernden Spaghettiwasser eine Zigarette an. Hinter seinen Augäpfeln baute sich Druck auf, er wusste genau, dass er zu viel rauchte. Seine Zunge brannte, und seit der Grippe an Weihnachten war sein morgendlicher Husten schlimmer denn je. Barclay hatte sich bei ihrer letzten Begegnung über die Vorzüge von E-Zigaretten ausgelassen. Vielleicht war es an der Zeit, es damit zu probieren oder zumindest weniger Zigaretten zu auchen. Er las Prudents Nachricht ein zweites Malen. Welcher vertrauliche Grund konnte hinter der Party stecken, wenn es nicht nur um ein neues Album ging? Hatte Lockerbie endlich den Ritterschlag erhalten, oder veranstaltete er diesen Zirkus um das Deadbeat sie belehren nur, um die Zuständigen daran zu erinnern, dass er eine solche Ehrung immer noch nicht erhalten hatte? Stryke versuchte sich, Lucys Reaktion vorzustellen, sobald er ihr erzählte, dass er einen ganzen Wurf neue Halbgeschwister kennenlernen durfte, während sich ihr winziger Familienverband gerade um einen Menschen verringerte, und er versuchte, Prudents vor sich zu sehen, über die er rein gar nichts wusste, außer dass ihre Mutter eine bekannte Schauspielerin gewesen war. Er schaltete die Herdplatte aus, ließ die Spaghetti im Wasser treiben und begann, mit der Zigarette zwischen den Zähnen eine Antwort zu verfassen. Danke für deine Nachrichten. Ich habe nichts gegen ein Treffen, aber zurzeit ist es ungünstig. Ich wechne es dir an, dass du tust, was du für richtig hältst, aber ich will um einer Feierwillen nicht Gefühle vortäuschen oder gute Miene machen müssen. Ich habe keinerlei Beziehung zu. Stryke zögerte eine volle Minute. Er hatte von Johnny Lockerbie nie als Dad gesprochen und wollte auch nicht zu unserem Vater schreiben, weil das ihn und die ihm fremde Prudents auf unpassende Weise verbunden hätte. Trotzdem hatte er das vage Gefühl, dass sie keine Fremde war. Irgendetwas in ihm spürte tatsächlich eine Verbindung. Was war das? Schlichter Neugier? Der Nachhall seines kindlichen Wunschs nach einem Vater, der sich nie hatte blicken lassen? Oder war es etwas Primitiveres, der Ruf des Blutes, ein tierischer Instinkt der Zusammengehörigkeit, der sich nicht auslöschen ließ, ganz gleich wie entschlossen man versuchte, das Band zu durchtrennen? Rockerbie und auch kein Interesse daran, stundenlang eine zu heucheln, nur weil er ein neues Album ausbringt. Ich habe nichts gegen dich und treffe mich gar mit dir, sobald mein Leben weniger ... Stryke hielt erneut inne. Inmitten der Wasserdampfvolke musste er an die sterbende Joan, die offenen Felle der Detektei und unerklärlicherweise an Morbin denken. Kompliziert ist, alles Gute kommeren. Er aß seine Spaghetti mit Fertigsauce, schlief unter dem Getrommel des Regens auf den Dachziegeln ein und räumte, Rockerbie und er lieferten sich an Bord eines stampfenden und räumenden Siegelschiffs einen Faustkampf, bis beide im Wasser landeten. Als Stryke am nächsten Vormittag um zehn vor elf in Earls Court aus der U-Bahn stieg, um auf Robin zu warten, die ihn hier auflesen, und mit ihm zu Cynthia Phipps in Händen Court fahren würde, regnete es immer noch. Mit einer weiteren Zigarette zwischen den Lippen schälte er sich unter ein gemauertes Vordach und las zwei soeben eingegangene E-Mails auf seinem Handy. Ein Update von Barclay ueber Two Times und eins von Morris ueber Visa. Er war fast am Ende angelangt, als das Handy klingelte. Es war R, und Stryke beschloss, den Anruf nicht auf die Mailbox umzuleiten, sondern dem Spuk ein für allemal ein Ende zu setzen. »Hi, Barf«, sagte R. »Wie geht's?« »Ding schon mal besser«, antwortete Stryke. Die höfliche Gegenfrage stellte er absichtlich nicht. »Er mal N«, sagte R. »Prew hat Kahle angerufen, sie hat mir erzählt, was du ihr geschrieben hast. Also die Sache ist die, wir ... Wir haben für kommenden Samstag einem Fotografen gebucht, aber wenn du nicht mit auf dem Bild bist, es geht genau darum, dass es von uns allen ist. Zum ersten Mal überhaupt ...« R. »Ich bin nicht und zwar seert.« Stryke war es leid, höflich sein zu müssen. Es blieb kurz stähl. Dann sagte R. »Wastere Dad versucht schon länger, mit dir Kontakt aufzunehmen. Ah, wirklich?« Unversehens brote sich der Zorn durch das Gespinst aus Müdigkeit, Angst um Joan und die Unmenge von wahrscheinlich irrelevanten Erkenntnissen, die er im Fall Bambrough gesammelt hatte und die er im Kopf zu behalten versuchte, damit er sie an Robin weitergeben konnte. Und wann wär das gewesen, als er sein Anwälter auf mich gehetzt und Geld zurückverlangt hat, das rechtlich von Anfang an mir gehört, wenn du von Peter Gillisby redest? Da wusste Dad nicht, wie sehr er dir zusetzen würde, das ... das musst du mir glauben. Pete ist inzwischen in Rente. Ich hab kein Interesse davon, sein beschissenes neues Album zu feiern, sagte Stryke. »Nur zu. Amüsiert euch ohne mich. Hör mal, ich kann dir das nicht am Telefon erklären. Vielleicht könnten wir uns auf ein Dir treffen, denn ... dann erzähl ich dir alles. Aber es gibt einen Grund, weshalb wir das alles für ihn machen wollen. Foto und ein Party und ... die Antwort lautet »Nein, R«. »Du willst ihm also bis in alle Ewigkeit den Stinkefinger zeigen? Wer zeigt dir denn wem den Finger? Ich hab in der Öffentlichkeit nie über ihn gesprochen, im Gegensatz zu ihm, der seit neuestem kein beschissenes Interview mehr geben kann, ohne mich zu erwähnen. Er will sich mit dir aussöhnen, aber du gibst keinen Fingerbreit nach.« »Er versucht, den hässlichen Fake von seinem öffentlichen Image zu rubbeln,« erwiderte Stryke harsch. »Sag ihm, wenn er so scharf ist auf einen Ritterschlag, dann soll er seine beschissenen Steuern zahlen. Ich bin nicht sein verfluchtes schwarzes Lieblingsschaf.« Wütender als erwartet und mit unangenehm rasendem Herzen drückte er das Gespräch weg. Er schnittte den Zigarettenstummel auf die Straße und musste unwillkürlich an Joan denken, die mit einem Kopftuch ihren Kahn Schädel zu kuschieren versuchte, und an Ted, der in seiner Teetasse weinte. »Warum,« dachte er zornig, »konnte nicht Workerby im Sterben liegen und seine Tante gesund und glücklich weiterleben? Warum konnte sie nicht mit der Zuversicht, dass sie ihren nächsten Geburtstag erleben würde, durch sein Mons spazieren, mit alten Freundinnen plaudern, das Abendessen für Ted planen und Stryke am Telefon beknien, sie bald wieder zu besuchen?« Als Robin Minuten später in ihrem Land Rover um die Ecke bog, erschrak sie, als sie Stryke sah. Er hatte ihr zwar am Telefon von seiner Klippe und dem verdorbenen Jünchen erzählt, trotzdem sah er beinahe hager und so aufgebracht aus, dass sie intuitiv auf die Uhr sah, weil sie befürchtete, sich verspätet zu haben. »Alles in Ordnung?«, fragte sie, als er die Beifahrertür aufzog. »Naja«, sagte er nur, kletterte auf den Sitz und knallte die Tür hinter sich zu. »Gutes Neues. Haben Sie uns das nicht schon gewünscht?« »Nein«, sagte Robin verärgert über seine unwirsche Antwort, »aber bitte, fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Ich will keinesfalls, dass du dich überfahren fühlst.« »Gutes Neues Jahr, Robin«, brummte Stryke. Während sie wieder in den Verkehr einfädelte und die Scheibenwischer angestrengt, die Windschutzscheibe freizuhalten versuchten, hatte Robin ein entschiedenes Gefühl von Déjà-vu. Genauso mürrisch war er auch gewesen, als sie ihn an seinem Geburtstag abgeholt hatte, und auch wenn er zur Zeit einiges durchmachte, war auch sie erschöpft, auch sie hatte Sorgen und hätte ein bisschen Mitgefühl zu schätzen gewusst. »Was ist los?«, fragte sie. »Nichts.« Minuten lang fuhren sie schweigend weiter, bis Robin fragte. »Hast du Barclays E-Mail gesehen?« »Die über True Times und seine Freundin?« »Ja, habe ich eben gelesen«, sagte Stryke, »abserviert, und sie ward nie erfahren, dass sie ihm bloß zu treu war.« »Er ist so ein Freak. Aber solange er seine Rechnungen bezahlt, denau mein Gedanke.« Stryke hat sich alle Mühe, seine schlechte Laune hinunterzuschluppen. Immerhin war nichts davon Joan Prue L. Rockaby Robins Schuld. Sie hatte die Detektei zusammengehalten, während er in Cornwall gewesen war. Sie hatte Besseres verdient. Er bemühte sich um einen fröhlicheren Tonpfahl. Somit hätten wir wieder Platz für einen weiteren Klienten von der Warteliste. »Ich rufe diese Rohstoffbrokerin an, die glaubt, dass ihr Mann das Kindermädchen vögelt. In Ordnung?« »Naja«, sagte Robin, »der Wiesel auf Tag bindet zur Zeit eine Männe Köftin. Die beschatten inzwischen ihn, seinen Boss und die Frau aus Stork Newington. Der Boss war gestern Abend wieder bei Eleanor Dean, das gleiche Spiel wie beim ersten Mal, inklusive Kopftätsche.« »Wirklich?« Stryke unzelte wie Stirn. »Ja, die Klienten werden langsam ungeduldig. Sie warten auf handfeste Beweise. Außerdem haben wir immer noch keine Lösung für Postkarte, und die Sache mit Bambrough nimmt auch Zeit in Anspruch.« Unausgesprochen blieb, dass Robin und ihr freien Mitarbeiter die laufenden Fälle der Detektei nur abdecken konnten, indem sie ihre freien Tage opferten, solange Stryke zwischen London und Cornwall pendelte. »Da findest du, wir sollten uns auf Wiesel und Postkarte konzentrieren? Ich finde, wir sollten davon ausgehen, dass Wiesel bis auf Weiteres ein Job für drei bleibt und nicht voreidig etwas Neues annehmen.« »Na gut, nur fair.« »Gunste Stryke.« »Irnwas Neues über die Museumsführerin aus der National Portrait Gallery?« »Barkle meinte, du machst dir Sorgen, sie könnte sich von einer Brücke gestürzt haben.« »Wieso erzählte dir das?« Sofort bereute sie, dass sie ihre Ängste so herausgeblüht hatte. Das klang emotional, unprofessionell. »Er hat sich nichts weiter dabei gedacht.« »Ist sie wieder aufgetaucht?« »Nein«, sagte Robin. »Weitere Karten an den Wetterfosch?« »Nein.« »Vielleicht hast du sie abgeschleckt.« Stryke zog sein Notizbuch aus der Tasche und schlug es auf, während der Regen weiter gegen die Windschutzscheibe trommelte.« »Ich wollte ein paar Details in Sachen Bambrough mit dir besprechen, bevor wir uns mit Cynthia Phipps treffen. Das mit dem Bioladenlieferwagen war übrigens tolle Arbeit.« »Danke«, sagte Robin. »Dafür ist jetzt ein neuer Lieferwagen aufgetaucht«, sagte Stryke. »Wie bitte?« »Ich habe gestern mit Ruby Elliotts Tochter gesprochen. Du erinnerst dich an Ruby? Die Frau, die vom Auto aus zwei Wannen der Frauen gesehen hat.« »Genau die. Außerdem habe ich mit einem Neffen von Mrs. Flurry gesprochen, die zur selten Zeit über den Klöcken bei Green ging und ja senile Mutter aus dem Regen nach Hause bringen wollte.« Stryke wäusperte sich und las aus seinen Notizen vor. »Laut Mark Flurry hat sich seine Tante sehr über die Darstellung in den Zeitungen geärgert. Sie habe mit ihrer Mutter gehungen oder sogar gekämpft, weil es geklungen habe, als sei sie grob zu der guten alten Frau gewesen. Sie meinte, sie habe ihre Mutter angesprochen, schneller zu gehen, aber sie bestimmt nicht gezwungen. Ansonsten bestätigt sie aber, dass die Beschreibung exakt auf sie passte. Wichtiger Ort, wichtiger Zeitpunkt, Regenhut und Mantel und so weiter. Talbot sei auf das »Wir haben nicht gerungen« angesprungen und habe Mrs. Flurry dazu bringen wollen, ihre Geschichte dergestalt abzuändern, dass sie und die alte Dame keinesfalls die Frauen gewesen sein könnten, die Ruby Elliot gesehen hatte. Aber da ließ Mrs. Flurry nicht mit sich reden. Die Beschreibung war einfach zu treffend. Sie war sich ganz sicher, dass sie es gewesen waren. Darum nannte Talbot sich ja Nordruby vor und wollte sie dazu bringen, ihre Geschichte abzuändern. Du weißt doch, dass es eine zweite Telefonzelle an der Abzweigung zum Aubermao-Waygag? Talbot wollte Ruby einreden, dass sie vor dieser Telefonzelle zwei Leute gesehen habe, die miteinander ran hätten. Strike bettete eine Seite in deinem Motizbuch rum. Und da wird die Sache halbwegs interessant. Laut Rubys Tochter war Ruby zwar furchtbar zerstreut, eine nervöse Autofahrerin und eine miserable Kartendeserin ohne Orientierungssinn. Andererseits behauptet ihre Tochter, habe sie ein exzellentes Gedächtnis für kleine Details gehabt. Sie hätte sich vielleicht nicht erinnern können, in welcher Straße sie eine Bekannte getroffen hatte, aber sie hätte hinterher bis auf die Farbe der Schnürsäcke beschreiben können, was sie angehabt hatte. Sie war in ihrer Jugend Schaufenster, die Koateuren. Man sollte meinen, Talbot hätte ihr problemlos einreden können, dass sie sich an die falsche Telefonzelle erinnerte, so zerstreuf wie sie war. Aber je mehr er ihr zusetzte, umso unnachgiebiger blieb sie bei ihrer Behauptung und daher auch bei ihrer Aussage, die beiden Frauen könnten unmöglich vor der Telefonzelle am Aubermao-Way gestanden haben, weil sie in dieser besonderen Telefonzelle etwas anderes beobachtet hatte. Etwas, was sie völlig vergessen hatte, bis Talbot ein gewisses keilförmiges Gebäude erwähnte. Begiss nicht, dass sie Clarkenwell nicht kannte. Also laut Tochter fuhr Ruby an diesem Abend mehrmals zum Kreis und verpasste dabei immer wieder die Haywards Place, wohin ihre Tochter gezogen war. Als Talbot sie fragte, sind sie sich sicher, dass sie die beiden wandelnden Frauen nicht vor der anderen Telefonzelle gesehen haben, der bei dem keilförmigen Gebäude an der Ecke zum Aubermao-Way, da fiel Ruby wieder ein, dass sie genau an dieser Stelle hatte bremsen müssen, weil vor ihr ein Lieferwagen neben besagtem Gebäude hielt. Eine dunkle, gedrungene junge Frau, die im strömenden Wägen dort vor der Telefonzelle gestanden hatte, stieg ein und … Moment, unterbrach Robin und sah ihn kurz von der Seite an. Dunkel und gedrungen? Es sei nicht etwa Theo? Ruby glaubte das sehr wohl, nachdem sie die Phantomzeichnung von Margos letzter Patientin gesehen hatte. Dunkler Tor, untersetzt, dichtes schwarzes Haar, das sie am Kopf klebte, weil es so nass war. Und mit einem Paar, Strike las den fremden Begriff aus seinem Motizbuch ab, Kutschi-Ohrringen. Was sind denn Kutschi-Ohrringe? Romastir, Lord Rubys Tochter, was erklären würde, warum Gloria Theo als Zigeunerhaft bezeichnet hat. Ruby kannte sich mit Kleidern und Schmuck aus, so etwas fiel ihr auf. Der Wagen vor ihr bremste ohne Vorwarnung, damit die Frau, die Theo gewesen sein könnte, einsteigen konnte und brachte damit den kompletten Verkehr zum Erlegen. Hinter Ruby wurde gehupt, die dunkle Frau stieg ein, der Wagen fuhr weiter in Richtung St. John Street, und Ruby verlor ihn aus den Augen. Und das hat sie Terbert nicht erzählt? Ihre Tochter meint, als ihr das mit dem Lieferwagen wieder eingefallen sei, habe sie längst die Nase voll gehabt. Sie war es so leid, von Terbert angeschnauzt zu werden. Sie müsse sich täuschen, die beiden Frauen seien mit Sicherheit Margot und der verkleidete Creek gewesen, dass sie bereute, sich überhaupt gemeldet zu haben. Und als Lawson den Fall übernahm, hatte sie Angst, was Polizei und Presse sagen könnten, wenn sie sich gleich wieder meldete und behauptete, sie habe jemanden gesehen, der Ähnlichkeit mit Theo gehabt habe. Sie dachte, ob nun zu Recht oder Unrecht, das hätte ausgesehen, als wollte sie sich um jeden Preis in die Ermittlungen einmischen, nachdem ihre erste Aussage sich als wertlos herausgestellt hatte. Hm, aber ihre Tochter hatte keine Bedenken, dir das alles zu erzählen? Naja, Ruby ist tot. Die ganze Geschichte kann ihr nichts mehr anhaben. Ihre Tochter glaubt nicht, dass uns das Ruby weiterbringt, das hat sie deutlich gemacht. Warum also sollte sie mir nicht alles erzählen? Und unterm Strich, schloss Treik und blätterte weiter, bleibt offen, ob diese Frau wirklich Theo war, obwohl ich persönlich das glaube. Theo war nicht in der Praxis registriert und darum wahrscheinlich nicht mit der Umgebung vertraut. Die Ecke wäre ein leicht zu findender Treffpunkt gewesen, wo sie auf einen Wagen hätte warten können, nachdem sie beim Arzt war, reichlich Platz zum Anhalten. Stimmt, sagte Robin zögerlich, aber falls die Frau wirklich Theo war, dann kann sie nichts mit Margos Verschwinden zu tun haben, oder? Sie hat die Praxis eindeutig allein verlassen, wurde mitgenommen und fuhr, wer fuhr den Wagen? Weiß nicht, irgendwer, Vater, Mutter, Freund, Bruder oder Schwester? Und warum hat Theo sich dann nie bei der Polizei gemeldet? Vielleicht hatte sie Angst, vielleicht hatte sie gesundheitliche Probleme, von denen niemand wissen sollte. Viele wollen lieber nichts mit der Polizei zu tun haben. Das ist richtig, gab Streich zu. Ich halte es trotzdem für wichtig, dass eine der letzten Personen, die Margot lebend gesehen haben, die Gegend womöglich in einem Fahrzeug verdieß, das groß genug war, um darin eine Frau zu verstecken. Und wo wir gerade bei Leuten sind, die Margot zuletzt lebend gesehen haben, ergänzte er, ist etwas von Gloria Conti gehört? Nein, antwortete Robin, falls sie sich bis Ende nächster Woche nicht meldet, versuche ich, über ihren Mann Kontakt zu ihr aufzunehmen. Streich blätterte erneut weiter. Nachdem ich mit Rubis Tochter und diesem Flurry gesprochen hatte, habe ich nochmal Dr. Gupta angerufen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in meiner Zusammenfassung der Horoskopnotizen habe ich den Skorpion erwähnt, dessen Tod Margot angeblich so beschäftigt hat. Ja, Drist spekuliert, ob der Skorpion Steve Douthwaites verheiratete Freundin gewesen sein könnte, die sich umgebracht hatte. Gut gemacht, sagt Streich. Also, Gupta kann sich an keine Patientin erinnern, die unter unerklärlichen Umständen gestorben wäre oder deren Tod Margot beschäftigt hätte. Aber er hat auch betont, dass all das 40 Jahre zurückliege, weshalb er nicht beschwören könne, dass es keine solche Patientin gegeben habe. Ich habe ihn gefragt, ob er wisse, wen Joseph Brenner am Abend von Margot's Verschwenden in einem Wohnblock an der Skinner Street besucht haben könnte. Sie hätten einige Patienten aus der Skinner Street gehabt, mannte Gupta, aber er wisse nicht, warum Brenner es verschwiegen haben sollte, falls er zu einem Hausbesuch dort gewesen wäre. Und zuletzt erinnert sich Gupta, auch wenn es nicht besonders hilfreich ist, dass Gloria gegen Ende der Weihnachtsfeier von mehreren Männern abgeholt wurde. Er weiß noch, dass einer der Männer deutlich älter war und er angenommen hat, das sei Glorias Vater, der Name Muckiewitchi sagte ihm nichts. Auf halbem Weg über die Chispick Bridge brach die Sonne durch einen Riss in den Regenwolken und schien ihnen ins Gesicht. Die schmutzige Temse unter der Brücke und die flachen Fitzen blitzten wie Laserstrahlen auf, doch Sekunden später hatte sich die Wolkendecke wieder geschlossen und sie fuhren weiter durch den Regen und das trübgraue Januarlicht einer vierspurigen Straße entlang, die mit nassen Büschen und nackten Bäumen gesandt war. Was war eigentlich auf dem Film? Robin sah Strike erneut von der Seite an, auf dem Film von Gregory Turbets Dachboden, das gesagt, du wolltest mir persönlich davon erzählen. Ah, sagte Strike, ja. Er zögerte und sah an den Scheibenwischern vorbei auf die lange, gerade Straße, die unter dem Diagonalen Regen vorhand glänzte. Da war zu sehen, wie eine Frau unter einer Kapuze von mehreren Männern vergewaltigt und ermordet wird. Robin spürte ein Pricken an Heiz und Scheite. Und auf sowas fahren Menschen ab, murmelte sie angewidert. Er hörte ihr an, dass sie ihn falsch verstanden hatte, dass sie glaubte, er hätte einen Pornofilm beschrieben. Nein, sagte er, das war kein Porno, jemand hat das wirklich gefilmt. Robin sah ihn entsetzt an und dann gleich wieder auf die Straße. Ihre Knöchel kampften sich weiß um das Lenkrad. Widerwärtige Bilder schoben sich vor ihr inneres Auge. Was genau hat Strike gesehen? Wieso war seine Mine so verschlossen, so ausdruckslos? Hatte der Körper der Frau mit der Kapuze dem von Margot geähnelt? Jenem Körper, der laut Unerkenne die aus Nichts als Beinen bestanden hatte? Alles in Ordnung? fragte Strike. Alles bestens, entgegnete sie knapp. Was, was hast du gesehen? Wie, lieber beantwortete Strike eine Frage, die sie gar nicht gestellt hatte. Die Frau hatte eine lange Narbe über den Rippen. Weder in der Presse noch in den Polizeiunterlagen wurde je erwähnt, dass Margot einen vernarbten Brustkorb gehabt hätte. Ich glaube nicht, dass es sie war. Statt zu antworten, starrte Robin weiter angespannt nach vorn. Es waren vier Männer. N. beteiligt, fußt Wagford. Alle weiß, allerdings war keins der Gesichter erkennbar. Ein fünfter Mann hat zugesehen. Sein Arm war kurz vor der Kamera, das... Das könnte Mucki Ritchie gewesen sein. Da war ein dicker Goldring zu sehen, allerdings nur verschwamm. Er versuchte, das Gesehene auf eine Reihe nüchterner Fakten zu reduzieren. Seine Beinmuskeln waren inzwischen so angespannt wie Wobbens Hände, und er machte sich darauf gefasst, jederzeit nach dem Lenker zu greifen. Sie hatte schon mal während einer Fahrt eine Panikattacke bekommen. Das hat die Polizei dazu, wollte Wobbel wissen. Haben die eine Ahnung, woher der Film stand? Und? Hutchins hat die Fühler ausgestärkt. Ein bansinierter Els-Kollege von der Sitte glaubt, der Film könnte zu einer Serie gehören, die sie 1975 bei einer Razzia in einem Club in Soho sichergestellt haben. Der Club hat Ritchie gehört. Damals haben sie haufenweise harte Pornos aus dem Keller geholt. Einer von Tarberts engsten Kumpels war ebenfalls bei der Sitte. Ich kann nur mutmaßen, dass er Tarberts den Film gezeigt und Tarberts ihn geklaut oder kopiert hat. Warum sollte er so was tun? fragte Robin mit einem Anflug von Verzweiflung. Ich glaube, eine bessere Antwort als, weil er psychisch krank war, kriegen wir nicht. Aber er muss an Mitchie interessiert gewesen sein. Er hatte herausgefunden, dass Ritchie ein Margot Bamberis Praxis registriert und bei der Weihnachtsfeier gewesen war. An seinen Notizen war Ritchie, Le Wettrei. Ja, ich weiß. Strikes Beinmuskeln entspannten sich ein winziges bisschen. Ein solches Maß an Konzentration und Erinnerungsvermögen legte kaum jemand an den Tag, der gleich eine Panikattacke bekommen würde. Hast du meine Mail auswendig gelernt? fragte er sie. Jetzt war's an Robin, sich an Weihnachten zu erinnern und daran, wie sie kurzzeitig Trost gefunden hatte, indem sie sich am älterlichen Küchentisch in die Arbeit vergraben hatte. Ich passe eben auf, wenn ich etwas lese. Also, ich verstehe immer noch nicht, warum Talbot die Spur zu Ritchie nicht weiterverfolgt hat. Allerdings muss ich, dass seine Notizen zu urteilen, seine geistige Verfassung in den letzten sechs Monaten vor seinem Zusammenbruch zusehends verschlechtert haben. Vermutlich hat er den Film mitgehen lassen, kurz bevor sie ihn rausgeworfen haben. Deshalb wurde er in den polizeilichen Unterlagen nirgends erwähnt. Und dann versteckte er ihn und niemand konnte den Tod der armen Frau aufklären, sagte Robin. Ihr Mitgefühl mit Bill Talbot war zwar nicht völlig erloschen, aber es hatte beträchtlichen Schaden genannt. Darun zum Teufel hat er den Film nicht zur Polizei gebracht, als er wieder bei Sinnen war. Vermutlich wird er seinen Job zurückhaben und, als das nicht ging, seine Pension nicht riskieren wollte. Das war vielleicht nicht gerade anständig, aber, so wie ich es sehe, hatte er keinen Anreiz mehr zuzugeben, dass er in einem weiteren Fall Beweismaterial unterschlagen hatte. Es waren ohnehin schon Anne Sauer auf ihn. Die Familien der Opfer, die Presser, die Polizei, alle gaben ihm die Schuld an den verpfuschten Ermittlungen. Und dann über einen Blancen den Fall, ein Kollege, den er nicht ausstellen kann, und erklärt ihm, er soll sich verflucht noch mal haushalten. Vielleicht hat er sich da gesagt, die Tote sei doch nur eine Prostituierte, oder Himhe, ging Robin wütend dazwischen. Ich sage nicht, dass sie nur eine Prostituierte war, versicherte ihr Strike eilig. Ich versuche, mich in den Kopf eines Polizisten aus den Siebzigern hineinzuversetzen, der öffentlich an den Panner gestellt wurde, weil er einen prominenten Pfeil versaut hatte. Für den Rest der Fahrt blickte Robin versteinert rein, während Strike, mit schmerzhaft angespannten Muskeln in seinen anderthalb Beinen, möglichst unauffällig Robins Hände im Blick behielt. Ahoa in den Himmel stieg aus Titons kaltem Better und wie die Scham sie gleich erfüllt mit heller Morgengröter. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Warst du schon mal hier? wollte Strike wissen, als sie auf dem Parkplatz vor Hemdenkort hielten. Seit er ihr von dem Film erzählt hatte, hatte sie keinen Turm mehr gesagt. Nein. Sie stiegen aus und überquerten im kalten Regen den Vorplatz. Wo genau treffen wir uns mit Cynthia? Im Privy Kitchen Café, antwortete Robin. Ich hoffe doch, dass Sie uns am Eingang einen Lageplan mitgeben. Sie wusste natürlich, dass Strike nichts für den Film konnte, der auf Gregory Tarbots Dachboden gelegen hatte. Er hatte ihn weder dort abgelegt, 40 Jahre lang versteckt, noch hatte er ihn in der Absicht in den Projektor eingelegt, sich die letzten schrecklichen, qualvollen Minuten im Leben einer Frau anzusäen. Ebenso wenig hätte sie gewollt, dass sie ihr die Wahrheit vorenthielt, trotzdem hatte sein nüchterner, emotionsloser Kommentar Robin zugesetzt. Ob es nun vernünftig war oder nicht, sie hätte auf irgendein Zeichen gehofft, dass der Film ihn abgestoßen, angewidert oder schockiert hatte. Aber vielleicht war das unrealistisch. Bevor Robin ihn kennengelernt hatte, war er bei der Militärpolizei gewesen und hatte dort eine Abgeklärtheit entwickelt, um die sie ihn manchmal beneidete. Äußerlich war Robin mit aller Macht ruhig geblieben, dabei war sie insgeheim zutiefst erschüttert, ihr war übel und sie hätte zu gern die Gewissheit gehabt, dass Strike die Frau als menschliches Wesen wahrgenommen hatte, während er ihre letzten Sekunden verfolgt hatte. Nur eine Prostituierter. Ihre Schritte heilten über den feuchten Asphalt, als sie auf den großen roten Backsteinpalast zugingen und, um die grässlichen Bilder aus dem Kopf zu bekommen, versuchte Robin, sich ins Gedächtnis zu rufen, was sie über König Heinrich VIII. wusste, den gausamen, beleibten Tudor, der zwei seiner Frauen hatte, enthaupten lassen. Doch stattdessen keisten ihre Gedanken plötzlich um Matthew. Matthew hatte liebevoll, geduldig und verständnisvoll reagiert, nachdem Robin damals brutal von dem Mann mit der Gorilla-Maske vergewaltigt worden war, der hier unter der Tappe in ihrem Wohnheim aufgelauert hatte. Womöglich wunderte sich Robins Anwältin, warum Matthew sich mit einem Mann als derart nachtragend erwies, obwohl die Ehe doch eigentlich problemlos geschieden werden konnte. Doch Robin war davon überzeugt, dass das Ende ihrer Ehe Matthew nur deshalb wie ein Blitz getroffen hatte, weil er das Gefühl gehabt hatte, einen Freiblief zu haben, nachdem er ihr durch die schlimmste Zeit ihres Lebens geholfen hatte. Für Matthew war Robin für immer in seiner Schuld stehen, da war sie sich sicher. Tränen brannten in ihren Augen. Sie neigte den Schirm leicht zur Seite, damit Strike ihn nicht ins Gesicht sehen konnte und blinzelte angestrengt, bis ihr Blick wieder klar war. Schweigend durchquerten sie einen gepflasterten Innenhof, als Robin plötzlich stehen blieb. Strike, der sich mit seiner Prothese nur undian auf unebenem Untergrund bewegte, störte sich nicht an der Unterbrechung, fürchtete aber schon, dass im nächsten Moment ein Tobsuchtsanfall über ihn hereinbrechen könnte. Sieh dir das an! Robin deutete auf einen glänzenden Pflasterstein. Zu seiner Überraschung entdeckte Strike ein Malteserkreuz, das in einen kleinen quadratischen Stein graviert war. Zufall, sagte er, und sie gingen weiter in einen anglänzenden zweiten Innenhof, wo eine Schulklasse in Kapuzenregenmänteln einer Führerin in mittelalterlicher Kostümierung lauschte. Oh, wow! Robin hatte sich umgedreht und tat ein paar Schritte zurück, um das hoch über den Torbogen eingelassen Objekt besser sehen zu können. Und sieh dir das an! Strike folgte ihrem Blick und entdeckte eine riesige, verzierte, blaugoldene astronomische Uhr aus dem 16. Jahrhundert. Rund um das Ziffernblatt waren die verschiedenen Tierkreiszeichen angeordnet, und zwar zum einen in Gestalt der Symbole, die Strike wider Willen so vertraut geworden waren, zum anderen mittels zusätzlicher Bilder. Strikes halb überraschte, halb missmutige Miene entlockte Robin ein Lächeln. Was? fragte er, als er es bemerkte. Du, sagte sie und drehte der Uhr den Rütten zu, du bist stinkig auf die Sternzeichen. Wenn du dich drei Wochen lang durch Tarbens Bockmist gewühlt hättest, da ist doch auch nicht nur scharf darauf. Er ließ Robin den Vortritt in den Palast. Sie folgten dem Lageplan, den Strike ausgehändigt bekommen hatte, durch einen der fließten Laubengangen zum Privy Kitchen Café. Also, wenn du mich fragst, liegt in der Astrologie eine Art Poesie, sagte Robin, um nicht deine an Tarbets alte Filmdose und an ihren noch Ehemann denken zu müssen. Ich will ja nicht behaupten, dass sie funktioniert, aber es liegt darin eine Art von Symmetrie, von Ordnung. Hinter einer Tür zu ihrer Rechten war ein kleiner Todor-Garten zu säen. Bunt bemalte Wattentierstatuen hielten Wache über quadratische Beete mit Kräutern, die schon im 16. Jahrhundert bekannt gewesen waren. Durch ihr unerwartetes Auftauchen wirkten der getüpfelte Leopard, der weiße Hirsch und der rote Dache aufmunternd auf Robin, als wollten sie die Macht und den Reiz von Symbolen und Mythen bekräftigen. Sie ergibt irgendwie nicht direkt Sinn vor Robin Ford, nachdem die wunderlichen Kreaturen aus ihrem Blickfeld verschwunden waren. Aber sie hat auch nicht ganz ohne Grund so lang überlebt. Klar, sagte Stryke, weil Menschen jeden Mist glauben. Er atmete leicht auf, als Robin lächelte. Sie betraten das weißgestrichene Café mit den winzigen Bleiglasfenstern und dunklen Eichenwirbeln. Such uns einen Tisch, an dem wir ungestört sind, und ich hole uns etwas zu trinken. Was willst du, ein Kaffee? Robin wich in einen leeren Nebenraum aus, setzte sich an einen Tisch unter einem Bleiglasfenster und überflog den geschichtlichen Abriss, den sie mit den Eintrittskarten für den Palast bekommen hatten. Sie erfuhr, dass einst Johanniterritter das Land besessen hatten, auf dem der Palast stand, was das Keuz auf dem Pflasterstein erklärte, und dass Kardinal Wolsey den Palastkönig Heinrich VIII. in dem vergeblichen Versuch geschenkt hatte, seinen schwindenden Einfluss zu wahren. Als sie des Weiteren las, dass angeblich bis heute der Geist der 19-jährigen Kaffin Howard schreiend über die sogenannte Spukgalerie wandte und ihren 50-jährigen Demal den König anflehte, sie nicht köpfen zu lassen, faltete Robin die Broschüre zusammen. Als Stryke mit den Kaffees eintraf, saß sie mit verschränkten Armen da und starrte ins Leere. »Alles in Ordnung?« »Ja«, sagte sie, »ich denke nur über Sternzeichen nach.« »Immer noch?« Stryke verdrehte kurz die Augen. »Jung behauptet, die Astrologie sei der erste Versuch einer Psychologie gewesen. Wusstest du das?« »Nein«, sagte Stryke und setzte sich ihr gegenüber. Robin hatte Psychologie studiert, ehe sie von der Uni abgegangen war. »Immerhin das«, wusste er. »Aber nachdem wir inzwischen die richtige Psychologie haben, gibt es doch keinen Grund mehr, an Astrologie festzuhalten. Der Volks- und Aberglaube ist doch nicht ausgestorben. So was wird es immer geben. Die Menschen brauchen das.« Sie nahmen einen Schluck Kaffee. »Ich glaube, eine rein wissenschaftliche Welt wäre ein kalter Ort.« Jung hat auch vom kollektiven Unbewussten gesprochen. Hast du das gewusst? Von Archetypen, die in uns einstecken. Stryke, der dann seiner Mutter einen großen Teil seiner Kindheit in einem Mief aus Weihrauch, Schmutz und Mystik verbracht hatte, erklärte knapp, »also ich bin Team Rational.« Der Mensch will sich etwas Größerem verbunden fühlen. Robin sah in den Regenhimmel hinter den Fenstern. Ich glaube, dadurch fühlt er sich weniger einsam. Die Astrologie verbindet ihn irgendwie mit dem Universum, oder nicht? Mit uralten Mythen und Ideen. Und rein zufällig füttert sie auch das eigene Ego. Dank ihr fühlst du dich weniger unbedeutend. Siehe einer an, das Universum findet, dass ich etwas Besonderes bin. Ich glaube nicht, dass ich besonders viel mit anderen Menschen gemein habe, die wie ich am 23. November geboren sind. Genauso wenig, wie ich glaube, dass ein Mensch nur deshalb besser ist, weil ein Cornwall zur Welt kam und nicht in Manchester. Ach, ich hab nie behauptet, du vielleicht nicht, aber mein ältester Freund, sagte Stryke, Dave Proworth. Der Freund, der ausführt, wenn auf den Erdbeeren keine Cornwall-Flaggen sind? Genau der, ein echter Cornwall-Nationalist. Er wolle es abstreiten, wenn du ihn darauf ansprechest. Ich sag doch gar nicht, dass wir besser sind als jemand anderes. Trotzdem findet er, du solltest in Cornwall nur Grundbesitz kaufen dürfen, wenn du beweisen kannst, dass deine Vorfahren von dort stammen. Spreche nur nicht darauf an, dass er in Birmingham geboren wurde, wenn die deine Zähne lieb sind. Robin lächelte. Das ist doch das Gleiche, oder? Hakt es Stryke nach. Ich bin etwas Besonderes und anders als alle anderen, weil ich auf diesem Steinhaufen geboren wurde. Oder ich bin etwas Besonderes, weil ich am 12. Juni geboren wurde. Wo du geboren wurdest, beeinflusst dich sehr wohl, entgegnete Robin. Durch kulturelle Normen und Sprache. Und Studien haben gezeigt, dass Menschen, die zu verschiedenen Jahreszeiten geboren wurden, eher zu bestimmten gesundheitlichen Problemen neigen. Also blutet Roy Phipps so leicht, weil sein Geburtstag ... Aber hallo, unterbrach Streit sich unvermittelt und sah zertür. Als Robin sich umdrehte, wieb ihr Blick an einer schlanken Frau in einem langen, grünen Kleid und mit einer Kopfbedeckung aus der Todorzeit hängen. Bitte entschuldigen Sie vier Marisse. Die Frau deutete auf ihr Kostüm und trat nervös lachend an ihren Tisch. Ich dachte, ich hätte noch Zeit zum Unziehen. Ich komme gerade von einer Schulführung. Wir haben überzogen. Streit stand auf und gab ihr die Hand. Comoran Streit, mit einem Blick auf ihre künstliche Perlenkette mit B-Anhänger fragte er, Anne Boleyn nehme ich an? Cynthia lachte wieder, grunzte dabei mehrmals unabsichtig und wirkte dadurch, obwohl sie schon älter war, umso mehr wie ein linkisches Schulmädchen. Ihre fast übertriebenen, unberöffnenden Bewegungen wollten nicht recht zu dem weinenden Sandgewand passen. Hä, genau die. Es ist erst mein zweites Mal als Anne. Ich hätte gedacht, ich hätte mich auf alle Fragen vorbereitet, die mir die Kinder stellen würden. Und dann fragt eins, was war das für ein Gefühl, als man dir den Kopf abgehackt hat? Cynthia war anders, als Robin erwartet hatte. Und ihr dämmerte, dass sie in all der Zeit eine junge Blondine vor Augen gehabt hatte. Das Stereotyp des skandinavischen Au-pairs. Oder kam es daher, dass Sarah Shadlock weißblondes Haar hatte? Kaffee? fragte Streit Cynthia. Oh, Kaffee, ja bitte, wunderbar, vielen Dank, antwortete Cynthia übertrieben enthusiastisch. Nachdem Streit gegangen war, zauderte Cynthia, als könnte sie sich nicht entscheiden, wohin sie sich setzen wollte, bis Robin lächelnd den Stuhl neben sich unter dem Tisch hervorzog und ihr ebenfalls die Hand eichte. Oh, ach, hallo! Cynthia schüttete auch ihr die Hand. Sie hatte ein schmales, fahles Gesicht, schiefe Zähne und die getüpfelten Iris in den großen Augen lagen farblich zwischen Blau, Grün und Grau. Sie machen die Flurung also als historische Figur? fragte Robin. Ja, genau, als die arme Anne. Wieder schnaubte Cynthia ihr nervöses Lachen. Ich konnte dem König kein Sohn schenken. Sie behaupteten, ich sei eine Hexe. So was hören die Kinder gern. Die Politik ins Spiel zu bringen, ist da nicht einfach. Arme Anne! Sie zappelte mit den mageren Händen. Ach, ich bin ja immer noch. Wenigstens in die kann ich absetzen. Dann machte sie sich daran, die Nadeln aus ihrer Kopfbedeckung zu ziehen. Robin merkte Cynthia an, dass sie ungeheuer nervös war und ihr ständiges Lachen eher einem Tick, denn echter Heiterkeit, geschuldet war. Trotzdem musste sie erneut an Sarah Shadlock denken. Auch die hatte ständig und laut gelacht, vor allem in Matthews Gegenwart. Ob mit Absicht oder nicht, Cynthia's Lachen nahm ihr gegenüber in die Pflicht. Lächle, sonst wirbst du feindselig. Robin musste an eine Doku über Affen denken, die sie irgendwann nachts gesehen hatte, als sie zu müde gewesen war, um ins Bett zu gehen. Auch Schimpansen lachten einander an, um soziale Zusammengehörigkeit zu signalisieren. Als Streit mit Cynthia's Kaffee an den Tisch zurückkehrte, sah er sie barköpfig da sitzen. Ihr dummles Haar war halb ergraut und zu einem kurzen, dünnen Pferdeschwanz zurückgekannt. Sehr nett von Ihnen, dass Sie mit uns sprechen, Mrs. Phipps, sagte er und setzte sich. Oh, nein, gar nicht, gar nicht. St. Fergister kodierte fahrig mit den dürren Händen und lachte schon wieder. Was immer ich tun kann, um Anna zu helfen, aber es gibt Roy nicht gut, darum möchte ich ihn nicht beunruhigen. Das tut mir leid. Ja, danke. Ach nein, er hat Poster, da kretz. Jetzt lachte sie nicht mehr. Bekommt Bestrahlungen. Das schlägt auf die Stimmung. Anna und Kim sind heute Vormittag zu Besuch und leisten ihm Gesellschaft. Sonst hätte ich unmöglich... Ich lasse ihn im Moment nicht gern allein, aber weil die Mädchen da sind, dachte ich, ich könnte... Das Ende des Satzes ging in einem Schluck Kaffee unter. Mit leicht zitternder Hand stellte sie die Tasse auf den Unterteller zurück. Ihre Stieftochter hat Ihnen wahrscheinlich erzählt. Hubstreich an. Das Sintwe unterbrach ihn sofort. Tochter, Anna ist meine Tochter. Tut mir leid, aber ich empfinde für Sie genau das Gleiche wie für Jeremy und Ellie. Da gibt es nicht den geringsten Unterschied. Robin fragte sich, ob das stimmte. Er war unangenehm bewusst, wie voreingenommen sie Cynthia gegenüber war. Sie ist nicht Sarah, ermahnte sie sich. Also Anna hat Ihnen bestimmt erzählt, warum sie uns beauftragt hat und so weiter. Oh ja, nein, ganz ehrlich, ich hab schon länger damit gerechnet. Ich hoffe nur, dass es hinterher nicht noch schlimmer für Sie wird. Ähm, also das hoffen wir natürlich auch, sagte Stryk, und Cynthia lachte. Oh nein, natürlich, ja. Stryk zückte sein Notizbuch, in das er mehrere fotokopierte Seiten eingelegt hatte, und dazu einstift. Können wir mit Ihrer Zeugenaussage bei der Polizei beginnen? Die haben Sie, fragte Cynthia erstarrt. Das Original? Eine Kopie, erwiderte er und faltete sie auseinander. Wie eigenartig, das nur mal zu sehen nach all den Jahren. Ich war 18, 18, das ist praktisch 100 Jahre her. Die Unterschrift auf der obersten Seite war, wie Wobbin sehen konnte, geschwommen und kindlich. Stryk reichte Cynthia die Fotokopien, die sie beinahe furchtsam entgegennahm. Ich muss gestehen, ich bin schrecklich ligasthenisch, sagte sie. Die Diagnose habe ich allerdings erst mit 42 bekommen. Meine Eltern dachten immer, ich wäre stinkefaul. Tja, also... Soll ich es vorlesen? schlug Stryk vor, und Cynthia gab ihm die Seiten sofort zurück. Danke. So lerne ich auch immer die Texte für meine Führungen auswendig, indem ich CDs höre. Rirre. Stryk strich die Kopien auf der Tischplatte glatt. Bitte unterbrechen Sie mich, wenn Sie etwas hinzufügen oder korrigieren möchten, sagte er zu Cynthia, die artig nickte. Name Cynthia Jane Phipps, Geburtsdatum 20. Juli 1957, Wohnhaft Indianics, Broomhouse, Church Road. Das war dann wohl auch Margos. Ich habe in der Einliegerwohnung über der Doppelgarage gewohnt, erklärte Cynthia, und Robin meinte, eine besondere Betonung auf Einliegerwohnung zu hören. Ich bin als Kindermädchen für Dr. Phipps und Dr. Bambroos Tochter angestellt und wohne in ihrem Haus. In der Einliegerwohnung, wiederholt es Cynthia, ich hatte einen eigenen Eingang. Meine Arbeitszeiten... Ich glaube, das können wir überspringen, mummelt es Stryk. Ja, hier geht es weiter. Am Morgen des 11. Oktober begann ich um 7 Uhr zu arbeiten. Ich sah Dr. Bambro, bevor sie zur Arbeit aufbrach. Sie wirkte nicht anders als sonst. Sie sagte noch, dass sie spät nach Hause käme, weil sie sich nach der Arbeit mit ihrer Freundin Miss Una Kennedy treffen wolle, in einem Park nicht weit von der Praxis, weil Dr. Phipps nach seinem Unfall ans Bett gefesselt war. Anna hat Ihnen von Lois Krankheit erzählt? fragte Cynthia nervös. Ähm, ich glaube nicht, dass sie uns davon erzählt hat, aber es steht im Polizeiberecht. Ach, sie hat das nicht erwähnt? Anscheinend hörte Cynthia das nicht gern. Also, er hat Typ 3, das ist der gefährlichste, ähnlich schlimm wie Hämophilie. Sein Knie war angeschwollen und er hatte schlimme Schmerzen, konnte sich kaum rühren. Ja, sagte Stryk, das steht alles im Polizeiberecht. Nein, weil er am 7. einen Unfall gehabt hatte, unterbrach ihn Cynthia, die das offenbar unbedingt loswerden wollte. Es war ein nasser Tag gewesen, strömender Regen, das können Sie gern überprüfen. Er bog beim Krankenhaus um die Ecke, weil er zum Parkplatz wollte und ein ambulanter Patient fuhr mit seinem Fahrrad genau in ihn rein. Roys Fuß verhellerte sich im Vorderrad. Er rutschte aus, schlug sich das Knie auf und begann heftig zu bluten. Inzwischen bekommt er prophylaktisch Spritzen, darum ist sowas nicht mehr so schlimm wie früher, aber damals musste er manchmal wochenlang das Bett hüten, wenn er sich verletzt hatte. Richtig, sagte Stryk und hielt, weil er es für die taktvollste Lösung hielt, all diese Details fest, auch wenn er sie bereits Roy's Vernehmungsprotokoll entnommen hatte. Nein, Anna weiß, dass ihr Vater an dem Tag krank war, das hat sie immer gewusst, ergänzte Cynthia. Stryk las weiter vor, Fakten, die er selbst und Robin längst zu Genüge kannten. Cynthia hatte zu Hause die kleine Anna versorgt, Roy's Mutter war am Lauf des Tages vorbeigekommen, Wilma Bayless hatte drei Stunden lang geputzt und war wieder gegangen. Cynthia hatte dem Patienten und seiner Mutter gelegentlich eine Tasse Tee gebracht. Um 18 Uhr war Evelyn Phipps nach Hause gefahren, um mit Freunden Bridge zu spielen und hatte dem Sohn ein Tablett mit Essen dagelassen. Um 8 schaute ich unten im Wohnzimmer fern und hörte das Telefon im Flur klären. Ich ging immer nur ran, wenn Dr. Phipps und Dr. Bambrough unterwegs waren, aber weil Dr. Phipps zu Hause war und das Gespräch auf dem Apparat neben seinem Bett annehmen konnte, ging ich diesmal nicht an. Etwa fünf Minuten später hörte ich den Gong, den Mrs. Evelyn Phipps für Notfälle neben Dr. Phipps Bett aufgestellt hatten. Ich ging nach oben. Dr. Phipps lag immer noch im Bett. Er sagte, Miss Kennedy sei am Telefon gewesen. Dr. Bambrough sei nicht im Pub aufgetaucht. Dr. Phipps habe zu ihr gesagt, sie sei bestimmt bei der Arbeit aufgehalten worden oder habe das Treffen vergessen. Zu mir sagte er, ich solle Dr. Bambrough ausrichten, dass sie sofort nach oben ins Schlafzimmer gehen sollte, sobald sie nach Hause käme. Ich ging wieder nach unten. Etwa eine Stunde später hörte ich wieder den Gong und ging nach oben zu Dr. Phipps, der sich inzwischen große Sorgen um seine Frau machte. Er wollte wissen, ob sie schon heimgekommen sei. Ich sagte nein. Er bat mich, im Zimmer zu bleiben, während er bei Miss Kennedy anrief. Auch Miss Kennedy hatte immer noch nichts von Dr. Bambrough gehört. Dr. Phipps legte auf und fragte mich, was Dr. Bambrough mitgenommen habe, als sie am Morgen aus dem Haus gegangen sei. Ich sagte, dass sie nur eine Handtasche und ihre Arzttasche dabei gehabt habe. Er fragte mich, ob Dr. Bambrough erwähnt habe, dass sie ihre Eltern besuchen wolle. Ich sagte nein. Daraufhin bat er mich zu bleiben, während er Dr. Bambroughs Mutter anrief. Auch Mrs. Bambrough hatte nichts von ihrer Tochter gehört. Dr. Phipps war nun sehr besorgt und bat mich, nach unten zu gehen und nachzusehen, ob etwas in der Schublade im Fuß der Uhr auf dem Kaminsams lag. Ich ging nachsehen. Es war nichts drin. Ich ging wieder nach oben und sagte zu Dr. Phipps, bei ihm zu bleiben, während er seine Mutter anrief, weil ich vielleicht noch etwas für ihn tun solle. Er sprach mit seiner Mutter und fragte sie um Rat. Es war ein kurzes Gespräch. Als er auflegte, fragte er mich, ob ich der Meinung sei, dass er die Polizei anrufen solle. Ich sagte, ich sei der Meinung, dass er das tun solle. Dann sagte er, er werde das tun. Er sagte, ich soll nach unten gehen und die Polizisten einlassen und sie nach oben in sein Schlafzimmer bringen. Die Polizei traf ungefähr eine halbe Stunde später ein und ich zeigte ihnen den Weg in Dr. Phipps' Schlafzimmer. Ich fand nicht, dass Dr. Bambrough sich am Morgen irgendwie ungewöhnlich verhalten hatte. Die Beziehung zwischen Dr. Phipps und Dr. Bambrough kommt mir sehr glücklich vor. Ich bin sehr überrascht, dass sie verschwunden ist, weil ihr das nicht ähnlich sieht. Sie hängt sehr an ihrer Tochter und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihr Baby zurücklassen oder weggehen würde, ohne zu ihrem Mann zu sagen, wohin sie geht. Cynthia Phipps, 12. Oktober 1974. Ja, nein, das ... Ich habe nichts hinzuzufügen, sagte Cynthia. Komisch, das nochmal zu hören? Sie schnaubte erneut, dass diesmal meinte Robin Angst, in Cynthia's Augen zu erkennen. Das ist natürlich ... Eikel, aber könnten wir nochmal zu ihrer Aussage zurückkehren, dass die Beziehung zwischen Roy und Margot ... Ja, Entschuldigung, aber nein, über ihre Ehe spreche ich nicht, sagte Cynthia. Auf ihren fahlen Wannen machten sich rote, fast violettstichige Flecken breit. Jedes Paar steigt mal, jedes Paar hat Höhlen und Tiefen und es steht mir nicht zu, über ihre Ehe zu urteilen. Wir haben gehört, dass ihr Mann unmöglich ... setzte Robin an. Magos Mann. Da war Cynthia sie. Nein, sie müssen verstehen, das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen. In meinem Kopf. Wie praktisch, dachte Robin. Wir wollen nur die Möglichkeit ausschließen, dass sie ihre Familie verlassen hat, erklärte Streik, um nachzudenken, vielleicht oder ... Nein, Margot wäre nicht weggegangen, ohne etwas zu sagen. Das wäre nicht ihre Art gewesen. Anna hat uns erzählt, ihre Großmutter ob Robin an und wurde erneut unterbrochen. Evelyn hatte damals schon erste Anzeichen von Alzheimer, dann konnte nicht ernst nehmen, was sie sagte. Cynthia's Stimme kam mit einem Mal schliller und brüchiger. Ich habe immer zu Anna gesagt, ich habe immer zu ihr gesagt, dass Margot sie nie im Leben zurückgelassen hätte, das habe ich immer zu ihr gesagt. Außer, dachte Robin, als du so getan hast, als wärst du ihre leibliche Mutter und als hätte es Margot nie gegeben. Wachen wir weiter, stugst Wack vor. An Enners zweitem Geburtstag lief eine Frau bei ihnen an, die behauptete, sie sei Margot. Ähm, ja, nein, genau, sagte Cynthia, wieder nippte sie zittrig an ihrem Kaffee. Als das Telefon klingelte, war ich gerade in der Küche und zog den Guss über den Geburtstagskuchen. Also besteht keine Gefahr, dass ich mich im Tag irre. Ich nahm den Hörer ab und die Frau sagte, bist du es, Cynthia? Ich sagte, ja, und sie sagte, ich bin es, Margot, wünsch der kleinen Annie einen schönen Geburtstag von ihrer Mami und kümmere dich gut um sie. Dann war die Leitung tot. Ich stand einfach nur da. Sie hob die Hand, als hielte sie ein imaginäres Küchengerät. Mit dem Spatel in der Hand und wusste nicht, was ich tun sollte. Anna spielte am Wohnzimmer. Ich war, ich rief Roy bei der Arbeit an. Er lieb mir, die Polizei zu informieren, also habe ich das getan. Glauben Sie, dass es Margot war? fragte Strike. Nein, sie war nicht, also sie klang wie sie, aber ich glaube nicht, dass sie es war. Dann hat jemand seine Stimme verstellt. Sie nachgemacht, genau, den Akzent, Cockney, aber, aber, nein, ich hatte nicht dieses Gefühl, dass man hat, wenn man weiß, wer dran ist. Und es war ganz sicher eine Frau, hakte Strike nach, es hätte kein Mann sein können, der eine Faunstimme imitierte. Das glaube ich nicht, sagte Cynthia. nannte Margot ihre Tochter manchmal kleine Annie, wollte Robin wissen. Sie hat ihr einen möglichen Kosenamen gegeben, antwortete Cynthia bedrückt. Annie, Fandango, Annabella, Engelchen, vielleicht hatte die Fond einfach geraten, oder den Namen falsch in Erinnerung, aber, aber der Zeitpunkt, sie hatten eben Cretions des Opfer gefunden, jedenfalls teilweise, das Mädchen, das er vom Bici-Head geworfen hatte. Andrea Huten, sagte Robin, und Cynthia sah sie verdattert an, weil sie den Namen sofort parat geabt hatte. Genau, die Friseurin. Nein, sagt Robin, das war Susan Meyer, Andrea war die Doktorandin. Ach, sagte Cynthia, natürlich, ich habe ein schreckliches Namensgedächtnis. Also Roy hatte gerade erst die Identifizierung durchstehen müssen, ähm, Sie wissen schon, der Körperteile, die, die angespült worden waren, darum waren unsere Hoffnungen, nicht unsere Hoffnungen, Cynthia sah sie entsetzt an, so meinte ich das nicht, nein, nein, wir, wir waren natürlich erleichtert, dass es nicht Margo war, gleichzeitig denkt man sie, Sie wissen schon, wenn man vielleicht endlich eine Antwort bekäme. Stride musste an seinen eigenen schuldbeladenen Wunsch denken, Jones nangsames verlängerte Sterben möge ein Ende nehmen. Ein Leichnam war bestimmt nichts, was man sich herbeisehnte, dennoch bedeutete er, dass die Angst endlich durch Blumen, Reden und Rituale ausgedrückt und sublimiert werden konnte. Er versprach Trost durch Gott, Alkohol und Mittrauernde, eine Apotheose war erreicht, ein erster Schritt, sich mit der unfassbaren Tatsache abzufinden, dass ein Leben erloschen war und das Leben der anderen weitergehen musste. Wir hatten das alles schon mal durchgemacht, als sie die andere Leiche gefunden hatten, die aus dem Alexander Lake, sagte Cynthia. Susan Meyer, mummelte Robin. Sie hatten neu Bilder gezeigt, beide Male, und dann, und dann dieser Anruf, direkt nachdem er zum Zweiten, weil, das war, aus heiterem Himmel bedannt sind, der zu weinen, und zwar nicht wie Una Kennedy mit erhobenem Kopf und auf den Wannen funkelnden Tränen, sondern über den Tisch gebeugt, die Stirn in die zitternden Hände gestützt. Entschuldigen Sie, schluchzte sie, ich wuß, was es schlimm werden würde, wir sprechen nicht, wir sprechen nicht mehr über Sie. Ach, Herr, Entschuldigung, sie schlurzte noch ein paar Mal und zwang sich dann wieder aufzusehen, jetzt mit geröteten, nassen, großen Augen. Er wollte so gern glauben, dass das am Telefon Margot gewesen war, er fragte mich immer wieder, bist du dir sicher, bist du dir sicher, dass es nicht nach ihr geklungen hat? Er saß da wie auf glühenden Kohlen, während die Polizei den Anruf zurückverfolgte. Sie sind beide wirklich sehr höflich, sagte sie, und diesmal kam ihr Lachen leicht hysterisch. Aber ich weiß genau, was Sie jetzt wissen wollen und was auch Edda gern wissen würde, obwohl ich es ihr immer und immer wieder gesagt habe. Zwischen mir und Joy war nichts, bevor Margot verschwand und auch vier Jahre danach nicht, hat sie ihnen erzählt, dass Joy und ich miteinander verweilt sind. Sie sagte das so, als müsste sie sich dazu nötigen, dabei waren Cousins dritten Grades nicht wirklich nahe Verwandte. Trotzdem musste Robin sofort an Worst Krankheit denken und fragte sich, ob die Phipps wie die Romanovs vielleicht gut beraten wären, keinen Cousins und Cousinen miteinander zu verheiraten. Er hat sie, antwortete Strike. Bevor ich anfing, für die beiden zu arbeiten, konnte ich seinen Namen, ehrlich gesagt, nicht mehr hören. Ständig bekam ich vorgehalten, sieh dir deinen Cousin Roy an, die hat es trotz aller Probleme aufs Imperial College geschafft und studiert jetzt Medizin. Wenn du dich nur endlich anstrengend würdest, Cynthia, ich könnte ihn nicht ausstehen. Robin lief sich das Foto des jungen Roy in Erinnerung, das empfindsame Gesicht, das wellige Haar, den Poetenblick. Für viele Frauen hatten Verletzungen und Krankheiten bei einem gut aussehenden Mann etwas Romantisches. Hatte nicht sogar Matthew in seinen schlimmsten Eifersuchtsphasen Streits amputiertes Bein erwähnt? Jene Kriegsverletzung, mit der er selbst unversehrt und fit angeblich nicht konkurrieren konnte? Sie werden mir vielleicht nicht glauben, aber als ich siebzehn war, war Margot für mich eindeutig das Beste an Woll. Nein, ich fand sie großartig, so, ach, so geschmackvoll und, sie wissen schon, meinungsstark und alles. Als sie hörte, dass ich durch die Prüfungen geflogen war, lud sie mich zum Abendessen ein. Ja, sie, sie war mein Idol, darum freute ich mich wie verrückt. Ich schüttete ihr mein Herz aus, erklärte ihr, dass ich nicht noch einmal zur Prüfung antreten würde, dass ich einfach nur das wahre Leben kennenlernen und endlich mein eigenes Geld verdienen wollte. Und sie sagte, hör mal, du kannst doch so wunderbar mit Kindern umgehen, was hältst du davon, wenn du zu uns ziehst und dich um mein Baby kümmerst, sobald ich wieder arbeiten gehe? Ich sage, Roy, er soll die Zimmer über der Garage für dich fertig machen. Sinti unternahm einen weiteren tapferen, aber erfolglosen Versuch zu lachen. Alter, äh, meine Eltern haben getrobt. Sie waren stinksauer auf sie und auf Roy, obwohl er mich anfangs gar nicht da haben wollte, weil er der Ansicht war, dass Margo zu Hause bleiben und sich selbst um Anna kümmern sollte. Mami und Daddy behaupteten, Margo sei nur auf eine billige Arbeitskraft aus. Inzwischen kann ich ihren Standpunkt verstehen. Ich wäre auch nicht begeistert gewesen, wenn eine Frau eins meiner Kinder überredet hätte, von der Schule abzugehen und bei ihr einzuziehen, damit es sich um ihr Baby kümmert. Aber nein, ich habe Margo vergöttert. Ich, ich war überglücklich. Sinti verstummte kurz, richtete den traurigen Blick in die Ferne und Robin fragte sich, ob sie an die weitreichenden, unabänderlichen Konsequenzen dachte, die ihr Job als Kindermädchen nach sich gezogen hatte. Statt als Spungblätt in ein unabhängiges Leben zu dienen, hatte er sie an ein Haus gefesselt, das sie nie wieder verlassen sollte, indem sie Margos Kind als ihr eigenes Großziehen und mit Margos Mann schlafen würde, für alle Zeiten gefangen im Schatten der Ärztin, die sie angeblich angehimmelt hatte. Wie war es wohl, ein Leben im Schatten eines überlebensgroßen Phantoms zu führen? Nachdem Margo verschwunden war, wollten meine Eltern, dass ich dort wieder ausziehe. Sie waren dagegen, dass ich allein mit Joy unter einem Dach wohnte. Die Leute fingen schon an zu reden. Es gab Andeutungen in der Presse, aber ich schwöre ihnen, beim Leben meiner Kinder, verkündete Cynthia mit einer Art dumpfer Endgültigkeit, zwischen mir und Joy war nichts, da war nie irgendwas, bevor Margo verschwand und auch lange danach nicht. Ich blieb wegen Anna, ich hätte es nie ertragen, sie zu verlassen. Sie war meine Trochter geworden. War sie nicht, sagte die unversöhnliche Stimme in Robins Kopf, und du hättest ihr das sagen müssen. Nachdem Margo verschwunden war, blieb Roylan allein. Danach gab es eine Zeit lang dieselben Arbeitskollegin, Cynthia's schmarnes Gesicht errötete wieder, aber die Sache hielt nur ein paar Monate. Anna konnte sie nicht leiden. Ich hatte damals so etwas wie ein Verhältnis, aber dann gab mein Freund mir den Laufpass. Er meinte, es wäre so, als würde er eine verheiratete Frau mit Kind daten, weil ich bei allem immer zuerst an Roy und Anna dachte. Und dann, erzählte Cynthia zittrig und mit einer Hand zur Faust geballt, die sie mit der anderen Hand umschloss, im Lauf der Zeit merkte ich, dass ich mich in Roy verliebt hatte. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass er auch mit mir zusammen sein wollte. Margo war so klug, so eine Persönlichkeit, und er war so viel älter als ich, ach, so intelligent und erfahren. Eines Abends, nachdem ich Anna ins Bett gebracht hatte, wollte ich gerade in meine Wohnung gehen, als er mich fragte, was eigentlich aus meinem Freund Will geworden sei. Ich erzählte ihm, dass es vorbei sei, und er fragte, was denn passiert sei, und die begann zu reden, und er sagte, er sagte, du bist ein ganz besonderer Mensch und hast etwas viel Besseres verdient als ihn. und dann, dann haben wir noch was getrunken. Das war vier Jahre, nachdem sie verschwunden war, wiederholte Cynthia. Ich war 18, als sie verschwand, und uns 22, als Roy und ich uns eingestanden, dass wir etwas füreinander empfanden. Natürlich hielt mir die Sache zunächst geheim. Erst nach drei weiteren Jahren konnte Roy Margo für tot erklären lassen. Das war bestimmt eine schwere Zeit, sagte Strike. Cynthia sah ihn kurz an, ohne zu lächeln. Sie schien gealtert zu sein, seit sie sich an den Tisch gesetzt hatte. Fast 40 Jahre lang hatte ich Albträume, dass Margo zurückkommen und mich aus dem Haus werfen könnte, sagte sie, und setzte an zu lachen. Das habe ich Roy nie erzählt. Ich will gar nicht wissen, ob er auch von ihr träumt. Wir sprechen nicht über sie. Anders können wir nicht damit umgehen. Alles, was wir zu sagen hatten, haben wir der Polizei erzählt, einander und unseren Verwandten. Stunde um Stunde haben wir über sie gesprochen und alles durchgehächelt. Es wird Zeit, diese Tür zu schließen, so hat Roy es dann einmal ausgedrückt. Wir haben die Tür lang genug offen gelassen. Sie kommt nicht zurück. Die Zeitungen haben ziemlich gehässig über uns geschrieben, als wir geheiratet haben. Wussten sie das? Mann von vermisster Ärztin heiratet ihr junges Kindermädchen. So was klingt immer schmutzig, nicht wahr? Roy sagte damals, ich solle nichts darauf geben. Meine Eltern waren schockiert. Erst als ich Jeremy bekam, beruhigten sie sich wieder. Wir wollten Anna nie absichtlich täuschen. Wir wollten warten. Ich fass auch nicht. Wir wollten den richtigen Moment abwarten und dir dann alles erklären. Aber wie soll man das machen? Sie nannte mich Mami, früsterte Cynthia. Sie war glücklich, sie war ein. Ein glückliches kleines Mädchen, bis die Kinder der Schule ihr von Margo erzählten und alles ruinierten. Irgendwo in der Nähe war eine laute Synthesizer-Version von Greensleeves zu hören. Alle drei hielten überrascht inner, bis Cynthia ihr Schnaubenlachen lachte und rief »Tä, das ist mein Handy«. Sie zog es aus der tiefen Tasche in ihrem Kleid und nahm den Anruf entgegen. »Ja, boy«. Sogar von ihrem Platz aus konnte Robin die wütende Stimme hören und Cynthia wirkte schlagartig schockstarr. Sie versuchte aufzustehen, karrt aber auf den Saum ihres Gewands und geriet ins Straucheln. Während sie sich zu entwirren versuchte, sagte sie »Nein, ich bin...« »Das hat sie nicht...« »Oh Gott, boy«, ich wollte dir nur nichts erzählen. »Sie...« »Nein, ja...« »Ja, ich bin noch mit Ihnen da...« Zu guter Letzt hatte Cynthia sich von Kleid und Tisch befreit und stolperte aus dem Haum. Der Kopfschmuck, den sie getragen hatte, rutschte von ihrem Stuhl. Robin beugte sich vor, legte ihn auf den Stuhl zurück und sah, als sie aufblickte, dass Stikes sie beobachtete. »Was?« Er wollte gerade antworten, als Cynthia wieder zurückkam. Sie wirkte tief ergriffen. »Roy weiß Bescheid. Anna hat ihm alles erzählt. Er möchte, dass sie zu uns nach Hause kommen.« Wer Trauer teilt, oft Heilung findet, wer schweigt, den Schmerz zwiefach empfindet, so wie ein halb ersticktes Feuer heißer glüht. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Cynthia lief los, um ihr ein Bohlenkostüm abzulegen und war zehn Minuten später in schlecht sitzender Jeans, Gormsweater und Tonschuhn zurück. Sie wirkte extrem angespannt, während sie gemeinsam durch den Palast zu rückgingen und schlug ein Tempo an, das Strike nur mit Mühe halten konnte, weil die Pflastersteine trotz der Regenpause, von deren baldigem Ende die schweren, grauen, wenn auch goldgerenderten Wolken kündeten, immer noch nass waren. In der Passage durchs Torhaus zum inneren Schlosshof wanderte Wobbins Blick erneut zu den glänzenden Goldakzenten auf der astronomischen Uhr und die fiel auf, dass die Sonne im Wassermann stand, ein magus Tierkreiszeichen. »Wir teifen uns dort«, sagte Cynthia atemlos, als sie den Parkplatz erreicht hatten und eilte, ohne eine Antwort abzuwarten, Heid im Laufschritt auf einen entfernt parkenden blauen Mazda 3 zu. »Das wird interessant«, bemerkte Robin. »Mit Sicherheit«, erwählte Strike. »Dimm die Karte«, bat sie ihn, sobald sie wieder im Auto saßen. »Der alte Land Rover hatte kein funktionierendes Radio und erst recht kein Navigationsgerät. Du musst mich lotsen.« »Hm, was hältst du von ihr?« fragte Strike, während er bereits nach der Church Road in Heim suchte. »Sie ist ganz in Ordnung«, Robin spürte, dass Strike sie zweifelnd ansah, genau wie zuvor im Café. »Was?« fragte sie wieder. »Ich hatte den Eindruck, du würdest sie nicht besonders mögen.« »Ach was?« »Sie ist in Ordnung.« Sie setzte den Land Rover rückwärts aus der Parklücke und musste sofort wieder an Sandlias schnaubendes Lachen und ihre Eigenart denken, Affirmationen und Negationen durcheinander zu werfen. »Na ja«, dachte ich's mir doch, sagte Strike selbstgefällig. »Angesichts dessen, was Marbo zugestoßen sein könnte, hätte ich das Gespräch vielleicht nicht mit einer lustigen Enthauptungsanekdote eröffnet.« »Sie muss seit 40 Jahren damit leben«, entgegnete Strike, »wer so lang etwas derart Bedrückendes ertragen muss, das irgendwann nicht mehr wichtig war. Es ist nur noch der Hintergrund, vor dem sich das Leben abspiert. Jedem anderen sticht es ins Auge.« Als sie vom Parkplatz wohnt, begann es wieder zu regnen. In Windeseile legte sich ein feiner Schleier über die Windschutzscheibe. »Na schön, ich bin voreingenommen«, gab Robin zu und schaltete die Schalmwische ein. »Im Moment komme ich mit zweiten Ehefrauen nicht so gut klar.« Nach ein paar Sekunden spürte sie erneut Strike's skeptischen Blick. »Was?« fragte sie zum dritten Mal. »Was ist denn mit zweiten Ehefrauen?« »Es«, »hat das, das hab ich dir noch gar nicht erzählt, oder?« »Nur Morris«, sie hatte seither jeden Gedanken an den zweiten Weihnachtsfeiertag vermieden, an die Nachrichten, die sie betrunken und verschickt hatte, an den schwachen Trost und das massive Unbehagen, das sie ihr letztlich beschert hatten. Matthew und Sarah Shedlock sind inzwischen offiziell zusammen. Sie hat seinetwegen ihren Verlobten verlassen. Scheiße. Strike ließ sie nicht aus den Augen. »Nein, das hast du mir nicht erzählt.« Aber er speicherte sehr wohl ab, dass sie es Morris erzählt hatte, was ganz und gar nicht zu dem Bild passte, das er von Robbins und Morris Verhältnis zueinander hatte. Nach allem, was Barkley ihm über Morris Sticheleien gegen Robbins Autorität erzählt hatte und nach Robbins wenig begeisterten Äußerungen über ihren jüngsten Mitarbeiter Neuzugang, hatte er angenommen, dass Morris unzweifelhaft erotisches Interesse an Robin unerwidert geblieben und erloschen war. Und doch hatte sie Morris diese peinigende persönliche Information anvertraut und ihm nicht. Während sie schweigend in Richtung Church Road fuhren, rätselte er, was sich wohl in London abgespielt hatte, während er ein Conway gewesen war. Morris war ein gutaussehender Mann und lebte genau wie Robin in Scheidung. Streich fragte sich, warum er die offenkundige Symmetrie nicht längst erkannt hatte. Gespräche über Anwälte, schwierige Ex-Partner, die Mechanismen der Trennung von zwei Leben, die beiden hatten bestimmt eine Menge zu bereden und reichlich Gelegenheit für gegenseitiges Mitgefühl. »Wir hier gerade aus«, sagte er, und sie fuhren schweigend zwischen den hohen, geraden, roten Mauern der Royal Pellocks hindurch. »Nette Gegend«, kommentierte Robin, als sie 20 Minuten später in eine Straße abbogen, die sich auf dem Land hätte befinden können, linker Hand, dichter Wald, rechts eine Reihe von Wählen hinter hohen Hecken. »Da ist es«, Streich deutete auf ein besonders weitläufiges Anwesen mit spitzen Fachwerkgiebeln. Das Doppeltor stand offen, die Haustür ebenfalls. Sie fuhren die Einfahrt hinauf und parkten hinter dem blauen Mazda 3. Sobald Robin den Motor ausgeschaltet hatte, hörten sie aus dem Haus Gezeter, eine unbeherrschte, schlille Männerstimme. Anna Phipps, Ehefrau Kim, trat aus der Tür, groß, blond und genau wie beim vorigen Mal in Jeans und Hemd, und kam angespannt auf sie zu. »Riesenszene«, sagte sie nur, sobald Streich und Robin ausgestiegen waren. »Sollen wir vielleicht lieber warten?« setzte Robin an. »Nein«, sagte Kim, »er ist fest entschlossen, mit Ihnen zu reden. Kommen Sie.« Sie gingen über den Schotter und betraten Blumenhaus. Irgendwo kakierten weiter Männer und Frauenstämmen. Jedes Haus hat seinen eigenen Geruch und dieses roch angenehm nach Sandelholz und einem unaufdänglichen Anflug von Alter. Kim führte sie durch einen Nangenflur mit großen Fenstern, der sie in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts zurückversetzte. Der Flur war mit Messinglampen, Aquarellen und einem alten Läufer über gebohnerten Dieren ausstaffiert. Bei der Vorstellung, dass auch Margot Bambrough einst über diesen Boden gegangen war, dass sich ihr metallisches Rosenparfum mit dem Geruch von Politur und alten Teppich vermischt hatte, erschauderte Robin leicht. Als sie sich der Tür zum Salon näherten, konnten sie erstmals Worte verstehen. Und wenn schon über mich geredet wird, brüllte ein Mann, dann hab ich doch wo das Recht auf eine Erwiderung, dass meine Familie beschließt, mich hinter meinem Rücken ausspionieren zu lassen. Charmant, charmant, das ist wirklich, niemand lässt dich ausspionieren, Herrgott nochmal, hörten sie Anna schimpfen. Will Terbit war inkompetent. Ach, war er das? Warst du dabei? Hast du ihn gekannt? Ich muss nicht dabei gewesen sein, Dad. Kim schob die Tür auf und Strike und Robin folgten ihr in den Salon. Es war, als würden sie ein Gemälde betreten. Die drei Personen im Zimmer erstarrten, Cynthia hatte sich die schlanken Hände vor den Mund gepresst, während Anna ihrem Vater an einem Antiktisch hingegen überstand. Vom romantisch verklärten Poeten aus den Siebzigern war nichts geblieben. Kurz und grau klammerten sich die letzten Haare um Roy Phipps Ohren und Hinterkopf. In Strickweste, mit hoher, spitzerglänzender Stirn und den im Zornfleckigen Gesicht tiefliegenden Augen, passt ihr inzwischen besser in die Rolle des irren Wissenschaftlers. Roy Phipps sah so wütend aus, dass Robin sich schon darauf gefasst machte, ebenfalls angebohlt zu werden. Dass, sobald der Blick des Hämatologen auf Strick traf, veränderte sich seine Haltung. Ob es der massigen Gestalt des Detektivs geschuldet war oder der Aura der Würde und Gelassenheit, die Strick in heiklen Situationen ausstrahlte, jedenfalls ergriff der Arzt Stricks ausgestreckte Hand und während die beiden sich die Hände schüttelten, rätselte Robin, ob sich Männer der Machtdynamik bewusst waren, die zwischen ihnen ausgehandelt werden musste, während die Frauen abwartend zuschauten. Dr. Phipps, sagte Strick. Offenbar fiel es Roy schwer, von ungezügelten Zorn zu einer höflichen Begrüßung umzuschalten, denn seine erste Erwiderung klang leicht aus den Zusammenhang gerissen. Dann sind Sie, Sie sind der Detektiv, ja? Bläulich-rote Flecken leuchteten auf seinen Wannen. Comoran, Strick, und das, äh, ist meine Partnerin Robin Ellicott. Robin trat vor. Sehr erfreut, sagte Roy steif und gab auch ihr die Hand. Seine war heiß und trocken. Soll ich Kaffee machen? fragte Cynthia beinahe am Flüsterton. Ja, nein, warum nicht? Er schwandte noch immer unverkennbar zwischen Zorn und Nervosität, die zudem sichtlich anwuchs, je länger Strick vor ihm stand. Setzen Sie sich, setzen Sie sich doch, er zeigte auf eins von zwei rechtwinklig angeordneten Sofas. Cynthia rutschte aus dem Zimmer, um Kaffee zu kochen, und Strick und Robin setzten sich auf die ihnen zugewiesenen Plätze. Ich, die Sin helfen, murmerte Anna, bevor sie ebenfalls aus dem Zimmer eilte, genau wie nach kurzem Zugang Kim, so dass nur Strick und Robin mit Woll zurückblieben. Der Mediziner ließ sich in einen Sandsessel mit hoher Rückenlehne sinken und sah sich grimmig um. Er sah schlecht aus. Die Zornesrütte war gewichen und er war blass geworden. Die Sorten hingen ihm um die dürren Knöcher. Es setzte eine so unangenehme Stille ein, wie Robin sie selten erlebt hatte. Hauptsächlich, um Woll nicht ansehen zu müssen, ließ sie den Blick durch den Salonschweifen, der ebenso altmodisch eingerichtet war wie der Flur. In der Ecke stand ein Flüge, jenseits der großen Fenster lagen ein riesiger Garten sowie eine gepflasterte Fläche mit einem rechteckigen Fischbassin, in der dem ein Steinpavillon aufragte, aus dem man den weiten Rasen mit altem Baum bestand und gepflegten Blumenbeeten oder aber die Keukarpfen betrachten konnte, die kaum sichtbar unter der regenfleckigen Wasseroberfläche treben. Ledergebundene Bücher und Bronzestatuen mit antiken Motiven füllten die Regale und Vitrine. Zwischen den beiden Sofas lag ein Stickrahmen bereit, auf dem eine wunderschöne Seidenstickerei in Arbeit war. Das Design war eindeutig japanisch beeinflusst, zwei Kreuz, die in entgegengesetzte Richtungen schwammen. Robin war unschlüssig, ob sie einen höflichen Kommentar dazu abgeben und fragen sollte, ob dies Synthias Handarbeit sei, als Strike sich unvermittelt zu Wort meldete. Wer war der Altphilologer? Bitte, fragte Roy. Ach so, mein Vater. Sein Blick irrlichterte über die verschiedenen kleinen Bronze- und Marmorstatuetten, die den Raum tüpfelten. Hat Altphilologie in Cambridge studiert? Aha, sagte Strike und wieder setzte eisige Schweigen ein. Eine Böe schleuderte Regen gegen das Fenster. Robin hörte das Klirren von Telefen und dann die sich nähernden Schritte der drei Frauen. Cynthia betrat den Raum als erster und legte ein Tee-Tablett auf dem antiken Tisch zwischen den beiden Sofas ab. Er schwandte leicht. Anna stellte einen Tautenständer mit einer großen Torte daneben. Anna und Kim setzten sich nebeneinander auf das Freisofa, während Cynthia mehrere wackelige Tischchen heranzog, auf denen sie ihre Teetassen abstellen konnten und anschließend für jeden, der Torte wollte, ein Stück Abschnitt, ehe sie sich mit einem ängstlichen Gesichtsausdruck neben ihre Stiefschwiegertochter zeigte. Also, wandte sich Roy an Strike, mich würde interessieren, wie hoch sie die Chancen einschätzen, einen Fall aufzuklären, den Scotland Yard in vier Jahrzehnten nicht aufklären konnte. Robin war davon überzeugt, dass Roy sich die aggressive Eröffnung während des langen, unangenehmen Schweigens zurechtgelegt hatte. Nicht besonders hoch, erklärte Strike müchtern, dass die mal einen großen Bissen Torte geschluckt hatte. Allerdings wurde ihre Frau angeblich ein weiteres Mal gesehen und darüber wollte ich mit ihnen sprechen. Roy starrte ihn fassungslos an. Angeblich, betonte Strike, stellte seinen Teller ab und kamte in der Tasche nach seinem Notizbuch. Aber offenkundig, ähm, sehr lecker, der Korn, Mrs. Fitz, wandte er sich an Cynthia. Oh, danke, Hille, sagte sie kleinlaart. Kaffee und Wein, es war Enners Lieblings tot, als sie kleiner war. Nicht wahr, Liebes, Anna reagierte mit einem nervösen Lächeln. Eine ehemalige Angestellte ihrer Frau hat uns davon erzählt, Janice Beattie. Roy schüttelte den Kopf und zog ungeduldig die Schultern hoch, um ihm zu verstehen zu geben, dass ihm der Name nichts sagte. Sie war Arzthelfer in der St. Jones-Praxis. Ah ja, sagte Roy, ich glaube, sie war mal hier zum Glän. Sie kam mir ganz anständig vor. Eine Katastrophe der ganzen Nachmittag, eine einzige Katastrophe, diese schrecklichen Kinder. Erinnerst du dich? schoss er in Cynthias Richtung. Natürlich, sagte Cynthia eilig. Nein, vor allem der Junge war wirklich, er hat Wodka in den Punsch gekippt, bete Roy. Jemand musste sich übergeben. Gloria, sekundierte Cynthia. An Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, Roy winkte ungeduldig ab, hat die Gästetoilette voll gespuckt. Widerlich. Der Junge wäre dann Carl Oakden gewesen, fragte Streik. Genau der, sagte Roy, wir haben die leere Wodkaflasche später in einem Schuppen gefunden, er hatte sich ins Haus geschlichen und sie aus der Hausbar entwendet. Ja, sagte Cynthia, und dann hat er die Kristallschale meiner Mutter zertrümmert und ein halbes Dutzend Gläser obendrein, hat einen Cricket bei durch den Garten gedroschen, die Arztheferin hat die Bescherung beseitigt, weil, sehr anständig von ihr, sie wusste, dass ich es nicht selbst machen konnte, Glasscherben, beendete Roy den Satz mit einer ungedudigen Geste. Das einzig Gute an der zertrümmerten Punschschale war, sagte Cynthia mit einem Seufzer, dass nicht noch mehr Gästen übel wurde, eine Art Dekoschale, brummte Roy, eine Katastrophe, die ganze Sache. Anschließend habe ich zu Margot gesagt, er hielt kurz inne, nachdem er den Namen ausgesprochen hatte, und Robin fragte sich, wann er ihm wo zuletzt über die Lippen gekommen war. Ich weiß nicht, was du dir davon versprochen hast, denn er war natürlich nicht gekommen, der Einzige, mit dem sie sich aussöhnen wollte, dieser, dieser Arzt, mit dem sie nicht auskam. Wie hieß er gleich wieder? Joseph Brenner, sagt Robin. Brenner, genau, er hatte die Einladung ausgeschlagen, was sollte das Ganze also noch? Aber nein, wir mussten trotzdem unseren Samstag opfern und dieser, dieser Leute unterhalten, und zum Dank, der hat ein Getränke gestohlen und unser Eigentum zerstört. Wolfsgeballte Fäuste lagen auf den Armlehnen. Kurz streckte er die langen Finger wie eine Krabbe, die die Beine dehnt. Dann könnte er sie wieder. Der selbe junge Oakden hat später ein Buch über Margo geschrieben, fuhr er fort, und aber ein Foto von der verfluchten Grellfeier verwendet, um die deiste Behauptung zu belegen, er und seine Mutter hätten über unser Privatleben alles gewusst. Also nein, schloss Woy eisig, keine von Margos besseren Ideen. Naja, sie wollte das Arbeitsklima in der Patzis verbessern, oder? entgegnete Anna. In deinem Beruf musstest du nie verschiedene Persönlichkeiten zusammenbringen. Du weißt alles über meine Arbeit, was, Anna? Auf jeden Fall war es nicht dasselbe, wie in einer Gemeinschaftspraxis zu arbeiten, sagte Anna. Du hast Vorlesungen gehalten und geforscht. Du hattest keine Putzkräfte und Rezeptionistinnen und ein ganzes Rode an Nichtmedizinern, das du managen musstest. Sie haben sich wirklich schlecht benommen, Anna, alte Cynthia Reut zur Hilfe. Nein, wirklich. Ich hätte das nie erwähnt, weil es vielleicht Ärger gegeben hätte, aber eine der Frauen hatte sich damals sogar nach oben in das Schlafzimmer deiner Mutter und deines Vaters geschlichen. Was? donnerte Roy. Ja, sagte Cynthia nervös. Nein, ich ging nach oben, weil ich Annas Windern wechseln musste und dabei habe ich etwas im Schlafzimmer gehört. Als ich nachsehen ging, inspizierte sie gerade Magos Kleiderschrank. Wer war das? fragte Strike. Die Blondine, die V vom Empfang, aber nicht Gloria. Ja. Irene, sagte Strike. Wusste sie, dass sie ertappt worden war? Oh ja, ich stand schließlich mit Anna auf dem Arm im Zimmer. Und was hat sie gesagt? fragte Robin. Na ja, es war ihr peinlich, sagte Cynthia, aber das sollte es auch sein, oder? Sie lachte, war nur neugierig und ging an mir vorbei nach draußen. Guter Gott, sagte Roy Phipps Kopfschüttet. Wer bitte schön stellt solche Leute ein? Hat sie sich wirklich nur umgesehen? wollte Robin wissen. Oder glauben sie, dass sie ins Schlafzimmer gegangen war um... Ich glaube nicht, dass sie etwas eingesteckt hat, sagte Cynthia. Und du hast doch auch nicht... Margot hat nichts vermisst, oder? fragte sie Woll. Nein. Trotzdem hättest du uns das damals sagen müssen, bunte Roy verdrossen. Ich wollte keinen Ärger machen. Du warst ohnehin schon... Na ja, es war ein anstrengender Tag gewesen, oder nicht? Was diese, ähm, angebliche Sichtung angeht, unterbrach Zweig und erzählte der Familie nun aus dritter Hand, wie Charlie Mamich gesehen haben wollte, dass Margot auf einem Fliethof in Lemmington Spa zwischen den Kläbern herumgewandert war. Robin hat mit Mamiches Witwer gesprochen, die die Geschichte grundsätzlich bestätigt hat. Allerdings kann sie nicht beschwören, dass Mamich damals tatsächlich Margot und keine andere Frau gesehen hat. Dass sie gesehen worden war, ist damals anscheinend nicht an die Polizei weitergegeben worden. Darum wollte ich fragen, ob sie von irgendeiner Verbindung nach Lemmington Spa wissen. Nein, sagte Roy und Cynthia schüttelte den Kopf. Strike machte sich eine Notiz. Danke. Und, ähm, wo wir beim Thema Sichtungen sind, sagte er, könnten wir vielleicht auch noch den Rest der Liste durchgehen? Robin glaubte zu wissen, was Strike vorhatte, die Vorstellung, dass Margot noch am Leben sein könnte, mochte für die Menschen in diesem Zimmer unangenehm sein, doch Strike wollte für das weitere Gespräch fürs Erste keinen Mord voraussetzen. Die Frau von der Tankstelle in Birmingham, die Mutter aus beiden, die Rundebesitzerin aus Eastbourne, ratterte Roy herunter, noch ehe Strike fortfahren konnte. Warum sollte sie kreuz und quer durch England reisen, im Auto rumfahren und Runde ausführen? Falls sie damals von sich aus verschwand, wollte sie eindeutig nicht gefunden werden und das geht auch für Spaziergänger auf irgendwelchen Friedhöfen. Richtig, sagte Strike, aber es gab eine Sichtung. Warwick, sagte Roy. Ja. Die Eheleute wechselten einen kurzen Blick. Dann setzte Roy seine Tasse mitsamt Unterteller auf dem Tischchen vor seinem Sessel ab und sah seine Tochter an. Und du bist dir sicher, dass du das willst, Anna? Ja, ja. Er ließ seine schweigende Tochter nicht aus den Augen. Ganz, ganz sicher. Was glaubst du denn, fuhr sie ihn an. Was glaubst du wohl, wozu ich Detektive angeheuert habe? Zum Spaß? Also gut, sagte Roy. Gut. Dass man sie in Warwick gesehen haben wollte, hat mich hellhörig gemacht, weil Margos Ex-Freund ein gewisser Paul Satchwell aus Warwick stammte und mit diesem Mann hatte sie wieder Kontakt aufgenommen, bevor sie verschwand. Ach, Herrgott! Anna lachte kurz und gepresst. Hast du ernsthaft geglaubt? Ich wüsste nicht über Paul Satchwell Bescheid? Kim legt eine Hand auf das Bein ihrer Frau, wobei schwer zu sagen war, ob sie Anna trösten oder beruhigen wollte. Schon mal vom Internet gehört, Dad? Oder von Pressearchiven? Ich kenne dieses lächerliche Foto von Satchwell mit seinen Brusthagen und den Medaillons und ich weiß, dass meine Mutter drei Wochen vor ihrem Verschwinden mit ihm etwas trinken war, aber das war ein harmloser Drink. Ach, wirklich? Jetzt kann Roy gehässig. Danke für den Trost, Anna. Danke für dein Ex-Karten-Wissen, wie wunderbar allwissend zu sein. Rory, hauchte Cynthia. Willst du damit andeuten, dass da mehr gewesen sei? Anna wirkte aufrichtig erschüttert. Nein, nein, da war nicht mehr. So was darfst du nicht sagen. Una hat erzählt. Ach, richtig, natürlich, ich verstehe. Roy's eingesunkene Wangen färbten sich lila und seine Finger kahlten sich um die Armen innen seines Sessels. Una hat das erzählt, ja, das erzählt natürlich alles. Was erklärt das, wollte Anna wissen. Das hier, schrie er und deutete mit einer zitternden, der äderten, von geschwollenen Knöchern gezeichneten Hand auf Strike und Robin. Hinter dich der ganzen Sache steckt Una Kennedy nicht wahr. Ich hätte wissen müssen, dass sie keine Ruhe geben würde. Herr im Himmel, Roy, sagte Kim laut, das ist eine dreiste. Una Kennedy wollte mich verhaften lassen. Das stimmt einfach nicht, Dad, in der ergeschob Anna Kims beschlichtigende Hand von ihrem Schenkel. Was Una betrifft, bist du echt krankhaft, Fixie? Sie wollte, dass ich mich über Talbot beschwere. Und warum hast du das verflucht nochmal nicht gemacht, übertönte ihn Anna. Der Mann hatte eine ausgewachsene Zischose. Roy, fimmerte Cynthia wieder, während ihr Mann sich vorbeugte und seine Tochter über das runde Tischchen mit dem gefährlich schwandenden Tortenständer hinweg ins Visier nahm. Wild gestikulierend und mit knallrotem Gesicht schrie er, die Polizei hat damals das ganze Haus auf den Kopf gestellt und die Sachen deiner Mutter durchwühlt. Sie haben sogar Suchrunde durch den Daken gejagt. Sie haben irgendeinen Grund gesucht, mich zu verhaften und ich hätte Beschwerde gegen den Mann einlegen sollen, der dafür verantwortlich war. Wie hätte das wohl ausgesehen? Er war unfähig, warst du dabei, bis er wissend. Hast du ihn gekannt? Warum ist er wohl ausgetauscht worden? Warum wird in sämtlichen Artikeln über den Fall behauptet, dass er inkompetent war? In Wahrheit, sagte Anna und stocherte mit dem Zeigefinger in die Luft zwischen ihr und ihrem Vater. Habt ihr Bildharbert geliebt, weil er von Anfang an geglaubt hat, dass du uns 13 unschuldig wart und er hat geklaut, dass ich unschuldig war, brüllte Roy, vielen Dank. Gut zu wissen, dass sich nichts geändert hat, seit du 13 warst. Roy, riefen Cynthia und Kim im Chor, und mir untersteht, Rast, ich hätte das Kräufer seinem Garten nur bauen lassen, weil ich sie darunter verscharrt hätte. Anna brachen Tränen aus und flüchtete aus dem Zimmer, wobei sie um ein Haar über Strikes Beine gestolpert wäre. Er ahnte bereits, dass es gleich zu einem Massenexodus käme und zog vorsichtshalber die Füße ein. Wann, sagte Kim eisig zu ihrem Schwiegervater, vergibst du Anna endlich, was sie gesagt hat, als sie ein verwirrtes, kleines Mädchen war und eine schreckliche Zeit durchmachen musste. Und meine schreckliche Zeit zählt nicht, ganz und gar nicht, schrie Roy, und genau wie Strikes erwartet hatte, eilte auch Roy so schnell er konnte, sprich hektisch rumpelnd aus dem Salam. Himmel, Herrgott, murmelte Kim, marschierte Roy und Anna hinterher und wäre an der Tür fast mit Zint, der kollidiert, die ebenfalls aufgesprungen war und Roy folgen wollte. Die Tür fiel zu, Regen passelte auf das Basseur im Garten, Strikes blähte die Bangen auf, wechselte einen Blick mit Robin, griff dann nach seinem Teller und verputzte seinen Rest Torte. Benahm war Humen, erklärte er auf Robins Blick hin ungerührt. Kein Mittagessen. Und sie ist gut? In der Ferne hörten sie Geschrei und weiteres Türenschlagen. Glaubst du, unser Gespräch ist vorbei? fragte Robin Heidlard. Nein, antwortete Strikes mit Vollmund. Nun komm wieder. Erzähl mir von dieser Sache in Warwick, forderte Robin ihn auf. Sie hatte die Liste der Sichtungen, die Strikes geschickt hatte, lediglich überflogen. Auf den ersten Blick hatte sie darauf nichts Interessantes entdecken können. Eine Frau hatte in einem Pub nach Wechselgeld gefragt. Die Wirtin glaubte, es sei Margot gewesen. Zwei Tage später hat sich dann eine Langzeitstudentin gemeldet und erklärt, dass sie das gewesen sei. Aber die Wirtin war nicht überzeugt. Die Polizei schon. Strikes nahm noch einen Mund voll Torte. Ich glaube nicht wirklich, dass an der Sache was dran ist. Da passiert... Er schluckte und sah vielsagend zur Wohnzimmertür. Hier. Jetzt schon mehr. Strikes weiter Torte, während Robins Blick ein weiteres Maluis Zimmer streifte und an einer goldbronzenen Kaminuhr von außerordentlicher Hässlichkeit hängen blieb. Nach einem kurzen Blick zur Tür stand sie auf und ging hin, um sie genauer zu betrachten. Auf dem schweren, verschnörkelten Gehäuse thronte eine vergoldete Göttin mit Helm. »Pallas Athene«, Strikes zeigte mit der Kuchengabel in ihre Richtung. Unter dem Ziffernblatt war eine Schublade mit einem kleinen Messinggriff eingelassen. Robben musste an Cynthia's Bemerkung denken, Woi und Margo hätten sich gegenseitig Nachrichten darin hinterlassen und zog die Lade auf. Sie war mit rotem Filz ausgeschlagen und leer. »Glaubst du, die ist wertvoll?« fragte sie Strike und schob die Lade wieder zu. »Keine Ahnung. Wieso?« »Warum sonst sollte man sowas behalten? Die ist prathässlich.« Der Salon war von zwei unterschiedlich nicht harmonierenden Geschmäckern geprägt, dämmerte es Robben, während sie sich erneut umsah und auf die Rückkehr der Familie wartete. Die ledergebundenen Ovid- und Pinius-Ausgaben und die viktorianischen Reproduktionen klassischer Statuen, darunter zwei Medici-Löwen in Miniatur, eine Westhalin und ein Hermes, der auf Zehenspitzen auf einem schweren Bronze-Sockel balancierte, verkörperten vermutlich den Geschmack von Roy's Vater, während die blassen Landschafts-Aquarelle und botanischen Motive, die zierlichen alten Möbel und die Chins-Vorhänge von seiner Mutter ausgewählt worden waren. Warum hatte Roy nie einen Karrenschnitt gemacht und das Haus neu eingerichtet? Aus Ehrerbietung gegenüber den Eltern? Aus Mannen an Fantasie? Oder hatte der kränkliche kleine Junge, der zweifelsohne den Großteil seiner Kindheit an dieses Haus gefesselt gewesen war, irgendwann die Dinge lieben gelernt, an die er ohnehin gekettet war. Cynthia und er hatten abgesehen von ein paar Familienfotos neben den verblichenen Schwarz-Weiß-Fotografien von Roy's Eltern und Roy als Kind in diesem Raum kaum eigene Spuren hinterlassen. Das Einzige, was Robins Blick länger anzog, war ein Familienbild, das aussah, als sei es Anfang der Neunziger aufgenommen worden. Roy hatte noch Haare gehabt und die von Cynthia waren dicht und gewählt gewesen. Die beiden gemeinsamen Kinder, ein Junge und ein Mädchen sahen Anna verblüffend ähnlich. Niemand wäre je auf den Gedanken gekommen, dass Anna eine andere Mutter gehabt hatte. Robin trat ans Fenster. Die Oberfläche des länglichen, nichternen Kollbeckens mit dem steinernen Pavillon dahinter waren zwischen so regenpockig, dass die roten, weißen und schwarzen Silhouetten, die sich im Wasser bewegten, kaum mehr als Fische erkennbar waren. Ein besonders großes Exemplar, par weiß und schwarz, sah aus, als könnte es einen guten halben Meter groß sein. Normalerweise hätte sich der kleine Pavillon in der Wasseroberfläche gespiegelt, aber heute fügte er nur eine weitere diffuse Grauschattierung am hinteren Ende des Passants hinzu. Auf seinem Boden war in des ein seltsam vertrautes Muster zu säen. »Kommenen«, sagte Robin im selben Moment, dass Dwight sagte, »sieh dir das an. Beide drehten sich um.« Dwight hatte seine Torte aufgegessen und stand neben einer Statuette, die Robin übersehen hatte, die 30 Zentimeter hohe Bronzefigur eines nackten Mannes mit einem Tuch über den Schultern und einer Schlange in der Hand. Robin begriff erst nach ein, zwei Sekunden, warum Dwight darauf deutete. »Ach, das erfundene Schlangensternzeichen, das Talbot für Roy verwendet hat. Genau, das ist Eskolab, erklärte Zweig, der griechische Gott der Medizin, aber was ist dir aufgefallen? Schau mal, der Pavillon, die Einlegearbeit im Boden.« Er kam zu ihr ins Fenster. »Ah«, sagte er, auf einem der Fotos von Magus' Grillparty, kann man das Ding in seinen Anfängen säen. Das wurde damals gerade errichtet. In den Boden des Pavillons war in dunklerem Granit ein Malteserkreuz eingelassen. Interessante Design war, »weißt du,« sagte Robin und drehte sich zum Zimmer um, »manische Menschen glauben oft, sie würden übernatürliche Botschaften empfangen, Dinge, die gesunder als Zufall abtun.« »Dein gleichen Gedanken hatte ich auch.« Strike wandte sich der Pallas-Athene-Figur zu, die auf der hässlichen Kaminuhr thronte. »Für einen Mann in Tauberts verwirrten Zustand muss dieses Zimmer vollgestopft gewesen mit astrologischen...« Im Flur war und Sintia gebannt, die ihm eingeschüchtert hinterherlief? Wolls Gesicht leuchtete inzwischen in ungesundem Lila, nur die Haut und die Augen hatte einen kränklichen Gelbstich. Er erschrak, als er Strike und Robin am Fenster stehen sah. »Wir bewundern gerade ihren Garten,« sagte Strike, und Robin und er kehrten zu ihrem Sofa zurück. Woll grunzte und nahm wieder Platz. Er atmete schwer. »Verzeihen Sie,« sagte er nach ein, zwei Sekunden. »Unser Familie seid sich heute nicht von ihrer besten Seite.« »Sehr stressig für alle,« sagte Strike, während Anna und Kim den Raum betraten und händchenhaltend ihre vorigen Plätze einnahmen. Sintia quetschte sich zu ihnen und beheert Woi ängstlich im Blick. »Lassen Sie mich etwas klarstellen,« wandte Woi sich an Strike, »und ich will mich ganz deutlich ausdeuten.« »Ach, um Himmels Willen, ich hab ein einziges Mal mit ihr telefoniert. Ich wüsste es sehr zu schätzen, Anna, Weißbrust hob und senkte sich schwer. »Wenn du mich ausreden ließest,« an Strike gerichtet, fuhr er fort, »Una Kennedy konnte mich vom ersten Moment an nicht leiden. Sie wollte Margo für sich haben, außerdem war sie zufällig aus der Kirche ausgetreten und gehörte zu den Menschen, die jeden, der drin blieb, zum Feind erklärten. Lieber dies, Dr. Phipps,« unterbar Strike ihn, weil er ahnte, dass der Nachmittag andernfalls in eine lange Tirade gegen Una Kennedy die ausarten würde. »Sie sollten eines wissen, bei unserem Gespräch hat Una ausdrücklich betont, dass wir uns ihrer Meinung nach auf Paul Setschwell konzentrieren sollten.« Ein, zwei Sekunden lang war Roy offenbar außerstande zu verarbeiten, was er soeben gehört hatte. »Siehst du,« fauchte Anna, »hast du nicht selbst gerade angedeutet, dass meine Mutter und Setschwell sich nicht nur auf einen Drink getroffen hätten? Wie hast du das gemeint? oder,« sagte sie, und Robin hörte eine leise Hoffnung in ihrer Frage, »hast du in deiner Wut einfach nur blind undig geschlagen?« »Menschen, die um jeden Preis im Dreck wühen wollen,« sagte Roy, »sollten sich nicht beschweren, wenn sie sich schmutzig machen.« »Na dann los,« sagte Anna, »verspritz deinen Dreck.« Anna hauchte Cynthia ohne, dass jemand sie beachtete. »Na schön,« sagte Roy, »Na schön.« Wieder sah er Strike und Wobben an. »Zu Anfang unserer Beziehung entdeckte ich einen Zettel, den Margo aufgehoben hatte und der von Setschwell stammte. Liebe Brunhild,« hatte er geschrieben, das war sein Kosename für sie, die Weiküre, Sie wissen schon, Margo war groß und schön, Roy hielt Anna und schluckte. Etwa drei Wochen, bevor sie verschwand, kam sie nach Hause und erzählte mir, sie sei auf der Straße zufällig Setschwell begegnet und mit ihm völlig harmlos etwas trinken gegangen. Er räusperte sich in Cynthia, schenkte ihm Tee nach. Und nachdem sie, hapö, nachdem sie verschwunden war, musste ich ihre Sachen aus der Praxis holen. Darunter war auch eine kleine, er hielt seine Finger knapp zehn Zentimeter auseinander, Holzfigur, eine stilisierte Wikingerin, die auf ihrem Schreibtisch gestanden hatte. Auf dem Socke der Figur stand in Tinte, Brunhild mit einem Herzchen daneben. Er nahm einen Schluck Kaffee. Ich hatte die Figur nie zuvor gesehen. Natürlich ist es möglich, dass Setschwell sie jahrelang mit sich herumtrug, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass Margo ihm über den Weg laufen könnte. Wahrscheinlicher ist aber doch, dass sie sich nicht bloß einmal getroffen hatten und er ihr dieses, dieses Geschenk bei einem späteren Treffen überreicht hat. Ich weiß nur, dass ich es noch nie gesehen hatte, bis ich ihre Sachen aus der Praxis abholen musste. Robin konnte Anna ansehen, dass sie gern eine andere Erklärung vorgebracht hätte. Allerdings war Roy's Argument nur schwer zu widerlegen. Haben Sie der Polizei von Ihrem Verdacht erzählt? erkundigte sich Strike. Ja, sagte Fitz, und ich glaube, Setschwell hat damals behauptet, es habe kein zweites Treffen gegeben. Er habe Margo die Figur Jahre zuvor geschenkt, als sie noch miteinander liiert gewesen seien. Natürlich ließ sich das weder beweisen, noch widerlegen, aber ich hatte die Figur nie zuvor gesehen. Robin fragte sich, was wohl verletzender wäre, herauszufinden, dass der Partner ein Liebespfand aus einer früheren Beziehung versteckt und plötzlich wieder hervorgeholt oder dass er es erst kürzlich geschenkt bekommen hatte. Sagen Sie, fragte Strike unterdessen, hat Margo Ihnen eigentlich je von einem Kissentraum erzählt? Wovon? Irgendwas, was Setschwell je mal erzählt und was mit einem Kissen zu tun hatte? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen, erwiderte Roy misstrauisch. Hat Detective Inspector Talbert je erwähnt, dass er Setschwell nicht geglaubt habe, wo der sich angeblich am 11. Oktober aufgehalten hatte? Nein, Roy sah ihn überrascht an. Soweit ich weiß, hatte die Polizei nichts an seinem Alibi auszusetzen. Wir haben herausgefunden, sagte Strike an Anna gewandt, dass Talbert eigene Fallnotizen geführt hat, unabhängig von den offiziellen Polizeiakten. Anfangs sah es so aus, als wollte er den Weder ausschließen. Später beschäftigte er sich darüber genauer mit ihm und begann, weitere Informationen über ihn auszugraben. Den Weder wiederholt der Anna verwirrt. Entschuldigung, dass er versehentlich einen astrologischen Begriff verwendet hatte, ärgert es Traik. Talberts psychischer Zusammenbruch hat sich unter anderem in der Überzeugung manifestiert, dass er den Fall mittels okkulter Methoden lösen könnte. Er legte Tarotkarten und erstellte Horoskope. Er etikettierte alle, die mit dem Fall zu tun hatten, mit dem jeweiligen Tierkreiszeichen. Sedgeville war im Sternzeichen Weder geboren, darum nannte Talbert ihn in seinen privaten Aufzeichnungen lediglich den Weder. Es blieb kurz still, dann murmelte Kim. Jesus, Maria und Josef. Astrologie, wiederholt der Roy sichtlich verwirrt. Siehst du, gut, Ed? Anna stug sich mit der Faust aufs Knie. Wenn Lawson den Fall früher übernommen hätte. Lawson war ein Trotte, fauchte Roy. Trotzdem sah er erschüttert aus. Ein Idiot. Statt nach Marwood zu suchen, wollte er doch nur beweisen, dass Talbert unfähig gewesen war. Er bestand darauf, absolut alles noch einmal durchzugehen. Die Ärzte, die mein blutendes Klee behandelt hatten, wollte er persönlich befragen, obwohl sie unterschriebene Zeugenaussagen abgegeben hatten. Er ließ zum zweiten Mal meine Konten prüfen, nicht, dass ich vielleicht doch jemanden für den Mord an deiner Mutter bezahlt hätte. Er setzte. Er bekam einen Hustenanfall und schlug sich auf die Brust. Cynthia wollte schon vom Sofa aufspringen, doch Roy gab ihr mit einer wütenden Geste zu verstehen, sie solle sitzen bleiben. Er wollte von Cynthia hören, dass sie gelogen hätte, dass ich damals nicht den ganzen Tag im Bett gelegen hätte. Gleichzeitig hat er nie auch nur irgendeinen neuen Hinweis darauf zu Tage gefördert, was deiner Mutter passiert sein könnte. Er war ein Paragrafenreiter, ein tyrannischer, phantasienoser Paragrafenreiter, dem es nicht darum ging, sie zu finden, sondern nur darum zu beweisen, dass Turbett gepfuscht hatte. Bild Turbett war vielleicht, nein, eindeutig, korrigierte sich Roy mit einem wütenden Blick auf Strike, nicht gesund, aber eine schlichte Tatsache bleibt, eine bessere Erklärung als Creed hat nie jemand gefunden, habe ich recht? Sobald der Name Creed gefallen war, blickten die drei Frauen auf dem Sofa bedrückt zu Boden. Allein durch den Namen schien sich im Zimmer ein schwarzes Loch aufzutun, in dem Frauen verschwanden, von denen man nie wieder hörte. Eine Manifestation von etwas fast übernatürlich Bösem. Ihn zu erwähnen hatte etwas Endgültiges. Das Monster, inzwischen bis an sein Lebensende eingesperrt, unberührbar, aber eben auch unerreichbar, wie all die Frauen, die Creed in seiner Kellerwohnung eingesperrt und gefoltert hatte. Robin dachte schuldbewusst an die Mail zurück, die sie inzwischen geschrieben und abgeschickt hatte, ohne Strike davon zu erzählen. Aus Angst, dass er es nicht gut heißen würde. Weiß irgendwer hier, fragte Roy plötzlich, wer Cara Rufsen und Louise Tucker waren? Ja, sagte Robin, ehrstreich antworten konnte. Louise war eine Ausreißerin und Cara war Bardame in einem Nachtclub. Creed wird verdächtigt, beide ermordet zu haben, allerdings konnte ihm das nie nachgewiesen werden. Dan's richtig, Roy bedachte sie mit einem Blick, wie er ihn früher womöglich einer Medizinstudentin zugeworfen hätte, nachdem sie eine korrekte Diagnose gestellt hatte. 1978 habe ich mich mit Kerres Bruder und Luises Vater getroffen. Davon wusste ich gar nicht, Anna sah ihn schockiert an. Natürlich nicht, du warst damals fünf Jahre alt, fuhr Roy sie an. Dann wandte er sich an Strike und Robin. Luises Vater hat Creed's Leben insiziert. Er war an jeden Ort gefahren, an dem Creed je gewohnt oder gearbeitet hatte. Er hatte praktisch mit jedem gesprochen, der zugeben wollte, dass er ihn gekannt hatte. Er hatte eine Petition an Merlin Rees eingereicht, damals Innenminister, an so vielen Orten, ihn um möglich Gabungen vornehmen zu dürfen. Der Mann war irre. Damals habe ich mit eigenen Augen gesehen, was es mit einem Macht, der man mit der Ungewissheit leben muss. Die Besessenheit hat ihn zerfressen. Er wollte Gebäude abreißen, Mauern abtragen, Fundamente feil legen lassen. Er wollte Felder umgraben lassen, über die Creed irgendwann mal gegangen war, Becher trocken legen lassen, weil irgendein Schulfreund von Creed geumt hatte, dass er dort vielleicht früher mal angeln war. Tucker zitterte, wenn er redete. Er wollte Wolfson, einen Lastwagenfahrer und mich für eine gemeinsame Fernsehkampagne einspannen. Wir sollten uns an der Downing Street ans Geländer ketten. Er wollte um jeden Preis in die Nachrichten kommen. Tarkas Ehe war daran zerbrochen. Mit seinen noch lebenden Kindern hatte er sich überworfen. Creed hat sein Leben beherrscht. Und du wolltest ihm nicht helfen? fragte Anna. Wenn, antwortete Roy leise, er tatsächlich irgendwelche Beweise gehabt hätte, irgendeinen handfesten Hinweis, der Margo mit Creed in Verbindung gebracht hätte. Ich hab gelesen, du hast geglaubt, dass eine der Halsketten aus der Kellerwohnung womöglich, wenn du deine Informationen aus Schundbüchern beziehst, Anna, weil du ja immer ein offenes Ohr für mich hattest, wenn ich mit dir über meine Mutter sprechen wollte, fauchte sie ihn an. Anna, früsterte Cynthia. Das Medaillon, das in Creed's Kellerwohnung gefunden wurde, stammte nicht von Margo und ich muss es wissen, weil ich es je geschenkt hatte, sagte Fitz und presste die bebenden Lippen zusammen. Nur noch ein paar letzte Fragen, wenn sie gestatten, sagte Strike, ehe Anna noch etwas erwidern konnte. Er wollte, so gut es ging, jeden weiteren Konflikt im Keim erstecken. Könnten wir kurz über Wilmer sprechen, die Putzfrau, die in der Patze saubermachte und auch hier im Haus beschäftigt war? Es war Margos Idee, sie einzustellen, allerdings war sie nicht besonders gut, sagte Roy. Die Frau hatte private Schwierigkeiten und Margo glaubte, dass die sich durch Geld lösen würden. Da die Margo verschwunden war, ließ sie uns sitzen, tauchte einfach nicht mehr auf, was kein Verlust war. Später habe ich gehört, sie sei aus der Praxis entlassen worden. Angeblich hat sie gestohlen. Wilmer hat bei der Polizei ausgesagt, dass sie am Tag, an dem Margo verschwand, Blut auf dem Teppich im Obergeschoss gesehen habe, fiel Roy ihm ins Wort, und aus Ennes und Kims erschrockenen Minen schloss Robin, dass sie davon zum ersten Mal hörten. Genau, sagte Strike. Das war Menstruationsblut, sagte Roy kalt. Margos Periode hatte über Nacht eingesetzt. Im Bad lagen Laut meiner Mutter Binden. Wilmer säuberte den Teppich mit einem Schwamm. Das Ganze spielte sich im Gästezimmer ab, vom Eheschlafzimmer ausgesehen am anderen Ende des Hauses. Margo und ich schliefen damals vorübergehend getrennt, weil, ein winziges Zögern, ich verletzt war. Wilmer erzählte auch, sie habe sie durch den Garten gehen sehen, sagte Roy. Das war gelogen. Falls sie tatsächlich jemanden gesehen hat, dann einen der Steinmetzen. Wir haben damals den Pavillon fertiggestellt. Er deutete auf die entsteinde Meißel der Geschmacksverirrung jenseits des Fisch-Bassons. Strike vermerkte es in seinem Notizbuch und blätterte um. Kann sich jemand von ihnen erinnern, dass Margo je von einem Mann namens Nicolowitschi gesprochen hätte? Er war Patient in der Praxis. Sowohl Roy als auf Cynthia schüttelten den Kopf. Und wie sieht es mit einem Patient namens Steve Douthwaite aus? Nein, sagte Roy. Allerdings stand er später in der Zeit um. Auf die Kildparty hat jemand erwähnt, Margo habe von einem Patienten Palin geschickt bekommen, sagte Cynthia. Die waren von ihm, nicht wahr? Das glauben wir jedenfalls. Sie hat also nie von Douthwaite erzählt, niemals erwähnt, dass er ein übersteigertes Intervesser an ihr gezeigt habe oder vielleicht schwul gewesen sei? Nein, sagte Roy wieder. Aber es gibt so etwas wie ärztliche Schweigepflecht, wissen sie? Die Frage mag eigenartig erscheinen, sagte Strike. Aber hatte Margo zufällig Narben, vor allem am Brustkorb? Nein, antwortete Roy beunruhigt. Weshalb wollen sie das wissen? Nur um eine Möglichkeit auszuschließen, sagte Strike und fuhr fort, bevor er nach weiteren Details gefragt klären konnte. Hat Margo ihnen je erzählt, dass sie Drohbriefe bekommen habe? Ja, antwortete Roy, also nicht Briefe im Plural, sie hat mir von einem erzählt. Ach ja? Strike blickte auf. Ja, Dallin wurde ihr unterstellt, sie verleihte junge Frauen zur Promiskuität und Sünde. Wurde sie auch bedroht? Das weiß ich nicht, sagte Roy. Ich habe den Brief nie gesehen. Sie brachte ihn nicht mit nach Hause? Nein, antwortete Roy Knopp, zögerte dann und sagte, wir hatten deswegen Streit. Wirklich? Ja, es kann immerhin schwerwiegende Folgen haben, sagte er und errötete, gesellschaftliche Konsequenzen, wenn man beginnt, gewisse Dinge zu ermöglichen, die in der Natur nicht vorgesehen sind. Hattest du Angst, sie könnte einem Mädchen gesagt haben, dass es okay ist, lesbisch zu sein, dingt Anna sofort dazwischen und ein weiteres Mal haute Cynthia Anna. Ich rede von leichtfertig erteilten Ratschlägen, erklärte Roy mit einem verkrampten Gesichtsausdruck, die Ehen zum Scheitern bringen können. Ich ähde davon, Idle im Rücken der Eltern Promiskuität zu fördern. Den Brief hatte ihr irgendein wütender Mann geschickt und sie hat damals offenbar Es arbeitete Envoys Gesicht. Kurt saß aus, als wollte er losbrüllen. Doch dann brach er unvermittelt in Tränen aus. Seine Frau, Tochter und Schwiegertochter saßen wie vom Donner gerührt da. Niemand, nicht einmal Cynthia stand auf, um ihn zu trösten. Roy weinte, atmete schwer und schluckte laut. Tränen strömten ihm über die eingefallenen Wangen. Er versuchte vergeblich sich zusammenzureißen und sprach schließlich schluchzend weiter. Sie, sie hat offenbar nie auch nur einen gedankten Berat verschwendet, dass ich sie nicht hätte beschützen können, dass ich hilflos gewesen wäre, wenn jemand ihr hätte wehtun wollen, weil ich ein nutzloser Brut sah. bin kein nutzloser verdammter Bluter. Oh, Dad, flüsterte Anna glitt vom Sofa und rutschte auf Knien auf ihren Vater zu, wollte ihre Hände auf sein Bein legen, doch kopfschüttelnd und weinend schlug er die Geste aus. Nein, weil das Harry nicht verdient. Du weißt nicht alles, du weißt nicht. Was weiß ich nicht, fragte sie ängstlich. Ich weiß mehr, als du glaubst, Dad, ich weiß von der Abtreibung. Es gab nie, nie, nie eine Abtreibung, Roy schluckte schwer. Das war der eine Punkt, in dem Uda Kennedy und ich. Wir wussten beide, sie hätten nie, nie, nicht, nachdem sie dich bekommen hatte. Sie hat mir erklärt, Margot hat mir erklärt, dass sich ihre Ansichten komplett geändert hätten. den sie nicht bekommen hatte. Komplett. Was weiß ich dann nicht, füsterte Anna. Ich war grausam zu ihr, wollte Roy auf. Gott, ich habe ihr das Leben so schwer gemacht, mich nie für ihre Arbeit interessiert. Ich habe sie vertrieben. Sie wollte mich verlassen. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß es. Ich habe es immer gewusst. Am Tag bevor sie ging, ich verrieß sie mir eine Nacht in der Uhr dieses alberse, alberne Ritual, das sie früher hatten und auf der Dach hittet mit mir. Roy konnte nicht weitersprechen. Cynthia stand auf und ging neben Roy in die Hocke. Gleichzeitig griff Anna nach der Hand ihres Vaters und diesmal ließ er es zu. Mit der Hand seiner Tochter fest im Griff sagte er, ich habe auf eine Entschuldigung gewartet, weil sie sich mit Setschwell getroffen hatte und weil sie keine Entschuldigung geschrieben hatte, habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen und am besten Tag ich weiß, was passiert ist. Sie liebte Spaziergänge. Immer wenn sie sich ärgerte, lag ich Spaziergänge. Sie hätte vergessen, dass Oda auf sie gewartet hat, ging spazieren, wollte überlegen, was sie tun sollte, ob sie blieblich verlassen sollte, weil ich sie so traurig wollte, die Achtel zerriet, auf ihre Umgebung und und Kriet und Kriet wuss. Ohne seine Hand loszulassen, schob Anna den freien Arm um die bebenden Schultern ihres Vaters und drückte ihn an sich. Er war untröstlich und hielt sich schluchzend an ihr fest. Strike und studierten vorgeblich interessiert das Steppich Muster. Roy, sagte Kim schließlich sanft, jeder in diesem Zimmer hat schon mal etwas gesagt oder getan, was er im Nachhinein bitter bereut hat, jeder von uns. Für Strike, der von Roy Phipps weit näher erfahren hatte als erwartet, war es an der Zeit, das Gespräch zu beenden. Phipps war so erschüttert, dass es unmenschlich gewesen wäre, ihn weiter unter Druck zu setzen. Als Roy's Schluchze ein wenig nachließen, sagte Strike farmig, ich möchte Ihnen für dieses Gespräch danken und für den Kaffee, wir lassen Sie jetzt besser in Ruhe. Robin und Strike standen auf, Roy blieb eng umschlummen zwischen seiner Frau und seiner Tochter sitzen. Kim erhob sich, um sie zur Tür zu bringen. Also, sagte Kim leise, als Er hat noch nie, nie so über Margo gesprochen. Selbst wenn sie sonst nichts weiter herausfinden. Danke, das war, das war heisam. Es hatte aufgehört zu regnen, die Sonne war herausgekommen, über dem Wald gegenüber wirbte sich ein doppelter Regenbogen. Strike und Robin traten ins Freie, an die klare, frische Luft. Dann drehte sich Strike noch mal zu Kim um, die in der Tür stehen geblieben war. Dürfte ich Ihnen doch noch eine letzte Frage stellen? Ja, natürlich. Es geht um dieses Sommerhaus-Ding im Garten, den den Kolbers sah. Ich habe mich gefragt, warum dort ein Kreuz in den Boden eingelassen wurde. Ach, sagte Kim, das war Margos Wunsch, das hat Cynthia mir vor Jahren mal erzählt. Margo hatte gerade die Stelle in der St. Jones Praxis bekommen und komischerweise hat auch diese Gegentier eine Verbindung zum Johanniter Orden. Ja, sagte Robin, das habe ich in Hempdencourt gelesen. Also fand sie, es sei eine nette Anspielung auf beides. Wissen Sie, jetzt, da Sie es erwähnen, erstaunt es mich, dass das niemand je hat ändern lassen, denn ansonsten sind sämtliche Spuren von Margo im Haus getilgt worden. Wer war allerdings teuer, gab's drei zu bedenken, die Granitplatten zu entfernen. Stimmt, sagte Kim und ihr Lächeln verblasste, das wäre es wohl. Höedrenne mit unzähligen Häuttern und wogende Wale, gewaltige Strudel, denen die Tierwelt entfleucht, Skolopender mit silbernschuppiger Schale, Monoceren peitschen den Schweif zum Finale, der schreckliche Fisch, der totgleich die See durchschwemmt. Edmund Spencer, die Feenkönigin Bis in den Februar regnete es fast ununterbrochen. Am fünften traf der bis dahin heftigste Sturm auf den Süden. Tausende Häuser waren ohne Strom. Zwischen London und dem Südwesten stürzte ein Abschnitt eines Eisenbahndamms ins Meer. Weite Bereiche des Ackerlands verschwanden unter den Fluten. Aus Straßen wurden Flüsse und in den Spätnachrichten sah man bis zu den Fenstern im Schlamm stehender Häuser sowie Felder, die sich in Meere aus grauem Wasser verwandelt hatten. Der Premierminister sicherte Nothilfen zu, die Rettungsdienste unterstützten die Gestrandeten nach Kräften und hoch auf ihrem Högel über dem überfluteten St. Mors blieb Joan der versprochene Besuch von Stryke und Lucy verwehrt, weil weder mit dem Autor noch mit dem Zug ein Durchkommen war. Stryke sublimierte seine Gewissensbisse, weil er nicht nach Cornwall gefahren war, er das Wetter die Reise unmöglich gemacht hatte, indem er Überstunden anhäufte und mit Schlaf knauserte. In einem Anfall von Masochismus schob er Doppelschichten, damit Barclay und Hutchins zumindest teilweise die Urlaubstage nehmen konnten, die ihnen noch aufgrund seiner vorigen Reisen zu Jones zustanden. Und so saß nicht Hutchins, sondern Stryke in seinem BMW im Dauerregen vor Eleanardins Haus in Stork Newington, als Stryke schließlich auf die stille, dunkle Straße heraus und presste sich die Hand auf die untere Gesichtshälfte. Stryke, der ihn durch ein Nachtglas beobachtete, erhaschte einen Blick auf Eleanardine, die im kuscheligen gesteppten Morgenmantel ihrem Besucher nachwinkte. Der Mann im Jogginganzug eilte auf einen Citran zu, ohne die rechte Hand vom Mund zu nehmen und fuhr sofort los in Richtung Süden. Stryke setzte den Citran nach, in Pentonville, wo Strykes Zielperson parkte und in einem modernen Klinkerbau verschwand, inzwischen mit beiden Händen in den Hosentaschen und ohne, dass an seinem Mund etwas auffällig gewesen wäre, zumindest so weit der Detektiv es erkennen konnte. Stryke wartete noch, bis der Mann im Haus verschwunden war, nagte sich, in welchem Fenster fünf Minuten später Licht anging, fuhr weiter und parkte kurz darauf in der White Lion Street. Es war noch Fui, trotzdem waren die ersten Pendler schon unterwegs und stemmten die Schirme schräg gegen den anhaltenden Wägen. Stryke ließ das Autofenster herunter, denn nicht einmal er als Raucher ertrug den Geruch seines Wagens nach einer nächtigen Observationsschicht. Dann zündete er sich, obwohl seine Zunge vom Rauchen brannte, die nächste Zigarette an und rief Saul Morris an. Alles klar, Chef, Stryke konnte es nicht leiden, wenn Morris ihn Chef nannte, aber er wusste auch nicht, wer ihm beibringen sollte, dass er damit aufhören müsse, ohne dass er sich dabei wie ein Schwachkopf angehört hätte. Ich möchte, dass du das Observationsziel wechselst. Vergiss Wiese für Räutern. Ich bin gerade einem Unbekannten gefolgt, der die Nacht bei Eleanor Dean verbracht hat. Er »Was du über ihn in Erfahrung bringst, sprich mit den Nachbarn, finde heraus, wo er arbeitet, mach dich online über mögliche Interessen schlauer. Ich habe so eine Ahnung, dass wie es Boss und er besuchen. Sie ist du, und genau deshalb bist du der Ober Mufti, du übernimmst eine einzige Nachtschicht und knackst den Pfeil. Stryke wünschte sich auch, Morris würde ihm nicht ständig in den Arsch kriechen. Da, dem er aufgelegt hatte, blieb er noch eine Zeit lang sitzen und rauchte, während der Wind in jeden Zentimeter nackte Haut zwickte und erwägen ihm wie mit Eisnadeln ins Gesicht piekste. Schließlich vergewisserte er sich mit einem kurzen Blick auf die Uhr, dass sein Onkel als Frühaufsteher schon wach war und rief bei Ted an. Alles in Ordnung, Junge, fragte sein Onkel durch die knisternde Leitung. Alles gut, wie geht's dir? Doch, mir geht's gut, sagte Ted, ich frühstücke gerade, Tony schläft noch. Und wie geht's ihr? Unverändert, hält sich wacker. Wie sieht's mit Vorräten aus, habt ihr genug? Reichlich, macht ihr deshalb keine Sorgen, erwiderte Ted, der kleine Dave Paul war gestern hier und hat so viel dagelassen, dass wir eine Woche davon leben können. Wie zum Teufel hat er es Zeug geschafft. Strike wusste, zwischen Paul Wolfs Haus und ihm seiner Tante ein breiter Streifen unter Wasser stand. Er ist gehudert, berichtete Ted fast belustigt. Klar, als hätte er ein seiner Ironman Rennen gemacht, stand auf einmal von Kopf bis Fuß in Ölzeug in der Tür, mit einem Riesen Hucksack voller Lebensmittel. Guter Karl, dein Paul Wolf. Er ist er. Strike schloss kurz die Augen. Nicht Paul Wolf sollte sich um Strykes Tante und Onkel kümmern, sondern er selbst. Er hätte früher hinfahren müssen. Er hatte gewusst, dass das Wetter umschlagen würde, aber inzwischen sondierte er schon seit Monaten mit seinen Schuld Gefühlen, einerseits gegenüber seiner Tante und seinem Onkel, andererseits gegenüber seinen Mitarbeitern und ganz besonders Wobin, denen er so viel zusätzliche Arbeit aufbürdete. Ich komme, sobald die Züge wieder fahren. Das weiß ich doch, Junge, sagte Ted, mach dir um uns keine Gedanken. Ich bin dich jetzt aber nicht hoch zu ihr, weil sie hier verhohe braucht. Ich wich dir natürlich aus, dass du angerufen hast. Sie wird sich freuen. Mit zwischen die Zähne geklemmter Zigarette tippte streitmüder, hungrig und in Gedanken halb bei der Frage, wo er wohl ein Frühstück herbekommen könnte, eine Nachricht an Power Birth, der ihn mit dem Spitznamen ansprach, den er ihm verpasst hatte, seit ein Hai, dem damals 18-Jährigen ein Stück aus dem Arm gebissen hatte. Ted hat Begarde erzählt, was du gestern getan hast. Wie kann ich dir das je vergelten, Hook? als sein Handy vibrierte, überzeugt, dass die Nachricht von Power Werder, der ihn bestimmt fragen würde, wann er sich in so eine Schwuchte oder ein kleines Mädchen verwandelt hatte, Power des Sprache war grundsätzlich frei von jeder politischen Korrektheit, blickte er mit einem erwartungsvollen Lächeln auf das Display. Ted will dich anrufen. Wann passt es dir? Stryke musste die Nachricht zweimal lesen, bis er begriff, dass sie von R stammte. Erst war er fassungslos, dann kochten Zaun und tiefer Groll in seiner Kiele hoch wie erbrochen ist. Leck mich, erklärte er seinem Handy. Mit zusammengebissenen Zähnen bog er aus der Nebenstraße, er fragte sich, warum Rockaby ihm ausgerechnet jetzt zusetzte, dass Streik sich derart um seine Tante und seinen Onkel sorgte, die sich immer schon um ihn gekümmert hatten, selbst als die Verbindung zu ihm noch kein Renommee bedeutet hatte. Es war zu spät für Wiedergutmachung, der Schaden war nicht mehr zu beheben, Blut war eben nicht dicker als verfluchtes Wasser. Die Vorstellung des Joan, mit der er kein Stüttchen DNA teilte, jetzt gebrechlich und umgeben von Fluten in ihrem Haus am Hanfest saß, setzte ihm so zu, dass der Zorn und sein schlechtes Gewissen in ihm sie kündlich heftiger brodelten. Erst Minuten später fiel ihm auf, dass er gerade durch Clerkenball fuhr. Als er ein geöffnetes Café an der St. John Street entdeckte, stellte er seinen Wagen ab, eilte durch den Regen auf Wärme und Licht zu und bestellte sich ein Sandwich mit Tomate und Ei. Er entschied sich für einen Tisch am Fenster und setzte sich mit Blick zur Straße und Auge in Auge mit seinem Spiegelbild, das ihn unrasiert und mit versteinerter Miene aus dem regenfleckigen Fenster anstarrte. Wenn er nicht gerade einen Kater hatte, bekam Strike kaum je Kopfschmerzen, da gerade bildete sich in der linken Schädelhälfte etwas heraus, was verdächtig daran erinnerte. Während er sein Sandwich kauhte, redete er sich ein, er werde sich besser fühlen, sobald er etwas im Magen habe. Danach zog er mit einem zweiten Becher Tee vor sich sein Handy heraus und tippte eine Antwort an R. Die Wockeby ein für allemal zum Schweigen beichte, ohne seinem Vater und seinem Halbbruder zu offenbaren, wie sehr sie mit ihrer Hartnäckigkeit an seinen Nerven zehrten. Ich bin nicht interessiert, es ist zu spät, ich will mich nicht mit dir überwerfen, aber bitte verstehe dieses Nein als endgültig. Er schickte die Nachricht ab und sah sich gleich darauf nach etwas um, was seinem müden Geist Ablenkung verschaffen könnte. Die Geschäfte gegenüber leuchteten in gallem Rot und Pink. Es war kurz voll im 14. Weihnachten nichts mehr gehört, würde sie ihm am Valentinstag wieder eine Nachricht schreiben. Anscheinend wurde ihre Sehnsucht nach Kontakt durch hohe Feiertage oder Jubiläen verstärkt. Automatisch und ohne nachzudenken, aber aus demselben Bedürfnis nach Aufmunterung, das ihn ins Café getrieben hatte, nahm Strike sein Handy wieder zur Hand und rief Robin an, doch bei ihr war besetzt. Er fühlte sich gestresst ein. Wenn er schon mal in Clark Ubal war, sollte er die günstige Gelegenheit nutzen. Das Café lag nur einen kurzen Spaziergang von der ehemaligen Praxis an der St. Jones Lane entfernt. Wie viele der Passanten rätselte er, lebten wohl seit 40 Jahren in dieser Gegend. Die bucklige Alte mit dem groß kavierten Einkaufstolli? Der Mann mit den grauen Koteletten, der war einer von ihnen bei Margot Bambrough Patient gewesen? Erinnerte sich einer von ihnen an einen schmudligen bärtigen Mann, der sowas wie Appleford geheißen hatte und durch genau diese Straßen gestreift war und fremden Passanten erzählt hatte, der habe die Ärztin umgebracht? Strykes gedankenverlorener Blick blieb an einem Mann mit seltsam wiegendem Gang auf der anderen Straßenseite hängen. Das dünne mausgraue Haar klebte regennass an seinem Kopf. Er hatte weder Mantel noch Regenschurm dabei, sondern trug lediglich ein Sweatshirt mit einem Bild von Sonic dem Egel. Der fehlende Mantel, der Ungelenke Gang, die großen kindlich weit aufgerissenen Augen, der halboffene Mund, der stoische Gleichmut, mit dem er zudieß, dass er bis auf die Haut durchnässt wurde, all das deutete auf eine kognitive Beeinträchtigung hin. Gerade als der Mann aus seinem Blickfeld zu verschwinden drohte, klingelte Strikes Handy. Hi, erst du keiner angerufen. Strikes spürte, wie er sich sofort entspannte. Bestimmt hatte der Teer seine Kopfschmerzen gelindert. Er er habe ich für ein kurzes Update. Er erzählte Robin von dem Mann im Jogging Anzug, der die Nacht bei Eleanor Dean verbracht hatte. Und er hat sich die Hand vor den Mund gehalten, als er gegangen ist? Schräg. Ich weiß, in diesem Haus geht definitiv etwas Merkwürdiges vor. Ich habe Mois auf dem Mann angesetzt. Tentenwell liegt direkt neben Clackenwell, da merkte Robin. Und genau dort bin ich gerade, in einem Café an der St. John Street. Ich glaube, Strikes musste gehen. Entschuldige, ich werde an. Ich werde mal versuchen, irgendwas über diese Apple Fouls auszugraben, wo ich schon in der Gegend bin. Vielleicht mache ich jemanden auswendig, der sich an diese Leute erinnert oder weiß, was aus ihnen geworden ist. Und wie willst du das anstellen? Rumspazieren, sagte Strike und spürte im selben Moment sein schmerzendes Knie, mich in ein paar Geschäften umhören, dieser Aussehen, als gäbe es sie schon ewig. Ich war Hö, ach, ich weiß, er musste schon wieder gehen, es ist ein Schuss ins Blau, aber es behauptet nun mal sonst niemand Margot umgebracht zu haben. Du bist doch völlig am Ende. Geh mich schon schlechter, wo bist du gerade? Im Büro, antwortete Robin, und ich hätte ebenfalls Neuigkeiten zu Bamborau, falls du noch Zeit hast. Wozu? sagte Strike, der es nicht Du weißt schon, die Rezeptionistin, die Margot als letzte gesehen hat. Es ist nur eine kurze Mail. Sehr geehrter Mr. Ellicott. Mr.? Bei Robin sind die Leute manchmal unsicher. Ich melde mich bei ihnen im Namen meiner Frau, die sie mit ihrem Schreiben sehr erschüttert haben. Sie hat weder Beweise noch Informationen bezüglich Margot Bamborau und darum wünschen wir auch keinen Kontakt über mein Büro. Unsere Familie lebt sehr zurückgezogen und möchte es auch weiter so halten. Ich möchte Sie um Ihre Zusicherung bitten, dass Sie nicht noch einmal Kontakt zu meiner Frau aufnehmen. Mit Freundlichen Grüßen, Hugo Jobert. Interessant, Stryk kratzte sich am unrasierten Kinn. Warum schreibt Gloria denn nicht selbst zurück? Ist sie zu erschüttert? Ich frage mich, wieso sie so erschüttert oder verärgert ist. Vielleicht beantwortete Robin sich die Frage selbst, weil ich sie über das Büro ihres Mannes angeschrieben habe? Ich hätte es zuvor auf Facebook probiert, aber da hat sie nicht geantwortet. Weißt du, vielleicht sollten wir Anna fragen, ob sie Gloria kontaktieren würde. Marges Tochter könnte ihr Herz vielleicht eher erweichen als wir. Warum entwürst du nicht eine weitere Anfrage, schickst sie an Anna und fragst, ob du sie in ihrem Namen absenden darfst? Gute Idee, sagte Robin, und er hörte sie etwas niederschreiben. Aber es gibt auch noch bessere Nachrichten. Als du vor ein paar Minuten angerufen hast, war ich gerade im Gespräch mit Wilma Bayless zweitältester Tochter Maya, der Schulleiterin. Ich habe so ein Gefühl, dass ich sie zu einem Gespräch überreden könnte. Sie weiß nicht, wie ihre ältere Schwester darauf reagieren wird, aber ich bin guter Hoffnung. Super, sagte Strike, wie ich würde gern mehr über Wilma erfahren. Und ähm, da ist noch etwas, sagt Robin, allerdings könntest du das für ziemlich weit hergeholt halten. Ich habe dir gerade erklärt, dass ich gleich von Tür zu Tür gehen und mich nach einem Irren erkundigen will, der unter Garantie nicht Apple for Peace, sagte Strike und Robin lachte. Okay, also, gestern Abend war ich noch mal online und habe nach Steve Douthwade gesucht und bin dabei auf eine alte Webseite namens Butlins Memories gestoßen. Dort chatten ehemalige Redcats miteinander, tauschen Erinnerungen aus und organisieren Treffen und andere Sachen. Du kannst es dir vorstellen. Also, ein Douthwade oder Jax, wie er sich in Clegg non sea genannt hat, wurde dort zwar nicht erwähnt, aber dafür habe ich ich weiß, ich weiß, das ist wahrscheinlich irrelevant, warf sie ein und keine Ahnung, ob du dich noch daran erinnerst, aber in Was ist Margo Bembro zugestoßen, wurde eine gewisse Julie Wilkes zitiert, es habe sie schockiert, dass Stevie Jax seinen Freunden nie erzählt hatte, dass er in den Fall einer vermissten Frau verwickelt war. Ja, ich kann nicht erinnern, sagte Strike. Also, die Frau ist ertrunken, sagte Robin, und zwar in genau dem Ressort am Ende der Fährensaison 1985. Sie wurde eines Morgens tot im Swimmingpool gefunden. In einem der Chats auf der Webseite diskutieren sie ihren Tod. Die meisten glauben, dass sie betrunken ausgerutscht ist, sich den Kopf angeschlagen hat und in den Pool gestürzt ist. Vielleicht hat Dorf Welt einfach nur furchtbares Pech, aber in seiner Nähe sterben doch auffällig oft Frauen, findest du nicht? Seine verheiratete Geliebte bringt sich um, seine Hausärztin verschwindet und jetzt auch noch diese ertrunkene Kollegin. Wo er auch auftaucht, stirbt jemand eines unnatürlichen Strikes erstörnrund sind hinaus in den Regen. Er wollte gerade fragen, wo in aller Wert sich Dorf Welt wohl versteckt haben könnte, als Robin fast hektisch fort vor, ich wollte dich noch etwas fragen, aber du kannst natürlich ablehnen, gar kein Problem. Mein Mitbewohner Max, du weißt, der Schauspieler, er wurde gerade als Ex-Soldat für eine Fernsehserie gekastet und er kennt selbst niemanden, an den er sich wenden könnte. Er lässt fragen, ob du vielleicht mal zum Abendessen vorbeikommen möchtest, weil er die Gun ein paar Fragen stellen würde. Oh, sagte Strikes mitnichten unangenehm überrascht. Sicher, K. Wann? Ich weiß, es ist kurzfristig, aber würde dir morgen passen? Ich sollte so bald wie möglich sein. Ja, das müsste gehen, antwortete Strikes. Er saß zwar aufgepackten Koffern für seine Van Damme bis zum folgenden Abend instand gesetzt und der Ort wieder erreichbar. Als Robin aufgelegt hatte, bestellte Strikes sich eine dritte Tasse Tee. Er prokrastinierte und er wusste auch warum, falls er tatsächlich durch Clerken wollte ziehen und überall anklopfen und fragen wollte, ob sich jemand an einen Verstorbenen erinnerte, der Jahrzehnte zuvor behauptet hatte, er habe Margot Bambrough umgebracht, dann wäre es hilfreich, wenn er den richtigen Namen des Mannes wüsste und nachdem Janice Beatty immer noch in Dubai weihte, würde er sich wohl oder übel mit Irene Hickson behelfen müssen. Es regnete immer noch unerbittlich, Minute um Minute schob Streik den Anruf vor sich her, sah stattdessen zu, wie Fahrzeuge durch den prassenden Regen fuhren und Fußgänger über die war, sich den Kopf angeschlagen hatte und in einem Swimmingpool ertrunken war. Überall Wasser, hatte Bell Talbot in sein astrologisches Notizbuch geschrieben. Es hatte Streik einige Mühe gekostet, die betreffende Passage zu entziffern. Er hatte sie so interpretiert, dass Talbot eine Anhäufung von Wasserzeichen gemeint hatte, die anscheinend mit dem Tod des unbekannten Skorpions in Verbindung standen. Warum fragte sich Streik, während er noch einen Schluck Tee trank, war der Skorpion überhaupt ein Wasserzeichen? Skorpione lebten an Land, in der Hitze, konnten sie überhaupt schwimmen? Er musste an das große Fischsymbol denken, das Talbot für Ayrin verwendet und irgendwo mal mit Cetus bezeichnet hatte. Streik nahm sein Handy zur Hand und googelte das Wort. Die Konstellation Cetus oder Walfisch war nach Schluck, als er Andromeda vor dem Meeresgott Poseidon rettete. Das Sternbild lag in einer Himmelsregion, die als die See bezeichnet wurde, weil sich dort noch zahlreiche weitere Wasserzeichen befanden, darunter die Fischer, der Wassermann sowie der Steinbock, der auch als Seeziege mit Fischschwanz dargestellt wurde. Wasser überall. Die eines Schiffsschrauber in einem alten Netz verhedderten sich Notizen. Strykes Ansicht nach spiegelte die verhängnisvolle Vermischung von Sinn und Unsinn den Scham der Astrologie selbst wieder, dir schmeichelndes tröstliches Versprechen, dass sich das unermessliche Universum auch für die kleinlichen Sorgen der Menschen interessierte und die Sterne all das bewirken konnten, was sich nicht durch harte Arbeit und Vernunft erreichen ließ. Es reicht, ermahnt er sich streng. Er rief Iwins Nummer auf seinem Handy auf und sah, während er dem Leuten lauschte, im Geist ihr Telefon neben der Potpourri-Schale in dem überladenen Flur mit der rosa geblühten Tapete und dem weichen rosa Teppichboden stehen. Gerade als er halb erleichtert, halb bedauernd zu dem Schuss kam, dass sie nicht zu Hause war, hob sie den Hörer ab. 4459, ihr Trällern kam wie ein Radio-Jingle, auch Joan trug, wenn sie ein Gespräch annahm, stets die Telefonnummer vor, die der Anrufer gerade gewährt hatte. Mrs. Hickson, am Apparat, hier ist Comeran Strike, der ach, hallo, japste sie überrascht, am Nächem, ich habe mich gefragt, ob sie mir vielleicht helfen können. Strike nahm sein Notizbruch zur Hand und schlug es auf. Bei unserem letzten Treffen haben sie einen Patienten der alten St. Jones Praxis erwähnt, der vielleicht Abton oder Apple for Peace, wie sie sagten. Achso, ja, und der behauptete, er habe Marco umgebracht, richtig, fiel sie ihm ins Wort. Er hielt Dorothy am helllichten Tag auf, der also, aber sie hielt das für Unfug, ich sagte zu ihr, und denn er es doch war Dorothy, ich konnte niemanden unter dem Namen finden, der 1974 in der Gegend gelebt hätte, übertönte St. St. Sie und habe mich gefragt, ob sie den Namen vielleicht falsch durchaus möglich könnte sein, sagte Irene, naja, es ist ja auch schon lange her, oder? Haben sie es mal mit der Auskunft probiert, nicht in der Telefonauskunft, korrigierte sie sich sofort, mit Online-Einträgen und so weiter, schwierig, nach jemandem zu suchen, dessen Namen man nicht kennt. St. Reich schaffte es nur mit Mühe, nicht verärgert oder sarkastisch zu klingen. Ich bin zufällig gerade in der Nähe der Clerken Warrot. Sie meinten, er habe dort gewohnt, wenn ich mich recht erinnere. Also, er trieb sich dort immer herum, deshalb nehme ich das an. Er war in ihrer Praxis registriert, nicht wahr? Erinnern Sie sich vielleicht an den Vornamen. Lassen Sie mich nachdenken, es war etwas wie Begelbert oder nein, nein, tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Applethorpe, Appleton, Abton, jeder im Viertel kannte ihn, weil es so seltsam aussah, wird in einem Bart verdreckt und bla bla bla. Manchmal hatte er auch seinen Jungen dabei, allmählich wurde Erwin rätselig, ein wirklich komisch aussehendes Kind. Er, das haben sie mit riesengroßen Ohren, der könnte noch am Leben sein, sein Sohn, er aber inzwischen ist er bestimmt, denn Sie wissen schon, Strike wartete ab, aber offenbar sollte er sich das Ende des Satzes selbst erschließen. Bestimmt, hakte er nach, na, Sie wissen schon, weg, wie weg, in einem Heim oder so, sagte sie leicht ungedeudig, als stellte sich Strike absichtlich dumm. Er könnte doch nie normal irgendwo leben, mit einem drogensüchtigen Vater und einer geistig behinderten Mutter, mir egal, was Jen dazu sagt, Jen hat nicht die gleiche, also, sie kann nichts dafür, ihre Familie hatte andere Standards und sie setzt sie vor Fremden ganz gern in Szene, das tun wir ja allemal gern, aber sie wollen schließlich die Wahrheit hören, oder nicht? Die boshafte Stichelei, die zwischen den unzusammenhängenden Sätzen aufblitzte, was Strike nicht entkann. Haben Sie eigentlich Duckworth gefunden? Dough Wade? Ach, ich bin ja wirklich schrecklich, das passiert beständig, jetzt lief sie sich vollends warm, so wenig begeistert sie von seinem Anruf gewesen war, er war immerhin jemand, mit dem sie reden konnte. Ich würde zu gern wissen, was es ihm geworden ist, wirklich, wenn es je einen zwielichtigen Charakter gab, dann ihn. Jen hat das Giending über unter gespielt, aber auch sie war ein bisschen enttäuscht, als sich herausstellte, dass er verkuppeln, Eddie und ich. Ja, das haben sie erwähnt, aber Männer wollten keine Frau mit Kind und Jen war ein bisschen die Sie wissen schon, wenn eine Frau lang allein war, ich meine nicht direkt verzweifelt, aber anhänglich, Larry störte das nicht, aber Larry war auch nicht glade, ich wollte sie noch etwas anderes fragen, aber selbst er wollte sie nicht heiraten, er hatte eine schlimme Scheidung hinter sich, es geht um Lemmington Spa, in Bogna Weges haben sie schon gesucht, Verzeihung, nach Dorfwede, er ist doch damals nach Bogna Weges gezogen, oder nicht, in diese Eferienanlage, nach Clackton on Sea, korrigierte Streit sie, es sei denn, er war davor in Bogna Weges, wovor, Herr im verfluchten Himmel, wie kommen sie darauf, dass Dorfwede nach Bogna Weges gezogen sein könnte, wiederhote Streit betont und rieb sich die Stirn. Ich dachte, weil nicht er und wann dort, nicht so weit mir bekannt ist, aber wir wissen, dass er Mitte der 80er Jahre in Clackton on Sea gearbeitet hat. Ach, dann was wohl das? Ja, das muss mir immer erzählt haben, das sind eben alles altmodische Seebieder, Sie die Frage verneint hatten. Wie haben Sie denn von seiner Stelle in Clackton on Sea erfahren? Das hat Chen mir erzählt, antwortete Irene nach einer winzigen Pause. Ja, das muss Chen mir erzählt haben, sie war seine Nachbarin, er war ihr bekannter, ja, ich glaube, sie hatte nachgeforscht, wohin er aus der Berserville Road gezogen war, weil sie sich Sorgen um ihn gemacht hatte. Aber das war elf Jahre danach, sagte Strike. Wonach? In Clackton on Sea war er erst elf Jahre nachdem er aus der Percival Road weggezogen war, führte Strike aus, als ich sie beide fragte, ob sie wüssten, wohin er gezogen war. Na, da meinen sie doch heute oder nicht, fragte Irene, wo ihr heute wohnt, und das, das weiß ich wirklich nicht. Haben Sie sich diese Geschichte mit Lemmington Spa näher angesehen? Sie dachte kurz auf, diese ganzen Sehbieder, nein, warten Sie da, das liegt gar nicht am Meer, oder? Lemmington Spa? Aber Sie wissen schon, was ich sagte Strike, Mr. Mammage hat dort definitiv eine Vermisste. Dach, ich meine doch nicht, dass Jen sich so was ausdenken würde. Nein, das, das meine ich nicht, widersprach Irene sich augenblicklich. Ich meine nur, Sie wissen schon, merkwürlich, Margo ausgerechnet dort auftauchen soll, in Lemmington. Haben sie denn irgendeine Verbindung gefunden? fragte sie leicht hin. Oder noch nicht, antwortete Strike und ihnen ist nichts eingefallen, was Margo mit Lemmington Spa verbinden könnte? Mir? Du liebe Goethe, woher soll ich denn wissen, was sie dort wollte? Naja, manchmal werden Erinnerungen wieder wach, wenn wir mit Leuten sprechen. Haben sie seit hier noch mal mit Jen gesprochen? Nein, sagt es Dwight. Wissen sie, wann sie aus Dubai zurückkommt? Nein, manche haben es einfach gut, oder? Ach, ich erdauere nichts, ging ein bisschen Sonne, der Winter ist, ah, aber für Jen ist das hausgeworfenes Geld, sie liegt nicht gern in der Sonne und und auf den Flug in der Economy, die sie dafür auf sich nimmt, kann ich gut verzichten. Ich frage mich, wie es ihr dort geht, sechs Wochen bei ihrer Schwiegertochter, egal wie gut man miteinander auskommt, das ist schon sehr lang, dann will ich sie nicht weiter aufhalten, Mrs. Hickson. Ach, schon in Ordnung, aber na schön, dann viel Glück weiterhin. Danke, er legte auf. Legen passete gegen das Fenster, seufzend hat Strike den längst überfälligen Gang zur Toilette an. Er war gerade dabei zu bezahlen, als er den Mann mit dem Sonic Sweatshirt am Fenster vorbeigehen sah, diesmal auf der Straßenseite des Cafés. Mit zwei prei gefüllten Einkaufstüten in den Händen kehrte er auf dem selben Weg zurück, den er zuvor gekommen war, wieder mit dem selben eigenwilligen wiegenden schwankenden Gang, das nasse Haar an den Kopf geklatscht, den Mund leicht geöffnet. Strike folgte ihm mit dem Blick und musterte besonders die von den großen Ohren triefen den Regentropfen. Im tiefen Kerker hielt das Weib der Unheul sich zur Lust, am Ende schwoll ihr fahler Leib und lag ein Kind an ihrer Brust. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Strike fragte sich, ob er tatsächlich auf einen Glücksfall hoffen durfte, warf ein Trinkgeld auf den Tisch und eilte, während er sich den Mantel überzog hinaus in den Regen. Falls der Mann in dem tropfnassen Sonic Sweatscher tatsächlich das damalige Kind mit den großen Ohren war, das der exzentrische Vater durch die Straßen gezerrt hatte, dann lebte er inzwischen seit 40 Jahren in dieser Ecke von Clark Mova. Und das war gar nicht so abwegig, überlegte Strike, vor allem, wenn er hier Unterstützung fand und seine Welt nur aus ein paar vertaurten Straßen bestand. Der Mann war noch in Sicht weiter und hielt im strömenden Regen auf die Clerkenwell zu, ohne dass er das Tempo angezogen oder irgendeinen Versuch unternommen hätte, sich nicht weiter aufweichen zu lassen. Strike schlug den Mantelkragen hoch und folgte ihm. Ein kurzes Stück weiter auf der St. John Street bog Strikes Zielperson hinter einem kleinen Eisenwarenladen rechts ab in den Orbermore Gebäudefronten zu beiden Seiten. Ihn packte die Neugier. Gleich hinter dem Eisenwarenladen stellte der Mann seine Einkaufstüten auf dem nassen Pflaster ab und kamte einen Schlüssel hervor. Weil Streit sich nirgends hätte verstecken kann, ging er weiter, merkte sich er beim Vorbeigehen die Hausnummer. War es tatsächlich möglich, dass der verstorbene Apple Forb in diesem Haus gelebt hatte? Hatte Streit nicht selbst vielleicht nicht ganz so praktisch wie die Passing Alley und auch nicht so geeignet wie die Wohnungen entlang der Jerusalem Passage, aber weitaus besser als der betriebsame Clerken Maugrin, wo Margot the Montalpette glauben wollte, von dem verkleideten Dennis Creed überwältigt worden war. Streit hörte, wie die Haustür hinter dem großohrigen Entschloss fiel und kehrte augenblicklich um. Die Dunkelbauertür hätte unter dem in Druckboschaben der Name Ephorn Stanz. Konnte das der Name sein, den Irene sich fälschlich als Applethorpe, Appleton oder Abton eingeprägt hatte? Im Nächsten Moment fiel Streit auf, dass der Mann den Schlüssel im Schloss hatte stecken lassen. Mit einem Mal hatte er das Gefühl, er könnte sich bisher allzu ignorant gegenüber den unerforschlichen Ratschlüssen des Universums gezeigt haben. Er zog den Schlüssel ab und drückte auf die Klinge. Drinnen schrillte es laut, ein, zwei Sekunden lang passierte gar nichts. Dann ging die Tür wieder auf und vor ihm stand der Mann mit dem nassen Sonic Sweatshirt. Sie haben den hier im Schoss schicken lassen. Stryk hielt ihm den Schlüssel entgegen. Der Mann sah ihm nicht ins Gesicht, sondern mummete stattdessen den dritten Knopf von Strykes Mantel an. Ich hab das schon mal gemacht. Claire hat gesagt, ich soll das nicht machen. Er streibte die Hand nach dem Schlüssel aus und wollte die Tür wieder schließen. Ich heiße Komme wenn Stryk erkannte ich vielleicht kurz reinkommen und mit Ihnen über Ihren Vater sprechen. Stryk hatte nicht direkt den Fuß in die Tür gestellt, war aber letztes Tod. Ja, sagte Stryk, ich weiß, ich durfte auf seinen Schultern sitzen. Ach ja, ja, hat Mam mir erzählt. Wohnen sie allein? Mit Mam zusammen? Heißt sie Claire? Nein, Deborah. Ich bin Privatdetektiv, sagte Stryk und zog eine Visitenkarte aus seiner Tasche. Ich heiße Common Stryk und würde wirklich gern mit ihrer Mam sprechen, wenn das in Ordnung wäre. Statt die Karte zu nehmen, spähte der Mann sie aus dem Augenwinkel an. Stryk hatte den Verdacht, dass er nicht lesen konnte. Wäre das okay? fragte Stryk, der immer noch im Kalten Regen stand. Äh, ja, okay, sie können allein kommen. Sein Gegenüber sprach immer noch mit Stryks Mantelknopf, zog jetzt aber die Tür auf und ließ den Detektiv ein. Stryk hatte zwar Skrupel, die Schwächen eines Mannes wie Efron auszunutzen, aber die Versuchung, jene Wohnung zu sehen, in der 1974 der selbsternannte Mörder von Margot Bambrough gelebt hatte, war einfach unwiderstehlich. Sorgsam wischte Stryk seine Schuhe einer Fußmatte ab, schob die Tür von innen zu und streifte mit dem Blick mehrere Briefe am Boden, über die der Sohn des Hauses hinweg getrampelt war. Auf einem war ein nasser Schuhabdruck zu säen. Stryk hob sie auf und stieg dann ebenfalls die kahle Holztreppe hinauf, über der eine durchgebrannte nackte Glühbirne hing. Stryk sah in seiner Fantasie das Wunschbild einer Wohnung vor sich, die außer den Bewohnern vierzig Jahre lang niemand betreten hatte, mit verschlossenen Schränken und Zimmern oder gar, auch das war schon vorgekommen, einem offen daliegenden Skelett. Für den Bruchteil einer Sekunde kannte Hoffnung in ihm auf, als er den oberen Treppen Absatz erreichte. Der Herd in der winzigen Küche vor ihm sah tatsächlich aus, als stammte er gerade wegs aus den Siebzigern, genau wie die braunen Wand Fliesen, aber bedauerlicherweise, vom detektivischen Standpunkt ausgesehen, war die Wohnung aufgeräumt und roch frisch und sauber. Auf dem alten Teppichboden mit dem braun-orangefarbenen Wirbelmuster waren sogar Staubsaugersporen zu säen. Die Einkaufstüten standen auspackbereit auf dem verschrammten, aber kürzlich geschrubbten Linoleum. Rechterhand befand sich hinter einer offenen Tür ein kleines Wohnzimmer. Dort hatte der Mann, dem Strike gefolgt war, sich vor eine ältere Frau gestellt, die in einem Sesse Fenster saß und häkelte. Sie riss, verständlicherweise, erschrocken die Augen auf, als sie den großen Fenten in ihrem Flur stehen sah. Der will mit dir reden, teilte der Mann ihr mit. Nur wenn es ihnen reicht ist, Mrs. Athorn, wief Strike vom Flur aus und wünschte sich, Robin wäre hier. Kaum jemand konnte so beruhigend auf verängsigte Frauen einwirken wie sie. Unwillkürlich fiel ihm Janice Bemerkung ein, die Frau habe an Agoraphobie gelitten. Ich heiße Comoran Strike und wollte ihnen ein paar Fragen über ihren Mann stellen, aber wenn ihnen das nicht behakt, bin ich natürlich sofort wieder weg. Nieskite, maulte der Mann laut. Denn zieh dich um, erwiderte seine Mutter, du bist ja ganz nass, wieso hatte dein Mann und bin ich angezogen. in der Wohnzimmerecke. Post bekommen. Strike hielt die feuchten Umschläge in die Höhe. Machen Sie sie auf! Ich glaube nicht, machen Sie sie auf! Sie hatte Sorns große Oven und den gleichen leichten Unterbiss. Abgesehen davon hatte das weiche Gesicht mit den dunklen Augen etwas durchaus Hübsches. Ihr langes, säuberlich geflochtenes Haar war schloh weiß. Sie musste mindestens sechzig sein, hatte jedoch die glatte Haut einer viel jüngeren Frau. Es hatte etwas seltsam Entrücktes, wie sie so abgeschieden von der Außenwelt mit ihrer Häkelnadel am verregneten Fenster saß. Strike fragte sich, ob sie wohl lesen konnte. Er hatte keine Skrupel, die Umschläge zu öffnen, die eindeutig Werbepost enthielten und Tatliege heißen. Sie haben einen Saatgut Katalog bekommen, verkündete er und hielt ihn in die Luft und einen Brief von einem Möbelgeschäft. Die will ich nicht, sagte die Frau an Strikes Beine gewandt. Die können sich hinsetzen. Vorsichtig schlängelte er sich zwischen Sofa und Polstertruhe hindurch, die, wie Strike selbst, viel zu groß für das kleine Zimmer war. Nur mit knapper Not verhinderte er, das Puzzle von der Tour zu reißen und nahm in respektvollem Abstand von der Häkelnden Platz. Der hier, sagte Strikes und hob den letzten Brief hoch, ist für Claire Spencer. Kennen Sie sie? Auf dem Brief war keine Marke. Der Adresse auf der Rückseite zufolge kam er vom Eisenwarenhändler im Erdgeschoss. Claire ist unsere Sozialarbeiterin, sagte sie. Den können Sie auch aufmachen? Ich glaube nicht, dass ihr das Recht wäre, sagte Strikes. Ich lasse ihn für sie liegen. Sie sind Deborah, wichtig? Ja. Soren tauchte in der Tür auf, er war jetzt barfuß, trug aber trockene Jeans und ein frisches Sweatshirt mit Spider-Man auf der Brust. Ich tue die Sachen in den Kühlschrank, verkündete er und verschwand wieder. Soren geht jetzt immer einkaufen, sagte Deborah und sah dabei Strikes Schuhe an. Sie wirkte zerschüchtern, aber nicht abgeneigt, mit ihm zu sprechen. Deborah, ich würde Ihnen gern ein paar Fragen zu Willem stellen, sagte Strikes. Der ist nicht da. Nein, nicht. Er ist tot. Ja, sagte Strikes, mein Beileid, eigentlich bin ich hier, weil von den Ärzten, die damals Dr. Brenner, sagte sie sofort. Sie erinnern sich an Dr. Brenner? Strikes war überrascht. Ich konnte ihn nicht leiten. Also, mir ging es eigentlich um eine Ärztin. Torchte erneut in der Wohnzimmertür auf und fragte ruppig, Wittler eine alte Schokolade oder oder nicht? Ja, antwortete seine Mutter. Wann sie eine alte Schokolade oder nicht? fragte Soran an Strikes gewand. Ja, bitte, sagte Strikes. In Momenten wie diesem ging man besser auf jede freundliche Geste ein. Soran tapperte wieder hinaus. Der Bräuer hielt kurz bei Mekern inne, sich um. An die Wand hinter dem alten Fernseher hatte jemand ein ägyptisches Anch gemalt, das Symbol für das Leben nach dem Tod. Außer um das Anch herum, wo ein Fleck in schmutzigem Grün überlebt hatte, waren die Wände hell gelb gestrichen worden. Auf dem alten Röhrenfernseher stand ein schwarzes Objekt, das Strikes auf den ersten Dick für eine Vase gehalten nahte, dann erkannte er die stilisierte Taube auf dem Deckel, ihn dämmerte, dass es sich um eine Urne handelte, und jetzt verstand er auch, was Deborah gemeint hatte. Ach, sagte Strikes, Gullhams Asche, ja? Ich hab zu Tudor gesellt, er soll die mit dem Vogel nehmen, weil ich Füge mag. Einer der Wellensittich erflatterte wie ein leuchtend grüngelber blitzt durch den Käfig. Wer hat das denn gemalt? Strikes deutete auf das Anch. Gullhams, sagte Deborah und häkelte weiter. Sawan kam mit einem Blechtablett in den Händen ins Wohnzimmer. Nicht auf mein Pullje, warnte ihn seine Mutter, nur dass es keine andere freie Abstellfläche gab. Soll ich vielleicht, erbot sich Strikes und deutete auf das Puzzle, allerdings war auch auf dem Boden nirgends Platz, um es dort abzulegen. Das macht man zu, erklärte Deborah ihm leicht vorwurfsvoll, und erst da fiel Strike auf, dass die Puzzle matte Flügel hatte, die man zuklappen konnte, um das Puzzle zu schützen. Wieder tat er wie geheißen und Sawan stellte das Tablett darauf ab. Deborah schob ihre Hekelnadel vorsichtig in das Wollknäuel und ließ sich von ihrem Sohn einen Becher mit Instant Trinkschokolade und einem gefüllten Schokokeks in Plastikfolie geben. Den Batman Becher bietet Sorn für sich. Strike nahm einen Schluck. Sehr lecker, sagte er, was nicht völlig gelogen war. Ich mach gute heiße Schokolade oder Deborah, fragte Sorn und wickelte seinen Schokokeks aus. Ja, sie bliech Dampfwölkchen aus ihrem Becher. Ich weiß, es ist schon lange her, setzte Strike wieder an, aber es gab damals eine Ärztin, die mit Dr. Benner zusammengearbeitet hat. Sorn Effen lachte gackernd. He, Benner, Wein, weineiter Schmutzfink! Strike sah ihn überrascht an. Sorn gänzte das gesicherte Puzzle an. Warum war er ein alter Schmutzfink? wollte der Detektiv wissen. Hat mein Onkel Tudek gesagt? Erwiderte Sorn. Ein alter Schmutzfink! Der für mich! Er kliff nach dem an Claire Spencer adressierten Umschlag. Nein, sagte seine Mutter, der ist für Claire. Warum? Ich glaube, sagte Strike, er ist von ihrem Nachbarn unten. Der Blödmann! Sorn legte den Brief wieder hin. Nur wegen dem haben wir alles wegwerfen müssen, oder Deborah? Mir gefällt es jetzt besser, sagte Deborah milde, so ist es viel schöner. Für den Fall, Saul noch etwas sagen wollte, ließ Strike ein, zwei Sekunden verstreichen, fragte dann aber erneut, wie kam ihr Onkel Tudor darauf, dass Joseph Brenner ein alter Schmutzfink war? Tudor hat alles über alle gewusst, sagte Deborah bedächtig. Und Tudor war Willems Bruder, erklärte Deborah, er hat alles über alle Leute hier gewusst. Besucht er sie noch? fragte Strike, meinte aber die Antwort schon zu kennen. Ist dahingeschieden ins Himmelreich, leierte Deborah, als wäre es ein einziges langes Wort. Früher war er immer für uns einkaufen und ist mit Zorn zum Furchtball gegangen und zum Schwimmen. Jetzt die ich immer einkaufen, mäddete Zorn sich zu Wort. Manchmal will ich nicht einkaufen, aber wenn ich nicht gehe, dann kriege ich Hunger und dann sagt Deborah, du bist schuld, dass wir nicht zu essen haben und dann gehe ich einkaufen. Sehr klug, sagte Strike. Alle drei nahmen einen Schluck Schokolade. Job, wenn er alter Schmutzfink, wiederhutte Zorn ein wenig lauter. Onkel Tudor hat mir Geschichten erzählt, von der alten Betty und dem, der nicht bezahlen wollte, wenn er der alte Schmutzfink. Ich konnte ihn nicht leiden, sagte Deborah leise. Er wollte, dass ich meine Hose ausziehe. Wirklich? fragte Strike. Auch wenn es sich dabei mit Sicherheit um eine medizinische Untersuchung gehandelt hatte, war ihm die Vorstellung unangenehm. Ja, er wollte mich anschauen, sagte Deborah, und ich wollte es aber ich mag es nicht, wenn mich Männer anschauen, die ich nicht kenne. Sicher, das kann ich verstehen, sagte Strike. Sie waren krank, oder? Wilhelm hat gesagt, dass ich es machen muss, war ihre einzige Antwort. Wenn er noch bei der Special Investigations Branch gewesen wäre, hätte eine Ermittlerin an diesem Gespräch teilgenommen. Strike fragte sich, wie hoch Deborahs IQ sein machte. »Sind Sie je Dr. Bambro begegnet?« fragte er. »Sie war auch eine Ärztin.« »Ich bin nie bei einer Ärztin gewesen,« sagte Deborah fast bedauernd. »Wissen Sie, ob Wilhelm Dr. Bambro kannte?« »Sie ist gestorben?« sagte Deborah. »Ja,« »Ja«,« erwiderte Strike überrascht, »die Leute glauben jedenfalls, dass sie gestorben ist, aber sicher weiß das nie. Einer der Wellensittiche brachte das vom Käfig nach Baume der Glöckchen zum Läuten. Wo Deborah als auch Soren drehten sich lächelnd zu dem Käfig um. »Welche war es?« fragte Deborah. »Blui«,« antwortete Soren, »Blui ist schlauer als Billy Sobald sich beide Effons wieder auf ihre heiße Schokolade konzentrierten, teilte er ihnen mit, »Dr. Bambrough ist damals verschwunden, und ich möchte herausfinden, was mit ihr passiert ist. Ich habe gehört, dass Gwen über Dr. Bambrough gesprochen haben soll, nachdem sie verschwunden war. Deborah reagierte nicht, schwer zu sagen, ob sie ihm überhaupt zuhörte oder ihn ignorierte. »Ich habe auch gehört,« sagte Strike, früher oder später würde er es ohnehin aussprechen müssen, dass Wilhelm manchen Leuten erzählt hat, er habe sie umgebracht. Deborah sah kurz zu Strike's linkem Ohr und dann wieder in ihre heiße Schokolade. »Sie sind wie Tudor,« sagte sie, »Sie wissen, was los ist. Wahrscheinlich hat er das gemacht,« ergänzte sie sanftmütig. »Sie meinen,« tastete Strike sich vor, das hat er den Leuten erzählt. »Hat mein Willhelm Dad seine Zauberei mit ihr gemacht?« wurde Soren von seiner Mutter wissen. »Mein Willhelm Dad hat die Lady nicht umgebracht. Mein Onkel Tudor hat mir erzählt, was passiert ist. Was hat ihr Onkel denn erzählt?« wandte sich Strike von der Mutter an den Sohn, doch Soren hatte sich soeben einen weiteren Schoko-Keks in den Mund gestopft, und Deborah ergriff das Wort. »Einmal hat er mich geweckt, als ich geschlafen hab. Da war es noch dunkel. Er hat gesagt, ich hab aus Versehen eine Lady umgebracht. Ich hab gesagt, du hast bloß geträumt, und er hat gesagt, nein, nein, ich hab sie umgebracht, aber ich hab das nicht gewollt. Er hat sie geweckt, um ihnen das zu erzählen. Er hat mich aufgeweckt, und er war ganz aufgeregt. Aber sie glauben, dass es nur ein Albtraum war? Ja, sagte Deborah, doch dann ergänzte sie, aber vielleicht hat er sie doch umgebracht, weil er zaubern konnte. Verstehe, er wandte sich wieder an Saan. Was hat dir Onkel Tudor denn genau erzählt? Was war mit der Ärztin passiert? Sag ich nicht, Saan gränzte ihn an, erzählen keinem. Er feizte wie ein Kobalt, so sehr freute er sich, dass er ein Geheimnis hatte. Das hat mein Gwilheim Dad gemalt. Er zeigte auf das Anch an der Wand. Ja, das hat ihre Mutter mir schon erzählt. Ich kann es nicht leiden, sagte Deborah sanft und drachtete das Zeichen. Ich mag es lieber, wenn alle Wände gleich sind. Ich mag entgegnete Sorn, weil es anders ist als die anderen Wände, du Dumme, fügt er ohne jeden Zusammenhang hinzu. Hat ihr Onkel Tudor, ob Strike erneut an, dass Sorn stand unvermittelt auf und ging zur Tür, wo er kurz stehen blieb und laut verkündete, Claire sagt, es ist schön, dass ich noch Sachen von Wilhelm habe, dann verschwand er in seinem Zimmer und Deborah. Wissen Sie vielleicht, was Tudor erzählt hat, was mit der Ärztin passiert sein könnte? Sie schüttelte desinteressiert den Kopf. Strike warf einen hoffnungsvollen Blick auf Sorns Zimmertür, dass sie blieb zu. Können Sie sich noch erinnern, wieso Wilhelm dachte, er habe die Ärztin umgebracht? fragte er Deborah. Er hat gesagt, die Zauberei hat sie umgebracht und sie Zimmertür ging wieder auf und er kam ins Wohnzimmer zurück gestapft. Er hielt ein Buch ohne Einband in der Hand. Deborah, das ist doch das Zauberbuch von meinem Wilhelm Dad, oder? Ja. Sie hat inzwischen die heiße Schokolade ausgetrunken, stellte den leeren Becher ab und nahm ihre Hegel Arbeit wieder auf. Stumm streckte Sorns Strike das Buch hin. Zwar hatte sich Dass er das Buch gezeigt bekam, war sicher ein Zeichen der Wertschätzung und Strike betterte es mit höchst interessierter Miene durch, weil er noch mehr Fragen an Zorn hatte und ihn um jeden Preis bei Laun eilten wollte. Nach ein paar Seiten stieß er auf einen braunen Schmierfleck, hielt inne und nahm ihn genauer in Augenschein. Es war vermutig getrocknetes Blut und quer über ein paar Zeilen geschmiert worden. Hierzu will ich eines noch anmerken, und zwar dass jene, die in ihren Schlafer wandeln geleitet durch keinen anderen Geist als den Geist des Blutes, das heißt, des äußeren Menschen, dadurch auf und ab gehen, Geschäften nachgehen, Mauern Erklemmen und Dinge bedagstelligen können, die denen, die wach sind, unmöglich sind. Mit dem Buch kann man zaubern, erklärte Sorn, aber das ist mein Buch, weil es meinem Griller und Dad gehört hat, und darum gehört es jetzt mir. Er streckte die Hand aus, um es wieder einzukassieren, ehe Strike das Buch genauer untersuchen konnte. Strike gab es ihm zurück, und Sorn presste es sich mit einer Hand an die Brust, während er mit der anderen nach seinem dritten Schoko-Keks griff. Das reicht, Sammy, sagte Deborah. Ich war im Regen und hab sie gekauft, maute Sorn, ich kann mir so viele nehmen, wie ich will, du dumme, du blöde. Wütend trat er gegen die gepolsterte Truhe und schlug sich schmerzhaft den nackten Fuß, was seine je kindische Wut zusätzlich befeuerte. Mit rot angelaufenem Gesicht sah er sich im Zimmer um. Strike hatte den Verdacht, dass er nach etwas Ausschau hielt, was er gleich umwerfen oder kaputt machen könnte. Seine Wahl fiel auf die Bänz ich mach die Käfig auf, brote er seiner Mutter und richtete den Finger auf den Käfig. Er ließ das Buch aufs Sofa fein, kletterte auf die Sitzfächer und richtete sich auf. Nein, nicht, der Brabbe kam sofort Angst. Mach das nicht, Sammy, und ich reiß das Fenster auf. Sammy versuchte, das Sofa zu überqueren, nur dass Strike ihm im Wege saß. Ach, du Blöde, nein, Föhn, nicht, flehte Deborah ihn an. Sie wollen den Käfig nicht öffnen. Strike stand auf und stellte sich davor. Sie wollen doch nicht, ihre Wellensittiche wegfliegen. Sie kommen nicht wieder. Das weiß ich, sagte Sorn, die letzte Daudi wieder gekommen. Angesichts des wohlbekommneten Widerstands schien seine Wut so schnell zu verrauchen, wie sie aufgeflammt war. Vom Sofa aus erklärte er mürrisch, ich war im Regen, ich hab sie gekauft. Haben Sie Claires Telefonnummer? fragte Strike Deborah. In der Küche? Sie fragte nicht, wozu er sie brauchte. Können Sie mir zeigen, wo die Küche ist? fragte Stry Sorn, obwohl er es genau wusste, die Wohnung war insgesamt nicht größer als Arwin Hicksons Wohnzimmer. Sorn starrte sekundenlang sturmrunzelnd auf Strikes Bau. Na gut, er lief über das Sofa zurück, landete mit einem donnernden Sprung, unter dem das Bücherregal erbebte auf dem Boden und hechtete auf die Kekse zu. Lief er seiner Mutter mit den Händen voller Kekse zu. Ich hab sie, Sofa und Polstertruhe vor, blieb kurz stehen, um den Magus aufzuheben, den Sorn hatte fallen lassen und schob ihn sich unter den Mantel. Deborah saß friedlich häkert am Fenster und bemerkte von alledem nichts. An der Küchenwand pinnte an einer Reißzwecke eine kurze Liste mit Namen und Nummern. Strikes war erleichtert, dass es anscheinnd mehrere Menschen gab, denen Deborahs und Sorns Wohlergehen am Herzen lag. Wer sind diese Leute? fragte er, aber Sorn zuckte nur mit den Schultern und Strikes sah sich in seinem Verdacht bestätigt, dass Sorn nicht lesen konnte, so stolz er auch auf sein Buch gewesen war. Er fotografierte die Liste mit dem Handy ab und drehte sich wieder zu Sorn um. Es wäre wirklich hilfreich, wenn sie sich daran erinnern könnten, was ihr Onkel über die Ärzten gesagt hat. Ha 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 Sorn wickelte den nächsten Schokokeks aus. Verrat dich aber nicht. Ihr Onkel Tudor muss ihnen wirklich vertraut haben, wenn er es ihnen erzählt hat. Eine Weile kaute Sorn stumm vor sich hin. Dann schluckte er und erklärte mit stolz vorgeregtem Kinn Ja, es ist gut, wenn man jemanden hat, dem man wichtige Dinge anvertrauen kann. Sorn schien diese Feststellung zu gefallen. Er sah Streik erstmals ins Gesicht und auf den wirkte es fast, als würde Sorn es genießen einen weiteren Mann in der Wohnung zwar haben. Das da hab ich gemacht, sagte er unvermittelt, trat an die Spüler und hob einen kleinen getöpferten Becher mit einer Spülbürste und einem Schwamm Dienstags gehe ich in den Kurs, da machen wir Sachen, Vanjit ist unser Lehrer. Sehr gute Arbeit, Streik nahm ihn den Becher aus der Hand und studierte ihn eingehend. Wo waren sie, als ihr Onkel ihn erzählt hat, was mit Dr. Bembrow passiert ist? Beim Fußball, sagte Sorn, und den, den hab ich auch gemacht. Er zog einen hölzernen Rahmen vom Kühlschrand, der einsittig auf dem Finger. Sehr gute Arbeit, lobte Streik ihn erneut. Ja, Sorn nahm ihm den Bilderrahmen ab und klatschte ihn zurück an den Kühlschrank. Hanjit hat gesagt, das war der Beste, wir waren beim Fußball und ich hab gehört, wie Onkel Judah es seinem Freund erzählt hat. Aha, und dann, dann hat er zu mir gesagt, erzähl das bloß keinem. Richtig, sagte Streik, aber wenn sie es mir erzählen würden, könnte ich vielleicht der Familie dieser Ärztin helfen, sie seien wirklich traurig und vermissen sie sehr. Sorn wagte einen weiteren flüchtigen Blick ins Dwights Gesicht. Sie kommt nicht wieder, keiner wird wieder lebendig, wenn er mein Tod war. Nein, sagte Streik, trotzdem wäre es schön, wenn die Verwandten wüssten, was passiert ist und wohin jemand verschwunden ist. Mein Wilhelm Dad ist unter der Brücke gestorben. Er und mein Onkel Tudor im Krankenhaus. Sehen Sie, sagte Streik, es ist gut, dass Sie das wissen, oder? Ja, ich weiß, was passiert ist. Genau, Onkel Tudor hat gesagt, das war Nico und seine Jungs. Es klang fast gleichgültig. Den Verwandten dürfen sie das sagen, aber sonst keimen. In Ordnung. In Streiks Kopf überschlugen sich die Gedanken. Wusste Tudor auch, wie Nico und seine Jungs es angestellt haben? Nein, ihr hatt nur gewusst, dass sie es waren. Sorn griff nach dem nächsten Schokokeks. Offenbar war für ihn damit alles gesagt. Äh, durfte ich noch die Toilette benutzen? Klo? fragte Sorn mit vollem Mund. Ja, das Klo. Wie die übrige Wohnung war auch das Bad, alt, aber sauber. Die grüne Tapete mit dem rosa Flamingo Muster stammte zweifelsohne aus den Siebzigern und galt mittlerweile vierzig Jahre später wieder als angesagter Kitsch. Streik zog den Medizinschrank auf, entdeckte ein Päckchen mit Rasierklingen, zog eine heraus, löste mit einem glatten Schnitt die blutverschmierte Seite aus der Magus und schob Das haben Sie auf dem Boden liegen lassen. Oh, sagte Sorn, danke, Sie lassen die Wellensittiche doch in Frieden, wenn ich gehe, oder? Sorn sah zur Decke auf und klinzte leicht. Und? hakte Streik nach. Ja, antwortete Sorn mit einem Säufzer. Streik trat an die Wohnzimmertür. Ich gehe jetzt Mrs. Effin, sagte er laut. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Wiedersehen, erwiderte Deborah, ohne den Blick zu heben. Streik lief die Treppe hinunter und trat auf die Straße. Kurz blieb er im Regen stehen und dachte nach. Er stand so reglos da, dass eine Passantin sich nach ihm undrehte. Dann hatte er sich entschieden, wandte sich nach links und er trat die Eisenwarenhandlung unter der Wohnung der Effons. Hinter der Theke blickte ein mürrischer, grauhaariger Mann mit Schurze auf. Das eine Auge war größer als das andere, was ihm ein eigenartig bösartiges Aussehen verlieh. Morgen, erklärte Streik forsch, ich komme gerade von den Effons, ich nehme an, Sie wollen mit Claire Spencer sprechen. Und wer sind Sie? fragte der Eisenwarenhändler Heid überrascht Heid Barsch. Ein Freund der Familie, sagte Streik, darf ich fragen, warum Sie Briefwahn ihre Sozialarbeiterinnen ihren Briefschlitz werfen? Weil die in diesem verfluchten Dütjal an, die als Telefon gehen, knurrte der Eisenwarenhändler, und mit denen zu reden, bringt jawohl nichts. Dabei zeigte er hoch zur Decke. Gibt es ein Problem, bei dem ich vielleicht helfen kann? Wohl kaum, sagte der Eisenwarenhändler kurz angebunden. Wahrscheinlich kaum die, dass doch jetzt alles bestens ist, denn welcher Schaden, wurde Strike wissen. Der Eisenwarenhändler gab bereitwillig Auskunft. Die Wohnung im ersten Stock erklärte er, sei schon seit einer Ewigkeit ein Gesundheits Risiko, vollgestopft mit Plunder, der sich über die Jahre angehäuft habe, ein Magnet für Ungeziefer, und wenn es auf dieser Welt Gerechtigkeit gäbe, sollte nicht er die Kosten dafür tagen müssen, dass er im wahrsten Sinne des Wortes unter zwei bekloppten Wohnmisser. Sie reden von Freunden von mir, ging Stripe dazwischen, dann übernehmen Sie doch die Kasten, knurrte der Eisenwarenhändler, behärten Sie die Unsummen für den Kammerjäger, meine Decke hängt durch, so schwer ist das Gerümpel da oben, ich war gerade dort und das ist alles, weil sie letzten Monat alles ausgeräumt haben, nachdem ich ihnen erklärt hatte, dass ich sie verflucht doch mal vor Gericht bringen würde, kaum droht man mit einer Anzeige, schon kommen irgendwelche Cousins aus Leeds angerauscht, bis dahin, bei denen alles scheißegal und als ich am Montagbaum zurückkomme, ist alles ausgeräumt, verschlagen ist Pack, wollten sie nicht, dass die Wohnung entrümpelt wird, ich will für meine Ausgabe entschädigt werden, Bauschäden, die Enttück Rechnungen, diese zwei sollten nicht unbeaufsichtig zusammenleben, die können das nicht, die gehören in ein Heim, ich gehe vor Gericht, wenn ich muss, ein freundschaftlicher Wart, sagt es dreiglöchert, wenn sie irgendwas unternehmen, was auf die Efferns bedrohlich wirten könnte, sorgen ihre Freunde dafür, dass sie vor Gericht landen, ein schönen Tag noch, und damit ging er zur Tür. Dass die Wohnung der Efferns kürzlich von hilfsbereiten Verwandten ausgerannt worden war, ließ darauf schließen, dass Margot Bembrows derbliche Überreste nicht dort versteckt worden waren. Andererseits hatte Streik einen Blutfleck und ein Gerücht aus der Wohnung mitgenommen und das war wesentlich mehr als das, womit er eine Stunde zuvor gerechnet hatte. Er war zwar immer noch nicht bereit, diese Wendung mit übernatürlicher Intervention zu erklären, aber er musste zugeben, dass seine Entscheidung, heute an der St. John's Street zu frühstücken, mindestens eine glückliche Fügung gewesen war. Doch bald hat sich des Wetters Zorn gelegt und wieder weit aus lenken sie den Schritt. Doch wunderbar, zu keinem Ausgang trägt sie jetzt der Rosse rasch gespounter Tritt. In üder Irre schweift durch Rang und Dorn der Ritt Edmund Spencer die Feenkönigin Am Freitagmorgen um halb sieben riss der Wecker Robin aus einem Traum, in dem Matthew zu ihr in die Wohnung in Altscourt gekommen war und sie angefleht hatte, zu ihm zurück zu kehren. Er sei ein Idiot gewesen, hatte er gesagt, ihr versprochen, sich nie wieder über ihren Jock zu beschweren, und sie bekniet, sich ehrlich einzugestehen, wie sehr sie vermisse, was sie aneinander gehabt hätten. Er hatte sie gefragt, ob sie wirklich in einer Mietwohnung leben wolle, ohne die Gesellschaft und Sicherheit, die ein Ehepartner ihr bieten könne, und Robin hatte tatsächlich den Drang verspürt, ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen, wie sie gewesen war, ehe ihr Job bei Strike sie verkompliziert hatte. Matthew, in ihrem Traum auch wesentlich jünger und netter, hatte seine Affäre mit Sarah Shedlock als Irrtum, als Fehltritt, als bedeutungslosen Ausrutscher abgetan, und was immer er gesagt hatte, war vom albernen Kichern einer blassen jungen Frau quittiert worden, Robins Mitbewohnerin, die Matthew in sämtlichen Punkten beipflichtete. Erst als sie den Wecker abgestellt und die Müdigkeit abgeschüttet hatte, dämmerte es Robin, dass die Mitbewohnerin aus ihrem Traum große Ähnlichkeit mit Cynthia Phipps gehabt hatte. Sie setzte sich auf, während sie noch überlegte, weshalb sie den Wecker so früh gestellt hatte. Im Licht der Morgendämmerung nahmen die cremefarbenen Wände ihres Zimmers einen fliederblauen Ton an. Erst Sekunden später fiel ihr wieder ein, dass Strike für heute erstmals seit zwei Monaten eine Teamsitzung mit einen Mitarbeitern anberaumt und Robin gebeten hatte, eine Stunde vor den anderen zu kommen, damit sie noch über den Fall Bambrough sprechen konnten. Sie war todmüder, doch das war dieser Tage mehr oder weniger ständig der Fall. Sie duschte und zog sich an, stellte sich beim Schließen der Knöpfe ungeschickt an und brauchte eine Weile, bis sie sich daran erinnerte, wo sie ihr Handy hingelegt hatte. Den Fick auf ihrem Pullover bemerkte sie erst, als sie unfroh, weil sie so früh hatte aufstehen müssen und über das Leben an sich bereits auf halber Treppe zur Küche war. Dort saß Max im Morgenmantel über ein Kochbuch gebeugt am Esstisch. Der Fernseher lief. Der Moderator im Frühstücksfernsehen fragte gerade, ob der Valentinstag eine zynische Kommerzveranstaltung sei oder eine Gelegenheit für Paare darstelle, ihre Beziehung mit längst überfälliger Romantik aufzupetten. Hat kommen ein irgendwelche Allergien oder so? fragte Max wie heute Abend fügte er hinzu, als Robin ihn verwirrt ansah. Achso, sagte sie, nein, er ist alles. Bei einer Tasse schwarzem Kaffee warf sie einen Blick in ihr E-Mail Prastfach. Leicht erschrocken entdeckte sie eine Nachricht ihrer Anwälte mit dem Betreff Mediation. Judith hatte einen Terminvorschlag geschickt, Mittwoch, den 19. März in einem guten Monat. Sofort sah Robin Matthew vor sich, wie er mit seinem Anwalt sprach, seinen Terminkalender konsultierte und wie immer nach Mitteln und Wegen suchte, Druck auf sie auszuüben. Leider bin ich im kompletten kommenden Monat beruflich stark eingebunden. Dann stellte sie sich vor, wie sie sich in Anwesenheit ihrer jeweiligen Anwärte in einem Konferenzraum gegenüber saßen und Panik und Wut stiegen in ihr auf. Willst du nichts frühstücken? fragte Max, der immer noch in seinem Kochbuch vertieft war. Später, sagte Robin und klickte das E-Mail-Programm zu. Dann nahm sie ihren Mantel von der Sofalene. Max, du weißt noch, dass mein Bruder und eine Freundin übers Wochenende kommen, oder? Mich, dass du sie viel zu Gesicht bekommen wirst. Sie wollen hier nur übernachten. Nein, kein Problem, murmerte Metz war aber in Gedanken ganz bei seinen Rezepten. Robin tat in den köhenfeuchten Morgen hinaus. Erst als sie den U-Bahnhof schon erreicht hatte, fiel ihr auf, dass sie ihr Portemonnaie vergessen hatte. Verdammt! Normalerweise war Robin ordentlich, effizient und organisiert. Solche Fehler unterliefen ihr selten. Mit wehendem Haar rannte sie zurück und fragte sich mit wachsender Panik, wo ihr Portemonnaie sein mochte, ob es ihr womöglich aus der Tasche gefallen oder gestohlen worden war. Unterdessen hüpfte der Schlaftob Miss Strike aus der Dusche in seiner Wohnung an der Denmark Street. Seine Augen waren gerötet und er war ebenso erschöpft wie Robin. Die Woche, in der er Barclays und Hutchins Schichten übernommen hatte, saß ihm in den Knochen und er bedauerte beinahe, dass er Robin gebeten hatte, so früh ins Büro zu kommen. Als er gerade seine Hose anzog, klingerte sein Handy. Als er Teds und Johns Nummer auf dem Display sah, war ihm sofort Angst und Banner. Ted, hi Comoran, kein Grund zur Panik, ich, ich wollte dich nur auf den neuesten Stand bringen. Lass hören, sagte Strike, der mit nacktem Oberkörper frierend im kalten grauen Licht stand, das durch die zu dünnen Vorhänge seiner Dachgeschoss Wohnung fiel. Es geht ihr gerade nicht besonders, Crenza würde sie am liebsten ins Krankenhaus schicken, aber davon will Joanie nichts wissen, sie ist noch im Bett, sie gestern ist sie überhaupt nicht aufgestanden, Ted versagte die Stimme, sie war zu schwach. Scheiße, murmelte Strike und setzte sich schwer auf sein Bett. Okay, Tette, hier, ich bin schon unterwegs. Unmöglich, sagte sein Onkel sofort, hier ist alles überflutet, das Crenza kann, sie sagt, dass sie die Schmerzen auch zu Hause in den Güfter kommt, sie splitzt ihr Medikamente, Joan ist kaum noch, Crenza glaubt nicht, dass sie, also dass sie, sie glaubt das, er konnte die Tränen nicht länger zurück halten, nie sofort, aber, dich der Lage, sagt sie, ich komme, sagt es strikefest entschlossen, weiß Lucy schon Bescheid, ich hat zuerst dich ich melde mich wieder, sobald wir uns etwas überlegt haben, einverstanden? strike legte auf und rief Lucy an. Oh Gott, nein, keuchte seine Schwester, als er ihr Tads Neuigkeiten nicht dann übermittelte. Stick, ich kann jetzt nicht weg, Greg sitzt in Wales fest. Was zum Teufel macht er in Wales? Er ist beruflich dort. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Wann kommt er überflutet? Ich miete uns seinen Geländewagen oder sowas in der Art. Notfalls wird Powerwolf uns mit dem Boot ab. Ich rufe zurück, sobald ich alles organisiert habe. Strike zog sich an, machte sich Tee und Toast, trug beides ins Büro hinunter, stellte es auf den gemeinsamen Schreibtisch und rief Ted zurück. Ohne auf dessen Widerrede einzugehen, teilte er ihm mit, dass Lucy und er am Sonntag kommen würden, ob es ihm nun gefiele oder nicht, auch wenn er deutlich hören konnte, wie sehr sich sein Onkel nach ihnen sehnte, wie verzweifelt er die Angst und die Trauer, die auf seinen Schultern lasteten, mit ihnen teilen wollte. Als nächstes rief er bei Dave Powerworth an, der mit Strikes Plan hundertprozentig einverstanden war und versprach, mit einem Boot, Schlepptrossen und nötigenfalls Taureausrüstung zur Stelle zu sein. Sonst hab ich sowieso nichts vor, ein beschissener Arbeitsplatz steht unter Wasser. Anschließend telefonierte Strike mehrere Autovermieter durch, bis es ihm endlich gelang, einen Geländewagen aufzutreiben. Er war gerade dabei, seine Kreditkartennummer durchzugeben, als eine Nachricht von Robin eintraf. Tut mir leid, musste nochmal zurück, hatte mein Portemonnaie vergessen, bin unterwegs. Strike hatte bereits völlig vergessen, dass sie vor der Teambesprechung über den Fad Bambrow reden wollten. Sobald er am Telefon fertig war, kamte er die blutverschmierte Seite aus der Margus hervor, die er in eine Plastiktüte gesteckt hatte, und öffnete eine Webseite, die er tags zuvor entdeckt hatte. Anschließend rief er ihren Dienstplan auf, um nachzusehen, welche Schichten nach Cornwall fahren zu können. Sein Blick blieb am Eintrag für den heutigen Abend hängen, Essen bei Max. Das hat ihm gerade noch gefehlt, aber weil er erst am Vortag zugesagt hatte, konnte er diesen Termin schlecht wieder absagen. Im selben Augen bickerte Robin, die im Bahnhof Tottenham Court load gerade immer zwei Stufen auf einmal nehmend die Rolltreppe hinauf lief, das Handy in ihrer Tasche klingeln. Ja, keulte sie ins Telefon, während sie mit den vielen anderen der hetzten Pendlern auf den Ausgang zulief. Heraufs, es war ihr jüngerer Bruder. Hi, sie hielt ihre Oistercard an die Ausgangsschranke. Alles klar? Ja, alles prima, antwortete Jonathan, obwohl er weit weniger fröhlich kann, als bei ihrem letzten Gespräch. Hör mal, wär's okay, wenn ich noch jemanden zum Tottenham Court Road, wo seit nunmehr dreieinhalb Jahren eine Kreuzung zur Sharon Crossroad gebaut wurde. Sie hoffte, dass sie sich verhört hatte. Ich bring noch jemanden nid, wiederholte Jonathan. Ist es okay? Es schilft auf dem Boden, macht ihm nichts aus. Oh John, ichste Robin und eilte die Sharon Crossroad entlang. Wir haben nur ein Schlafsofa. Ich sag doch gerade, Keilsch schilft auf dem Boden, das macht ihm nichts aus. Ist doch kein Problem, oder? Eine weitere Person? Na meinetwegen, seufzte Robin, aber es bleibt bei zehn Uhr, oder? Womöglich sind wir schon früher da, erwiderte Jonathan. Wir überlegen gerade, ob wir nicht ein paar Vorlesungen sausen lassen und einen anderen Zug nehmen. Na ja, das Problem ist, sagte Robin, dass Comrennen zum Essen vorbeikommt, weil Max mit ihm reden Finalität und so. John, das geht nicht, Max muss mit Comrennen wegen einer Rolle sprechen und ich trabe auch nicht, dass das Essen für drei weitere, macht ihr da mal keine Sorgen, es sollt wir vorher kommen, bringen wir uns von unterwegs etwas mit. Sie wusste beim besten Willen nicht, wie sie ihm beibringen sollte, dass er erst nach dem Essen erwünscht war. Sobald sie aufgelegt hatte, beschleunigte sie. Sie wusste aus Erfahrung, dass Jonathan dazu neigte, sie zu verspäten und hoffte inständig, dass sie genügend Züge verpassen würde, um am Ende doch zum ursprünglich vereinbarten Zeitpunkt in London anzukommen. Als sie um die Ecke huschte und in die Denmark Street einbog, sah sie vor sich Saul Morris in Richtung Büro gehen. Er hatte einen kleinen, in Papier gewickelten Strauß aus rosa Gaber in der Hand. Wehe die sind für mich. Herr Rotz, sagte er und drehte sich um, als sie ihn einholte. Oh je, da hat wohl jemand verschlafen, Kissen abdrücke. Er tippte sich auf seine Wange. Wobben war so müde gewesen, dass sie beuchlings und wie ein Stein geschlafen hatte. Sie vermutete, dass sich auf seine geraden weißen Zähne aufblitzen. Angeblich kriegt sie von ihrem Mann nie was zum Valentinstag. Schleimer, dachte Robin. Ihr war nicht entgangen, dass er sie schon wieder Wobbs genannt hatte. Ein weiteres Indiz dafür, dass sein nachweihnachtliches Unbehagen in die Gegenwart in den vergangenen sieben Wochen nachgelassen hatte. Wenn sie nur ebenso leicht das hartnäckige, unvernünftige, aber nichtsdestoweniger Display bereitet hatte. Im selben Moment sah der gestresste Strike oben im Büro gerade auf die Uhr, als sein Telefon anfing zu klingeln. Für einen Anruf seines alten Freundes Nick Hölbert war es ungewöhnlich Fui. Strike, der sofort mit einer weiteren Hiobs Botschaft rechnete, nahm den Anruf mit düsterer Vorahnung entgegen. Alles klar, Hogi? Nick klang, als hätte er sich eben erst heiser geschrien. Ja, sicher, sagte Strike, der glaubte, Stimmen und schritt auf der Eisentreppe vor dem Büro zu hören. Was gibt's? Doch nichts, sagte Nick. Wie wär's mit dem Peint heute Abend? Nur wir beide. Geht leider nicht, tut mir leid, sagte Strike mit ehrlichem Bedauern. Ich hab schon was vor. Okay, wie wär's damit heute Mittag? Hättest du Zeit? Klar, warum nicht? Strike konnte weil Scott eine kurze Auszeit gebrauchen, um bei einem Peint ausnahmsweise nicht über die Arbeit, die Familie oder seine hundert anderen Probleme nachdenken zu müssen. Durch die offenstehende Tür sah er, wie Robin das Vorzimmer betrat. Saw Morris folgte ihr mit einem Blumenstrauß in der Hand. Strike schloss die Zwischentür. Erst allmählich stellte sein müdes Gehirn eine Verbindung von den Blumen zum heutigen Datum her. Moment mal, bist Leute nicht mit irgendwelchem Weintienstagsscheiß beschäftigt? fragte er. Dieses Jahr nicht, erwiderte Nick. Kurz haschte Schweigen. Für Strike waren Nick und Ilza Gastroenterologe respektive Anwältin stets das glücklichste Paar in seinem Bekanntenkreis gewesen. Zig Mal hatte er in ihrem Haus in der Octavia Street Zuflucht gesucht. Ich erkläre es sie bei einem Peint, sagte Nick. Ich kann eins gebrauchen, irgendwo bei dir in der Nähe. Sie vereinbarten Ort und Zeit. Dann legte Strike auf und sah erneut auf die Uhr. Von der Stunde, in der er mit Robin über den Fall Bambrough hatte sprechen wollen, waren noch 15 Minuten übrig. Er zog die Tür auf. Warte, wir haben nicht viel Zeit. Tut mir leid, sagte Robin und schlüpft ins Büro. Hast du meine Nachricht bekommen wegen dem Portemonnaie? Ja, sagte Strike, schloss die Tür von Morris Nase und deutete auf die Seite aus der Magus, die er auf Robins Schreibtisch Schäfte gelegt hatte. Die habe ich bei den Äffens aus einem Buch gerissen. Nach seinem Besuch bei dem Eisenwarenhändler hatte er Robin telefonisch mitgeteilt, dass er auf die Äffens gestoßen war und sie hatte ihm aufgeregt gratuliert. Dass er jetzt so schlechte Laune hatte, ärgerte sie. Lag es an ihrer Unpünktlichkeit? Sie hatte sich Überstunden eingelegt, um Strikes Arbeit und ihre eigene zu erledigen, sowie die feinen Mitarbeiter zu koordinieren und sich nach Kräften bemüht, ihn nicht noch zusätzlich im Stress auszusetzen, jetzt, da seine Tante im Sterben lag, war es dazu viel verlangt, ihr einen Moment menschlicher Fehlbarkeit zuzuwestehen? Draußen betraten Barkley und Hutchins das Vorzimmer und sie erinnerte sich wieder daran, dass sie vor nicht allzu langer Zeit die Assistentin gewesen war und Strikes ihr zu Beginn ihrer Partnerschaft deutlich dargelegt hatte, was er von einer gleichberechtigten Ermittlerkollegin erwartete. Zweifellos glaubte jeder der Männer am Vorzimmer für Robins Position besser als sie qualifiziert zu sein. Schweigend setzte sie sich, nahm die Seite zur Hand und überflog die Zeilen mit dem Blutfleck. Im Text wird auf Blut erwähnt, nicht weiß. Wie frisch muss Blut sein, damit man es noch analysieren kann? Die älteste erfolgreich untersuchte Probe, von der ich weiß, war über 20 Jahre alt, sagt es Trag. Wenn das Blut aus der Zeit vor Wilhelm Athens tot stammt, ist es ein gutes Jahrzehnt Dann versuche ich jemanden aufzutreiben, der das da für uns analysiert, vielleicht dieser Rechtsmediziner, den Vanessa mal gedatet hat. Wie ist er noch? Oliver, antwortete Robin, Sie sind mittlerweile verlobt. Genau der, Herr. Außerdem habe ich noch etwas Interessantes erfahren, als ich mit Zorn gesprochen habe. Er erzählte ihr von Onkel Tudas Vermutung, dass Nico und seine Jungs Margo Bambro umgebracht hätten. Nico glaubst du Nicolo Mucki Witschi? Jede Wetter, sagtest Waig. Er wohnte in der Nähe und war sicher im Viertel bekannt, obwohl anscheinend niemand aus der Praxis begriffen hat, wer da plötzlich bei ihrer Weihnachtsfeier auftauchte. Ich weiß nicht, wie zuverlässig Deborahs und Sorens Gedächtnis ist. Daher habe ich der Sozialarbeiterin, die sich um die Äffens kümmert, eine Nachricht hinterlassen und Schenker wollte sich wegen Witschi schlau machen. Allerdings habe ich noch nichts von ihm gehört. Vielleicht sollte ich ihm mal Beine machen. Er streckte die Hand aus. Robin gab ihm die blutbeschmierte Seite zurück. Übrigens habe ich C.B. Oakden gefunden. Was? Wie? Gestern Abend, sagte Strack. Ich habe darüber nachgedacht, dass Irene ständig Namen durcheinander bringt. Douth Wade und Duckworth Evan Applethorpe. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Leute oft an ihrem alten Namen orientieren, wenn sie sich einen neuen suchen. Er drehte seine Computer Bildschirm so, dass sie etwas sehen konnte. Er hatte das Foto eines Mannes mit verren Alters mit Sommersprossen und etwas zu eng zusammenstehenden Augen aufgerufen. Das Haar lichtete sich anmählich, reichte aber noch, um die schmale Stirn zu bedecken. Die Ähnlichkeit mit dem Jungen, der auf Margot Bambrows Kill Party in die Kamera gefeizt hatte, war vage zu erkennen. Sie las den zugehörigen Artikel. Der fängende Strafe für Gewohnheits Betrüger, erschütternder Vertrauensmissbrauch. Ein notorischer Hohstapler, der mehrere verwitwete ältere Damen binnen zwei Jahren um insgesamt mehr als 75.000 Zeit worden. Der als Carl Oaken geborene Bryce Noakes 49, wohnhaft in Fortune Street Clerkenwell, hatte neun vertrauensselige manipulierbare Frauen dazu gebracht, ihm ihren Schmuck und ihr Geld anzuvertrauen. In einem Fall bedief sich die Summe der Ersparnisse auf 30.000 Pfund. Noakes wurde von Lord Justice MacReeve als durchtriebene und arglistige Person bezeichnet, die die Gutgläubigkeit der vorzugten Zier des gut gekleiderten und eloquenten Noakes gehörten alleinliebende Witwen, denen er anbot, ihren Schmuck schätzen zu lassen. Er überredete sie, ihm die kostbaren Stücke anzuvertrauen, angeblich um Experten Gutachten anfertigen zu lassen. Des weiteren gab er sich gelegentlich als Beamter der Stadtverwaltung aus und behauptete, dass die Hausbesitzerin mit der Gemeindesteuer im Rückstand sei und ein Starrverfahren Ohr. Mittels täuschend echtwirkender Unterlagen haben sie diese leicht zu beeinflussenden Frauen unter Druck gesetzt und dazu gebracht, Geld auf ein von ihnen eröffnetes Konto zu überweisen, so Lord Justice McReeve bei der Urteilsverkündung und Chief Inspektor Grant richtet sich an die Öffentlichkeit. Einige der betroffenen Damen schäbt, sich zu sehr, ihren Familien zu beichten, dass sie diese Person ins Haus gelassen hatten. Wir gehen davon aus, dass es weitere Opfer gibt. Wenn sie Noakes auf diesem Bild wiedererkennen, möchten wir sie dringend bitten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Sein Name ist falsch geschrieben, sagt Robin. Da steht Oakden statt Oakden. Deshalb ist der Artikel bei der einfachen Google-Suche auch nicht aufgetaucht, stellt es Drag fest. Was Robin wiederum als unterschwellige Kritik verstand, immerhin war es ihre Aufgabe gewesen, Oakden ausfindig zu machen. Sie warf einen Blick auf das Erscheinungsdatum des Artikels. Er war fünf Jahre zuvor veröffentlicht worden. Er müsste inzwischen wieder auf freiem Fuß sein. Ist er auch, sagte Strike und drehte den Monitor in seine Richtung, gab mehrere Wörter ein und schwenkte ihn abermals zu ihr um. Ich habe eine weiteren Variation in seines Namens gesucht und – Strike hatte die Autorenseite eines gewissen – Karl O'Brice auf Amazon aufgerufen. Neben den von ihm verfassten Titeln war ein Bild desselben Mannes zu sehen, der auch in dem Zeitungsartikel abgebildet war, nur etwas älter, mit höherer Stirn und tieferen Falten um die Augen. Er hatte die Daumen in die Jeans Taschen geschoben und trug ein schwarzes T-Shirt mit einem Reis ist Lebensberater, erfolgreicher Unternehmer und preisgekrönter Schriftsteller. Er schreibt über Männerthemen wie Maskulismus, Vaterrechte, Ginozentrismus, die psychische Gesundheit des Mannes, die Privilegierung der Frau und toxischen Feminismus. Aus persönlicher Begegnung mit dem ginozentrischen Familiengerichtssystem, kultuwell verankerter Misandrie und der Ausbeutung des Mannes verfügt Karl über die Erfahrung und das Handwerkszeug, um Männer aller Gesellschaftsschichten zu einem gesünderen, glücklicheren Leben zu verhelfen. In mehreren preisgekrönten Büchern untersucht Karl den verheerenden Einfluss des modernen Feminismus auf die Redefreiheit, auf Arbeitsbedingungen und die Rechte des Mannes sowie auf die Kernfamilie. Bobbin warf einen Blick auf die unter der Biografie abgebildeten Bücher. Die amateurhaften Cover zeigten kostümierte Frauen in fast pornografischen Posen. Auf »Vom Männesang zum Familiengericht«, eine Geschichte des Genozentrismus war eine spärlicht bekleidete Blondine mit Krone auf einem Thron zu säen und auf »Verleundet, der moderne Krieg gegen die Männlichkeit« hatte eine Brünette in einer Latex-Nazi-Uniform den Zeigefinger auf die Kamera gerichtet. »Er hat auch eine eigene Webseite«, sagte Strike und drehte den Bildschirm wieder zu sich um. Er schreibt Bücher im Selbstverlag, berät Männer an Sorgerechtsfragen und vertickt Proteinshakes und Vitamina. Der wird sich die Chance, mit uns zu reden, nicht entgehen lassen. Sieht mir nicht aus wie der Typ, der irgendwas anbrennen lässt, wenn er PR oder Geld wittert. Apropos, fragte Strike, was ist da eigentlich aus der Frau, die Margot angeblich am Fenster? Amanda Laws, fiel Robin ihm ins Wort. Ich habe angeboten, ihr die Ausgaben zu erstatten, wenn sie zu uns ins Büro kommt. Sie hat noch nicht geantwortet. Dann versuche es weiter, sagte Strike. Dir ist klar, dass wir schon seit sechs Monaten Ja, ist mir klar, sagte sie. Ich kann zählen. Sie konnte die Augenbrauen hoch. Tut mir leid, sagte sie, bin nur müde. Das bin ich auch, aber mir ist außerdem bewusst, dass wir mehrere wichtige Personen immer noch nicht gefunden haben. Sedge will zum Beispiel. Daran arbeite ich noch, sagte Robin, sah auf die Uhr und stand auf. Ich glaube, sie warten schon auf uns. Weshalb hat Morris Blumen dabei? wollte Strike wissen. Für Pat, zum Weint Dienstag. Und warum in aller Welt? Robin hielt an der Tür inne und drehte sich zu Strike um. Ist das nicht offensichtlich? Dann verließ sie den Haum. Strike unzelte die Stirn und fragte sich, was genauso offensichtlich war. Ihm wollten nur zwei Gründe einfallen, warum man einer Frau Blumen kaufte, weil man mit ihr Sex haben wollte oder um an einem Tag, an dem Blumen Erwartet wurden, keine Kritik dafür einstecken zu müssen, dass man keine gekauft hatte. In diesem Fall schien keiner dieser Gründe zuzutreffen. Das restliche Team saß bereits in einem gedrängten Kreis im Vorraum, Hutchins und Barclay auf dem Kunstledersofa, Moise auf einem der Plastik Klappstühle, die angeschafft worden waren, als die vorhandenen Sitzplätze nicht mehr ausgereicht hatten, und Pat auf dem Bürodrehstuhl, auf dem sie sonst auch immer saß. Somit blieben den beiden Geschäftsführern, nur zwei Weite war unbequeme Plastikstühle. Robin fiel auf, dass die drei Männer sofort ihre Unterhaltung einstellten, als Strike den Arm betrat. Bei der Besprechung, die sie ohne ihn geleitet hatte, hatte sie warten müssen, bis Hutchins und Morris mit ihrem Geplauder über einen gemeinsamen Bekannten bei der Polizei, der sich der Bestechung schuldig gemacht hatte, fertig gewesen waren. Die an Gänseblümchen erinnernden Rosa Gerbera standen in einer kleinen Vase auf Pets Schreibtisch. Strike streifte sie mit dem Blick, ehe er die Besprechung eröffnete. Borket, fangen wir mit Wiese an. Moise, hast du was über den Typen im Jogginganzug herausgefunden? Ja, hab ich, Moise konsultierte seine Ritizen. Er heißt Barry Fischer, geschieden, ein Kind, Betreiber von Wiesels Fitnessstudio. Strike, Barkley und Hutchins verliehen ihrer Wertschätzung und ihrem Interesse mit sonorem Gebrummel Ausdruck. Robin begnügte sich mit einem leichten Zucken der Augenbrauen. Erfahrungsgemäß interpretierte Moise selbst die kleinste Freundlichkeit und das harmloseste Kompliment als Einladung mit ihr zu flarten. Also war ich mal dort und hab ein Probetraining vereinbart, fuhr Morris fort. Bei einer Trainerin wetten, dachte Robin. Während ich noch mit der Trainerin rede, sehe ich ihn, wie er homstolziert und mit den Mädels quatscht. Also, so wie er eine der Frauen auf den Crosstrainern angeguckt hat, ist der Car definitiv hetero. Chef, wenn du keine Einwände hast, gehe ich am Montag wieder hin und sehe mal, was ich über ihn herausfinden kann. Sehr gut, sagte Strike, unsere erste richtige Spur, eine Verbindung zwischen Wiesel und dem, was in Eleanor Dins Haus vor sich geht. Es tut vielleicht nicht zur Sache, aber Eleanor hat gestern Morgen eine Amazon Lieferung bekommen, sagte Robin, die Eleanors Haus zwei Abende zuvor aus ihrem Land Rover observiert hatte. Zwei riesige Kartons, sie schienen nicht schwer gewesen zu sein, trotzdem. Werden Wert noch angenommen, fiel ihr Morris ins Wort, zwanzig Pfund, dass sie eine Domina ist. Mir schleierhaft was so toll daran sein, so ausgepeitscht zu werden, sagte Barclay nachdenklich, wenn ich scharf auf Schmerzen bin, wo sie doch einfach nur vergessen, den Müll rauszubringen. Und ein bisschen mal drohenhaft die eine schlanke Forn-Silhouette in die Luft und Morris lachte. Ei, die Geschmäcker sind verschieden, stellte Barclay fest. Ein alter Army-Kobbe von mir hat nichts oder 80 Kio auch nur eines Blickes gewürdigt. Wir haben ihn den Speckflüsterer genannt. Die Männer lachten, Robin lächelte, bei Barclay sie ansah und weil sie Barclay mochte, war aber zu müde und niedergeschlagen, um das Ganze wirklich lustig zu finden. Pat trug eine Männersind ebenso Miene der resignierten Toleranz zur Schau. Leider muss ich am Sonntag wieder nach Cornwall, sagte Strike. Ich weiß das. Scheiße, wie willst du denn nach Cornwall kommen? fragte Barclay. Der Wind ruttete an den Bürofenstern. Geländewagen, antwortete Strike. Meine Tante liegt im Sterben. Wie es aussieht, hat sie nur noch wenige Tage. Robin sah Strike erschrocken an. Ich weiß, dass das für euch eine zusätzliche Belastung bedeutet, fuhr Strike in geschäftsmäßigem Ton fort, aber es geht gerade nicht anders. Wir sollten wie Bär auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Morris soll den Carles dem Fitnessstudio unter die Lupe nehmen, die anderen observierenden Schichten Eleanor dienen. Wenn sonst niemand mehr Fragen hat, die Männer schüttelten den Kopf und Robin, die zu müde war, um die Amazon Kartons erneut zu erwähnen, schwieg ebenfalls. Dann kommen wir jetzt zu Postkarte. Da hab ich Neuigkeiten, verkündete Barclay lakonisch. Sie arbeitet wieder und ich hab mit ihr gesprochen, mit deiner Museumsführerin, fügte er an Robin Gewand hinzu. Klein, große runde Brillen, hab ihr ein paar Fragen gestellt. Was Licht in James Duffield Harlings Landschaftsbildern, sagte Barclay. Was laufst du denn, wer ihrer Meinung nach die Champions League gewinnt? Strick lachte und diesmal stimmte Robin mit ein, insgeheim froh, dass Morris sich zum Affen gemacht hatte. Ei, ich hab Schild neben seine Porträt gelesen, bin um die Ecke und hab ihn gegoogelt, sagte der Schatte. Ich wollte das Gespräch irgendwie aufs Thema Wetterlenken. Wir unterhalten uns also über Lichteffekte und bedrohliche Wolken am Himmel und so und nach ein paar Minuten redet sie plötzlich über unseren Wetterfrosch und wird ganz rot im Gesicht. Erwähnt, dass er letzte Woche ein Zuschauerfoto als Tönneresk bezeichnet hat. Barclay wandte sich Robin zu. Sie ist es eindeutig. Sie hat ihn nur deshalb erwähnt, weil es ihr Spaß macht, seinen Namen auszusprechen. Sie ist Postkater. Verdammt gute Arbeit, sagte Strike. Die Ehre gebührt Robin, bemerkte Barclay. Sie hat den Pass reingegeben, ich hab nur verwandelt. Danke Sam, sagte Robin mit Nachdruck ohne Strike anzusehen, der sowohl ihren Tonfall als auch ihre Miene bemerkte. Auf wieder wahr, sagte Strike. Gute Arbeit, alle beide. Strike war sich bewusst, dass er während der Besprechung des Bambrough-Fights zu grob mit Robin umgesprungen war. Er versuchte es wieder gut zu machen, indem er sie fragte, welchen der Klienten auf ihrer Warteliste sie jetzt, da der Fall Postkarte so gut wie aufgeklärt war, als nächstes dann nehmen sollten. Robin entschied sich für die Rohstoff Brokerin, die ihren Mann verdächtigte, mit dem Kindermädchen zu schlafen. Na schön, sagte er. Beth, Doch, ich hätte noch was, sagte Hutchins, der normalerweise wortkargste Mitarbeiter der Detektei, wegen dieser Filmrolle, die ich der Matt zuspielen sollte. Ja, fragte Strike, gibt es etwas Neues? Mein Kumpel hat gestern Abend angerufen, der ist leider nichts zu machen, eine strafrechtliche Verfolgung wird es nicht mehr geben. Und warum nicht? fragte Robin schärfer als Man kann keine Ankrage auf einem Ring aufbauen, der nur einen Moment lang unscharf zu sehen ist. Hat dein Kontaktmann nicht gesagt, die Filmrolle sei bei einer Razzia in einem von Mucki Richies Bordellen gefunden worden? hackte Robin nach. Das vermutet er, stellte Hutchins richtig. Die Rolle ist uralt, wurde erst in einem Schuppen und dann auf einem Dachboden aufbewahrt und ging durch Hundert Hände. DNA Spuren kann man also vergessen. Es ist aussichtslos. Ein Jammer, sagte er gleichgültig. Aber so ist es nun mal. Strike hörte, dass auf dem Schreibtisch im anderen Zimmer sein Handy klingelte. Weil er einen weiteren Anruf von Ted befürchtete, entschuldigte er sich, ging hinüber und schloss die Tür hinter sich. Die Nummer des Anrufers war unterdrückt. »Komme ins Strike? Na lo kommer in«, sagte ein ihm unbekannte heisere Stimme. Hier ist Johnny. Es folgte ein Augenblick der Stille. Dein Vater fickte Rockabee hinzu. Dass Strike's müdes Gehirn voll auf mit Joan, dem offenen Fan der Deliktei, seinem schächten Gewissen, weil er seine Partnerin etwas rüder behandelt hatte und schließlich mit den logistischen Herausforderungen angesichts seiner Rückkehr nach Cornwall beschäftigt war, erwiderte er erst einmal nichts. Durch die Tür hörte er, dass die anderen immer noch über die Filmwolle diskutierten. »Ich will nur ein bisschen plaudern«, sagte Rockabee, wenn es die Gerde passt. Strike beschlich ein Gefühl der Entkörperlichung, der Loslösung von allem, vom Büro, seiner Erschöpfung und den Problemen, die ihm gerade noch so wichtig erschienen waren. Ihm war, wäre nichts mehr real, außer seinem Adrenalin und dem alles beherrschenden dran, Rockabee eine Lektion zu erteilen, die er so schnell nicht vergessen würde. »Ich höre«, sagte er, widerstelle. »Bürst auf«, hob Rockabee an, dem hörbar unbehaglich zumute war. »Wie quatschen mal unter vier Augen statt am Telefon? Ach Scheiße, ist schon viel zu lange her, da ist so jetzt genug so gehst so nicht weiter, dieser beschissene Streit oder was sie da haben. Stryke schwieg. »Komm mal bei mir vorbei«, sagte Rockabee, »komm rüber und wir reden und ach, du bist so kein Kind hier, alles hat zwei Seiten, nichts ist nur schwarz oder weiß. Wieder hielt er inne, Stryke sagte immer noch nichts. »Ich bin nicht stolz auf dich, willst du das?« fuhr Rockabee fort, »ich bin wirklich scheiß stolz auf dich, was du geleistet hast und er verstummte mitten im Satz. Stryke starrte reglos die leere Wand vor sich an, hinter der Pat gerade über eine Bemerkung lachte, die Morris gemacht hatte. »Pass auf«, wieder rote Rockabee, er war es gewohnt zu bekommen, was er haben wollte, es hat sich nun ein Hauch Ungedeut in seine Stimme schlich. »Ich verstehe dich wirklich, aber scheiße noch mal, was soll ich denn machen? Ich kann nicht die Zeit zurückdrehen. Er hat mir erzählt, was du gesagt hast, aber es gibt einiges, was deine Mutter und ihre beschissenen Affären angeht, wovon du keine Ahnung hast. Komm noch mal auf den Drink vorbei, dann klären wir das. Außerdem fügte Rockabee bedeutungsschwanger hinzu, kann ich dir vielleicht helfen, vielleicht kann ich dir ja irgendwie aushelfen als Friedensangebot, ich bin für Vorschläge offen. Im Vorzimmer verabschiedeten sich Hutchins und Barkley von den anderen, um zu ihren jeweiligen Observierungen aufzubrechen. Robin hatte den Rest des Tages frei und ihre schrecklich gar nach Hause gefahren, aber Morris war geblieben, plauderte mit Pat und harte zweifellos darauf, sie zur U-Bahn zu begleiten. Sie tat so, als hätte sie Papierkorn zu erledigen, stöberte in einem Aktenschrank und wartete darauf, dass sich Morris endlich aus dem Storb machte. Und mit einem Mal war Stweigs Stimme aus dem Nachbarbüro zu hören. Robin, Pat und Morris drehten sich gleichzeitig um. Mehrere Blätter glitten aus einer Matte, die Robin schief auf den Aktenschrank gelegt hatte und segelten zu Boden. Und du kannst mich am Arsch schlacken? Bevor Robin einen ratlosen Blick mit Morris oder Pat wechseln konnte, ging die Zwischentür auf. Stryke sah besorgniserregend aus. Er war keide bleich im Gesicht, schien außer sich verwut zu sein und keuchte schwer. Er stürmte durch den Raum, schnappte sich seinen Mantel und im nächsten Moment waren seine Schritte auf der Eisentreppe zu hören. Robin sammelte die Unterlagen wieder ein. Scheiße, sagte Morris grinsend, ich will echt nicht wissen, wie es dem am anderen Ende der Leitung geht. Null Selbstbeherrschung, bemerkte Pat, die markwürdig zufrieden wirkte. Das war mir von Anfang an klar. Und wie ein Wort, das andere ergab, ward Handgemengen der langen Rede Frucht. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Robin fiel keine höfliche Ausrede ein, die Morris davon abgehalten hätte, sie zur U-Bahn zu begleiten. Und so musste sie sich zwei anzüttliche Witze anhören und ihn wegen ihrer Pläne für den Ballendienstag belöden. Sie konnte sich nur zu gut vorstellen, wie Morris reagieren wolle, wenn er er führe, dass Wahrungsaustausch über ihre Scheidungsanwälte zu treffen nicht gehört und verabschiedete sich am unteren Ende der Rolltreppe von ihm. Auf dem Weg nach Auscourt dachte sie müde und leicht deprimiert weiter über Morris nach. Kam sein unbestreitbar blendendes Aussehen beim anderen Geschlecht tatsächlich so gut an, dass er wie selbstverständlich davon ausging, auch bei ihr Sympathien zu wecken? Oder war Robin an ihrer Lage selbst schuld, indem sie aus Höflichkeit und um des Team Zusammenhalts willen der sowieso schon hoffnungslos überlasteten Delektei keine weiteren Probleme bereiten wollte? Lächelte sie deshalb tapfer, wann immer er einen blöden Witz machte, statt klarzustellen, ich kann dich nicht ausstehen, aus uns wird nie etwas. Als sie die Wohnung betrat, stieg ihr der hochbekommene Duft von Rotwein und vor sich hin köchelndem im Ofen stand und Wolfgang so nah, wie es die Hitze zuließ, vor der Ofentür lag. Er erinnerte Robin an den Fan eines Popstars, der nachts im Freien kampierte, nur um einen Blick auf sein Idol zu erhaschen. Statt sich hinzulegen und vor dem Essen noch ein paar Stündchen zu schlafen, kochte sich Robin immer noch gekränkt, angesichts von Strikes Andeutung, sie habe bislang wieder Amanda Lawrence zu einem Treffen bewegen noch Prozentspül ausfindig machen können, einen weiteren Kaffee, klappte ihren Laptop auf und setzte sich an den kleinen Esstisch. Nachdem sie Amanda Lawrence eine weitere E-Mail geschickt hatte, wief sie Google auf. Vor ihren Augen verwandelten sich die Buchstaben des Logos in pastellfarbene herzförmige Bonbons mit Slogans wie »Ich hab dich lieb, Traumprinz und Blind Date«. Aus irgendeinem Grund musste sie an Charlotte Campbell denken. Selbstverständlich wäre es für eine verheiratete Frau gerade heute äußerst schwierig, ihren Liebhaber zu treffen. Und wen, fragte sich Robin, hatte Strike am Telefon eigentlich so wüst beschimpft? Robin machte sich auf die Suche nach Satchwell. Sie beschloss es, mit Strikes Trick zu versuchen, der ihn auf C.B. Oakdens Spur gebracht hatte und veränderte die Reihenfolge von Satchwells Vornamen. Paul und Leonard probierte alle möglichen Initialen und Buchstabendreher aus, doch die Treffer, die er die Suchmaschine ausspuckte, waren alles andere als vielversprechend. Hatte sich Magus Künstler in der engen Jeans und dem üppigen Brusthaar im Lauf von vier Jahrzehnten wirklich in Leos Satchwell verwandelt, einen rundlichen Mann mit Ziegenbart und getöten Brillengläsern der Oldtimer sammelte? Wohl kaum, entschied Robin, nachdem sie zehn Minuten auf Leo verschwendet hatte. Nach den Fotos auf seinem Facebook-Profil zu urteilen, die ihn an der Seite anderer Autosammler zeigten, war er gerade mal 1,50 groß. Ein Brian Satchwell aus Newport hatte einen Silberblick und war fünf Jahre zu jung, blieb Colin Satchwell aus Eastbourne, der einen Antiklitätenladen besaß. Sie suchte gerade nach einem Bild von Colin, als sie hörte, wie die Haustür aufging. Minuten später betrat Max mit einer Tüte voller Einkäufe die Küche. Was macht die Schmorbraten? fragte er. Dem geht's gut, sagte Robin, die kein einziges Mal nachgesehen hatte. Aus dem Weg, Wolfgang, verbrennst du dich noch, sagte Max und zog die Ofentür Robin ihren Laptop. Irgendwie kam es ihr unhöflich vor, dazusitzen und weiter zu tippen, während direkt neben ihr jemand kochte. Wahrscheinlich ein alter Tick, nachdem Matthew immer allergisch reagiert hatte, wenn sie Arbeit mit nach Hause gebracht hatte. Max, es ist mir wirklich schrecklich unangenehm, aber mein Bruder bringt einen weiteren Freund mit. Gar kein Problem, sagte Max und verstaute die Einkäufe, außerdem kommen sie früher als geplant, wursprunglich hätten sie nicht schon zum Essen da sein sollen, Nazi sind herzlich eingeladen, der Schmorbraten reicht für acht, Andy wollte ich den Rest einfrieren, aber wenn wir alles aufessen, soll mir das genauso recht sein. Das ist wirklich furchtbar nett von dir, sagte Robin, aber du wolltest doch unter vier Augen mit kommen entsprechen. Ich mit meinem Einsiedlerleben Schluss ist. Ah, sagte Robin, okay. Sie hatte Bedenken, ob die Gruppe harmonieren würde, redete sich jedoch ein, sie sei nur aus Müdigkeit so pessimistisch. Sie zog sich in ihr Zimmer zurück und verbrachte den Rest des Nachmittags mit der Suche nach einem Foto von Colin Satchwar. Gegen sechs Uhr stieß sie nach ausliebiger Recherche auf der Webseite einer Kirchengemeinde in Eastbourne auf ein Bild von ihm. Dort schien der kopulente Mann mit dem schütteren Haar dem Kirchenvorstand anzugehören. Mit dem von ihr gesuchten Künstler hatte er keinerlei Ähnlichkeit. Dann war es höchste Zeit, sich unzuziehen und Max in der Küche zu helfen. Als sie gerade den Laptop zukappen wollte, traf eine neue E-Mail ein. In der Robin nur ein schnelles Update. Ich habe eine Anfrage an meine beiden Kontakte weitergeleitet. Der Mann vom Justizministerium war optimistischer, als ich erwartet hätte. Anscheinend setzt sich noch eine weitere Familie dafür ein, dass Creed erneut befragt wird. Aber das muss unter uns bleiben. Die Tochter der Familie wird seit Langem vermisst und angeblich wurde in Creeds Wohnung ein Schmuck Anhänger von ihr gefunden. Meine Kontaktperson glaubt, dass womöglich etwas erreicht werden könnte, wenn sich Bambos Angehörige mit der Familie Tucker zusammentäten. Ob Commel die Befragung durchführen darf, steht in den Sternen. Diese Entscheidung wird von der Anstaltsleitung Broadmoor, dem Justizministerium und dem Innenministerium getroffen. Aber mein Bekannter dort meint, dass es wohl eher einem Polizeibeamten erlaubt werden dürfte. Ich sage Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Viele Grüße, Issy. Seit den Wobben die Mail gelesen hatte, erlaubte sie sich neue Hoffnung zu schöpfen. Trotzdem würde sie Strike für das Erste nicht verraten, was sie vorhatte. Mit etwas Glück würden sie womöglich mit dem Polizeibeamten sprechen können, der Creed vernehmen würde, bevor er die Befragung durchführte. Sie schrieb eine Dankes-Mail und machte sich dann für das Abendessen fertig. Ihre bessere Laune hielt sogar einen Blick in den Spiegel stand. Sie sah müde aus, hatte dunkle Schatten unter dem geröteten Augen und sie musste sich dringend die Haare waschen. Stattdessen griff sie zu Trockenshampoo, band sich die Haare zu einem Pferdeschwanz, zog sich eine frisch gewaschene Jeans und ihr Lieblingstrop an, deckte die Augenringe mit Concealer ab und wollte gerade das Zimmer verlassen, als ihr Handy klingelte. Weil sie schon befürchtet hatte, es könnte Strike mit einer Absage sein, war sie erleichtert, als Ezas Name auf dem Display stand. Hallo Ezra. Hallo Robin, ist Kaum bei dir? Nein, sagte Robin und setzte sich aufs Bett. Alles in Ordnung? Ezas Stimme klang merkwürig tonlos. Weißt ausrechten? Nein, weißt du, ob er heute Nick getroffen hat? Keine Ahnung, sagte Robin, die sich anmelig Sorgen machte. Ilsa, was ist los? Du klingst furchtbar. Dann fiel ihr ein, dass heute Weihnedienstag war und Ilsa ganz offensichtlich nicht wusste, wo ihr Ehemann steckte. Die Sorge stug um in Angst. Nick und Ilsa waren das glücklichste Paar, das sie kannte. In den fünf Wochen, die sie bei ihnen untergeschlüpft war, hatten sie dafür gesorgt, dass Robin ihr erschüttertes Vertrauen in die Institution eher nicht vollends verlor. Sie konnten sich unmöglich getrennt haben, nicht Ilsa und Nick. Nichts, sagte Ilsa. Raus mit der Sprache, beharrte Robin. Was? Ein herzzerweisendes Schluchzen drang aus dem Hörer. Ilsa, was ist passiert? Ich hatte eine Fehlgeburt. Oh Gott, keuchte Robin. Oh nein, Ilsa, das tut mir so leid. Nick und Ilsa versuchten seit Jahren ein Kind zu bekommen. Nick redete gar nicht darüber, Ilsa nur selten. Robin hatte von einer Schwangerschaft nichts gewusst, doch jetzt fiel ihr ein, dass Ilsa am Abend, als sie Wobbins Geburtstag gefeiert hatten, keinen Alkohol getrunken hatte. Es war, es ist im Superback passiert. Oh nein, flüsterte Robin. Oh Gott, ich hab angefangen zu bluten. Im Gericht, wir hatten gerade einen wichtigen Feich, ich konnte nicht weg, stammelte Ilsa, und dann, auf dem Dachhausen Weg, sie war kaum zu verstehen, mit Tränen in den Augen presste sich Robin das Telefon ans Ohr. Wo ist der Wiss? Als dem Tag sie unter den Superback auf dem Klo auf gespürt ein kleiner Tropf ein winziger Körper. Robin schlug sich die Hände vors Gesicht. Und ich wusste nicht, was sie tun sollte, aber eine andere Frau auf der Toilette, ihr war das auch schon passiert, sie war so nett, Robin hörte ihr zerschniefen, schlucken und hexen. Der Nick hat gesagt, das ist meine Schuld hat er gesagt, ihr habt zu viel gearbeitet, nicht genug herumgekümmert, die oberste Priorität eingeräumt. Das hat er gesagt, fragte Robin, sie mochte Nick und konnte nicht glauben, dass er seiner Frau so etwas an den Kopf geworfen hatte. Er hat gesagt, ich hätte nicht arbeiten dürfen, dass mir die Arbeit wichtiger war als das Baby wie, Ilsa, Ilsa, hör mir gut zu, sagte Robin, denn du einmal schwanger geworden bist, kannst du auch ein zweites Mal schwanger werden. Nein, kann ich nicht, sagte Ilsa und brach erneut in Teilen aus. Das war unsere dritte künstliche Befruchtung, wir haben uns darauf geeinigt, dass eine weitere nicht mehr in Frage kommt. Es klingelte an der Tür. Ilsa, da ist jemand an der Tür, vielleicht kommen wir, ja, hier, Kedur, schon ist gut, ist schon gut. Bevor Robin noch etwas sagen konnte, hatte Ilsa aufgelegt. Wie ferngesteuert rasse Robin die Treppe hinunter und riss die Tür auf. Doch es war nichts, Jike, er war noch nie pünktlich zu einer privaten Verabredung gekommen, nicht zu einem Feierabenddrink, nicht zu ihrer Einweihungsfeier, nicht mal zu ihrer Hochzeit. Stattdessen stand Jonathan vor ihr, derjenige ihrer Brüder, der ihr anähnlichsten sah. Er war groß, schlank und hatte ihr rötliches Haar und ihre blauen Augen. Und an diesem Abend war die Ähnlichkeit noch frappierender, beide Geschwister sahen völlig übermüdet aus. Auch Jonathan hatte dunkle Augenringe und einen ungesund kauen Tar. Hey, Robbs! Hi, sagte Robin, ließ zu, dass er sie umarmte und versuchte, so erfreut wie möglich auszusehen. Komm doch rein! Da sind Courtney und Kyle, sagte Jonathan. Hi, kicherte Courtney. Sie war außerordentlich hübsch, hatte große dunkle Augen und lange schwarzes Haar. Sie wirkte leicht beschwipst und hielt eine Dose in der Hand. Kyle, der Robin unabsichtig mit seinem großen Rucksack anstieß, als er an ihr vorbei die Wohnung betrat, war beinahe einen halben Kopf größer als sie. Der gärtenschlanke Junge trug eine Haifed-Frisur einem gepflegten Bart und hatte große gerötete Augen. Hi, er streckte die Hand aus und lächelte sie an. Ein Unbeteiligter wäre wohl zu dem Schluss gekommen, dass er sie in seinem Haus wohl kommen hieß und nicht umgekehrt. Robin, richtig? Genau, sie zwang sich sein Lächeln zu erwidern. Freut mich, euch kennenzulernen, er kommt doch mit hoch, wir essen oben. In Gedanken immer noch ganz bei Etzer lief sie hinter den drei Studenten her. Courtney und Kyle kicherten und tuschelten und Courtney schwankte leicht. Im Wohnzimmer machte sie die drei Gäste mit Max bekannt. Kyle warf seinen nicht gerade sauberen Rucksack auf das cremefarbene Sofa. Danke, dass wir hier übernachten dürfen, sagte Dunneffen zu Max, der bereits den Tisch für sechs gedeckt hatte. Oh, das riecht aber gut, ich bin Veganerin, verkündete Courtney, aber kein Thema, ich esse einfach Pasta oder so. Kein Problem, ich koche nur, teilte Robin Max mit, während sie möglichst unauffälligkeits schmutzigen Rucksack vom Sofa nahm, nur um zu sehen, wie sich Courtney im nächsten Moment darauf niederließ und die Füße mitsamt den feuchten Sportschuhen darauf riecht, Courtney warf Kyle einen Seitenweg zu, Robin glaubte zu sehen, wie das Lächeln ihres Buders verblasste. Warum stellt ihr euer Gepäck nicht erstmal in mein Zimmer, stug Robin vor, als auch noch Jonathan seine Tasche aufs Sofa warf, dann können wir es uns nach dem Essen hier gemütlich machen. Milla Courtney noch Keim machten Anstalten ihnen zu helfen, daher wie Robin und Jonathan nichts anderes übrig, als das Gepäck zu zweit nach unten zu bringen. Soweit sie in Robins Zimmer waren, zog Jonathan eine Palinschachtel aus der Tasche und drückte sie seiner Schwester in die Hand. Danke, John, alles klar, du siehst blass aus. Ich war gestern ziemlich bekifft. Hör mal Robbs, nenn Courtney bloß nicht meine Freundin resso, wenn sie dabei ist. Hatte ich nicht ach, wir hätten ein Paarmals Sex, aber keine Ahnung, ich glaub, sie steht jetzt auf Kai. Sie hörten Courtney im oberen Stockwerk lachen, Jonathan lächelte seine Schwester geklärt an und kehrte dann zu seinen Freunden zurück, während Robin versuchte, Ilza zurückzurufen, doch bei ihr war besetzt. In der Hoffnung, dass Ilza ihren Mann inzwischen erweicht hatte, schrieb Robin ihr eine Nachricht. Wollte dich Carla anrufen, bitte sag mir, was bei euch los ist, ich mache mir Sorgen, Robin, dreimal Küsschen. Sie gehen wieder nach oben, um Kürbis Ravioli verkordnet zu kochen, Wolfgang ahnt anscheinend, dass der Schmorbraten bald den Ofen verlassen würde und strich um Max und Robins Knöchel. Robin sah auf die Uhr, Strike war bereits 15 Minuten zu spät. Sein Rekord lag bei anderthalb Stunden. Sie versuchte, wenig erfolgreich, sich nicht über ihn zu ärgern, so wie er sie am Vormittag behandelt hatte, nur weil sie ein paar Minuten zu spät gewesen war. Robin goss gerade die Ravioli ab, als es endlich an der Tür klingelte. Soll ich? fragte Max, der gerade Jonathan Courtney und Kyle mit Getränken versorgte. Nein, ich Wenn zu spät, zu mir leid, nuschelt er. Können wir es mal aufs Klo? Sie trat zurück, um ihn einzulassen. Er stand nach Doom Bar und Zigaretten. Der ohnehin schon verärgerten Robin entging auch nicht, dass er wieder eine Fasche Wein noch sonst ein Mitbringse für Max dabei hatte. Ganz offensichtlich hatte er den kompletten Nachmittag im Pub verbracht. Die Toilette ist da tröden, sagte sie und deutete in die entsprechende Richtung. Dann wartete sie auf den Treppen Absatz. Er schien eine Ewigkeit zu brauchen. Die Essen oben, teilte sie ihm mit, als er endlich fertig war. Romer schufen, murmelt es Trauk. Als sie zu guter Letzt die Wohnküche erreichten, schien er sich zusammen zu reißen. Er gab Max und Jonathan die Hand und sprach sogar einigermaßen deutlich artikuliert. Courtney ließ kurzzeitig von Kyle ab, um den berühmten Delektiv zu begrüßen. Ihr Anblick schien Strike außerordentlich zu gefallen, und Robin wurde sie schmerzlich ihres eigenen erschöpften, übermüdeten Aussehns bewusst. Sie kehrte in die Küche zurück und kippte die Ravioli für Courtney in eine Schüsse. Und das ist Kyle, unbeeindruckt. Da Jonathan, Courtney, Kyle und Max bereits versorgt waren, machte sich Robin einen großen Gin Tonic. Sie gab gerade Eiswürfen in ihr Glas, als Max, der bester Laune zu sein schien, in die Küche kam, um für Strike ein Bier zu holen. Dann nahm er den Schmorbraten aus dem Ofen und stellte ihn auf den Tisch. Wolfgang jaulte, weil das Objekt seiner Begierden unerreichbare Ferne verschwand. Während Max den anderen das Essen servierte, stellte Robin Courtney's Ravioli vor sie auf den Tisch. Oh Gott, halt, warte, schritte Courtney, sind die auch vegan? Wo ist die Packung? Ähm, im Müll, antwortete Robin. Na, 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 Courtney verschwand in der Küche, Max und Robin waren die einzigen am Tisch, ihr dabei nicht unwillkürlich hinterherstarten. Robin leerte die Hälfte ihres Drinks, bevor sie ihr Besteck zur Hand nahm. Alles gut, rief Courtney von nebenan, sie sind vegan. Na, prima, kommentierte Robin. Max, der zu Robbins Linken saß, wollte Strikes Meinung zu Details hinsichtlich Persönlichkeit und Vergangenheit der Figur hören, die er spielen sollte. Courtney kehrte an ihrem Platz zurück, schlang ihre Pasta hinunter, trank und schenkte sich an der Universität erzählte. Robin beteiligte sich an keiner der beiden Unterhaltungen, sie aß und trank schweigend und hielt für den Fall, dass Itzer sich zurückmeldete, ihr Handy im Blick. Unmöglich, sagt Listraikade, bei einer Verurteilung wegen Besitzes und Handels Absicht hätte er nicht Soldat werden können, völliger Schwachsinn. Wirklich, die Autoren haben recherchiert, dann müssten sie das eigentlich wissen. Also ja, man zieht einen kurzen Rock oder gleich eine Unterwäsche an oder so, dozierte Courtney und Kyle und John lachten. Im Ernst? Ist auf jeden Fall hielfreich, sagte Max und schrieb sich etwas auf. Wenn er also vor der Army im Gefängnis saß, wenn er länger als 30 Monate gesessen hat, hätte ihn die Army niemals genommen. Ich krag doch keine Strapse, Kyle. Egal, Mimenda, will nicht. Keine Ahnung, wie lange er im Gefängnis war, sagte Max. Das muss ich nachprüfen. Aber wie ist das mit Drogen in der Army? Wie verbreitet? Weißt du, wie problematisch das Wort Slut ist? Courtney hat sie gefragt und ich so, hallo, was glaubst du denn, wieso wir den Slut Walk überhaupt veranstreiten, fiel Kylie ins Entschuldigung, murmelte sie, doch niemand schenkte ihr Beachtung. Sie ging in den Küchenbereich und las Ilzas Nachricht. Wollte dich nicht beunrulden, Nick ist wieder zu Hause, völlig besoffen, war mit Korn im Pub, haben geredet, er hätte es nicht so gemeint, sagt er, ich hätte es wohl falsch verstanden, wie kann man sowas falsch verstehen? Küsschen. Bobbin war ohne Frage auf Ilzas Seite, versuchte aber dennoch zu vermitteln, er ist ein Vollidiot, aber ich weiß, dass er dich liebt, Küsschen, Küsschen, Küsschen. Während sie sich einen weiteren doppelten Gin Tonic machte, rief Max ihr zu, sie möge Strike noch ein Bier aus dem Kühlschrand mitbringen. Als Robin die geöffnete Flasche für Strike abstellte, bedankte er sich nicht etwas, sondern nur einen großen Schluck und hob dann die Stimme um sich über Kyle und Courtney hinweg, die sich nun darüber unterhielten, welche Ansichten die Wende zum Thema Pornografie hatte, Gehör zu verschaffen. Und ich so, du weißt aber schon, dass man als Frau selbst entscheiden kann, was man mit seinem Körper macht, mir leid, ah scheiße, tut mir leid, Courtney hatte mit einer ausruhenden Geste ihr Weinglas umgestoßen. Robin sprang auf, um Küchenpapier zu holen. Als sie zurückkam, hatte Kyle Courtney's Glas bereits wieder gefüllt. Robin wischte den Wein auf, während die Beimunterhaltungen von allen Seiten stetig lauter wurden. Sie warf das durchnässte Papier in den Mülleimer und setzte sich wieder. Am liebsten wäre sie ins Bett gegangen. Schwere Kindheit, es ist ja mal scheiß original. Die meisten gehen zur Army, weil sie ihrem Land dienen wollen, nicht als Flucht vor. Weine Huphobie, durnte Kyle. Wahrscheinlich denkt sie auch, dass eine Kellnerin ihren Scheißjob super findet. Und wenn er an deinem Alter ist, kann er nicht bei den First Weifels gewesen sein. Das Bataillon wurde erst Arbeit gegen Geld, wo ist da der Scheiß Unterschied Ende 2007 alle drehten sich zu ihr um. Courtney wurde rot, kicherte und schub die Hand vor den Mund. Schon gut, hier geht's um Feminismus, erklärte Kyle mit einem süffisanten Gewinzen. Courtney wollte keinen Vorschlag zur weiteren Abendgestaltung machen. Kyle quietschte Courtney, gab ihm einen Katz auf den Oberarm und brach erneut in die Kiecher aus. Wer will Nachtisch? Robin stand auf und sammelte die gelehrten Teller ein. Max erhob sich ebenfalls. Tut mir leid, dass Strike so betrunken ist, flüsterte sie Max zu, als sie die Ravioli Rest in den Küchenmüll warf. Machst du Witze? sagte Max mit einem verschmitzten Grinsen. Das ist Gold wert. Ich soll einen Alkoholiker spiel. Bevor Robin immer klären konnte, dass Strike normalerweise nicht so viel trank, war Max schon mit einem selbst gebackenen Käsekuchen an den Tisch zurückgekehrt. Tatsächlich hatte sie Strike überhaupt nur ein einziges Mal derart betrunken erlebt. Damals hat er eine traurige, aber auch lebenswerte Figur abgegeben, heute jedoch spürte sie eine latente Aggression und ihr fiel wieder ein, wie er am Vormittag jemanden ein Du-kannst-mich- am-arsch-lecken entgegen gebrüllt hatte. Erneut fragte sie sich, mit wem Strike telefoniert hatte. Mit einer Lämmen Tat und ihrem dritten Gin Tonic folgte Robin Max an den Tisch, wo Kyle den Anwesenden gerade seine Ansichten zum Thema Pornografie darlegte. Robin behagte Strike's Gesichtsausdruck nicht. Auf einen gewissen Typ Mann, der bei der Army unvorstellbar wäre, reagierte er gelegentlich mit ausgeprägter Abneigung. Sie hoffte, dass er an diesem Abend seine Meinung für sich behalten würde. Unterhaltungsform wie jeder andere auch, sagte Kai gerade mit großer Geste. Um weiteren Unfällen vorzubeugen, brachte Robin Disclade die fast leere Weinflasche in Sicherheit. Wenn man das objektiv betrachtet, ohne diesen ganzen puritanischen Ballast, ja genau, pflichtete Courtney ihm bei, die Frau hat die alleinige Macht über ihren Filme, Videospiele, das alles stimuliert das Belohnungszentrum im Gehirn, erklärte Kyle und tippte sich an seinen maglos versierten Kopf. Daher könnte man sogar sagen, dass Kinofirme emotionale Pornografie sind, diese inszenierte Empörung über Pornos, wenn der Milchprodukte denn sind, kann ich nichts davon essen, konnte Courtney Bob zu, die wieder untat, als hätte sie nichts gehört. Frauen, die mit ihrem Körper ihren Lebensunterheit bestreiten, das ist doch die Definition von weiblichem Empowerment, da kann man durchaus behaupten, dass der soziale Nutzen, als ich im Kosovo war, hob Strike unvermittelt an, und alle drehten sich verdattert zu ihm um. Strike verstummte und fischte seine Zigaretten aus der Tasche. Komm Ren, sagt Robbe, du kannst jedoch nicht trom... Lass ihn, sagte Max, ich hole einen Aschenbecher. Rettegesellschaft sah ihm stumm dabei zu, er dominierte den Raum, ohne etwas zu sagen. Wir möchten Käsekuchen, fragte Robin mit gespielter Fröhlichkeit in die Stelle hinein. Für mich nicht, Courtney machte einen Schmäumund, aber vielleicht von der Lämmentat, wenn die als ich im Kosovo war, wiederholtes Strike und atnete aus, während Max mit dem Aschenbecher zurückkam, diesen vor ihm abstellte und sich widersetzte. Danke, hatte. Eigentlich ging es um Menschenhandel. Ein paar Soldaten hatten für Sex mit minderjährigen Mädchen bezahlt. Man hatte sie ohne ihr Wissen gefilmt und die Videos auf Polen abgestellt. Der Fall war später Teil einer internationalen Ermittlung. Zig Kinder, Jungen und Mädchen, die nicht mal in der Pubertät waren, waren zum Sex gezogen worden. Das Jüngste war sieben. Streit nahm einen tiefen Zug deiner Meinung nach der soziale nutzen. Die drei Studenten starrten ihn an. Es entstand eine kurze unantinämme Pause. Also ganz offensichtlich, sagte Keil und lachte kurz und freudlos, ist das eine, das ist doch was völlig anderes. Ich hab nicht von Kindern gesprochen, das ist nicht, das ist doch illegal, oder? Ich rede von in der Pornobronze ist Menschenhandel Gang und Gebe, erwiderte Streit ohne Kinder aus armen Ländern. In einem Fall wurde ein kleines Mädchen gefilmt, die mit einer Plastiktüte über dem Kopf von einem Mann anal vergewaltigt wurde. Aus dem Augenbinkel sah Robin wie Kyle und Courtney verstohrene Blicke in ihrer Richtung warfen und mit einem Mal war ihr klar, dass ihr Bruder seinen Freunden gewisse Details aus ihrer Vergangenheit erzählt hatte. Es fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Die einzige Person am Tisch, die völlig entspannt zu sein schien, war Max. Er beobachtete Strike mit dem leidenschaftslosen Interesse eines Chemikers, der ein Experiment überwacht. Das Video wurde über 100.000 Mal angeklickt, fußt Zweig fort, klente sich die Zigarette in den Mund Wickel und bediente sich am Käsekuchen, in dem er rund ein Drittel auf seinen Teller beförderte und den Rest dabei zermatschte. Da sein ziemlich viele stimulierte Belohnungszentren nicht war, er sah wieder zu Kyle auf. Aber das ist doch was ganz anderes, kam Courtney Kyle zu Hilfe. Wir haben über Frauen gesprochen, Frauen, erwachsenen Frauen, die selbst entscheiden können, was sie mit ihrem Körb hast du was gemacht, fragte Strike Max mit dem Mund voll Kuchen. Die brennende Zigarette war in der Zwischenzeit in seine linke Hand gewandert. Ja, sagte Mads, verdammt lecker. Dann wandte er sich wieder Kyle zu. Wie viele Kellnerinnen kennst du, die Opfer von Menschenhandel geworden sein und gegen ihren Willen Kellnern? Natürlich keine, aber es ist doch kein Wunder, dass sie als Polizist so schlimme Dinge gesehen haben. Solange du sie nicht sehen muss das alles gut, oder? Wenn sie das so sehen, Kyle war mittlerweile rot angelaufen, wenn sie wirklich so gegen Pornos sind, haben sie wohl nie, haben sie sich nie Pornos angeschaut, um, wenn niemand mehr Nachtisch möchte, sagte Robin laut, stand auf und zeigte aufs Sofa, dann setzen wir uns dort zum Kaffee darüber. Ohne eine Antwort abzuwarten, kehrte sie in den Küchenbereich zurück. Hinter ihr wurden Stühle gerückt, sie schaltete den Wasserkocher ein, lief nach unten auf die Toilette und saß, als sie fertig war, noch fünf Minuten lang mit den Händen vor dem Gesicht da. Wieso war Streize betrunken aufgekreuzt? Warum müssten sie über Vergewaltigung und Pornografie reden? Ihr Angreifer war Konsument von Gewaltpornos mit einer Vorliebe verwirbend gewesen. Trotzdem hatte das Gewicht seinen Bowser Verlauf nicht als Beweismittel zugelassen. Dobbin wollte gar nicht wissen, ob Streit Pornos guckte. Ebenso wenig wollte sie über Verschleppte oder während des Missbrauchs gefilmte Kinder nachdenken oder über das Foto von Morris Penis auf ihrem Handy oder den Snuff Film, den Bill Talbot unterschlagen hatte. Sie war müde und deprimiert und fragte sich, warum Streit die Student nicht einfach in Ruhe lassen konnte. Wenn schon nicht aus Höflichkeit seinem Gastgeber gegenüber, dann doch wenigstens aus Rücksicht gegenüber seiner Geschäftspartnerin. Sie gingen wieder die Treppe hinauf. Schon auf halbem Weg hörte sie Kiles wütende Stimme. Offenbar war der Streit eskaliert. Sobald sie oben ankam, sah sie die Fünf um den Couchtisch sitzen, auf dem eine Stempelkanne, eine Flasche und die Pralinen standen, die Jonathan ihr mitgebracht hatte. Streit und Max hatten je ein Glas Brandy in der Hand, werden Courtney, die inzwischen sichtlich betrunken, aber noch immer nicht so betrunken, wie Streit war, Kiles Argumentation nickend bekräftigte, wobei ihr beständig die Kaffeetasse zu entgleiten drohte. Robin setzte sich ein Stück von der Gruppe entfernt an »Es geht um die Umwertung einer Frauen stigmatisierenden abwertenden Sprache«, erklärte Kyle Streit, nur darum geht es. »Sans wird erreicht, wenn Parnese keine Mittel, sie Schicht Mehles in Unterwäsche es passieren gehen«, hielt Streit mit Alkohol induzierter undeutlich Aussprache dagegen. »Es muss so nicht und«, hob Courtney zu sprechen an, »Es geht darum, die Täter-Opfer-Umkehr zu beenden«, fiel Kyle ihr lautstark ins Wort, »da werden sie doch wohl und wie soll das die Täter-Opfer-Umkehr beenden?« »Ne, selbstverständlich«, erwiderte Courtney ebenso laut, »indie man die zugrundseliegende Einstellung verändert, weil die Vergewaltiger euch marschieren sehen und sich denken, »Ruah, da lass ich das mit dem vergewaltigen Zug und viermal sein, ja?« Mittlerweile bohlten Courtney und Kyle gleichzeitig aufs Streik ein, Jonathan warf seiner Schwester einen besorgten Blick zu und abermals fühlte sich Robin, als hätte man ihr einen Schlag in die Magengrube verpasst. »Es geht um Entstigmatisierung, oh, versteht mich nicht falsch, viele Männer wären euch gern nur in die Haas waschieren sehen,« streikten am einen großen Schluck Brandy. »Und auf Instagram, sieht das sicher auch ganz toll aus, hier geht's nicht um Instagram,« kreichte Courtney, sie kann, als wäre sie den Tränen nah, das ist eine ernst gemeinte Aktion gegen Männer, die zu Frauen schlammten, sagen, ich hab's kapiert, und da war's zweit sie wieder, ja, es soll den sich einer Lehre sein, wenn ihr da in eurem Mini-Rücken rumscholziert. »Es geht auch nicht darum, jemanden zurechtzuweisen,« sagte Kyle, »sie haben nicht verstanden, was hat, ich hab euer Ars so raffiniertes Scheißerwomen sehr wohl verstanden,« blaffte Streik, »aber in der echten Welt macht dieser beschissene Fuckwalk Slutwalk,« korrigierten ihn Kyle und Korten im Chor, »nicht sehen nings zu Scheiß Unterschied, die Sorte Mann, die zu ner Frau Schlampe sagt, guckt sich eure Show an und denkt sich, Mensch, sind heute aber viele Schlampen unterwegs, ergeht die eurer beschissene Sprache noch so sehr umwerten, man ändert keine Einstellungen, indem man beschließt, dass eine Beleidigung nicht Wolfgang, der in Erwartung weiterer Leckerbissen hechend neben Robins Knöchel stand, stieß ein lautes Wimmern aus, worauf Vince Streit sich zu Robin und drehte. Was weinst du, Ernst Sache, aber schwenkte er sein Glas in Richtung der Studenten, Wendy schwappte über dem Wand und auf den Teppi. Ich meine, dass es eine gute Idee wäre, das Thema zu wechseln, sagte Robin. Ihr Herz schlug so schnell, dass es wehtat. Wirst du so beschissen in Schlampenmarsch? Keine Ahnung, vielleicht, sagte Robin. Blut rauschte in ihren Ohren. Sie wollte nur noch, dass diese Unterhaltung zu Ende war. Ihr Vergewaltiger hatte während der Tat immer wieder Schlampe gegrunzt. Und hätte ihr beinahe Mörder ihr den Hals dreißig Sekunden länger zugedrückt, wäre es das letzte Wort gewesen, das sie in ihrem Leben gehört hätte. Das sagst du nur aus Höflichkeit, Stryke lähte sich wieder zu den Studenten um. Ach, jetzt sprechen sie wohl auch noch für die Frauen, hörte Kain, für ein tatsächliches Vergewaltigungsopfer, schrillte Courtney. Vor Robins Augen drehte sich alles. Angespannte Stille machte sich breit. Robins sah aus dem Augenwinkel, wie Max sich zu ihr umwandte. Stryke machte Anstalten sich hochzustimmen, schaffte es aber erst beim zweiten Versuch. Er sagte etwas zu ihr, da Robins nahm nur ein Rauschen wahr, als hätte sie Watte in den Ohren. Dann schwankte Stryke zur Tür. Offenbar war er im Begriff zu gehen, er stieß gegen den Stryke Wenn ich das nicht hätte sagen dürfen, dann tut's mir leid, früsterte Courtney durch ihre vor den Mund gepressten Finger. Tränen schwammen in ihren Augen, unten knallte eine Tür ins Schloss. Schon gut, sagte eine weit entfernte Stimme, die große Ähnlichkeit mit Robins eigene hatte. Wenn, wenn ihr mich bitte entschuldigt, sie stand auf und lief hinter Stryke her. Der Speeres tödlich spitze richtet einer auf den anderen und vergessen ward, dass er ihm einst gewesen Freund und Kamerad. Edmund Spencer, die Feenkönigin. Zu seiner Überraschung fand sich der sturzbetrunkene Strike auf einer dunklen, unvertrauten Straße wieder. Regen und starker Wind setzten ihm zu, als er schwankend dastand und sich zu erinnern versuchte, in welcher Richtung sich der U-Bahnhof befand. Sein sonst so verlässlicher Orientierungssinn wies ihn nach rechts. Tockelnd setzte er sich in Bewegung und durchwühte seine Taschen nach seinen Zigaretten. Er genoss das angenehme Gefühl, seinem Ärger und seiner Anspannung Luft gemacht zu haben. Die Erinnerung an all das, was soeben geschehen war, beschränkte sich indessen auf wenige unzusammenhängende Fragmente, Kiles Wüten des rotes Gesicht, Wichser, Scheißstudenten, Max, der über eine Bemerkung von Streit lachte, jede Männer essen, mehr Alkohol. Der Regen glitzerte im Licht der Straßenlaternen, so dass vor seinen Augen alles verschwamm. Um ihn herum schien alles beständig, die Größe zu verändern, insbesondere das, äh, das geparkte Auto, das ihm plötzlich im Weg stand, als er versuchte, in einer halbwegs Gartendinie, die Straße entlang zu gehen. Seine dicken Finger tasteten erfolglos über seine Taschen, Zigaretten fanden sie nicht. Der letzte Brandy war womöglich ein Fehler gewesen. Er hatte den Geschmack noch im Mund. Strike mochte keinen Brandy und er hatte zuvor mit Nick im Papp verdammt viel Duba getrunken. Im starken Wind fiel ihm das Gehen zusehends schwer. Das gerade noch empfundene Wohlgefühl verflüchtigte sich. Immerhin war ihm trotz der großen Portion Rinderschmor Braten und des riesigen Stücks Käsekuchen nicht übel, auch wenn er momentan an Essen und an die ungefähr 40 Zigaretten, die er in den vergangenen 24 Stunden geraucht hatte, ebenso wenig denken wollte wie an den Brandy, den er immer noch auf der Zunge schmeckte. Dann kampfte sich ohne Vorwarnung sein Magen zusammen. Strike taumt auf eine Lücke zwischen zwei gepackten Autos zu, beugte sich vor und übergab sich so ausgiebig, wie zuletzt zu Weihnachten wieder und immer wieder, minutenlang, bis er schließlich mit den Händen auf den Knien dastand und trocken wirkte. Mit schweißnassem Gesicht richtete er sich auf und wischte sich den Mund mit dem Handrütten ab. Ein Hämmern wie von gewaltigen Kolben dröhnte in seinem Kopf. Es dauerte mehrere Sekunden, bis er die blasse Gestalt bemerkte, die vor ihm stand und ihn beobachtete. Blondes Haar flatterte im heftigen Wind. »Bäh, Urf«, sagte er, als er Robin erkannte, »du bist das«, hatte sie ihm seine Zigaretten hinterhergetragen. Er richtete einen hoffnungsvollen Blick auf ihre Hände, aber die waren leer. Streik wich von der Pfütze aus erbrochenem Rindstein zurück und lehnte sich gegen ein parkendes Auto. »Designans Narödach mit Nick im Park«, nuschelte er. Im nächsten Moment spürte er eine harte Kante am Hinterteil. Offenbar hatte er seine Zigaretten doch eingesteckt. Sehr zu seiner Freude, weil er lieber Tabak schmecken wollte, als er erbrochen ist. Er zarte die Schachtel aus der Gesäßtasche und schaffte es, nach mehreren Versuchen sich eine Zigarette anzuzünden. Irgendwie verhielt Robin sich merkwürdig. Er konzentrierte sich auf ihr Gesicht. Es kam ihm blass und seltsam verzerrt vor. »Was ist los?« »Was ist los?« widerruhte sie. »Fuck! Ist das dein Ernst?« Robin fluchte weitaus seltener als Dreik. Die feuchte, eisige Nachtluft, die sein schweißbedecktes Gesicht streifte, ernüchterte ihn ein wenig. Robin war eindeutig wütend. Nein, er hatte sie noch nie so wütend gesehen. Weil der Alkohol seine Auffassungsgabe jedoch weiter beeinträchtigte, fiel ihm nichts Besseres ein, als sich zu wiederholen. »Was ist los?« »Du kommst zu spät«, sagte sie, »aber das sei klar, weil du es noch nie für nötig befunden hast, dir gegenüber so viel beschissenen Anstand zu zeigen, um auch nur ein verfickt einziges Mal pünktlich zu erscheinen. Streik stieß ein weiteres Wahr aus, diesmal jedoch nicht aus Ungläubigkeit, sondern um seiner Ahnungslosigkeit Ausdruck zu verleihen. Robin, die einzige Frau in seinem Leben, die noch nie versucht hatte, ihn zu ändern, war wie ausgewechselt. »Du taufst stockbesoffen auf, aber klar, wieso auch nicht? Es ist dir nur Robin, die du in Verlegenheit bringst, und meinen an, aber er war sich recht sicher, dass zumindest Max keinen Anstoß an seiner Trunkenheit genommen hatte, im Gegenteil, er hatte ihn mit weiterem Alkohol versorgt und über einen seiner Witze gelacht, auch wenn der ihm jetzt nicht mehr einfallen wollte. Streik hatte Max gemocht. »Und dann fingst du einen Streit mit meinen Gästen an, und dann, sagte Robin, stellst du mich »Was meine Privatangelegenheit ist, in einem gottverdappten Streit vor wehtfemten Leuten, hast du auch nur einmal daran gedacht. Moment«, sagte Strack, »ich hab nicht ein einziges Mal daran gedacht, dass ich mit Leuten, die ich kaum kenne, nicht über das Thema Vergewaltigung sprechen will. Ich hab doch nicht, und warum fragst du mich dann, ob ich diese Slutwalks für eine gute Idee Heite. Naja, weil, und mussten wir beim Essen über Kindes Missbrauch reden. Ich wollte nur und dann haust du einfach ab und ich da klang aber gerade noch so, als wäre es für alle das Beste gewesen, dass ich endlich das Beste für dich, willst du wohl sagen? Mit wutverzarrtem Gesicht ging sie auf ihn zu, so hatte er sie noch nie erlebt, weil du deine ganze Aggression bei mir loswerden und einfach verschwinden kannst und ich darf hinter dir aufräumen wie immer. Wie immer? Strike zog die Augenbauern in die Höhe. Jetzt mach aber mal ich muss da wieder heimgehen und alles gerade rücken und dafür sorgen, dass niemand beleidigt. muss so nicht widersprach Strike Scheiße geh noch einfach schlafen so bin ich aber nicht schrie Wolben schlug sich bei jedem Wort hart gegen die Brust und Strike verschlug es die Sprache dich interessiert das vielleicht ein Scheiß aber ich vergesse nicht bitte und danke zu unserer Sekretärin zu sagen ich entschuldige mich wenn du irgendwen mit deiner schlechten Laune den Tag versaust was ich mir deinetwegen schon vermisst gefallen lassen wow sagte Strike stieß sie von dem geparkten Auto ab richtete sich zu voller Größe auf und blickte auf sie herab wo kommt das jetzt plötzlich und alles was ich für dich tue ist dir absolut scheißegal du schaffst es nicht mal zu einem einzigen Abendessen nicht denn zu erscheinen wenn du es unbedingt wissen willst sagte Strike und Wut stieg aus der Asche der vorherigen Euphorie empor ich war mit Nick im Papp weil seine Frau hat gerade ihr Kind verloren ich weiß was hatte er scheiße noch mal mit dir in einem Papp zu suchen während sie sie hat ihn Haus geworfen brüllte Strike hat sie dir das bei eurem großen schwesterlichen Beileidstreffen auch erzählt ich werde mich nicht dafür entschuldigen dass ich nach dieser Woche ein bisschen Entspannung während ich ja keine Entspannung brauche was ich ich hab ja nicht meinen heiden jahresurlaub rangegeben hab ich mich nicht oft genug bei dir bedannt dass du für mich eingeschwungen bist als ich und wieso hast du dich dann heute morgen wie ein Arsch aufgeführt nur weil ich zum ersten Mal überhaupt zu spät gekommen bin ich hatte gerade mal dreieinhalb stunden schlaf du wohnst über dem bekannten büro da scheiß doch drauf stride warf seine zigarette auf den boden und ging inzwischen war ihm wieder eingefallen in welcher richtung die u-bahn lag kurz dachte er darüber nach was er alles hätte sagen können dass er ein so schlechtes gewissen hatte weil er robben so viel aufbördete dass er in London geblieben war obwohl er in st. morse bei seiner sterbenen tante hätte sein müssen dass am morgen johnny walker be angerufen hatte was für eine erleichterung es gewesen war mit dem weinenden nick im papp zu setzen mit einem alten freund etwas zu trinken und sich dessen probleme anzuhören statt über eigene zu grübeln und fuck es ja nicht schrien wobben hinterher mir noch ein einziges mal gott verdammt der blumen zu kaufen da mach dir mal keine Sorgen blachte strike über die schulter bevor er in der dunkelheit verschwand der zwist ihm argen gram beschert weshalb zu bleiben zwangen ihn die herzenswunden solange versöhnung nicht mit drittomat gefunden edmund spencer die feenkönigin am samstag morgen wachte strike mit dröhnenden kopfschmerzen und einem üblen geschmack im mund auf es dauerte eine weile bis ihm wieder einfier was am vorabend geschehen war er erinnerte sich daran sich übergeben zu haben was er in letzter zeit gefühlt viel zu oft getan hatte und unmittelbar darauf fielen ihm auch kites zornes rotes und robins verzerrtes blasses gesicht wieder ein allmählich gelang es ihm robins ausbrot zu rekonstruieren dass er zu spät und betrunken aufgetaucht war wie unhöflich er gewesen war dass er ein nur zu ein paar unangenehmen tatsachen gegayt hatte er meinte sogar sich an eine bemerkung bezüglich mannender einfühlsamkeit seinen angestellten gegenüber zu erinnern vorsichtig stieg aus dem bett und hüpfte unter zu hilfenahme des mobiliars ins bad während er duschte lagen in ihm zwei gegensätzliche impulse im widerstrahl auf der einen seite war da der dann zur selbstrechtfertigung der ihm auf die schulter klopfte und denn er sich recht erinnerte zu seinem sieg im wort gefecht mit den studenten gratulierte auf der anderen stand ein ehrliches eingeständnis seiner wahren motivation die ihn zu der einsicht zwann dass seine abneigung gegenüber robins gästen dem umstand geschuldet war dass es sich um genau den menschenschlag gehandelt hatte zu dem sich seine mutter hingezogen geführt hätte leader strikes leben war ein kampf gegen zwänge jedwider art gewesen in unterwäsche durch die straßen zu marschieren wäre für sie nur eine weitere fröhliche gelegenheit gewesen grenzen auszutesten strik hatte leaders großzügigkeit und ihr mitgefühl mit den ausgestoßenen und benachteiligten nie vergessen andererseits machte er sie keine illusione darüber dass ihr aktivismus in den meisten fällen eine mischung aus Enthusiasmus und Exhibitionismus gewesen missfindung und die anstrengung die mit echter veränderung einherging war sie nicht der typ gewesen stattdessen hatte leader die selbst nie durch besonders tiefgründiges oder kritisches denken aufgefallen war eine schwäche für intellektuelle charlatanerie geart die basis ihrer philosophie wenn man das unzusammenhängende durcheinander aus launen und kurzschlussreaktionen die sie für prinzipien gehalten hatte denn als solche bezeichnen wollte hatte gelautet dass alles was die bourgeoisie verachtete gut und richtig sein musste selbstverständlich hätte sie in bezug auf pornografie und slut walks für kain und courtney partei ergriffen und die krettelei ihres sohnes als das resultat des einflusses ihrer spießigen schwägerin betrachtet während sich strike mit vorsichtigen bewegungen um seinen schmerzhaft pochenden schädel zu schonen abtrocknete und die prothese anlegte dachte er kurz darüber nach robin anzurufen verwarf die idee aber wieder sein übliches vorgehen nach einem streit mit einer frau bestand seit langem darin abzuwarten was sie als nächstes tat und das erschien ihm nur vernünftig wenn sie sich entschuldigte wäre alles in bester Ordnung wenn sie weiter diskutieren wollte bestand wäre hätte sich wohl nur ein masochist aktiv um weiteren ärger bemüht streit war sich prinzipiell nicht zu schade unaufgefordert um vergebung zu bitten wenn er den eindruck hatte im unrecht gewesen zu sein in der praxis jedoch neigte er dazu solche entschuldigungen erst spät und nur dann vorzubringen wenn sich abzeichnete dass kein anderer weg zur versöhnung führte dieser modus operandi war seiner langjährigen beziehung mit charlotte geschuldet allein der versuch sich mit ihr zu versöhnen bevor sich der letzte west ihrer wut verflüchtigt hatte wäre dem ansinnen gleich gekommen ein Haus noch während eines erdbebens wieder aufzubauen charlotte hatte jede seiner weigerungen ihren forderungen nachzukommen sei es aus der army auszutreten den Kontakt mit einer seiner weiblichen bekannten abzubeichen oder geld auszugeben das er nicht hatte zum beweis seiner mangelnden liebe umgedeutet und ihn daraufhin verlassen so dass sie gelegentlich sogar andere frauen kennenlernte und mit ihnen schlief bis charlotte sich wieder in erinnerung brachte immer erst nach derlei trennungsphasen war es überhaupt möglich über meinungsverschiedenheit zu sprechen wobei die auseinandersetzungen dann nicht selten mehrere wochen in anspruch nahmen manchmal war trite sogar wieder auf seinen jeweiligen posten im ausland zurück beordert worden bevor irgendetwas geklärt war doch ab er nun ein dringend benötigtes schinkenbrot mit kaffee sowie zwei ibuprofen zu sich nahm ted anrief sich vergewisserte dass joan noch unter den lebenden weite und ihm versprach dass lucy und er tags darauf bei ihnen wären die post öffnete und eine große goldgeränderte einladung zur 50-Jahr-Feier der deadbeats im mai in fetzen riss im unaufhörlichen wind und regen proviant für die möglicherweise viele stundenlange fahrt einkaufte mit lucy telefonierte oder die wetter vorhersage konsultierte seine gedanken kehrten in schöner regelmäßigkeit zu robben zurück allmählich dammerte ihm dass er sich daran gewöhnt hatte robben an seiner seite zu wissen dies war auch der wahre grund warum er sich gelehntlich einen vorwand suchte um sie zu kontaktieren wenn er deprimiert war oder nicht mehr weiter wusste strike hätte sich nie träumen lassen dass diese mit der zeit entstandene tröstliche und angenehme freundschaft durch etwas in gefahr geraten könnte was aus seiner sicht nichts weiter als eine hitzige dinner debatte gewesen war als sein telefon um vier Uhr nachmittags klählte gliff er zu seiner eigenen überraschung hektisch in der hoffnung danach es möge sich bei dem anrufer um seine geschäftspartner wenn handeln doch stattdessen blickte er auf eine unbekannte nummer ihn ab er fragte sich ob es erneut rockabee oder ein weiterer ihm fremder verwandter war er strike was fragte eine schneidende frauenstimme die nach mittelschicht klar kommen strike mit wem spreche ich claire spencer hier die für die athans zuständige sozialarbeiterin sie haben mir eine nachricht hinterlassen ja wichtig strike zog einen küchenstuhl zu sich heran und nahm platz vielen dank für den rückruf miss miss spencer miss korrigierte sie mit einem hauf von belustigung darf ich fragen sind sie der kommen strike ich bezweifle dass es noch viele andere er fand sich weg er sollte wirklich weniger rauchen verstehe sagte claire spencer wie sie sich denken können war ich ziemlich überrascht von ihnen zu hören woher kennen sie die ephans ihr name fiel im zusammenhang mit einem fall in dem ich zur zeit ermittler erklärte strike dem durchaus bewusst war wie weit diese aussage von der wahrheit entfernt war waren sie etwa laden unten und haben den nachbarn bedroht ich habe nicht bedroht aber er schien mir eine latente aggressivität an den tag zu legen bis habe ich ihn darauf hingewiesen habe dass es gewisse freunde der ephans ungern säen wenn er sie weiter schikanierte ach sagte claire etwas freundlicher ein schädlicher mensch er will sie seit einer ewigkeit aus der wohnung vertreiben damit er das macht die wohnung wurde vor kurzem ordentlich fast wäre streik das wort ausgemistet herausgerutscht doch im letzten moment entschied er sich für eine höflichere formulierung aufgeräumt und geputzt hat erwähnt ja ich will gar nicht abstreiten dass es dort chaotisch ausgesehen hat aber das haben die inzwischen in den Griff bekommen und was die Behauptung angeht die FNZ hätten bauliche schäden verursacht wir haben einen gut achter kommen lassen der sich das ganze angesehen hat und zu dem schluss kam dass kein manne vorlag dieser mann ist die pest feine geste von ihnen ihm auf die finger zu klopfen er glaubte dass er sie nach lust und laune tyrannisieren kann nur weil sie kaum nur Verwandtschaft haben wie dem auch sei worum geht's denn nun in dem Fall an dem sie gerade arbeiten strike erzählte ihr in aller kürze von margot bambo verschwinden im jahr 1974 und wie er auf die ephans gekommen war und deshalb schloss er wollte ich mit jemandem reden der weiß inwieweit ich dem was sie mir erzählt haben trauen kann es folgte ein kurzer Augenblick des schweigens verstehe sagte Claire dann daher dürfte ich ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen wenn sie sie nicht beantworten können muss ich damit leben im na schön sagte sie anscheinend hatte er durch die einschüchterung des tyrannischen eisenwarenhändlers einen Stein bei ihr im Brett die beiden sind offensichtlich in der Lage eigenständig zu wohnen sagte strike mit ein bisschen hilfe ja sagte Claire sie schaffen es überraschend gut sie zusammen wie Pech und Schwefel wahrscheinlich hat sie das bisher davor bewahrt in eine Einrichtung eingewiesen zu werden was genau strike hielt inne und überlegte wie er die Frage möglichst einfühlsam formulieren sollte doch Claire kam ihm zu Hilfe fragiles x syndrom debra ist annähernd voll funktional obwohl sie gewisse soziale schwierigkeiten hat aber sie kann lesen und so weiter so hauen verfügt über mehr sozialkompetenz hat aber stärkere kognitive defizite als seine mutter und gullheim der vater claire lachte ich bin erst seit ein paar jahren für sie zuständig gullheim hab ich nicht mehr kennengelernt also wissen sie nicht wie es um seine geistige gesundheit bestellt war wieder eine pause diesmal eine längere also sagte sie schließlich naja ähm es ist wohl allgemein bekannt dass er merkwürdig war das hab ich von diversen familienmitgliedern gehört anscheinend war er der meinung er könnte andere menschen verhexen mit schwarzer magie wenn sie verstehen deborah hat mir etwas erzählt was mich ein bisschen beunruhigt hat es ging um einen arzt namens dr bernard der mit dr bambro in der st jones praxis gearbeitet hat sie könnte natürlich auch von einer medizinischen untersuchung gesprochen haben aber er glaubte claire etwas sagen zu hören wie bitte oh nichts was genau hat sie ihnen denn erzählt also sagte strike sie sagte sie habe die hose ausziehen müssen gegen ihrem Willen will habe es ihr befohren ich vermutete ein arzt war das sagen sie ja längere schweigen da kann ich ihnen nicht weiter helfen sagte sie nach einigem zögern es ist natürlich denkbar dass es sich um eine medizinische untersuchung gehandelt hat aber in dieser wohnung gingen viele männer ein und aus strike sagte dazu nichts er fragte sich ob er ihre aussage richtig interpretierte quill her musste ja irgendwie geld für seine droben und den alkohol auftreiben für de claire aus aus dem was Deborah den sozialarbeitern ja um es in aller deutlichkeit zu sagen wir vermuten dass er sie zur prostitution gezwungen hat großer gott moment ist rake ich weiß sagte claire sie hat hin und wieder gewisse bemerkungen fallen lassen aus denen wir uns zusammen reimen konnten dass gylhelm mit sawn die wohnung verließ wenn ein freier zugegen war schreckliche sache sie ist so hilflos wenn sie mich fragen war mirli gegenüber nichts davon falls sie mit jemandem sprechen ich weiß nicht inwieweit sie darüber bescheid wissen und sie selbst ist dieser tage einigermaßen glücklich und zufrieden wozu schlafende hunde wecken nein natürlich nicht sagte strike und erinnerte sich wieder an sawns worte beinah war ein alter schmutz fink wie verlässlich ist ihrer meinung nach sawns erinnerungs vermögen wieso was hat er ihnen erzählt mehrere dinge die sein onkel tuder erwähnt haben soll menschen die unter dem fadien x syndrom leiden verfügen normalerweise über ein gutes sandzeit gedächtnis sagte claire vorsichtig ich vermute mal dass er sich besser an das erinnern kann was sein onkel gesagt hat als an vieles andere anscheinend hatte sein onkel tuder eine theorie darüber was margo bambro zu bestoßen ist und diese theorie hatte mit nico und seinen jungs zu tun ach sagte claire soll ich ihnen verraten mir das ist bitte in clerkenwell wohnte damals ein gangster namens nicolovicci son spricht oft über nico und seine jungs als 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 wären sie so was wie volkshelden sie unterhielten sich noch ein paar minuten doch claire hatte nichts interessantes mehr beizutragen noch mal vielen dank kollektive kein wochenende die hilfsbedürftigkeit der menschen auch nicht sagte sie trocken viel glück ich hoffe sie finden heraus was mit der armen ärztin passiert ist nach ihrem tonfall zu schließen meinte sie es zwar gut hielt dies aber verhöchst unwahrscheinlich strikes kopfschmerzen hatten sich inzwischen zu einem dumpfen brochen verstetigt dass sie verstärkte sobald er sich vorbeugte oder zu schnell aufstand er machte sich da an seine reise nach kornemüll am folgenden tag vorzubereiten in dem er alles verderbliche aus dem kühlschrank nahm und sich sandwiches für die fahrt machte in die nachrichten hörte er dass das stürmische wetter allein an diesem tag bislang drei todesopfer gefordert hatte er packte seine tasche schrieb ein paar letzte e-mails richtete eine abwesenheitsnotiz ein die alle potenziellen kunden an pad weiter verwies und warf noch einen blick auf den dienstplan um sich zu vergewissern dass während seiner abwesenheit sämtliche schichten abgedeckt waren unterdessen hielt er die ohren offen und hoffte auf eine nachricht von worben vergetens als er gegen acht vor einer großen pfanne mit eiern und speck saß die er sich angesichts seines katers und der dennoch geleisteten harten arbeit verdient zu haben glaubte vibrierte endlich das telefon über den tisch hinweg sah er dass drei langen nachrichten hintereinander eingetroffen waren anscheinend hatte worben angesichts der tatsache dass er tags darauf früh abreisen würde und der zeitpunkt seiner rückkehr ungewiss war den versöhnungsprozess eingeleitet wie es frauen für gewöhnlich zu tun pflegten er klickte die erste nachricht an bereit jedes friedensangebot großmütig zu akzeptieren erst da fiel ihm auf dass sie von einer unbekannten nummer stammte ich dachte heute wäre valentinstag dabei ist schon der fünfzehnte sie füllen mich mit so vielen medikamenten ab dass ich mich kaum an meinen namen erinnern kann ich bin mal wieder in einer ein richtung das hier ist nicht mein handy eine andere frau hier durfte ihres behalten hast du sie eigentlich nie geändert meinetwegen oder bilde ich mir dazu viel ein ich bin so voll gepunt mit den medikamenten dass ich gar nichts mehr spüre aber ich weiß dass ich dich liebe keine ahnung wie viel sie mir geben müssen bis auch das weg ist genug um mich unzubringen schatze ich die zweite nachricht von derselben nummer lautete was hast du am weintienstag gemacht hattest du sex ich bin unter anderem hier weil ich keinen sex will ich ertrage es nicht wenn er mich berührt und er will noch mehr kinder lieber sterbe ich ich würde sowieso lieber sterben als vieles andere aber das kennst du ja sehe ich dich jemals wieder wieso besuchst du mich nicht bald hab ich mir vorgestellt dass du reinspazierst wie ich damals als das mit deinem bein ich hab mir vorgestellt wie du ihnen sagst sie sollen mich gehen lassen weil du mich liebst und dich um mich kümmerst ich hab geweint und weiter ging es in der dritten nachricht der psychate hat sich gefreut dass ich geweint habe weil gefühle mögen sie ja ich bin im simmons haus adresse weiß ich nicht ich liebe dich vergiss mich nicht was auch immer mit und letzten nachricht stand charlotte falls dir das noch nicht aufgefallen ist streit las sich alle vier nachricht noch einmal durch dann schlasse die augen und fragte sich wie millionen seiner mitmenschen warum probleme nicht schön der reihe nach sondern immer wie eine lawine über einen herein brachen so dass man keine zeit hatte sich von einem schlag zu erholen bevor einen auch schon der nächste traf ihr schöne ritters frau ihr edle dame habt gnade mäßigt euch und wählt ein anderes ziel für eures zornes flamme verband aus eurem herzen was euch quält und schenkt ein weiteres mal ihm eure gunst edmund spencer die feenkönigin zu robins erleichterung standen ihre drei gäste am nächsten tag frühe auf weil sie so viel zeit wie möglich in der city verbringen warten nach dem albtraum abendessen wie sie es insgeheim nannte herrschte gedulde stimmung weil sie eine träne leiche entschuldigung von cortin befürchtete die besonders niedergeschlagen zu sein schien täuchte robin muntere fröhlichkeit vor und empfahl den studenten mehrere sehenswürdigkeiten und lokale in denen man günstig mittag essen konnte ehe sie die drei verabschiedete robin war heute für die nächtliche observierung von elena dean zuständig und hatte jonathan deshalb eine neusave stöße gegeben sie bedauerte nicht dem geringsten dass sie höchst wahrscheinlich noch in stork newington sein würde wenn die studenten die einen zug am sonntag vormittag nehmen wollten bereits wieder auf dem heimweg nach manchester wären da sie auch max nicht über den weg laufen und mit ihm den gestrigen abend aufarbeiten wollte wie brauen den ganzen tag über wie eine freiwillige gefangene in ihrem zimmer wo sie an ihrem laptop arbeitete und ihre regelmäßig auflammende wut auf strike ebenso zu unterdeuten versuchte wie die tränen die sie zu übermannen drohten obwohl sie sich nach kräften auf die aufgabe konzentrierte heraus zu finden wer zum zeitpunkt von margus verschwendenden der jerusalem passage gewohnt hatte musste sie in einem fort an ihren geschäftspartner denken nichts von ihm zu hören überraschte sie kein bisschen aber sie würde den teufel tun und als erste den kontakt wieder aufnehmen sie konnte keines der worte die sie ihm an den kopf geworfen hat der guten gewissens zurücknehmen so sehr war sie es leid dass strike alles was sie für ihn tat für selbstverständlich erachtete der strike gewesen war stellte sich allmählich ein dumpfer kopfschmerz ein jedes mal wenn sie an den vorigen abend und daran dachte was sie ihm auf der straße entgegengeschleudert hatte war sie zu gleichen teilen von verzweiflung und zorn erfüllt sie hatte gern geweint doch ein gefühl der enge in der brust hinderte sie daran sobald sie daran zurückdachte wie der betrunkene strike auf ihre gäste losgegangen war kochte erneut die wut in ihr hoch doch dann ließ sie corpnis und kiles gegen argumente noch mal revue passieren und war sich sicher dass keiner der beiden je bekanntschaft mit solchen schrecken gemacht hatte wie sie selbst nicht nur unter jener dunklen treppe in ihrem studenten wohnheim sondern auch im zuge ihrer zusammenarbeit mit strike sie hatten seine geschichten nicht hören wollen weil es für sie bequemer war zu glauben dass man durch sprache allein die welt verändern könne trotzdem war robin weit davon entfernt deshalb verständnis fehlenden geschäftspartner aufzubringen im gegenteil sie ärgerte sich darüber ihm zustimmen zu müssen letztlich war er nur darauf ausgewiesen jemanden oder etwas anzugreifen und sie musste jetzt den preis dafür zahlen robin zwang sich dazu weiter zu arbeiten die arbeit stellte ihre einzige konstante ihre einzige rettung dar gegen 8 uhr abends war sie sich so sicher wie sie nach der durchsicht der online archive nur sein konnte dass niemand seit 40 jahren ununterbrochen in der jerusalem passage wohnte inzwischen war sie so hungrig dass sie unbedingt etwas essen musste auch wenn dies womöglich bedeutete Max über den Weg zu laufen und mit ihm über strike zu reden und wie set auf er wollte saß Max auf dem sofa am wohnzimmer und sah mit wolfgang auf dem schoß fern sobald er sie kommen sah stellte ihr die nachrichten auf stumm robben rutschte das herz in die hose guten abend hi sagt robben ich mach mir noch schnell etwas zu essen möchtest du auf was es ist noch schmor braten da wenn du willst hat strike ihn doch nicht ganz geschafft sie erwähnt ihn absichtlich um es so schnell wie möglich hinter sich zu bringen sie konnte Max ansehen dass er zu dem thema ein paar worte loswerden wollte nein antwortete Max beförderte den schläfrigen Wolfgang aufs Sofa stand auf und ging in die Küche ich mach ihn dir warn nicht nötig ich kann doch Max hier neben sie das war so ungewöhnlich für ihn dass Robin schlagartig nervös wurde war da etwas was er ihr möglichst schonend beibringen wollte hatte er sich doch dazu entschlossen die Wohnung zu verkaufen ich hab dir nie erzählt wie ich zu dieser schön bleibe gekommen bin oder nein sagte Robin vorsichtig ich habe vor fünf Jahren eine große Schadensersatz zahlung erhalten wegen eines ärztlichen Behandlungs Feders oh Max lächelte normalerweise sagen die Leute jetzt ach du scheiße was ist denn passiert aber du nicht oder das ist mir schon vor längerer Zeit aufgefallen du stets kaum fragen das mache ich bei der Arbeit schon andauernd sagte Robin nur war das nicht der Grund weshalb sie Max nie nach seiner finanziellen Situation gefragt hatte und sich auch jetzt nicht erkundigte was bei seiner medizinischen Behandlung schiefgelaufen war in Wobbins Vergangenheit gab es zu viel was sie lieber unangetastet dies als dass sie anderen Menschen unangenehme Fragen stellen wollte vor sieben Jahren hatte ich starkes Herzrasen sagte Max und studierte das Etikett seiner Bierflasche Herzrhythmusstörungen ich wurde an einen Spezialisten überwiesen der mir bei der OP aus Versehen den Sinusknoten gekappt hat weißt was das ist er blickte zu Wobbin auf die den Kopf schüttete hat mir auch nichts gesagt bis sie mir meinen ruiniert hatten im Prinzip haben sie meinem Herzen die Fähigkeit genommen aus eigener Kraft zu schlagen sie mussten mir einen Herzschrittmacher einsetzen oh nein flüsterte Robin und die Gabel mit einem Stück Lentfleisch erstarrte auf halbem Weg zu ihrem Mund und das Beste ist vor Metzford dass das alles völlig unnötig war wie sich herausstellte hatte ich gar keine Herzrhythmusstörungen sondern einfach nur Lampenfieber ich oh Max das das tut mir so leid ja schön war das nicht sagte Max und nahm ein Schluck Bier zwei Operationen am offenen Herzen Komplikationen ohne Ende Sämtliche Engagements waren futsch ich war vier Jahre lang arbeitslos und schlug immer noch Antidepressiva Matthew hat damals darauf bestanden dass ich die Ärzte verklage was ich wahrscheinlich nie getan hätte wäre er nicht so hartnäckig gewesen die Anwaltskosten der Stress aber letzten Endes habe ich gewonnen und ein ordentliches Schmerzensgeld gekriegt dann hat er mich davon überzeugt in eine Immobilie zu investieren Matthew ist Anwalt er verdient sehr gut und so kam es dass wir diese Wohnung gekauft haben Meckstrich sieht das dichte bürnde Haar aus dem Gesicht und sah zu Wolfgang der zum Tisch herüber getrottet kam um dem Schmorbraten duft näher zu sein eine Woche nachdem wir hier eingezogen waren hatte mir eröffnet dass er mich verlassen wolle die Tinte auf dem Kaufvertrag war nicht mal richtig trocken er er habe dagegen angekämpft weil er sich mir gegenüber verpflichtet gefühlt habe nachdem ich so viel durchgemacht hätte aber gegen seine Gefühle komme er nun mal nicht an er habe erkannt sagte Max mit einem wehmütigen Lächeln dass Mitleid und Liebe Licht ein und dasselbe sein er wollte dass ich die Wohnung behalte ich musste ihn nicht mal ausbezahlen als hätte ich mich an und dann ist er mit Thiago auf und davon sein neuer ist brasilianer restaurant besitzer das sagte Robin leiser muss die Halle gewesen sein ja allerdings ich sollte langsam damit aufhören mir ihre Bilder auf Instagram anzusehen Max seufzte tief und rieb sich unbewusst über die Narben an seiner Brust natürlich hab ich mit dem Gedanken gespielt zu verkaufen aber die hatten ja quasi nie zusammen hier gewohnt also hängen auch keine gemeinsamen Erinnerungen daran außerdem hatte ich einfach nicht die Kraft noch mal auf Wohnungssuche zu gehen und unzuziehen ich bin geblieben obwohl ich mir die monatlichen Hypotheken raten kaum leisten kann Robin ahnte warum Max ihr all das erzählte und ihre Vermutung bestätigte sich als er ihr in die Augen sah ich wollte damit nur sagen es tut mir leid was passiert ist ich hatte ja keine Ahnung Ilse hat mir nur erzählt dass du mit einer Waffe bedroht wurdest bei der Gelegenheit wurde ich nicht vergewaltigt sagte Robin und fing zu Max sichtlicher Verwirrung an zu lachen zweifellos lag es an ihrer Müdigkeit dass sie die grässliche Aneinanderreihung schrecklicher Dinge die Menschen einander antaten und die nicht im geringsten lustig Albträumen nein die Vergewaltigung war vor zehn Jahren deshalb hab ich das Studium abgebrochen scheiße sagte Max ja sagte Robin und wiederholte was Max zuvor gesagt hatte schön war das nicht und wann war das mit dem Messer wollte Max wissen und warf einen Blick auf Robins Unterarm sie lachte erneut was blieb ihr auch anderes übrig vor ein paar Jahren als du schon für Strike gearbeitet hast ja Robin hörte auf zu lachen hör mal wegen gestern abend ich fand es lustig sagte Max ist dich dein ernst und wie das war echt nützlich um meine Rolle besser zu verstehen er hat so eine Energie an sich typ rauer Kerl der sich nicht ins Boxhorn jagen lässt er fühlt sich auf wie ein Arschloch willst du das damit sagen Max lachte und zuckte mit den Schultern ist er nicht dann wirklich so anders ja also keine Ahnung weniger Arschloch aber was ihr über deine Kochkünste gesagt hat stimmt fügte sie hinzu um weiteren Fragen zuvor zu kommen das Essen war fantastisch tausend Dank nochmal das hab ich gerade wirklich gebraucht sobald sie abgeräumt hatte kehrte Robin nach unten zurück um vor ihrer Observierung noch zu duschen ihr blieb eine Stunde Zeit bevor sie Hutchins ablösen musste also setzte sie sich wieder aufs Bett und kam auf gut Glück verschiedene Versionen des Namens Paul Satchwell bei Google ein Paul L. Satchwell L.P. Satchwell Paul Leonard Satchwell Leo Paul Satchwell Ihr Handy klingelte es war Strike Nach einem Augenblick des Zögerns nahm sie den Anruf entgegen sagte aber nichts Robin Ja Können wir reden Ja Mit gerunzelter Stirn sah sie zur Decke Ihr Herz schlug schneller als sonst Ich Ich wollte mich entschuldigen Robin war so baff dass sie mehrere Sekunden lang kein Wort ausbrachte Dann räusperte sie sich Weißt du überhaupt noch wofür Äh Ja glaub schon sagt Strike Ich wollte nicht dass diese Sache zur Sprache kommt Ich hätte das Thema beim Essen nicht ansprechen dürfen da habe ich nachgedacht Robins Augen füllten sich mit Tränen Okay sagte sie so gefasst wie nur möglich Und es tut mir leid dass ich so unhöflich zu deinem Bruder und seinen Freunden war Danke sagte Robin Wieder schwieden sie draußen regnete es immer noch Hast du was von Itzer gehört fragte Strike schließlich Nein sagte Robin Du von Nick Nein wieder schweigen Also ähm vertragen wir uns wieder fragte er Ja Robin fragte sich ob das auch die Wahrheit war Wenn ich irgendwas für selbstverständlich gehalten habe dann dann tut es mir leid fuhrst Wack Fahrt Du bist das Beste was ich habe Ach Scheiße Strike Robin gab auf so zu tun als würde sie nicht weinen und zog geräuschvoll die Nase hoch Was Du bist Du bringst mich zur Verzweiflung Wieso weil du das Garly eben gesagt hast Das habe ich schon öfter gesagt Hast du nicht Doch nur warst du nicht dabei Ach sagte Robin die jetzt gleichzeitig lachte weinte und zu einem Taschentohkläff Dir ist aber schon klar dass das nicht dasselbe ist wie es mir persönlich zu sagen Ja ich glaub schon jetzt wo du es sagst er saß rauchend an dem kleinen Resopatisch in seiner Küche der wegen vor seinem Dachfenster schien kein Ende ihm zu wahlen Irgendwie hatten ihm Charlottes Nachrichten zu der Einsicht verräufen dass er Robin anrufen und sich mit ihr versöhnen musste bevor er zu John nach Cornwall aufbrach Der Klang ihrer Stimme und ihres Lachens hatte den üblichen Effekt auf ihn trocken Morgen früh um acht ich treffe Lucy beim Autoverleih wir haben einen Geländewagen reserviert fahrt vorsichtig sagte Robin auch sie hatte aus den Nachrichten von den drei Personen erfahren die im Sturm und in den Fluten umgekommen waren klar ich wünschte nur du würdest fahren Lucy ist am Steuer eine Katastrophe hör auf mir zu schmeicheln ich hab die schon verziehen das ist mein Ernst du und dein Fahrsicherheitskurs du bist der einzige Mensch bei dem ich als Beifahrer keine Angst zustände bekomme schafft ihr es überhaupt bis dorthin nicht mit dem Auto jedenfalls nicht die ganze strecke aber Paul Wolf kommt uns entgegen er hat Schlauchboote aufgetrieben wir haben gar keine andere Wahl John bleiben womöglich nur noch wenige Tage ich denke an euch sagte Robin und drück euch aufgelegt hatte saß Robin eine Zeit lang nur da und genoss das Gefühl der Erleichterung das sie mit einem Mal überkommen hatte dann zog sie den Laptop näher heran um ihn herunter zu fahren er sie im Land Rover zu ihrer nächtlichen Observierung aufbrach ohne sich zu viel davon zu versprechen gab sie auf die schnelle noch Pro Sedgeville Künstler in die Suchmaske ein Künstler Pro Sedgeville verbrachte einen Großteil seines Berufslebens auf der glichischen Insel wie bitte sagt Robin laut als hätte der Laptop zu ihr gesprochen sie klickte auf das Suchergebnis woraufhin die Webseite der Lemmington Spa Museum and Art Gallery auf dem Bildschirm erschien darauf war sie in den vielen Stunden der Suche nach Pro Sedgeville bislang kein einziges Mal gestoßen die Seite musste erst vor kurzem erstellt oder aktualisiert worden sei Ausstellung regionaler Künstler Delitter bis 7. März 2014 Das Lemmington Spa Museum in Art Gallery stellt Werke von Künstlern aus der Region Warwickshire aus Eintritt frei Robin scrollte an diversen Künstler Fotos vorbei nach unten bis sie ihn entdeckte Paul Sedgeville auch wenn sein wettergegabtes Gesicht faltiger und die Zähne gelber geworden waren Das lockiger und inzwischen weiße Fiel ihm immer noch über die Schultern Dichte weiße Haarbüschel Quollen aus dem offenen Hemdkragen Der in Lemmington Spa geborene und in Warwick aufgewachsene Künstler Paul Sedgeville verbrachte einen Großteil seines Berufslebens auf der griechischen Insel Kos In seinen hauptsächlichen Öl angefertigten Arbeiten setzt Sedgeville sich mit griechischen Mythen auseinander und fordert dem Betrachter Herr Waus sich seinen Urängsten zu stellen während die sinnliche Linienführung und Farbgebung eine Neubewertung gängiger Konventionen Punkt 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 Oh Meer der Sorgen Sturm der Trauer Was ficht dich an dass deine schweren Böen mein Schifflein plagen ohne Unterlass Vom Rettend Hafen ist nichts mehr zu sehen Es bleibt nur Furcht Mein Leben kann vergehen in deinen berges hoch getürnten Wogen Edmund Spencer die Feenkönigin Obwohl Flut Regen und Sturm denen Strike und Lucy sich auf ihrem Weg nach St. Maus stellen mussten nicht realer hätten sein können erschien ihnen die Reise merkwürdig traumartig Beide wussten dass am Ende der Tod wartete und beide waren fest entschlossen dass sie falls Joan bei ihrer Ankunft noch unter den Lebenden weiter bis zum Schluss an ihrer Seite ausharren würden Die Bäume entlang des Motorway bogen sich ächzend im Wind Oft mussten sie Meilenbeid Ecke umfahren die sich in riesige Säen verwandelt hatten Zweimal wurden sie an Straßensperren angehalten wo ihnen verärgerte Polizisten dringend zur Umkehr wieten das ließen sich nicht beirren Einmal mussten sie einen Umweg von fünfzig Meilen machen um fünfzehn voranzukommen Sie verfolgten aufmerksam die Nachrichten im Radio und die Wahrscheinlichkeit dass sie früher oder später gezwungen wären den Geländewagen abzustellen stieg mit jeder Mäldorn Regen prassete aufs Outdoor Windböen hoben die Wischerblätter von der Windschutzscheibe Bruder und Schwester wechselten sich beim Fahren ab vereint im gemeinsamen Ziel und vorübergehend frei von allen sonstigen Sorgen und Problemen Zu Strikes dankbare Überraschung hatte diese Krise sowie die Krankheit schon verändert hatte eine andere Lucy zum Vorschein gebracht Seine Schwester war nur mehr ganz darauf konzentriert was getan werden musste Ohne drei lahmende Söhne auf der Rückbank die zappelten und einander schubsten sobald eine Fahrt länger als 20 Minuten dauerte war sie auch hinter dem Steuer wie ausgewechselt wer hatte völlig vergessen wie effizient und pragmatisch Lucy sein konnte wie entschlossen mit ihrer ruhigen Verbissenheit was erst zu Ende als 30 Meilen vor Saint Mons Überschwemmungen und umgestürzte Bäume ein weiteres Vorankommen unmöglich machten während Lucy über dem Lenker zusammensackte und mit dem in den Armen vergrabenen Gesicht vor einen Baum und nutzte die Gelegenheit um vor dem ewigen Regen geschützt eine Zigarette zu rauchen und Dave Powe anzurufen der bereits damit gerechnet hatte ihnen zur Hilfe einzumüssen ja wir haben uns schon gedacht dass ihr an der Stelle nicht weiter kommt sagte Powe sobald Strike seine Position durchgegeben hatte wer sind denn wir scheiße allein glied das wohl kaum hin oder die die wir sind in einer Stunde bei euch bleibt im Auto und er erhielt Wort es dämmerte bereits als eine Stunde später Dave Polworth und fünf weitere Männer auftauchten zwei Mitglieder der örtlichen Küstenwache und drei ehemalige Schulfreunde alle trugen für das schlimmste Unwetter geeignete Wattstiefel und Ölzeug sobald sie Strikes und Lucys Gepäck geschultert hatten stellten sie den Geländewagen an einer Nebenstraße ab und es ging zu Fuß weiter da einem Er hatte keine andere Wahl als über seinen eigenen Schatten zu springen und sich von seinen alten Schulkameraden zu beiden Seiten stützen zu lassen Es war dunkel geworden bevor sie die von Polworth organisierten Schlauchboote erreichten mit denen sie die überfluteten Felder überqueren warten Sie ruderten und stagten abwechselnd mit den Paddeln und navigierten mit Hilfe von Kompass und Taschenlam Um für Strikes und erdenklichen Freund und Bekannten um Unterstützung gebeten Mehrwere Meilen legten sie im Hänger eines Traktors zurück Dann wieder waren sie gezwungen durch eiskaltes Flutwasser zu warten wobei der größte und kräftigste Mann die zierliche Lucy Huckeback nahm Vier Stunden nachdem sie den Wagen abgestellt hatten erreichten sie schließlich sein Maus Voll im Gartentor zu Ted's und Jones Haus fielen Bruder und Schwester ihrer Eskorte dankbar um den Hals La's gut sein sagte Paul Wolf als der erschöpfte schmerzgeplagte Strike mit Worten auszudeuten versuchte was nicht in Worte zu fassen war und jetzt rein mit euch sonst war der ganze Scheiß umsonst oder Ted den sie regelmäßig über den Fortgang der Reise auf dem Laufenden gehalten hatten wartete bereits im Schlafanzug an der Hintertür Tränen liefen ihm an den tiefen Falten im Gesicht hinab Ich hätte nie gedacht dass sie es schafft sagte er wieder und immer wieder während er ihnen Tee machte Das hätte ich nie gedacht Wie geht es ihr fragte die zitternde Lucy als sie zu guter Letzt mit Tee Bechern in den Händen am Tisch saßen und Toast aßen Sie hat heute ein bisschen Suppe gegessen wird überglücklich sein euch beide zu sehen und damit nahmen Tage ihren Anfang die ebenso zeitlos und traumgleich waren wie die Anreise an sich Anfangs verzichtete Strike dessen Stumpf von der beschwerlichen Reise entzündet war auf die Prothese und bewegte sich nur hüpfend und mit Hilfe von Stühlen und Wänden durch das kleine Haus Er las beantwortet der Wobbins E-Mails doch war inzwischen fragil wie ein Vögelchen die Knochen schimmerten durch ihre dünne Haut sie war fest entschlossen zu Hause und nicht im Krankenhaus von True zu sterben und so lag sie zusammengeschrumpft und winzig in dem großen Doppelbett das ihr komplettes Schlafzimmer ausfüllte einst angeschafft um dem großen muskulösen Ted dem ehemaligen Militärpolizisten und späteren Seenotretter genug Platz zu bieten Tagsüber wechselten sich Strike Ted und Lucy damit ab an Jones Bett zu sitzen weil sie ganz gleich ob sie wachte oder schlief jemanden an ihrer Seite wissen wollte Nur wenn Crenza morgens und abends vorbeikam zogen sie sich zurück Joan war nicht mehr in der Lage ihre Tabletten zu schuppen so dass Crenza ihr das Morphium spritzen musste Strike wusste überdies dass Crenza während seiner eigenen langen Genesung nach der Amputation hatte er ein umfassendes Bild davon bekommen was Krankenpfleger leisteten die effiziente und stets freundliche Crenza war eine der wenigen Personen die Strike gern in der zuigen Küche willkommen hieß Joan schlief fast durchgehend kamerte sich jedoch auch drei und schließlich vier Tage nach Strikes und Lucy's Ankunft noch immer verbissen ans Leben Das liegt an euch beiden erklärt Ted Sie will nicht gehen solange ihr hier seid Allmählich lernte Strike die Stille zu fürchten gegen die keine menschliche Stimme ankam In Ermangelung anderer Beschäftigung wurden ständig Heißgetränke zubereitet und das Klirren der Teelöffel in den Bechern zerrte ebenso an Strikes Nerven wie die Tränen die Ted vergoss wann immer er sich unbeobachtet glaubte und die Flisterstimmen der wohlmeinenden Mann Quack mit den drei Söhnen ein das Ehepaar hatte lange hin und her überlegt wie vernünftig es wäre die drei Jungen aus der Schule zu nehmen und eine Reise auf sich zu nehmen die trotz der inzwischen abgeflauten Stürme nicht ohne Risiko war Doch Lucy hatte deren Abwesenheit nicht länger ertragen Sobald Quack vor dem Haus gehalten hatte stürmten die Jungs aus dem Auto auf ihre Mutter zu Stryk und Ted betrachteten die sich in den Armen liegende Familie der Unverheiratete Seite an Seite mit dem künftigen Witwer vereint in ihrer Einsamkeit Man führte die Jungen in Johns Schlafzimmer und es gelang ihr ihnen allen ein Lächeln zu schenken Selbst Luke war danach für seine Verhältnisse schweigsam und Jake musste weinen Weil nun beide Gästezimmer zur Unterbringung der Familie benötigt wurden kehrte Stryk klaglos auf das Sofa zu Rack Tja da sie ist beschissen Ars teilte ihm Paul Wolf an Tag sechs unverbünd mit und genau so fühlt es Dreik sich auch er hat auf dem Ross Haar Sofa kaum ein Auge zu getan Gehen wir auf ein Pint in den Pub Darf ich mit fragte Jack hofflungsvoll Inzwischen suchte er erst Dreiks antwortete Stryk Craig der mit dem Handy am Räumgarten seine Runden deutete und versuchte an einer Telefonscheite mit dem Londoner Büro teilzunehmen während Luke und Adam um ihn herum Fußball spielten gab mit emporgeregtem Daumen seinen Segen Und so machten sich Stryk Paul Wolf und Jack auf den Weg ins Zentrum von St. Mors Dummte Wolken hingen am Himmel und die Straßen waren nach wie vor nass Im Maien hatte der Wind sich inzwischen gelegt Als sie die Uferpromenade erreichten klingelte Strykes Handy Er nahm den Anruf im Gehen entgegen Stryk Schenker hier ich hab deine Nachricht bekommen Das ist zehn Tage her sagte Stryk Ich war beschäftigt du undankbares Stück Scheiße Sorry Er gab den beiden anderen mit einer Geste zu verstehen dass sie vorausgehen sollten lehnte sich gegen die Hafenmauer und starrte hinaus auf sagte Schenker Keiner weiß wie die alte von deinem Film sein soll Bansen aber das war so heftig dass ich schon was richtig krasses angestellt haben muss Sie hatte es verdient meinst du entgegnete Stryk mit Blick auf das ruhige Meer kaum zu glauben dass es eine derartige Zerstörung über den Ort gebracht hatte Ich sag nicht dass sie es verdient hatte Ich sag nur dass das selbst für Muckiewitchie nicht normal war erkehrte Schenker ungeduldig sitzt du in Einzelhaft bitte wo zum Geier bist du ich höre kein Verkehr im Hintergrund Cornwall Für einen Augenblick erwartet es Streit allen Ernstes dass Schenker ihn fahren würde wo Cornwall lag Schenkers Unkenntnis des Landes jenseits der Londoner Stadt Gemarkung war geradezu legendär Scheiße was machst im Cornwall Meine Tante liegt dem Staben Fuck sagte Schenker Tut mir neid Wo ist er jetzt Wer Richie Im Heim hab ich doch gesagt Na schön Trotzdem fiel dann Schenker Das weiß ich zu schätzen Zum vielleicht ersten Mal überhaupt Bart Schenker Streit in der Leitung zu bleiben und nicht umgekehrt Hey warte Was Streit führte das Handy wieder Streich und knifft die Augen in die auflandige Brise zusammen Solange ich nicht weiß was mit der Ärztin passiert ist Scheiße nochmal Bist du scharf auf eine Kugel im Kopf Bis breit Schenker sagte Streit und davor sein alter Freund noch etwas sagen konnte legte er auf und stellte das Handy auf stumm Als Streit das Victory wie betrat saßen Paul Wolf und Jack bereits bei zwei Pints und einer Kohle an einem Tisch Ich hab ihm gerade erklärt dass das hier mal seine Stammklappe wird verkündete Paul Wolf sobald Streit sich gesetzt eingesetzt hatten Jack war am selben Krankenhaus zur Welt gekommen wie Streit Unmütterlicherseits bist du ein Nankero sagte Paul Wolf Jack schien die ihm zuteil der Aufmerksamkeit sehr zu genießen Damit bist du ein echter Cornish man mit chronischem Blut in den Adern Dann band sich Paul Wolf an Streit Was sei das ein gerade für ein Preul Das Cockney war ja meilenbeid zu hören Das Schenker Ich hab dir schon mal von ihm erzählt sagte Strike Meine Mom hat ihn eines Nachts mit einer übeln Schnittwunde von der Straße aufgelesen Da hat er uns adoptiert Strike nahm einen Schluck und fragte sich wie Paul Wolf und Schenker im unwahrscheinlichen Fall dass sie sich je begegnen sollten miteinander auskämen Wahrscheinlich würden sie früher oder später aufeinander losgehen Sie kamen Strike vor wie die Teile zweier verschiedener Puzzles Es gab keinerlei Verbindung zwischen den beiden Als das Wort Schnittwunde gefallen war hatte Paul Wolf Jack einen besorgten Blick zugeworfen Keine Sorge sagte Strike und dies das Glas hingen Er will Militärpolizist werden Genau wie Ted und ich Jack glänzte noch breiter Er hat einen Heidenspaß Kriege ein Schluck Bier fragte er sein Onkel Treib nicht zu weit Sieh da ist einer an sagte Paul Wolf und tippte auf die Zeit um die er vor sich aufgeschlagen hatte Westminster macht den Schotten Druck dieser Arsch Strike räusperte sich Jack kicherte Sorry sagte Paul Wolf aber mal ehrlich ihn anzudrohen dass sie keinen Pfund mehr haben dürfen wenn sie sich für die Unabhängigkeit entscheiden natürlich sollen sie das Pfund behalten das ist doch im Interesse aller Es folgte ein zehnminütiger Vortrag über regionalen Nationalismus die offensichtlichen Vorzüge der Unabhängigkeit Schottlands und Cornwalls und die Idiotie der Wahl die dagegen waren bis Jack einzuschlafen drohte und Dreit sich nicht mehr anders zu helfen wusste als sie unter Halt um auf das Thema Fußball zu lenken Wie erwartet hatte Arsenal gegen den Titelverteidiger Bayern Männchen verloren und würde im Match mit Ted angesehen und beide hatten tapfer so getan als interessierten sie sich für das Ergebnis Strike ließ Proworth sogar einen tadelnden Kommentar bezüglich des Fouts durchgehen für das Chesney vom Platz gestellt worden war solange er nur mit der Politik aufhörte Als Strike in dieser Nacht wieder im Dunkeln auf dem Rosshaar Sofa lag und nicht schlafen konnte kehrten seine Gedanken zu Proworth zurück in Kombination mit seinen Schmerzen und dem ständigen Druck hier in diesem überfüllten Haus darauf zu warten dass der winzige Körper im Schlafzimmer über ihm seinen Dienst einstellte verwandelte sich seine Müdigkeit in einen beinah fieberigen Zustand in diesem beinah Delirium gasterten gleichzeitig zig Ideen durch Strike Kopf er dachte an Kategorien und Grenzen die der Mensch schaffen und durchsetzen und jener denen er entfliehen oder die er zerschlagen wollte er erinnerte sich an den fanatischen Glanz in Proworths Augen als er sich für eine Grenze zwischen Cornwall und dem Rest des Landes ausgesprochen hatte und als Strike schließlich über die fiktionalen Klassifikationen in der Astrologie nachdachte schlief er ein und träunte von Lieder wie sie vor langer Zeit in der Kommune in Norfolk Tarot Karten gelegt hatte um fünf Uhr morgens weckten ihn die Schmerzen weil er damit rechnete dass Ted ebenfalls bald aufstehen würde zog er sich an um die Wache am Bett seiner Tante zu übernehmen solange sein Onkel frühstückte und tatsächlich erschien Ted im Morgenmantel in der Schlafzimmertür sobald er Strike Schritte auf dem treten Absatz hörte Ich hatte Tee gemacht flüsterte Strike steht im Junge früsterte Ted und drückte Strikes Arm Sie schläft aber ich hab mich gegen vier kurz mit ihr unterhalten so viel hat sie seit Tagen nicht geredet Die Unterhaltung mit seiner Frau schien ihn aufgemundert zu haben er ging nach unten und Tee zu trinken Strike schlüpfte lautlos in das so vertraute Schlafzimmer und setzte sich auf den harten Stuhl neben Jones Bett Soweit Strike wusste hatten Ted und John seit ihrem Einzug die Tapete nie erneuert Seit seiner Entlassung aus der Armee war dieses Haus in dem kleinen Ort in dem die beiden aufgewachsen waren ihr einziges Heim gewesen Ted und John schienen blind dafür zu sein wie heruntergekommen es im Lauf der Jahrzehnte geworden war John war pedantisch was Sauberkeit anbelangte doch sie hatte das Haus einmal eingerichtet und anschließend nicht das Bedürfnis verspürt dies ein weiteres Mal zu tun Strike erinnerte sich wieder daran wie er als Kind mit dem Zeigefinger geometrische Muster zwischen die kleinen Nila Blumen auf der Tapete gezeichnet hatte wie er früh morgens zu Ted und John ins Bett gekochen war als beide noch halb geschlafen hatten und wie er von ihnen Frühstück und einen so verständnislos an dass sie sich nicht sicher war ob sie ihn überhaupt erkannte John ich Benz sagte er leise rückte näher an ihr Bett heran und schaltete die Nachttischlampe mit dem Fransenschirm an Komm Ted frühstückt gerade John lächelte ihre Finger zuckten und Strike nahm ihre winzige verkrampfte Hand Sie sagte etwas was er nicht verstand und er beugte sich vor bis sein großer Kopf ganz nah an ihrem Gesicht war was hast du gesagt bist ein guter Mensch ach ich weiß ne murmete Strike er hielt sanft ihre Hand und hatte kurz Angst zu fest zu deuten durch den Arcus seniles um die Iris ihrer blassen Augen wirkte das blau noch verwaschener als sonst er musste daran denken wie oft er sie besuchen können und es doch unterlassen hatte so viele verpasste gelegenheiten wie oft hatte er ihren geburtstag vergessen hilfst den leuten sie sah zu ihm auf und flüsterte mit äußerster anstrengung ich bin stolz auf Tee er wollte etwas sagen doch seine kehle war wie zugeschnürt einige Augenblicke später fielen ihr die Augen zu ich hab dich lieb John er war so heiser dass die worte kaum hörbar aus seiner kehle dannen dahe meinte sie lächelnd zu sehen als sie in einen schlaf sank aus dem sie nicht mehr erwachen sollte von Fotorobin in Leamingtons Barfabrien, um bei der Eröffnung von Paul Setschmids Ausstern dabei zu sein. Davon erzählte sie Strike allerdings nichts. Sie vermutete, dass er im Augenblick mit seinen Gedanken bei seiner Familie in Cornwall war und für etwas anderes keinen Kopf hatte. »Keine Sorge«, wiederholte sie, »und mein Beileidkommerin.« »Danke«, sagte Strike. »Ich hatte ganz vergessen, wie es ist, eine Beisetzung zu organisieren. Einen Streit musste ich bereits schlechten.« Nachdem er Lucy und Ted Jones letzten Wunsch mitgeteilt hatte und die beiden ihre Tränen getrocknet hatten, war Ted auf die Idee gekommen, die Trauergemeinde sollte für die Macmillan-Krebshilfe spenden statt Blumen zu kaufen. Lucy dagegen sagt, dass Joan Blumen gewollt hätte, erzählte Strike weiter. »Ich habe vorgeschlagen, dass ihr beides zur Wahl stellen.« Dann meinte Ted, dass die Leute so auch beides machen würden, obwohl sie es sich nicht leisten könnten. Aber scheiß drauf, Lucy hat recht. John hätte Blumen gewollt, und zwar so viele wie möglich. Jedenfalls hat sie anderer Leute Beerdigungen immer nach der Menge der Blumen beurteilt. Nachdem sie sich voneinander verabschiedet hatten, saß Robin noch eine Zeit lang an ihrem gemeinsamen Schreibtisch und fragte sich, ob es wohl angemessen wäre, im Namen der Dektei Blumen zur Beisetzung von Strike's Tante zu schicken. Sie hatte John nie kennengelernt und befürchtete, dass eine solche Beileidsbezeugung als übertrieben oder gar aufdringlich verstanden werden konnte. Sie erinnerte sich noch guter an, wie sie Strike angeboten hatte, ihn bei John in St. Maus abzuholen. Er hat entschieden, abgelehnt und wie immer eine scharfe Trennlinie zwischen Job und Privatleben gezogen. Robin gähnte vor den Computer runter, schlug die Akte-Postkarte zu, die sie gerade auf den nassen Stand gebracht hatte, stand auf und griff nach ihrem Mantel. Als sie ihren leeren Gesichtsausdruck in der Glastür der Dektei gespiegelt sah, blieb sie stehen, drehte sich wie auf ein unhörbares Kommando um, kehrte in ihr Büro zurück und schaltete den Computer wieder ein. Bevor sie es sich doch anders überlegen konnte, bestellte sie einen Trauerstrauß aus dunkelroser Hosen, der am 3. März zusammen mit der Nachricht »Ein aufrichtiger Anteilnahme«, Robin, Sam, Andy, So und Pat in die Kirche von St. Maus geliefert werden sollte. Den Rest des Monats arbeitete sie ohne Unterlass. Sie bestellte den heimgesuchten Wetterfrosch samt Gatten zu einem letzten Termin ein, bei dem sie ihnen Postkartes Namen und Adresse verriet und die letzte Rate kassierte. Anschließend bat sie Pat, die Warteliste zu konsultieren und die mutmaßlich gehahnte Rohstoffbrokerin zu kontaktieren. Schon am folgenden Tag empfing sie die Frau im Büro, um sich die wichtigsten Informationen und einen Vorschuss geben zu lassen. Die Rohstoffbrokerin machte kein Hehl aus ihrer Enttäuschung, das nicht streitpersönlich sie empfing. Die dünne, farblose 42-Jährige mit dem ein wenig zu stark gebleichten Haar, das von Nahem an dünnen Draht erinnerte, war Robin auf Anhieb unsympathisch, bis sie gegen Ende des Treffens auf ihren Ehemann zu sprechen kam, dessen Geschäft bankrott gegangen und der deshalb gezwungen war, von zu Hause zu arbeiten, deshalb er viele lange Stunden allein mit den Kindermädchen verbrachte. »Vierzehn Jahre«, sagte die Maklerin, »vierzehn Jahre, deine Kinder, und jetzt?« Sie verbarg ihre Augen hinter den zitternden Händen. Robin, die seit der Schulzeit mit Matthew zusammen gewesen war, empfand für die Frau trotz der spreuden Fassade unwillkürlich Mitleid. Sobald sich die neue Klientin verabschiedet hatte, zitierte Robin Morris ins Büro und erteilte ihm den Auftrag, tags darauf das Kindermädchen zu observieren. »Geht klar«, sagte er, »hey, wie wär's, wenn wir die Klientin RB nennen?« »Was soll das? Witch Bitch«, erläuterte Morris grinsend. »So sieht sie nämlich aus.« »Kommt nicht in Frage«, sagte Robin, ohne eine Miene zu verziehen. »Oh, Robbler«, Morris zog die Augenbrauen hoch, »Feministin in Nahlarm?« »So was in der Art.« »Na schön, wie wär's mit, wir nennen sie Mrs. Smith.« »Nach der Straße, in der sie wohnt«, sagte Robin Kühl. In den folgenden Tagen beteiligte sich auch Robin an der Observierung des Kindermädchens, das mit seinem glänzend, braunen Haarwaage an Strikes Exfreundin Lorelai erinnerte. Die Kinder der Rohstoffbrokerin jedenfalls schienen ihr Kindermädchen zu vergöttern, und das Gleiche galt, so befürchtete Robin, auch für den Vater. Obwohl er sie kein einziges Mal in eindeutiger Absicht berührte, legte er ansonsten das Verhalten eines hoffnungslos verdiebten Mannes an den Tag. Er spiegelte ihre Körpersprache, lachte übertrieben über ihre Bemerkungen und beeilte sich Türen und Gartentore für sie zu öffnen. Ein paar Tage später düste Robin auf der Fahrt zu Elenardins Haus in Zocknürigen eine Sekunde lang am Steuer ein, dann schreckte sie hoch, schaltete sofort das Radio ein und kurbelte das Fenster runter, bis ihre Augen von der kalten, abgasgeschwängerten Nachtluft tränten. Dass sie eingenickt war, beunruhigte sie zutiefst. In den folgenden Tagen erhöhte sie ihren Koffeinkonsum, was sie nicht nur leicht flatterig machte, sondern auch zur Folge hatte, dass sie bei den wenigen Gelegenheiten, da sie tatsächlich mal früh hätte schlafen gehen können, keine Ruhe fand. Robin ging ebenso vorsichtig wie Strikes selbst mit dem Geld der Deliktei um und drehte jeden Penny zweimal um, als würde er ihr vom Gehalt abgezogen. Auch jetzt, da das Überleben der Deliktei nicht länger davon abhing, letzten Mahnungen durch das Einkassieren von Vorschüssen zuvor zu kommen, legte sie die Sparsamkeit nicht ab. Robin wusste, dass Strike nur geringe Summen aus der Geschäftskasse für private Zerke entnahm und jeden Profit nach Möglichkeit wieder in die Deliktei investierte. Er lebte weiter in seiner spartanischen Behausung über dem Büro und in manchen Monaten überstieg ihr Gehalt die Summe, die der Seniorpartner und Gründer der Deliktei mit Dachhause nahm. Daher hatte sie Gewissensbisse, als sie für die Nacht vor Satchwells Ausstellungseröffnung ein Zimmer in einem Premier Inn in nur zwei Fahrstunden von London entfernten Lemmington Spa für sich bohnte. Sie hätte genauso gut früh am Montagmorgen aufstehen können, statt dort zu übernachten. Allerdings war sie so übermüdet, dass sie Angst hatte, erneut am Steuer einzuschlafen. Außerdem rechtfertigte sie das Hotelzimmer vor sich selbst damit, in den 24 Stunden vor der Ausstellungseröffnung die Umgebung der Kirche auskundschaften zu können, vor der Margot angeblich eine Woche nach ihrem Verschwinden gesehen worden war. Zusätzlich packte sie Fotokopien sämtlicher Seiten aus Tarbets horoskopnotizen ein, in denen Paul Satchwell erwähnt wurde, um sie im Hotelzimmer in Ruhe zu studieren, dazu eine gebrauchte Ausgabe von Evangeline Adams' Your Place in the Sun, einen ungeöffneten Satz Tarotkarten und ein Exemplar des Boos Tod. Sie hatte Zweig wieder erzählt, dass sie sich dies alles besorgt hatte, noch wollte sie die Ausgaben dafür erstattet bekommen. So sehr sie London liebte, Robin war in Yorkshire geboren und aufgewachsen und sehnte sich daher gelegentlich nach Bäumen, Mooren und Hügeln. Die ereignislose Fahrt auf der M40 führte sie vorbei an Weilern und Dörfchen mit altertümlichen Namen wie Middleton, Chini, Tempo, Herowike und Bischops Itchington inmitten weiter grüner Felder. Ein angenehmer Hauch von Frühling lag in der kühlen, feuchten Luft, und wenn die Sonne durch die dahin jagenden Wolken brach, war der Land Rover plötzlich mit gleißendem Licht angefüllt, der ein blass gespenstisches Spiegelbild ihres Gesichts auf das staubige Fenster neben ihr malte. Sie sollte den Wagen dringend waschen, eine weitere der zu erledigenden Aufgaben, die liegen geblieben waren, weil sie nonstop gearbeitet hatte, und zu denen neben dem Zupfen ihrer Augenbrauen, dem Kauf eines neuen Paars flacher Schuhe und der Überweisung ihres Anteils an der Grundsteuer auf Max Konto, ein Anruf bei ihrer Mutter, deren Kontakt sie in letzter Zeit geschalt hatte, sowie bei ihrer Anwältin gehörten. Letzterer hatte ihr eine Nachricht bezüglich des Mediationstermins geschickt. Während die Hackenlandschaft an ihr vorbeizog, verdrängte Robin jeden Gedanken an deprimierende Ertäglichkeiten und dachte über Paul Satchwell nach. Sie bezweifelte, dass sie ihn persönlich in Lemmington Spa antreffen würde. Wieso sollte der 75-Jährige sein Zuhause auf Koss, das sich Robin als Sonnenverwöhnte in einem Olivenhain gelegener, weiß getünchte Künstlerbiller samt Ateliervorstädter wegen einer Ausstellung in einer Provinzgalerie zurücklassen? Eher hatte er seine Gemälde aus Glechenland per Kurier geschickt. Robins Plan lautete so zu tun, als hätte sie Interesse daran, ein Gemälde zu erwerben oder einen Auftrag zu geben und so an die Kontaktdaten des Künstlers zu belannen. Kurzzeitig gestattete sie sich einen Tagtraum, in dem sie mit Strike nach Griechenland flog, um den alten Mahner zu befragen. Sie stellte sich vor, wie in Athen beim Ausstieg aus dem Flugzeug ein Ofen heißer Luftschwall sie traf, sah sich selbst in Kleid und Sandalen auf dem staubigen Weg zu Satchwells Haustür. Doch als ihre Einbildungskraft einen Strike in Shorts heraufbeschwor, aus denen die Beinprothese herausragte, schämte sie sich für diese Fantasie und setzte ihr ein Ende. Am Stadtrand von Lemmington Spa folgte Rob in der Beschilderung in Richtung Old Saints Church. Ihren Recherchen zufolge gab es in der Ortschaft kein anderes Gotteshaus, vor dem Charlie Bamage Margo gesehen haben könnte. Janice hatte von einer großen Kirche gesprochen und die Old Saints Church war allein durch ihre Größe eine Touristenattraktion. Zudem grenzten an die anderen Kirchen keine Friedhöfe an. Außerdem lag die Old Saints auf dem Weg in die Innenstadt, wenn man von London aus nach Norden fuhr. Norbin konnte sich zwar keinen Grund denken, warum Margo sich Grabsteine in Lemmington Spa hätte ansehen sollen, während ihr Ehemann in der Presse verzweifelt um einen Hinweis auf ihren Verbleib bat und ihr in Lemmington geborener Ex in London weiter. Trotzdem hatte sie das Gefühl, dass sie sich ein fundierteres Urteil darüber bilden könnte, wenn sie die Kirche erst mit eigenen Augen gesehen hätte. Allmählich nahm die verschwundene Ärztin für Robin immer deutlicher Gestalt an. Sie ergatterte einen Parkplatz entlang der Prioritaris direkt neben der Kirche und machte sich daran, die Umgebung zu Fuß zu erkunden. Das Ausmaß des Gebäudes, das mit seinen hohen Spitzbogenfenstern an eine Kathedrale erinnerte, waren der Tat gewaltig, ganz besonders für so eine kleine Stadt. Sie bog nach rechts in die Church Street ab. Dass dieser Straßenname so große Ähnlichkeit mit Margos Privatadresse hatte, war ein weiterer Zufall, der ihr nicht entging. Die niedrige, mit einem Geländer versehene Mauer war der ideale Ort für einen Motorradfahrer, seine Maschine abzustellen, einen Becher Tee aus der Tamasflasche zu genießen und dabei den Blick über den Friedhof schweifen zu lassen. Nur, dass auch hier weit und breit kein Friedhof zu sehen war. Robin blieb wie angewurzelt stehen. Sie konnte lediglich zwei erhöhte, steinerne Gräber mit verwitterter Endschrift erkennen, ansonsten war die Kirche von einer schlichten, breiten, von zwei Fuß wegen durchschnittenen Rasenfläche umgeben. Das war eine Bonde, eine fröhlich wirkende Mutter, die einen Doppelkinderwagen mit schlafenden Zwillingen vor sich herschob, schlenderte auf Robin zu. Sie hatte Robins jes Innehalten ganz richtig interpretiert. Wirklich? Ja, 1940, sagte die Frau und wurde langsamer. Die deutsche Luftwaffe. Oh, wie schrecklich, sagte Robin, die sich aufgewühlte Erde, zerbrochene Grabsteine und womöglich sogar Sargteile und Knochenstücke vorstellte. Ja, nur die beiden, da hat sie verfehlt. Die Frau zeigte auf die beiden alten Grabmäler im Schatten einer Albe. Einer der Zwillinge erwägte sich im Schlaf, die Augen niederflatterten. Die Frau verzog vielsagend das Gesicht und marschierte weiter. Robin betrat die abgeglanzte Grünfläche und fragte sich, was von Memmages Schilderung zu erhalten war. Auch 1974, als Herr Margot zwischen den Grabsteinen gesehen haben wollte, hatte es hier keinen Fliethof mehr gegeben. Oder war Janice Beattie einfach von einem solchen ausgegangen, nachdem sie gehört hatte, dass sich Margot Gräber angesehen haben sollte? Robin sah sich die zwei verbliebenen Steine genauer an. Hätte Margot sie betrachtet, wäre sie wirklich nur wenige Meter von einem Motorradfahrer entfernt gewesen, der seine Maschine neben der Kirche abgestellt hatte. Robin legte die Hände auf die kalten schwarzen Eisenstäber, die Neugierige davon abhalten sollten, die Grabplatten zu berühren. Was hätte Margot an diesen alten Steinen interessant gefunden? Die Inschriften auf den moosbewachsenen Oberflächen waren kaum noch zu entziffern. Robin legte den Kopf schief und versuchte es trotzdem. Spielte ihr die Fantasie einen Streich? Stand da wirklich Virgo? Oder hatte sie zu viel Zeit mit dem Studium von Turbets Notizen verbracht? Doch je länger sie die Platte anstarrte, umso deutlich erschien das Wort Virgo, Lateinisch für Jungfrau, hervorzutreten. Robin hatte sich schon so lang mit dem Fall beschäftigt, dass ihr sofort zwei Personen mit diesem Sternzeichen einfielen, ihr noch Ehemann Matthew und Dorothy Oakden, die verwitwete Sekretärin aus Magos Arztpraxis. Robin war inzwischen so vertraut mit Turbets Aufzeichnungen, dass sie instinktiv den Namen Dorothy im Kopf hatte, sobald sie auch nur das Symbol für das Sternzeichen Jungfrau vor sich sah. Sie nahm ihr Handy zur Hand, googelte die Garplatten und stellte zu ihrer Erleichterung fest, dass es keine Ausgebot ihrer Fantasie gewesen war. Sie stand vor der letzten Ruhestätte eines gewissen James Virgo Dunn. Aber wieso sollte er Margo interessiert haben? Robin machte sich auf einer Ahnenforschungsseite über die Virgos und Dunns schlau. Der Mann, dessen stabliche Überweste nur wenige Meter vor ihr unter der Erde lagen, war auf Jamaica zur Welt gekommen und hatte dort 46 Sklaven besessen. »Na um dich, ist es nicht schade«, murmelte Robin, steckte ihr Handy wieder ein und umrundete die Kirche, bis sie die eisenbeschlagenen Eichenholztüren der Hauptpforte erreichte. Als sie die Steinstufen hinaufging, hörte sie leise ein Kirchenlied. Natürlich, es war Sonntagvormittag. Sie zögerte kurz, öffnete dann aber so vorsichtig wie möglich die Tür und spähte hinein. Vor ihr lag ein düsterer, von sprölden Bogen aus Graumstein dominierter Raum. Dreißig Meter kühler Luft lagen zwischen der singenden Gemeinde und der hohen Decke. Anscheinend war eine Kirche solchen Ausmaßes in der Regency-Epoche nötig gewesen, als die Leute noch in Scharen in den Kurort geströmt waren, um Haiwasser zu trinken. Die Häute hier versammelten jedenfalls, schafften es nicht mal annähernd den Raum zu füllen. Ein Kirchendiener in schwarzer Robe drehte sich zu ihr um. Robin bedachte ihn mit einem entschuldigenden Lächeln, drückte die Tür leise zu und kehrte auf die Straße zurück, wo eine große moderne Stahlskulptur halb Kringel, halb Spirale offenbar die Heilquelle darstellte und die herum die Stadt errichtet worden war. Gleich in der Nähe öffnete so eben einen Pub. Weil Robin einen Kaffee vertragen konnte, überkehrte sie die Straße und betrat das Old Library. Das größtenteils in Bauntönen eingerichtete Lokal war geräumig und ebenso düster wie zuvor die Kirche. Robin bestellte sich einen Kaffee, setzte sich in eine ruhige, blickgeschützte Ecke und hing ihren Gedanken nach. Die Kirche hatte sich als wenig aufschlussreich erwiesen. Margot war Atheistin gewesen, Anwarseits war ein Gotteshaus einer der wenigen Orte, an denen man ungestört nachdenken konnte. Auch Robin selbst hatte einst das vage, schwer fassbare Bedürfnis verspürt, sich auf einem Friedhof auf einer Holzbank zu setzen und über den prekären Zustand ihrer Ehe zu grübeln. Hatte Margot die Old Saints aus einem ähnlichen Grund aufgesucht. Robin stellte die Kaffeetasse ab, öffnete ihre Umhängetasche und nahm die Kopien von Terbets Notizen heraus. Sie strich sie glatt und warf den beiden Männern, die sich soeben an einen Tisch in der Nähe gesetzt hatten, einen flüchtigen Blick zu. Der Mann, der ihr den Rücken zugekehrt hatte, war groß, breit gebaut und hatte dunkles, lockiges Haar. Noch ehe ihr klar wurde, dass es sich nicht um Strike handeln konnte, bei der sich in St. Mons befand, spülte unwillkürlich eine Woge der Aufregung und Freude über sie hinweg. Der Fremde schien Robin Spick auf sich zu spüren und drehte sich nach ihr um, bevor sie sich abwenden konnte. Sie sah Augen, die so blau waren wie die von Morris, ein fliehendes Kinn und einen kurzen Hals. Sie senkte erwölkend den Kopf und betrachtete die Masse aus Zeichnungen und Symbolen vor sich, ohne sich den geringsten Reihen darauf machen zu können. Weshalb fand sie es so peinlich, von einem Fänden beim Starren ertappt zu werden? In ihrer Magengrube erlosch auch der letzte Funke Aufregung, der in ihr aufgeflackert war, als sich Strike vor sich zu sehen geglaubt hatte. Eine sinnlös Täuschung, weiter nichts, ermahnte sie sich. Nichts, worüber du dir Gedanken machen müsstest, reißt die zusammen. Doch statt die Notizen zu studieren, stützte Robin das Gesicht in beide Hände. Mit vor Erschöpfung erodierter Widerstandskraft saß sie in diesem fremden Pack und gestand sich ein, dass sie der Frage, was sie wirklich für Strike empfand, im vergangenen Jahr ausgewichen war. Sie war so sehr damit beschäftigt gewesen, sich von Matthew abzunabeln, sich in der neuen Wohnung einzuleben und sich mit ihrem neuen Mitbewohner vertraut zu machen, die Besorgnis ihrer Eltern zu zerstreuen und deren Kritik zu entkräften, Maules Annäherungsversuche ebenso wie Ilzas nervtötende Verkupplungsstrategien abzuwehren und dabei doppelt so hart zu arbeiten wie sonst, dass es ihr nicht schwergefallen war, sich um nichts anderes zu kümmern, nicht einmal um die gewichtige Frage, was sie wirklich für Comerent Strike empfand. Doch jetzt, da sie in der Ecke eines schäbigen, braunen Papps saß und nicht sie davon ablenkte, kehrten ihre Gedanken zu ihren Vitterwochen zurück, zu jenen Nächten, in denen sie, während Matthew längst im Bett gelegen hatte, durch den feinen weißen Sand gestreift war und sich die Frage gestellt hatte, ob sie nicht ever statt ihres Gatten den Mann liebte, der damals ihr Chef und jetzt ihr Geschäftspartner war. Sie war im Dunkeln so oft hin und her gewandert, dass sie eine Furche im Sand hinterlassen hatte. Letztlich war sie zu dem Schluss gelangt, dass die Antwort Nein lautete, dass es sich bei dem, was sie für Strike empfand, um eine Kombination aus Freundschaft, Bewunderung und Dankbarkeit handelte. Die war ihm dankbar, weil er ihr ermöglicht hatte, sich einen lang gehegten und auf den ersten Blick völlig unrealistischen Berufswunsch zu erfüllen. Mehr nicht. Das war alles. Und doch hatte sie nicht vergessen, wie glücklich sie gewesen war, ihn nach einer Woche Abwesenheit im Café Notes sitzen zu sehen und wie sehr sie sich in jeder Lage freute, seinen Namen auf ihrem Handy-Display zu lesen. Diese Gedanken machten ihr beinahe Angst. Sie rief sich in Erinnerung, wie unangenehm Strike sein konnte, wortkarg, mürrisch und undankbar. Außerdem war er mit seiner Boxernase und den Locken, von denen er selbst sagte, dass sie wie Schamhaar aussahen, nicht annähernd so gut aussehen wie Matthew oder selbst Morris. Aber er war ihr bester Freund. Dieses Eingeständnis, um das sie sich so lang gedrückt hatte, hatte einen beinahe schmerzhaften Stich ins Herz zur Folge, nicht zuletzt, weil sie ihm das unmöglich sagen konnte. Sie sah förmlich vor sich, wie er nach einer solchen Sympathiebekundung das Weite suchte, die ein verschreckter Bison und die Mauern, die er jedes Mal errichtete, wenn sie sich zu nahe zu kommen drohten, noch ein Stück höher zog. Dennoch hatte die schmerzliche Wahrheit auch etwas Befreiendes. Ja, sie hegte eine tiefe Zuneigung für ihren Partner. Sie vertraute ihm, wenn es um das große Ganze ging, und wusste, dass er das Richtige aus den richtigen Gründen tat. Sie bewunderte seinen Intellekt, seine Hartnäckigkeit und nicht zuletzt die Selbstdisziplin, die umso höher zu bewerten war, da sie die meisten Unversehrten in diesem Maß nie aufbringen würden. Dass ihm Selbstmitleid fast völlig fremd war, hatte sie schon des Öfteren in Staunen versetzt. Außerdem schätzte sie an ihm, dass sein Gerechtigkeitssinn so stark ausgeprägt war wie ihr eigener, und er nicht eher ruhte, bis er ein Rätsel gelöst hatte. Doch hinzu kam noch etwas sehr Ungewöhnliches. Ihr war Strikes Nähe noch kein einziges Mal unbehaglich gewesen. Sie hatten die Delektei lang zu zweit bestritten und sich ein Büro geteilt, und obwohl Robin groß war, war Strike noch viel größer. Trotzdem hatte er sie das im Gegensatz zu anderen Männern nie spüren müssen, weder im Sinne eines Einschüchterungsversuchs, noch um der Zuschaustellung wählen, so wie ein Pfau ein Rad schlägt. Matthew hatte sich nie damit anfreunden können, dass sie so viel Zeit zu zweit in einem kleinen Büro verbrachten. Er hatte nie glauben können, dass Strikes dies nicht ausnutzen und einen, selbst noch so unverfänglichen Annäherungsversuch wagen würde. Robin, die für den Rest ihres Lebens auf jede ungebetene Berührung, jeden lüsternen Blick, jedes Unterschreiten der Individualdistanz und jedes Bestreben, die Grenzen sozialer Konvention zu übertreten, überempfindlich reagieren würde, hatte bei Strike nie jenes Gefühl verspürt, dass Versuche auslösten, eine Beziehung auf eine persönlichere Ebene zu verlagern. Strikes Privatleben war und blieb ein Mysterium. Und obgleich sie das gelegentlich frustrierte, hatte er Charlotte Campbell zurückgerufen oder nicht, bedeutete sein Beharren auf Privatsphäre auch, dass er im Gegenzug anderen nicht zu nahe trat. Sie konnte sich an keine vorgeblich helfende, in Wahrheit aber unnötige Berührung erinnern, an keine Hand an ihrem Rücken, kein Umklammen ihres Arms, keinen Blick, der ihr Gänsehaut oder das Bedürfnis beschert hätte, sich zu bedecken. Ein weiteres Erbe jener beiden Vorfälle, in denen sie Geweiht von Männerhand erlebt hatte und die in mehr als einer Hinsicht Narben bei ihr hinterlassen hatten. Um die Wahrheit zu sagen, und wieso sollte sie es sich jetzt, da die Müdigkeit auch nach die letzten Vorbehalte hinwegfegte, nicht eingestehen, konnte sie sich nur an zwei Ereignisse in vier Jahren erinnern, bei denen sie sich sicher gewesen war, dass Strikes sie nicht als Freundin, Auszubildende oder kleine Schwester, sondern als begehrenswerte Frau betrachtet hatte. Die erste Gelegenheit hatte sich bei ihrer ersten Ermittlung zugetragen, als sie das grüne Cavalli-Kleid für ihn anprobiert und er den Blick abgewandt hatte, als würde er in zu grelles Licht starren. Später hatte sie sich für ihr Verhalten geschämt, sie hatte weder verführerisch noch aufreizend wirken, sondern lediglich einer Verkäuferin Informationen entlockenbeuen. Doch als er ihr später im Glauben, sie nie wiederzusehen, das grüne Kleid geschenkt hatte, hatte sie sich gefragt, ob er ihr damit hatte sagen wollen, dass er ganz und gar nichts gegen diesen Anblick einzuwenden gehabt, sondern dass sie seiner Meinung nach vielmehr wundervoll in dem Kleid ausgesehen hatte. Bei dieser Vorstellung hatte sie sich nicht unbehaglich, sondern geschmeichelt gefühlt. Die Erinnerung an die zweite Gelegenheit war weitaus schmerzlicher. Sie hatte am oberen Ende und eher am unteren Ende der Treppe des Schlosses gestanden, indem sie ihre Hochzeit gefeiert hatte. Strikes hatte sich ungedreht, als sie seinen Namen gerufen hatte, und zu der frisch getrauten Braut hochgeblickt. Er war verletzt und erschöpft gewesen, und doch hatte sie für einen Sekundenbruchteil geglaubt, mehr als nur Freundschaft in seiner Miene zu erkennen, und als sie einander umahnt hatten, war ihr gewesen als ... Besser, sie dachte nicht länger darüber nach, zerbrach sich nicht länger darüber den Kopf, wie geborgen sie sich in seinen Armen gefühlt hatte, welche Art Wahnsinn ihr in diesem Augenblick eingefüstert hatte, ihr könnte »Komm mit« sagen. Denn sie war sich sicher, sie wäre ihm gefolgt. Robin nahm die Kopien vom Tisch, stopfte sie wieder in ihre Tasche, ließ die halb ausgetrunkene Tasse Kaffee stehen und verließ den Pub. Um auf andere Gedanken zu kommen, beschloss sie, einen Spaziergang zu machen. Sie überquerte die schmale Steinbrücke über den Liem, ein kleines träges Flüsschen voller Entengrütze und ging an der Kolonnade der Royal Pump Rooms vorbei. In der ehemaligen Brunnenhalle wurde tagsüber auf Satchwolds Ausstellung eröffnet werden. Mit den Händen in den Taschen überquerte sie die Parade und versuchte, sich trotz der vielen Schaufenster vorzustellen, wie die blütenweißen Fassaden der Prachtstraße, wo Sir Regency-Zeit ausgesehen hatten. Doch nicht mal dieser Anblick bescherte ihr bessere Laune. Im Gegenteil, Lemmington Spa erinnerte sie an einen anderen Kurort, Bath, wo Matthew studiert hatte. Für sie wäre die langgezogene, geschwungene Symmetrie der Regency-Gebäude mit ihren schlichten, klassizistischen Fassaden wohl für immer mit einst angenehmen und durch spätere Entwicklungen getrübten Erinnerungen verbunden. Sie sah sich selbst mit Matthew händchenhaltend durch Straßen gehen, nicht ahnen, dass sie schon damals mit Sarah geschlafen hatte. Ach, verdammt, murmelte Robin und blinzelte die Tränen weg. Dann machte sie abrupt kehrt und ging zu ihrem Landwurver zurück. Nachdem sie den Wagen näher beim Hotel geparkt hatte, kaufte sie in einem nahegelegenen Koop Proviant, checkte im Premier Inn ein und ging auf ihr kleines, minimalistisch eingerichtetes, aber blitzsauberes Einzelzimmer, von dem man einen Ausblick auf das spektakulär hässliche, übertrieben mit Löwen, Giebern und Schnörkeln verzierte Rathaus aus rotem und weißem Backstein hatte. Ein paar Sandwiches, ein Schokoladeneclair, eine Cola Lights und einen Apfel später ging es ihr ein wenig besser. Während die Sonne langsam hinter der Parade versank, zog sie die Schuhe aus, holte die Kopien von Tarbits Notizbuch und die von Alistair Crowley entworfenen Tod-Tarot-Karten hervor, mit denen Bill Tarbit das Rätsel um Magus verschwinden hatte lösen wollen. Sie ließ die Karten aus der Schachtel in ihre Hand gleiten, blätterte sie durch und betrachtete die Bilder darauf. Ihre Vermutung, Tarbit könnte einige Motive in seinem Notizbuch übernommen haben, bestätigte sich. Wahrscheinlich handelte es sich um die Karten, die er bei seiner Versuchen, den Pfeil mithilfe des Tarots zu lösen, aufgedeckt hatte. Robin legte die Kopie der Harner Seite, wie sie sie bei sich nannte, vor sich hin. Tarbit hatte sich darauf mit den drei gehauenen Zeichen des Tierkreises beschäftigt. Steinbock, Widder und Stier. Die Seite fand sich im letzten Viertel des Notizbuchs, wo weit aus mehr Crowley-Zitate, astrologische Symbole und mehr merkwürdige Zeichnungen als belastbare Fakten zu finden waren. Auf der Harner Seite fanden sich Hinweise auf Tarbits wiedererbachtes Interesse an Satchwell, den er zunächst als Verdächtigen ausgeschlossen hatte, weil er Widder nicht Steinbock war. Tarbit hatte sich die Mühe gemacht, Satchwells vollständiges Gebotshoroskop zu berechnen und mehrere Aspekte hervorzuheben, die, wie er anmerkte, wie bei AC waren und Verbindung LS nicht vergessen. Für zusätzliche Verwirrung sorgte, dass der geheimnisvolle Schmidt auch hier Tierkreiszeichen korrigiert hatte. Immerhin hatte Satchwell wieder bleiben dürfen. Und mit einem Mal kam Robin eine merkwürdige Idee. Die Vorstellung eines Tierkreises mit vierzehn Elementen wäre zwar lächerlich, wieso eigentlich lächerlicher als eine mit zwölf Zeichen, fragte eine Stimme in ihrem Kopf, die verdächtig nach Stryklan. Aber nur mal angenommen, man würde zwei weitere Zeichen in den Zodiak quetschen, hätt sich da nicht auch die Zeiträume entsprechend verändern müssen. Sie nahm ihr Smartphone zur Hand und googelte »Vierzehn Tierkreiszeichen Schmidt«. »Ach, du meine Güte«, sagte Robin naut in der stillen Hotelzimmer hinein. Und noch ehe sie richtig begriffen hatte, was sie vor sich sah, klingerte das Handy in ihrer Hand. »Es war Strike.« »Hi«, sagte Robin und stellte auf Lautspeicher, damit sie nebenbei weiterlesen konnte. »Wie läuft's?« »Ich bin völlig erledigt«, sagte Strike und klang auch so. »Was ist passiert?« »Was meinst du?«, fragte Robin, deren Blick weiter über den Text auf dem Bildschirmmuster. »So klingst du immer, wenn du etwas herausgefunden hast.« Robin lachte. »Krött.« »Okay.« »Halt dich fest. Ich hab gerade Schmidt gefunden.« »Du hast was?« »Schmidt?« »Vorname Steven.« »Den gibt es wirklich. Er hat 1970 ein Buch mit dem Titel »Astrology 14« geschrieben, in dem er zwei zusätzliche Standzeichen für den Tierkreis vorschlägt. Den Schlangenträger auf Jukus und den Walfisch Cetus.« »Wie zum Teufel konnte ich das übersehen«, murmelte Strike nach einer kurzen Pause. »Bei Margo zu Hause stand doch die Statue des Mannes mit der Schlange. Weißt du noch?« Robin ließ sie zwischen den verstreuten Tarotkarten in die Kissen fallen. »Es kollab«, sagte Strike, »oder auf Jukus in der römischen Variante. Der Gott der Heilkunst.« »Das erklärt auch die veränderten Daten, oder nicht?«, fragte Robin. »Und weshalb der arme Terbit so verwirrt war, er hat verzweifelt versucht, sämtliche Beteiligten in Schmidts Schema zu übertragen. Nur wollte einfach nichts zusammenpassen. Alle anderen Astrologen, auf die die er Bezug nahm, haben den Zwölferkreis verwendet. Insofern?« Er, das hätte einer verrückten Mann sicher noch verrückter gemacht. Sein Tonfall besagte, dass er das Ganze zwar für interessant, aber nicht für wesentlich erachtete. Robin zog die drei der Scheiben unter sich hervor und betrachtete sie gedankenverloren. Die Karte stand unter anderem für den Mars im Steinbock. Inzwischen kannte sie sich mit den astrologischen Symbollen so gut aus, dass sie das auswendig wusste. »Wie läuft's bei dir?«, fragte sie erneut. »Die Kirche ist zu klein für alle, die morgen kommen wollen. Das hätte John sicher gefallen. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich am Dienstag wieder nach London zurückfahre. Willst du wirklich nicht länger bleiben? Die Nachbarn haben mir alle versprochen, sich um Ted zu kümmern. Lucy will, dass er danach eine Weile nach London kommt, aber... Was gibt's bei dir, Norse?« »Ja, mal sehen. Ich habe Postkarte zu den Akten gelegt,« sagte Robin. »Ich glaube, unser Wettermann war ziemlich enttäuscht, als er erfahren hat, wer seine Stalkerin ist. Seine Frau wiederum war bester Laune.« Stryke stieß ein grunzendes Nachen aus. »Wir haben die Rohstoffblockerin von der Warteliste angenommen,« fuhr Robin fort. »Noch haben wir keine Fotos, die Ehemann und Kindermädchen irgendwie belasten, aber das ist nur eine Frage der Zeit.« »Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich dir für all das danken soll,« sagte Stryke verdrießlich. »Sei nicht albern.« Als sie sich wenig später verabschiedeten, war es in Robins Zimmer dunkler geworden. Die Sonne war untergegangen, und die Sinuette des Rathauses erinnerte an ein monströses Spukschloss. Sie knipste die Nachttischlampe an und sah sich auf dem mit astrologischen Notizen und Tarotkarten übersähten Bett um. Die mäßig interessierten Stryke musste Tarbets Gekrake wie das forciert drehzelhafte Geschmierer im Schulheft eines Teenagers erschienen sein, völlig sinnlos und nur aus Lust am Sonderbaren und Exotischen entstanden. Gannon feitete sie die Kopien zusammen und verstaute sie wieder in ihrer Tasche, duschte, zog ihren Schlafanzug an, klaubte die Tarotkarten vom Bettbezug und sortierte sie in der richtigen Reihenfolge, um sicherzugehen, dass keine fehlte. Sie wollte auf keinen Fall, dass das Zimmermädchen sie für jemanden hielt, der Tarotkarten um sich herum verteilte. Sie wollte gerade das Kartenspiel in die Schachtel zurückstecken, als sie innerhielt. Bedächtig setzte sie sich auf die Bettkante und fing an, die Karten zu mischen. Sie war zu müde, um das 15er-Legesystem auszuprobieren, zu dem in der Kleinbegleitbroschüre geraten wurde. Aus dem erschöpfenden Studium von Tarbets Notizen wusste sie, dass er, um die Ermittlung voranzutreiben, hin und wieder nur drei Karten ausgelegt hatte. Die erste verkörperte die Natur des Problems, die zweite die Ursache und die dritte die Lösung. Nachdem sie fast eine Minute lang die Karten gemischt hatte, drehte sie die oberste um und legte sie in den Lichtkegel, den die Nachttischlampe aufs Bett warf. Es war der Prinz, der Kelcher. Ein nackter, blaugrüner Mann ritt auf einem Adler, der auf eine Wasserfläche zustürzte. Der Mann hielt einen Kelch mit einer Schlange in der einen und einer Lotusblume in der anderen Hand. Globen nahm das Buch tot aus ihrer Tasche und schlug die Bedeutung nach. Die moralischen Eigenschaften der durch diese Karte dargestellten Person sind Scharfsinn, verborgene Gewalt und Geschicklichkeit. Er ist im Höchstmaß zurückhaltend und in all seinen Tun und Lassen ein Künstler. Sofort dachte sie an Dennis Kriet, einen Mordkünstler, wenn man so wollte. Sie drehte die nächste Karte um, die Vier der Kelche oder Üppigkeit. Aus einer weiteren Lotusbume ergoss sich Wasser auf vier diesmal goldene Kelcher. Wobben konsultierte erneut das Buch. Diese Karte bezieht sich auf den Mond im Zeichen Krebs, seinem eigenen Haus. Jedoch Krebs selbst nimmt eine Stellung ein, die eine gewisse Schwäche mit einschließt, eine gänzliche Hingabe an das Verlangen. Tadelte der Tarosi etwa für einen zu ausschweifenden Lebensstil? Wobben ließ den Blick durch den winzigen Raum schweifen, bevor sie die letzte Karte umdrehte. Zwei ineinander verstummene Delfine und noch eine Lotusblüte, die Wasser in zwei weitere, auf grüner See stehende Kelche speiste. Liebe bezieht sich auch auf die Venus im Zeichen Krebs, veranschaulicht die Harmonie des Männlichen und Weiblichen, dargelegt in ihrer weitreichendsten Bedeutung. Dir wirkt eine vollkommene und ruhige Harmonie. Wobben betrachtete die Karte noch eine Weile und schug sie neben die anderen. Lauter Kelche. Wie sie bei ihrem Studium des Totaros gelernt hatte, bedeuteten Kelche Wasser, und sie war in einem Kurort. Wobben schüttelte den Kopf, obwohl niemand anwesend war, der es hätte sehen können, steckte die Karten in die Schachtel zurück, legte sich ins Bett, stellte den Wecker und löschte das Licht. Der Heide voller Hochmut, der bequem ruht im verborgenen Schatten eines Brunnens. Es war der Säbermann, der ehe dem bedrängt, die schöne Una. Edmund Spencer, die Feen, Königin. In dieser Nacht schreckte Robin immer wieder aus einer Folge unangenehmer Träume auf. Einmal nickte sie darin erneut am Steuer ein, dann hatte sie verschlafen und kam so spät zur Galerie, dass sie Satchwells Ausstärm verpasste. Als ihr Handywecker um sieben Uhr klirte, zahen sie sich sofort aufzustehen, zu duschen und sich anzuziehen. Sie war froh, das unpersönliche Zimmer verlassen zu können, und nahm ihre gepackte Tasche mit in den in bedrückendem Schlamm geholengehaltenen Frühstücksraum, wo sie Müsli und Kaffee zu sich nahm. Es war ein angenehm kühler, aber auch bewölkter Tag. Die kalte Säbersonne kämpfte gegen die Wolken an. Robin brachte ihre Tasche in den Land Rover und machte sich zu Fuß auf den Weg zu den Royal Pump Rooms, in denen sich die Galerie befand, in der Satchwells Bilder ausgestellt wurden. Zu ihrer linken lagen die dekorativen Jefferson Gardens. Ein Brunnen aus rosa Granit, der gut als Modell für eine von Crowleys Tarotkarten hätte dienen können, wurde von vier muschelförmigen Becken bekrönt. Eine gewisse Schwäche, eine gänzliche Hingabe an das Verlangen. »De vostie Tarbet«, ermahnte Robin sich streng und ging schneller. Und so erreichte sie ihr Ziel zur Foy. Die Royal Pump Rooms hatten eben erst ihre Tore geöffnet. Eine schwarzgekleidete junge Frau trat mit einem Schlüsselbund in der Hand von den Glastüren am Eingang zurück. Hier waren kaum noch Spuren der einstigen Brunnenhalle zu säen. Der Boden war mit modernen grauen Steinfliesen ausgelegt, die Decke wurde von Stahl säulendetragen. In einem Flügel befand sich ein Café, in einem anderen ein Ladengeschäft. Die Galerie, in der die Ausstellung diverser Künste aus der Region stattfand, befand sich ihr gegenüber hinter einer weiteren Glastür und bestand aus einem einzigen großen Raum mit Backsteinwänden und Holzboden. Es waren nur drei Personen anwesend, eine untersetzte Frau mit Haarreifem grauen Bob, ein Teinermann mit Hundeblick, ihr Ehemann, wie Robin vermutete, und eine weitere junge, schwarzgekleidete Frau, vermutlich eine Angestellte. Die Stimme der Grauhaarigen heilte durch den Raum wie durch eine Turnhalle. »Ich hab schoner gesagt, dass Long Itchicken einen Spot braucht. Die Ecke ist so dunkel, dass man es kaum sieht.« Robin schlenderte langsam durch den Raum und betrachte die die Gemälde und Zeichnungen. Insgesamt stellten fünf Künstler aus, aber Prozessuals Werke erkannte sie sofort. Sie waren prominent gehängt worden und hoben sich deutlich von den Landschaftsstudien, den Porträts blasser Briten an Bushaltestellen und den Stellleben ab. Nackte Gestalten treuten durch Szenen aus der griechischen Mythologie, Persiphonie band sich in Hades Armen, als er sie in die Unterwelt schleppte. Andromeda zarrte an Ketten, mit denen sie ein Felsen gefesselt war, während vorher eine drachenartige Kreatur aus den Bällen aufstieg, um sie zu verschlingen. Leder lag auf dem Rücken im Schilf und ließ sie von Zeus in Gestalt eines Schwans schwängern. Beim Betrachten der Gemälde kamen Robin zwei Zeilen eines Songs von Joni Mitchell in den Szenen. »When I first saw you gallery, I liked the ones of ladies«, nur dass ich Robin nicht sicher war, ob ihr die Bilder wirklich gefehlen. Die dargestellten Frauen waren ausnahmslos schwarzhaarig, hatten olivfarbene Haut, schwere Brüste und waren teils oder völlig nackt. Die Gemälde waren technisch ausgereift, nach Robins Dafürhalten aber zu schlüpfrig, und jede der dargestellten Frauen trug einen Ausdruck geistloser Hingabe zur Schau. Sedgeville hatte ganz eindeutig eine Vorliebe für Mythen, in denen es um Fesselung, Vergewaltigung oder Entführung ging. »Beeindruckend, nicht wahr?«, sagte der unterwürfig dreinblickende Mann, der aufgebrachte Malerin von Lone Edgington. Er war neben Robin getreten, um das Bild der spitternackten Io zu bewundern, die mit flatterndem Haar und schweißglänzenden Brüsten vor einem Stier mit einer gewaltigen Erektion floh. »Mhm, ob er wohl zu der Ausstellung kommt?«, fragte Robin. »Paul Sedgeville, meine ich. Soweit ich weiß, wollte er noch mal vorbeischauen.« »Nochmal vor...« »Eist das, er ist hier? In England?« »Er... Ja«, antwortete der Mann leicht überrascht. »Also gestern zumindest war er noch hier. Er war bei der Hainung dabei.« »Er ist auf Familienbesuch hier, wenn ich mich nicht irre«, sagte die junge, schwarzgekleidete Frau, die froh zu sein schien, mit jemand anderem als mit der wütenden, haarweifbewehrten Künstlerin sprechen zu können. »Sie wissen nicht zufällig, wie ich ihn erreichen kann?«, fragte Robin. »Oder wo er während seines Aufenthalts hier wohnt?« »Leider nicht«, sagte die junge Frau, deren Neugier gebäck zu sein schien. Normalerweise erwägt nisige Künstler keine solche Aufmerksamkeit. »Aban, wenn sie mir ihren Namen und ihre Kontaktdaten aufschreiben, legte ich ihm gern aus, dass er sich mit ihnen in Verbindung setzen soll, wenn er vorbeikommt.« Robin begleitete die junge Frau zum Empfangen, wo sie ihren Namen und ihre Telefonnummer auf einen Zettel schrieb. Mit immer noch vor Aufregung rasendem Herzen steuerte sie das Café an, ruhte sich eine Cappuccino und setzte sich neben ein Fenster, wo sie den Garten der Pumprooms und jeden im Blick hatte, der das Gebäude betrat. Sollte sie eine weitere Nacht im Premier Inn bleiben und darauf warten, dass Satchwell auftauchte? Wollte Strykes gut heißen, dass sie die anderen Fälle vernachlässigte, um dem Künstler hier aufzulauern? Heute war Jones Bestattung. Sie konnte ihn unmöglich mit dieser Frage belästigen. Was er wohl in diesem Augenblick tat? Vielleicht machte er sich für die Trauerfeier fertig. Robin war in ihrem ganzen Leben nur auf zwei Beerdigungen gewesen. Kurz bevor sie ihr Studium aufgegeben hatte, war ihr Großvater mütterlicherseits gestorben. Sie war nach Hause gefahren und nicht mehr an die Uni zurückgekehrt. An die Trauerfeier selbst erinnerte sie sich nur noch bruchstückhaft. Sie hätte mit jeder Faser ihres Körpers darum kämpfen müssen, die eierschalende, brüchige Fassade aufrecht zu erhalten, während sie mit einem seltsamen Gefühl, der entkörperlich um die Fragen jener Familienmitglieder beantwortete, die wussten, was ihr zugestoßen war. Auch dass Matthew ihre Hand gehalten hatte, hatte sie nicht vergessen. Er hatte sie nicht einmal losgelassen und sogar mehrere Vorlesungen und ein wichtiges Rugby-Spiel sausen lassen, um bei ihr zu sein. An der zweiten Bestattung hatte sie vier Jahre zuvor im Zubi ihrer ersten Ermittlung teilgenannt. Eine ermordete junge Frau war eingeäschert worden und sie hatte mit Strike im hinteren Teil des spärlich besuchten Krematoriums gestanden. Damals war sie noch seine Aushilfe gewesen, die es mit Beharrlichkeit geschafft hatte, dass Strike sie bei den Ermittlungen mit einbezogen hatte. Rückblickend gestand sie sich ein, dass die Verbindung zu Matthew bereits damals auf Woschel Onifeds Beerdigung schwächer geworden war. Obwohl es ihr da noch nicht bewusst gewesen war, hatte sie etwas gefunden, was sie mehr begehrte als ein Leben an Matthews Seite. Robin trank ihren Kaffee aus, ging auf die Toilette und kehrte dann für den Fall, dass Satchbel von ihr unbemerkt eingetroffen war, in die Galerie zurück. Doch er war nirgends zu säen. Bitterweiler hatten sich ein paar weitere Besucher in die Ausstellung verirrt. Satchbels Gemälde erregten mit Abstand die größte Aufmerksamkeit. Nachdem Robin den Raum ein weiteres Mal durchquert hatte, tat sie so, als würde sie sich für einen alten, mit Galanten und Löwenköpfen mit aufgerissenen Mäulern geschmückten Brunnen interessieren, die einst zum Zapfen des gesundheitsfördernden Heilbassers gedient hatte. Hinter dem Brunnen lag ein weiterer Raum, der einen harten Kontrast zu der aufgeräumten modernen Galerie bildete. Er verfügte über einen achteckigen Grundriss, Backsteinwände, eine außergewöhnlich hohe Decke und Fenster aus blauem Bürste, Glas. Es handelte sich um einen ehemaligen Hammam mit der Anmutung eines kleinen Tempels. Der höchste Punkt der Decke bestand aus einer Kuppe mit einem achteckigen, läsernen Stern, von dem eine Laterne herabhing. »Dein erfrischend heidnischer Einfluss finden Sie nicht«, sagte eine Stimme in affektiertem Kockne mit einem kaum wahrnehmbaren glichischen Einschlag, und Robin wirbelte herum. Inmitten des ehemaligen Dampfbads stand ein eiter Mann in Jeans und verwaschenen Denimhemd. Der weiße Verband, der über dem linken Auge klebte, hob sich deutlich von seiner Terrakotta-braunen Haut ab. Das strähnige weiße Haar reichte ihm bis zu den hängenden Schultern, brusttagvoll aus dem aufgeknöpften Hemd. Ein Silberkärtchen hing um seinen faltigen Hals, und an seinen Fingern steckten silberne, mit Türkisen besetzte Ringe. »Sind Sie die junge Frau, die mich sprechen wollte?«, fragte Paul Satchwell und pleckte lächernd die gelbbraunen Zähne. »Stimmte, Robin Ellacott.« Sie streckte ihm die Hand hin. Das gesunde Auge musterte mit offen zur Schau gestellter Anerkennung ihr Gesicht und ihren Körper. Er hielt ihre Hand ein wenig zu lang fest. Robin zog sie zurück, lächelte aber weiter, fischte eine Visitenkarte aus ihrer Tasche und reichte sie ihm. »Wie wart, Detektivin?«, fragte Satchwell und das Lächeln verblasste. »Was soll es heißen?«, Robin erklärte es ihm. »Margo«, Satchwell war wie vom Donner gerührt. »Herr im Himmel, das ist jetzt, wie lange her, vierzig Jahre?« »Beinah«, sagte Robin und trat beiseite, damit ein paar Touristen den Hammam betreten und sich an dem Schild an der Wand über dessen Geschichte informieren konnten. »Ich bin aus Landern hergekommen, weil ich gehofft hatte, mit ihnen zu sprechen. Es sollte Margos Familie viel bedeuten, wenn sie mir erzählen könnten, woran sie sich noch erinnern.« »Elere! Woran soll ich mich da der Langzeit groß erinnern?« Dennoch war Robin zuversichtlich, dass er ihrer Bitte nachkommen würde. Ihrer Erfahrung nach wollten die Leute herausfinden, was man über sie wusste, warum man sie aufgesucht hatte und ob es Anlass zur Sorge gab. Manchmal wollten sie auch einfach nur reden, weil sie einsam waren oder sich vernachlässigt und übergarnet fühlten. Und manchmal, so wie jetzt, Satchwell mochte zwar alt sein, doch der Blick aus dem kalten, hellblauen Auge glitt weiter über ihren Körper und ihr Gesicht. Wollten sie einfach nur mehr Zeit mit einer jungen Frau verbringen, die sie attraktiv fanden. »Na schön«, sagte Satchwell langsam. »Ich wüsste zwar nicht, wie ich ihnen weiterhelfen soll, aber ich hab Hunger. Darf ich sie zum Essen einladen?« »Essen wäre fantastisch, aber die Einladung geht selbstverständlich auf mich«, sagte Robin lächernd. »Sie tun mir einen Gefallen.« »Der heige Ochs mit goldenen Hörnern und geschmückt mit Blumen reich, ihn unversehens trifft ein tödlich Streich und streckt ihn nieder. Die Littersfrau, sie tauert nicht um ihn, setzt vielmehr unbeirrt die Reise fort.« Edmund Spencer, »Die Feenkönigin«. Satchwell verabschiedete sich von der jungen Angestellten der Kunstgalerie, indem er ihr beide Hände schüttelte und versicherte, er werde im Lauf der Woche noch einmal vorbeischauen. Selbst der übellaunigen, long-edgingen Malerin sagte er überschwinglich lieber wohl. Sie sei ihm finster hinterher. »Provins Galerien«, kicherte er, als sie die Pamprooms verließen. »Schon komisch. Meine Bilder neben dem Pastkartenkitsch dieser alten Hexe zu sehen. Aber es hat schon was an seinem Geburtsort ausgestellt zu werden. Ich war seit, äh, meine Güte, bestimmt fünfzig Jahren nicht mehr hier. Haben Sie ein Auto? Gut. Dann näht sie weg. Fahren wir nach Warwick. Das ist nicht weit.« Auf dem Weg zum Land Rover redete Satchwell ununterbrochen weiter. »Hie konnte Lemming noch nie leiden.« Er sah sich um, falls wegen seines verbundenen Auges nur mit einer umständlichen Kopf, da er unmöglich war. »Zu affektiert für meinen Geschmack.« Robin erfuhr, dass er lediglich bis zu seinem sechsten Lebensjahr in dem Kurort gelebt hatte. Dann war er mit seiner alleinerziehenden Mutter nach Warwick gezogen. Aus ihrer zweiten Ehe hatte er eine jüngere Halbschwester, bei der er zur Zeit untergekommen war, und er hatte den Heimatbesuch genutzt, um seinem grauen Star operieren zu lassen. »Es ist mein gutes Recht. Ich bin immer noch politischer Staatsbürger«, sagte er und bedachte die Brunnenhalle mit einer verächtlichen Geste. »Da habe ich gleichzeitig ein paar Bilder mitgenommen, um sie hier auszustellen. Warum auch mich?« »Die Gemälde sind wundervoll«, log Robin. »Haben Sie sonst keine Geschwister?« Sie hatte nur Konversationen machen wollen, Dorf Satchwell drehte den Kopf, um sie zu beäugen. »Nein«, sagte er. »Er ist ... Ich hatte noch eine ältere Schwester, aber die ist gestorben, als sie noch Kinder waren.« »Oh, das tut mir leid«, sagte Robin. »Ja, tragisch«, sagte Satchwell. »Sie war schwerbehindert, Anfälle und so weiter. Ich kann mich kaum noch an sie erinnern. Meine Mutter hat das natürlich schwer getroffen.« »Das kann ich mir vorstellen«, sagte Robin. Dann hatten sie den Land Rover erreicht. Robin hatte überlegt, wie groß das Risiko wäre, war aber zu dem Schluss gekommen, dass Satchwell keine Gefahr darstellte. Immerhin war es helllichter Tag, und sie saß am Steuer. Sie schloss den Wagen auf und stieg ein. Satchwell brauchte zwei Anläufe, um auf den Beifahrersitz zu klettern. »Ja, nach Blanches Tod sind wir von ihr weg nach Warwick gezogen«, er schnallte sich an. »Nur meine Mom und ich. Dicht das Warwick besser, wäre aber authentischer. Authentische, mittelalterliche Gebäude.« Satchwells Cogni-Akzent kam und ging, und Robin vermutete, dass er nur affektiertes Gehabe war, das sich der aus den Mittellands stammende Künstler vor langer Zeit angewendet hatte. Der leicht fendländische Thronfall dagegen war sicher den Jahren in Griechenland geschuldet. »Aber dieser Ort hier, den haben die Viktorianer so wichtig gefickt«, sagte er, während Robin rückwärts aus der Parklecke stieß. Er blickte zu dem bemoosten Gesicht der steinernen Königin Viktoria auf. »Sehen Sie mal, da ist sie ja, das Fegida, alte Weib«, er lachte. »Ach, das ist ja völlig heruntergekommen«, fügte er hinzu, als sie am Harthaus vorbeifuhren. »Es haben Crowley und ich gemeinsam, so viel steht fest. Wir sind hier geboren und haben's gehasst.« »Sie und«, fragte Robin, die glaubte sich verhört zu haben, »Alistair Crowley.« »Crowley?«, wiederholte sie, während sie die Parade entlangfuhren. »Der Okkultist«. »Genau, ist hier zur Welt gekommen«, erklärte Satchwell. »Das schreiben Sie nicht in Ihre Reise für wahr, weil's Ihnen unangenehm ist. Wissen Sie was? Erbiegen Sie hier links ab. Nur Zug. Es liegt sowieso auf dem Weg.« Er dirigierte sie mehrere Minuten lang weiter, bis sie den Clarendon Square erreichten. Hier ließ sich die alte Pracht der großen weißen Reihenhäuser, die man mittlerweile in Mietwohnungen aufgeteilt hatte, noch erahnen. »Das da ist sein Geburtshaus«, Satchwell deutete auf Nummer 30. Nicht, dass ein Schild oder so darauf hinweisen würde. Die Brabendurger von Lemmington Spa sprechen nicht gern darüber. »Ich hatte in meiner Jugend eine kurze Crowley-Phase«, sagte Satchwell, während Robin zu den großen, hohen Fenstern aufblickte. »Wussten Sie, dass er als Kind eine Katze zu Tode gefoltert hat? Er wollte herausfinden, ob das mit den sieben Leben stimmt.« »Das wusste ich nicht«, erwiderte Robin. »Ist womöglich genau hier pressiert«, fügte Satchwell mit morbider den Nugton hinzu. »Wie bei A.C.« »Wie bei A.C.« Eine weitere Erkenntnis ereilte Robin. Talbot hatte nach Gemeinsamkeiten zwischen Satchwells und Claudys Horoskopen gesucht. Claudy, das selbsternannte große Tier, Baphomet, der verdarbteste Mann des Westens und Verbindung L.S. Natürlich. Lemmington Spa. Aber wie war Talbot nach monatelangen Ermittlungen, plötzlich auf die Idee gekommen, dass Satchwell ein Geburtshoroskop verdient hätte? Eine solche Ehre war keinem anderen Verdächtigen zuteil geworden, obwohl Satchwells Alibi doch hieb und stief fest gewesen zu sein schien. War der neuerliche Verdacht ein Symptom von Tabels Krankheit, ausgelöst dadurch, dass Satchwell und Crowley zufälligerweise in derselben Stadt geboren waren? Oder hatte er eine nirgends dokumentierte Schwachstelle in Satchwells Alibi entdeckt? Der Künstler redete weiter über sein Leben in Gliechenland und seine Enttäuschung darüber, dass es mit dem guten alten England bergab ging. Robin gab in regelmäßigen Abständen zustimmende Laute von sich, während sie im Geiste diejenigen Eigenschaften von Satchwells Horoskop durchging, die Talbot so interessant gefunden hatte. Mars im Steinbock. Willenstark, entschlossen, aber unfallgefährdet. Mond in den Fischen. Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Ausflüchter, Unehrlichkeit. Aszendent Löwe, kein Gespür für das rechte Maß, weist alle Forderungen zurück. Eine halbe Stunde später erreichten sie Warwick. Wie Satchwell prophezeit hatte, war ein größerer Unterschied zu den langgestreckten, geschwungenen und blendenweißen Fassaden Lamingtons kaum denkbar. Sie fuhren über steile, Kopfstein-gepflasterte Straßen an Fachlackhäusern und engen Seitengassen vorbei. Ein alter Steinbogen erinnerte Robin an Clerkenwell. »Geh'n ins Roebuck«, sagte Satchwell, sobald Robin den Bargen auf dem Marktplatz abgestellt hatte. »Der älteste Pop der Stadt, den gibt's seit einer Ewigkeit.« »Wie Sie wollen«, sagte Robin, und vergewisserte sich, dass sie ihr Notizbuch eingesteckt hatte. Gemeinsam schlenderten sie durch die Innenstadt von Warwick, immer wieder wie Satchwell auf seiner Meinung nach interessante Sehenswürdigkeit nähen. Er gehörte zu der Sorte Männer, die gern Körperkontakt suchten. Unnötigerweise tippte er Robin auf den Arm, legte ihr beim Überqueren der Straßen seine Hand an den Ellbogen und verhielt sich ganz allgemein leicht besitzergreifend. »Machte sie ihn etwas aus?«, fragte er, als sie an einem Künstlerbedarfsgeschäft namens »Picturesque Art Supplies« vorbeikamen und betrat den Laden, ohne ihr Antwort abzuwarten. Während er Pinsel und Ölfarben aussuchte, sprach er mit lebhafter Selbstbeweihräucherung über die neuesten Trends in der Kunstwelt und die Dummheit der Kritiker. »O Margot«, dachte Robin, doch dann sah sie Margot Bambrow vor ihrem geistigen Auge, wie sie den Spieß undrehte und Robin nur anhand von Matthews Enddosenanekdoten über die eigenen sportlichen Erfolge oder seinem wichtig-torischen Geschwätz über Gehaltserhöhungen und Boni beurteilte und fühlte sich verdient zurechtgewiesen. Schließlich erreichten sie das Slowback Inn, einen Pub mit niedriger Balkendecke und einem Schild mit einem Rehbock vor der Tür. Sie setzten sich im hinteren Teil des Gastraums an einen Zweiertisch. Dass Setschwell vor einer mit gehaunten Tierköpfen dekorierten Wand saß, darunter ein ausgestopfter Hirsch sowie die bronzufarbenen Modelle einer Antilope und eines Widders, war schon ein merkwürdiger Zufall, dachte Robin. Und auch die Speisekarte schmückten Hirschköpfe mit imposanten Geweihen. Robin bestellte sich eine Cola Light und bemühte sich nicht, an die gehauerten Zeichen des Tierkreises zu denken. »Ehrten Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen zu Margo stellte?« fragte sie lächelnd, sobald die Bedienung wieder gegangen war. »Selfsöcher dich nicht«, sagte Setschwell und entblößte erneut die gelden Zähne, widmete sich Daniel doch umgehend dem Studium der Speisekarte. »Dürfte ich mir Notiz machen?« fragte Robin und zückte ihr Notizbuch. »Nur zu«, er sah sie über die Speisekarte hinweg an. Einäugig beobachtete er, wie sie das Buch aufschlug und die Mine aus dem Kugelschreiber klickte. »Ich muss mich im Voraus entschuldigen, wenn manche fragen, »sie ich ja, dass Sie nichts Richtiges trinken wollen?« fragte Setschwell, der sich ein Bier bestellt hatte. »Ich trinke nur ungern allein.« »Ich muss noch fahren«, sagte Robin. »Bleiben Sie doch über Nacht, Herr, mich weil wir...« »Keine Sorge«, fügte er keckernd hinzu. Sein Glänsen ähnelte dem eines Satires. »Nehmen Sie sich ein Hotel und lassen Sie sich die Spesen erstatten. Ich nehme doch an, dass Sie Margos Familie ordentlich zur Kasse bitten.« Robin lächelte nur. »Ich muss heute noch nach London zurück. Die haben ziemlich viel zu tun. Ich hätte gern einige Hintergrundinformationen über Margo. Wo haben Sie sie kennengelernt?« Er erzählte ihr die bekannte Geschichte, dass ihn ein Freund mit in den Playboy-Club genommen habe und ihm dort die 19-Jährige mit den langen Beinen, den Hieschenohren und dem Pusche aufgefallen sei. »Und da haben Sie sich angefreundet?« »Na ja«, sagte Setschwell. »Ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Zwischen uns gab es eine sehr starke ... äh ... sexuelle Verbindung«, er richtete sein kaltes Auge auf Robin. »Als wir uns kennenlernten, war sie noch Jungfrau, müssen Sie wissen.« Robin lächelte unverdrossen weiter. Sie war fest entschlossen, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. »Sie war 19, ich 25. Hübsches Mädchen.« Er solzte. »Ich wollte, ich hätte noch die Fotos, die ich von ihr gemacht habe. Aber nachdem sie verschwunden war, kam es mir irgendwie Unrecht vor, sie zu behalten.« Robin schossen Unas Worte durch den Kopf. Sie hatte ihm erlaubt, Fotos von ihr zu machen. Sie wissen schon, Fotos. Wahrscheinlich meinte Setschwell genau dieser freizügigen, wenn nicht gar obszönen Bilder. Ein paar normale Schnappschüsse hätten ihm sicher kein schlechtes Gewissen bereitet. Die Bedienung brachte Setschwells Bier und Robins Kohle leid, und sie bestellten Essen. Nachdem Robin die Speisekarte überflogen hatte, hatte sie sich für den Salat mit Hühnchen und Bacon entschieden. Setschwell nahm ein Steak mit Pommes frites. »Wie lange waren Sie zusammen?« fragte Robin, als sie wieder allein waren, obwohl sie die Antwort kannte. »Äh, alles in einem Wurm, war ein paar Jahre. Wir haben uns getrennt, dann sind wieder zusammengekommen. Sie wollte nicht, dass mir andere Frauenmodell stehen. Eifersichtig, wissen Sie. Margo war nicht zur Muse geschaffen. Sie konnte nicht stillsitzen und den Mund halten. Nein, ich war wirklich bis über beide Ohren in Margo Bambro verliebt. Sie war so viel mehr als nur ein Bunny Girl. »Das will ich verdammt noch mal meinen«, dachte Robin, lächerte aber weiter höflich. Immerhin ist sie Ärztin geworden. »Haben Sie sie auch gemalt?« »Ja«, sagte Setschwell. »Wir malt sogar. Ein paar Zeichnungen und ein großformatiges Ölbild. Die habe ich aber alle verkauft. Hätte ich nicht tun sollen, aber ich war knapp bei Kasse.« Er schien sich in Erinnerungen zu verlieren, während er den Blick durch den Pappschweifen ließ. Robin fragte sich, ob dieser Mann mit dem gebräuten Gesicht, dessen dunkle Farbe und tiefe Falten an einer Teakholzschnitzerei erinnerten, wirklich an vergangene Zeiten dachte oder nur die Rolle spielte, die von ihm erwartet wurde. »Margo Bambro, äh, was für eine Frau«, sagte er ruhig und nahm einen Schluck Bier. »Ich nehme an, dass Ihr Mann sie engagiert hat?« »Nein«, sagte Robin, »Ihre Tochter.« »Ah«, Setschwell nickte. »Ja, natürlich. Sie hatte ein Kind, als ich sie später wiedergesehen habe. Irgendwann nach der Geburt hat sie nicht ausgesehen, als hätte sie gerade ein Baby bekommen. Sie war schlank, wie immer. Meine beiden Frauen haben nach der Geburt unserer Kinder ordentlich zugelegt.« »Wie viele Kinder haben sie denn?«, fragte Robin höflich. Sie hoffte, dass das Essen bald käme, wenn man erst einen Teller vor sich hatte, stand man nicht so leicht auf und ging, und irgendwie ahnte sie, dass Paul Setschwells gute Laune nicht ewig anhalten würde. »Fünf«, sagte Setschwell, »zwei mit meiner ersten und drei mit meiner zweiten Frau. Das war so nicht geplant, aber ganz zum Schluss haben wir Zwillinge bekommen. Inzwischen sind alle mehr oder weniger Wachsen. Ach, dem Himmel sei Dank. Kinder und Kunst passen nicht zusammen.« »Ich liebe sie«, sagte er tonlos, »aber Suri Connelly hatte schon heicht. Der Feind einschaffens ist der verdammte Babywagen im Flur.« Er warf ihr einen kurzen Blick aus dem gesunden Auge zu. »Also glaubt ihr Mann immer noch, dass ich etwas mit Margos Verschwinden zu tun hätte, ja?« »Was meinen Sie mit »immer noch«? Er hätte mir damals die Polizei auf den Hals gehetzt,« sagte Setschwell, »an dem Abend, als sie verschwand. Er dachte, sie wäre mit mir durchgebrannt. Wussten Sie, dass ich Margo ein paar Wochen, bevor sie verschwand, zufällig begegnet war?« »Ja, das weiß sie.« »Und da hat sich ihr Mann, wie ist er noch alles Mögliche zusammenfantasiert,« sagte er, »aber das kann man ihm nicht verübeln. War ja auch ein komischer Zufall. Ich hätte wahrscheinlich das Gleiche gedacht, wenn meine Alte einen Verflossenen trifft, kurz bevor sie sich verpisst. Verschwindet, meine ich.« Das Essen kam. Setschwell's Steak sah sehr gut aus. Wobben dagegen hatte sich so sehr auf ihre Fragen konzentriert, dass sie die Speisekarte nicht richtig gelesen hatte. Statt des erwarteten Salats stand nun ein Holzbrett mit kleinen Schädchen voller scharfer Würstchen, Hummus und klebriger, mit Mayonnaise übergossener Salatblätter vor ihr. Dies zu essen und sich dabei Notizen zu machen, stellte eine Herausforderung dar. »Wollen Sie ein paar Promis?«, fragte Setschwell und schob ihr das Blecheimerchen hin. »Nein, danke«, erwiderte Robin lächernd, bis von einem Gersini ab und setzte die Befragung mit dem Stift in der Hand fort. »Hat Margot über Roy gesprochen, als Sie sich zufällig begegnet sind?« »Nur kurz«, sagte Setschwell mit dem Mund voll Steak. »Ja, Theater gespielt, aber was bei dem Übrigen, wenn man den Ex trifft. Sie hat so getan, als hätte sie die richtige Entscheidung getroffen und würde nichts bereuen.« »Glauben Sie denn, dass es etwas zu bereuen gab?« »Glücklich war sie nicht, das habe ich ihr angesehen. Es kümmert sich keiner um sie. Habe ich mir damals gedacht, sie hätte versucht, die Tapfere zu spielen, aber sie kam mir todunglücklich vor. Fix und fertig.« »Haben Sie sie danach noch einmal gesehen?« Setschwell kaute sein Steak und sah Robin dabei gedankenverloren an. Dann schluckte er. »Haben Sie meine Aussage gelesen?« »Ja.« »Dann wissen Sie ganz genau«, sagte Setschwell und fuchtete mit der Gabel in Robins Richtung. »Dass ich sie nur ein einziges Mal getroffen habe.« »Treeh, nicht wahr?« Er grinste, um mir den Eindruck zu vermitteln, dass die unterschwellige Warnung nur ein Scherz gewesen war. Doch Robin hatte den Hauf von Aggression sehr wohl gespürt. »Sie sind etwas trinken gegangen und haben sich unterhalten«, fuhr Robin fort. Um ihn weiter aus der Reserve zu locken, tat sie so, als hätte sie den Unterton nicht bemerkt. »Ja, Rier, wir sind in einer Bar in Kenten, nicht weit von meiner Wohnung gegangen«, sagte etwas Mälder. »Sie kam gerade von einem Hausbesuch.« Robin machte sich eine entsprechende Notiz. »Und worüber haben Sie sich unterhalten?« »Sie hatten erzählt, dass Sie Ihren Mann an der Uni kennengenahnt habe. War wohl ein richtiger Überflieger, Kardiologe oder so richtig«, sagte er mit, wie Robin fand, unaufrichtiger Unbekümmertheit. »Hämatologe. Was ist das nochmal, äh, Blut? Äh, ja, Margot hat sich von klugen Leuten immer schnell beeindrucken lassen. Dass die auch Kotzbrocken sein können, hat sie nie begriffen.« »Hatten Sie den Eindruck, dass Dr. Phipps ein Kotzbrocken war?«, fragte Robin wie beiläufig. »Eindentlich nicht«, sagte Satchwell, »aber ich hab gehört, dass er ein verzogenes Muttersöhnchen mit einem Stock im Arsch gewesen sein soll.« »Wert Ihnen das denn erzählt?«, fragte Robin. Ihr Stift schwebte einsatzbereit über dem Papier. »Irgenwer, der ihn gekannt hat«, erzuckte mit den Achseln. »Sie sind nie verheiratet, hä?«, fragte er nach einem Blick auf Robins ringloser Hand. »Ich wohne mit jemandem zusammen.« Aus Erfahrung wusste sie, dass man so weiteren Annäherungsversuchen von Zeugen oder Klienten halbwegs zuverlässig Einheit gebieten konnte. »Verstehe, wenn eine Frau mit einem Typen zusammen ist, ohne verheiratet zu sein, wo sie ihn wirklich gern haben, sage ich immer, dann sorgt nur die Liebe dafür, dass sie bei ihm bleibt. Habe ich recht?« »Ja, wahrscheinlich«, sagte Robin mit einem dünnen Lächeln. Er versuchte ganz eindeutig, sie aus der Fassung zu bringen. »Hat Margot über irgendetwas gesprochen, was ihr Sorgen gemacht oder Probleme bereitet hat, privat oder beruflich?« »Wie gesagt, das war alles nur Fassade«, erwiderte Satchwell und klaberte an einer Fritte. »Toller Job, toller Mann, hübsches Kind, schönes Haus. Sie hatte es geschafft«, er schluckte. »Albern, ich habe es umgekehrt genauso gemacht, hätte er erzählt, dass ich bald eine Ausstellung hätte, für eins meiner Bilder einen Preis bekommen hätte. In einer Band wäre, mit einer Frau fest zusammen. Letzteres war übrigens gelogen«, er schnaubte leise. »Phe, mit der Frau habe ich noch am selben Abend Schluss gemacht. Nur deswegen erinnere ich mich überhaupt noch an sie. Fragen Sie mich nicht nach ihrem Namen. Wir waren nicht lang zusammen. Sie hatte lange schwarzes Haar und ein Spinnennetz-Tattoo, um den Bauchnabel. So viel weiß ich noch. Da egal. Jedenfalls habe ich Schluss gemacht. Margot wiederzusehen«, er verstummte und sein Auge blickte in die Ferne. »Ich war fünfunddreißig, komisches Alter. Allmählich kapiert man, dass nicht nur andere Leute vierzig werden, sondern dann Mann selbst auch. Äh, wie alt sind Sie? Fünfundzwanzig?« »Neunundzwanzig.« »Frauen haben früher Angst vor dem Altwerden als Männer«, sagte Satchwell. »Haben Sie Kinder?« »Nein«, antwortete Robin. »Also hat Margot Ihnen gegenüber nichts erwähnt, was darauf hindeuten könnte, dass sie vorhatte, zu verschwinden?« »Margot wäre nicht einfach so verschwunden und hätte allem Ungewissen gelassen«, sagte Satchwell, der sich in diesem Punkt ebenso sicher zu sein schien wie Una. »Nicht Margot. Sie war die personifizierte Verantwortung. Eine treue Seele, wissen Sie? Typ Klassensprecherin. Und Sie haben kein weiteres Treffen vereinbart?« »Nicht direkt«, sagte Satchwell und aß weiter Pommes. »Ich habe ihr erzählt, dass ich in der folgenden Woche mit meiner Band einen Auftritt im Dublin Castle hätte. Komm mal vorbei, wenn du in der Nähe bist«, habe ich gesagt, aber sie meinte, sie hätte keine Zeit. Das Dublin in Castle war ein Pub in Camden, fügte Satchwell hinzu. »Wer weiß, vielleicht gibt's den ja sogar noch.« »Ja«, sagte Robin, »den gibt's noch. Ich habe dem ermittelnden Beamten gesagt, dass ich ihr von dem Konzert erzählt und dass sie nichts dagegen gehabt hätte, sie wiederzusehen. Ich hatte nichts zu verbergen.« Robin erinnerte sich daran, dass Satchwell diese Information aus Strikes Meinung nach damals ein bisschen zu beweitwürdig zur Verfügung gestellt hatte. »Hat an dem Abend ihres Auftritts irgendjemand Margot in dem Pub gesehen?«, fragte sie und versuchte, einen prützlich aufkeimenden Verdacht zu überspielen. Satchwell kaute und schluckte in allerseelen Ruhe. »Nicht, dass ich wüsste.« »Diese kleine geschnitzte Wikingerin, die sie ihr geschenkt haben«, sagte Robin und beobachtete ihn genau, auf deren Socke »Bohnheit« geschrieben stand. »Die von ihrem Schreibtisch in der Pröxis«, sagte er mit, wie Robin fand eitler Selbstzufriedenheit. »Äh, die hätte ich ihr geschenkt, als wir noch zusammen waren.« War es möglich, dass Margot nach ihrer hässlichen Trennung von Satchwell, obwohl er sie in der Wohnung eingesperrt hatte, sodass sie nicht zur Arbeit erscheinen konnte, obwohl er sie geschlagen und sie letztlich einen anderen geheiratet hatte, sein dummes kleines Geschenk behalten hatte? Man hätte meinen sollen, dass nach dem unangenehmen Ende einer Beziehung auf sämtliche Insiderwitzchen und Kosenamen tot und begraben waren. Schmerzten sie nicht sogar mehr als die Erinnerungen an Auseinandersetzungen und Beleidigungen? Als Robin von Matthews Untreue erfahren hatte, hatte sie seine Geschenke, darunter den Plüsch-Elefanten zu ihrem ersten gemeinsamen Valentinstag und die Schmuckschatulle zum 21. Geburtstag größtenteils an Gebraucht-Kaufhäuser gespendet. Doch Robin spürte, dass Satchwell nicht von seiner Version abrutten würde und ging zur nächsten Frage über. An der Clerkenwell Road gab es eine ihnen bekannte Druckerei. Wie bitte? Satchwell runzelte die Stirn. Eine Druckerei? Eine Schülerin namens Amanda White hat ausgesagt, Margot im Fenster besagter Druckerei gesehen zu haben, und zwar am selben Abend an dem ... Wirklich? sagte Satchwell. Ich weiß nicht von einer Druckerei. Wer hat Ihnen das denn erzählt? In einem Buch aus den Achtzigern über Margot. »Area?« Es habe ich nie gelesen. Es steht, dass die Druckerei Flyer für einen Nachtclub gedruckt hat, für den Sie ein Wandgemälde angefertigt haben. »Jetzt machen Sie mal einen Punkt«, sagte Satchwell halb amüsiert, halb empört. »Wisser, habe ich noch lang nichts mit dieser Druckerei zu schaffen. Das ist ein Zufall. Mehr nicht. Von dieser verdammten Druckerei habe ich noch nie gehört.« Wobbin machte sich eine Notiz und ging zur nächsten Frage über. »Was fielten Sie von Dirt Harbit?« »Äh, von wem?« »Das war der Beamte, der in dem Fall ermittelt hat. Der Erste«, sagte Wobbin. »Achte er. Schräger Vogel. Angeblich hatte er später einen Nervenzusammenbruch oder so. Hat mich nicht überrascht. Er hat mir ein Datum nach dem anderen genannt und gefragt, was ich an diesem und jenen Tag gemacht hätte. Mir ist er später aufgefallen, dass er herausfinden wollte, ob ich der Essex-Butcher bin. Außerdem wollte er unbedingt die Uhrzeit wissen, zu der ich geboren wurde. Was zum Teufel hat das denn mit?« »Er hat Ihr Horoskop erstellt«, sagte Robin, und erzählte Satchwell von Tarbets Astrologie-Fimmel. »Dento bist Tevo«, sagte Satchwell verärgert. »Astrologie? Unerhört. Und dieser Mann war Wieland für den Fall zuständig.« »Sechs Monate.« »Meine Güte«, er verzog das Gesicht, sodass das Klebeband, mit dem der Verband über seinem Auge befestigt war, Falten warf. »Ich glaube, wie krank er tatsächlich war, wurde allen erst klar, als man es nicht mehr übersehen konnte«, sagte Robin und zückte mehrere mit Haftnotizen markierte Blätter Papier, die Fotokopien von Satchwells Aussagen, die er Tarbert und Lawson gegenüber gemacht hatte. »Was ist das?«, fragte er unwirsch. »Das sind Ihre polizeilichen Aussagen.« »Warum sind Sie das Sterne?« »Das sind überall. Das sind Pentagramme«, erläuterte Robin. »Das ist Ihre von Tarbets aufgenommene Aussage. Keine Sorge, das ist reine Routine«, führte sie hinzu, als sie Satchwells Argwunde merkte. »Das machen wir mit jedem, der damals von der Polizei befragt wurde. Ich weiß, dass Ihre Angaben damals überprüft wurden, aber es wäre wirklich hilfreich, wenn wir die Aussage nochmal durchgehen könnten. Vielleicht fällt Ihnen ja noch etwas ein.« Sie wertete sein Schweigen als Zustimmung und fuhr fort. »Am Nachmittag des 11. Oktober waren Sie allein in Ihrem Atelier, nahmen dort aber um 17 Uhr den Anruf eines gewissen Mr., Mr. Hendricks entgegen.« »Hendricks, richtig«, sagte Satchwell. »Der war damals mein Agent. Um halb sieben haben sie in einem Café in der Nähe gegessen. Dort haben sie sich mit der Frau an der Kasse unterhalten, die sich an sie erinnern konnte. Anschließend sind sie nach Hause, um sich umzuziehen. Um acht haben sie drei Freunde in einer Bahn namens Joe Blocks getroffen. Diese Freunde haben ihre Aussage bestätigt. Möchten Sie dem etwas hinzufügen?« »Nein«, sagte Satchwell, und Robin glaubte so etwas wie Erleichterung bei ihm wahrzunehmen. »Das entspricht alles der Wahrheit.« »War auch der Freund dabei, der Wolf Hips kannte?«, fragte Robin beiläufig. »Nein«, sagte Satchwell grimmig und wechselte das Thema. »Margos Tochter muss inzwischen auch vierzig sein, oder?« »Sie ist letztes Jahr vierzig geworden.« »Ella«, Satchwell schüttelte den Kopf, »wie die Zeit vergeht.« Eine der Mahagonibraunen, faltigen und silberndringten Hände, machte eine Bewegung, die an einen Papierflieger erinnerte. »Das Alter schleicht sich an einen Havann, oder irgendwann erwischt es einen.« »Wann sind Sie ins Ausland gegangen?« »Das war ursprünglich nicht geplant. Ende 1975 bin ich erst mal auf Reisen gegangen,« erzählte er. Er hatte sein Steak fast aufgegessen. »Wieso sind Sie? Ich hätte schon immer durch die Welt ziehen wollen, und nachdem Creed Margot umgebracht hatte, Alice. Das ist eine so furchtbare, kässliche Sache, so ein Schock. Da brauchte ich einen Tapetenwechsel.« »Sie glauben also, dass Creed Sie umgebracht hat?« Er steckte sich das letzte Stück Steak in den Mund, kaute und schluckte. »Ja, schon. Anfangs hatte ich noch gehofft, sie hätte ihren Mann verlassen und irgendwo neu angefangen. Aber je mehr Zeit verging und je länger man nichts mehr gehört hat, na ja, es dachten doch alle, dass der Essex-Butcher sie erwischt hatte, sogar die Ermittler, nie nur dieser Spinner, sondern auch der Zweite, der dann für ihn übernommen hat.« »Lawson«, sagte Robin. Sedgewood zuckte mit den Schultern, um mir zu verstehen zu geben, dass ihm der Name egal war. »Gefragen Sie Creed auch?« »Hoffentlich.« »Und wieso sollte er Ihnen die Wahrheit erzählen?« »Er steht gar im Handenlicht«, sagte Robin. »Vielleicht gefällt ihm die Vorstellung, mal wieder Schlagzeilen zu machen. Es war also ein Schock für Sie, dass Mage verschwunden ist.« »Natürlich«, Sedgewood fuhr sich mit der Zunge über die Zähne. »Ich hatte Sie ja gerade erst wiedergesehen und ... Also, ich werde nicht behaupten, dass ich noch in Sie verliebt gewesen wäre oder so, aber ... Waren Sie schon mal in eine polizeiliche Ermittlung verwickelt?«, wollte er wissen. Wieder lag in seiner Stimme eine Spur von Aggression. »Ja«, antwortete Robin. »Mehrmals, und es war jedes Mal zermürbend und einschüchternd.« »Da sehen Sie's«, sagte Sedgewood etwas besänftigt. »Wie kamen Sie auf Griechenland?« »Das war keine bewusste Entscheidung. Ich hätte ein bisschen Geld von meiner Großmutter geerbt und beschlossen, mir eine Auszeit zu nehmen, Europa zu bereisen, zu malen. Ich habe Frankreich und Italien besucht und bin 76 auf Kos gelandet. Dort habe ich in einer Bar gearbeitet und in meiner Freizeit gemalt. Ich habe weder an Touristen verkauft, meine erste Frau kennengelernt und bin geblieben.« Er zuckte mit den Schultern. »Eine andere Sache noch«, Robin schob seine Aussagen ganz unten in den Stapel. »Andieblich wurde Margot eine Woche nach ihrem Verschwinden gesehen. Die Polizei hat nie von diesem Vorfall erfahren.« »Ach ja?«, fragte Sedgewood neugierig. »Wo denn?« »In Leamington Spa«, sagte Robin, auf dem Friedhof vor All Saints. Sedgewoods dicke weiße Augenbrauen wanderten nach oben, sodass das Klebeband um den Verband herum erneut Falten warf. »Old Saints«, er war sichtlich verblüfft. »Angeblich hat sie sich die Gräber angesehen und ihr Haar war schwarz gefärbt.« »Und er soll sie dort gesehen haben?« Ein Motorradfahrer, der hier unterwegs war, zwei Jahre später hat er der Pflegeschwester in der St. Jones Praxis davon erzählt. »Der Schwester«, Sedgewoods Kiefermuskel entspannten sich. »Und was hat Ihnen die Schwester sonst da erzählt?« »Wie aus heiterem Himmel schien er in Wut zu geraten.« »Kannten Sie Janice?« Robin fragte sich, weshalb er plötzlich so ungehalten war. »So hieß sie ja«, gab Sedgewood zurück. »An den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.« »Aber Sie kannten sie.« Sedgewood stopfte sich ein paar Pommes in den Mund. Robin konnte ihm ansehen, dass er überlegte, wie viel er Robin verraten durfte. Und die Aufregung, die sie in solchen Momenten verspürte, machte die vielen langen Stunden des Wartens und Herumsitzens und die Nächte, die man sich um die Ohren schlug, mehr als wett. »Wär schen nicht Jahre gemacht, die Frau«, sagte Sedgewood plötzlich, immer in der Scheiße gewühlt. »Sie und Margot konnten sie nicht leiden. Margot hat mir erzählt, dass sie sie nicht ausstehen konnte.« »Wann war das? Als wir uns zufällig begegnet sind, Sie wissen schon.« »Ich dachte, sie hätte nicht über ihre Arbeit gesprochen.« »Das hat sie mir aber erzählt. Sie haben sich gestritten oder so, keine Ahnung. Sie hat nur beiläufig erwähnt, dass sie die Frau nicht ausstehen konnte.« Die ledrige Gesichtshaut erstarrte zu einer harten Maske. Statt des albernen, faltigen schweren Hütters hatte Robin mit einem Mann einen bösartigen alten Mann vor sich. Ihr fiel wieder ein, wie sich Matthews untere Gesichtshälfte verhärtet hatte, wann immer er wütend geworden war. Und dass er in solchen Augenblicken wie ein Hund mit Maulkorb ausgesehen hatte. Dass sie ließ sich nicht einschüchtern. Satchwell legte den gleichen, abgefeimten Selsterhaltungstrieb an den Tag, wie er noch eher Mann. Was immer der Künstler Margot oder den Ehefrauen, die ihn alle verlassen hatten, angetan haben mochte, er wäre nicht so dumm, in einem gut besuchten Pub in der Stadt, in der seine Schwester wohnte, Robin Gewalt anzutun. »Sie scheinen wütend zu sein«, stellte sie fest. »Gier, Charlie, tu! Und ob ich wütend bin! Diese kanten Schwester, wie ist sie noch? Die will mir was anhängen. Die hat sich das alles ausgedacht, damit es so aussieht, als wie Herr Margot mit mir durchgebrannt. Janice hat sich gar nichts ausgedacht. Wir haben mit Mr. Memmages Witwe Kontakt aufgenommen, und sie hat bestätigt, dass ihr verstorbener Mann mehreren Leuten erzählt hat, dass er eine als vermisst gemeldete Frau, und was hat ihn Janice noch erzählt? Sie hat sie überhaupt nicht erwähnt, sagte Robin. Jetzt war sie vollends neugierig. Ich hatte keine Ahnung, dass sie sich kannten. Aber sie behauptet, dass Margot nach ihrem Verschwinden in Lemmigen Spa gesehen wurde. Oh nein, sie weiß ganz genau, was sie tut. Satchwell stoffte sich noch eine Fritte in den Mund, dann stand er abrupt auf und marschierte an Robin vorbei. Sie warf einen Blick über die Schulter und sah ihn auf die Herrentoilette zu steuern. Von hinten wirkt er älter als von vorn, die rosa Kopfhaut schimmerte durch das schüttere Haar, und die Jeans schlackerte um sein dürres Hinterteil. Wobben schätzte, dass dieses Gespräch für ihn beendet war. Allerdings hatte sie noch ein Ass im Ärmel, einen gefährlichen Trumpf womöglich, dass sie war bereit, ihn auszuspielen, statt jetzt, da mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet worden waren, klein beizugeben. Es dauerte geschlagene fünf Minuten, bis Satchwell wieder auftauchte. Anscheinend war er in der Zwischenzeit noch wütender geworden. Statt sich wieder hinzusetzen, baute er sich vor ihr auf. Ich glaube, sie sind gar keine Direktivin, sie sind von der Scheißpresse. Von unten war sein Schildkrötenhals noch deutlicher zu säen. Das Kettchen, die Silberringe mit den Türkisen und das Landehaar wirbten nur mehr wie ein lächerliches Kostüm. Sie können gern einer Fips anrufen und sich von ihr meine Identität bestätigen lassen, entgegnete Robin. Ich hab ihre Nummer hier. Aber wie kommen sie darauf, dass sich die Presse für sie interessieren könnte? Die hat mir beim letzten Mal mehr als genug zugesetzt. Mir reichs. Ich hab sowas nicht nötig. Ich muss wie von meiner OP erholen. Eins noch, sagte Robin, und das wird sie sicher interessieren. Diesen Trick hatte sie sich von Strike abgeguckt, ruhig bleiben und überzeugend wirken, bis sich das Gegenüber besorgt fragte, was man noch alles wusste. Satchwell wandte ihr das stahlharte Auge zu. Jeder Flirtversuch war jetzt vergessen. Er behandelte sie nicht länger herablassend, sondern wie eine ebenbürtige Gegnerin. Setzen Sie sich doch wieder, sagte Robin. Es dauert nicht lange. Nach kurzem Zögern nahm Satchwell wieder auf seinem Stuhl Platz. Sein agrauter Schäde verdeckte den präparierten Rehkopf hinter ihm, sodass es aussah, als wüchsen ihm Hörner direkt aus dem weißen Haar, das in schlaffen Locken auf seine Schultern fiel. »Margo Bembrow wusste etwas über sie, was niemand erfahren durfte,« sagte Robin. »Richtig?« Er funkete sie böser an. »Der Kissentraum,« sagte Robin. Satchwells Gesichtszüge verhärteten sich, und für einen Augenblick sah er aus wie ein Fuchs. Die Sonnen verbrannte, unter dem weißen Haar runzlige Brust senkte sich, als er ausatmete. »Sie hat es also jemandem verraten? Dem? Ihrem Mann, ja?« mutmaßte er, bevor Robin antworten konnte. »Oder dieser Scheiß-Ihrin!« Sein Kiefer arbeitete, obwohl es nichts zu kauen gab. »Ich hätte ihr das nie erzählen dürfen. Aber so ist das, wenn man betrunken und verliebt ist, oder wie man es nennen will. Damals habe ich mir ja wohl an Sorgen gemacht, dass sie...« Er sprach nicht weiter. »Hat sie es erwähnt, als sie sich wiedergesehen haben?« Robin improvisierte, gab vor, mehr zu wissen, als eigentlich der Fall war. »Sie hat sich nach meiner armen Mutter erkundigt,« sagte Satchwell. »Da dachte ich schon, jetzt ist es soweit. Aber ich hatte mich geirrt. Vielleicht hatte sie ihre Ansichten ja inzwischen geändert, als Ärztin und so. Sie muss in der Zwischenzeit zig Leute wie Blanche gesehen haben. Ein Leben, das nicht lebenswert ist. Wie dem auch sei,« er beugte sich ein Stück vor, »wenn ich immer noch davon überzeugt, dass es ein Traum war. Kapiert? Ich war sechs Jahre alt. Es war ein Traum, und selbst wenn es kein Traum war, sie sind beide seit langem tot und begraben. Und niemand, niemand kann mir das Gegenteil deweisen. Meine arme Mom ist 89 gestorben. Die kriegt keiner mehr dran. Sie musste sich um uns alle kümmern, ganz allein. Jemanden von solchem Elend zu erlösen, ist ein Akt der Barmherzigkeit, ein Gnadentod.« Er stand auf. Unter der Bräune war sein schlaffes Gesicht Keidebleich. Er ging davon, doch kurz bevor er außer Sicht gewesen wäre, drehte er sich noch mal um und stolperte erneut mit malenden Kiefern auf sie zu. »Sie«, sagte er mit so viel Bosheit in der Stimme, wie er aufbringen konnte, »sind eine miese, kleine Schlampe.« Dann verschwand er endgültig. Robins Herzschlag hatte sich kaum beschleunigt. In erster Linie verspürte sie Erleichterung. Sie schob die unappetitlichen Schälchen zur Seite, zog den kleinen Blecheimer zu sich heran und aß die kalten Pommes des Künstlers. »Herr Artegeil, dem diese Pflicht seit Lannem aufgetragen, erhört ihr dringendes Verlangen und eilt zum Meeresufer.« Edmund Spencer, die Feenkönigin. Der Trauergottesdienst endete mit dem bei Seeleuten beliebten Lied »O Ewig Gott« mit starker Hand. Während die Gemeinde die vertaurten Worte sahen, trugen Ted, Stryke, Dave Paulworth und drei von Ted's Kameraden von der Küstenwache den Sarg durch die einfache Kirche mit den cremefarbenen Wänden, Holzbalken und Buntglasfenstern, die den heiligen Mordetus zeigten, nachdem Kirche und Dorf benannt waren. Der purpurgewandete Heilige stand zwischen einem Turm auf einer Insel und einer Raube auf einem Felsen und blickte auf die aus der Kirche schreitenden Sargträge Arak. »O Jesus Christ, der Sturmgewalt, gebietest du mit Worten Halt, du schreitest sicher durch die Flut und schläfst ruhig in der Wellenwut.« Paulworth, der mit Abstand kleinste der sechs Männer, ging direkt hinter Stryke und bemühte sich nach Kräften, seinen Teil der Last zu schultern. Die Tauernden, von denen viele im rückwärtigen Teil der Kirche gestanden oder, so gut es ging, von draußen zugehört hatten, bildeten einen pietätvollen Halbkreis um den Leichenwagen, als die glänzende Eichenkiste aufgeladen wurde. Als sich die Hecktüren hinter Jones sterblichen Überristen schlossen, war kaum ein Flüstern zu hören. Der steife Bestattungsunternehmer in dicken schwarzen Mante setzte sich auf den Fahrwarsitz und Stryke legte einen Arm um Teds Schultern. Gemeinsam sahen sie dem Leichenwagen hinterher. Stryke spürte, wie Ted zitterte. »Ted, sieh dir all die Blumen an«, sagte Lucy mit verweinten Augen. Die drei drehten sich um und nahmen die Gestecke, Gebinde und Kränze in Augenschein, die vor der Wand der kleinen Kirche aufgetraumt waren. »Was für schöne Lilien, von Marion und Gary aus Kanada, was sagt man dazu?« Die Trauernden verließen die Kirche und gesähten sich zu jenen, die davor gewartet hatten. In respektvollem Abstand zu den Angehörigen schoben sie sich an der Kirchenmauer entlarm. Joan hätten die vielen Blumengröße sicher gefallen, und die Beileidsbekundungen, die Lucy Ted vorlas, dessen Augen ebenfalls gerötet und verquollen waren, wirkten auch auf Stryke unerwartet tröstlich. »Ihn und Schudi«, las sie vor, »Terry und Olive, es sind so viele«, staunte Ted. Inzwischen hoben sich gedämpfte Stimmen unter den Trauernden, die sich zweifellos fragten, ob es respektlos wäre, sofort zum Leichenschmaus ins Shit and Castle hinüberzugehen. Stryke konnte es ihnen nicht verübeln, auch er sehnte sie nach einem Peint, wenn nicht gar nach etwas Starkeren. »In aufrichtiger Anteilnahme, Robin, Sam, Andy, Saul und Pat«, las Lucy laut vor und wandte sich lächelnd zu Stryke um. »Fieh nett, dass du Robin erzähltest, Joan Rosa Rosen mochte.« »Ich möchte, dass ich wüsste«, sagte Stryke, dem diese Tatsache bis jetzt selbst unbekannt gewesen war. Dass auch seine Detekteie eine Beileidsbekundung geschickt hatte, bedeutete ihm fair. Im Gegensatz zu Lucy würde er allein im Zug nach London zurückfahren. Obwohl er sich in den vergangenen zehn Tagen danach gesehnt hatte, allein zu sein, war es eine trostlose Vorstellung nach dieser langen Zeit der Angst und Trauer, in seine Stelle Dachwohnung zurückzukehren. Insofern waren die Rosen nicht nur für Joan, sondern auch eine Botschaft an ihn. »Du bist nicht allein«, sagten sie ihm, »du hast dir etwas aufgebaut, und obwohl es zugegebenermaßen nicht die Familie ist, gibt es doch Menschen, die auf dich warten.« »Menschen«, ermahnte sich Stryke, weil fünf Namen auf der Karte standen. Doch als er sich abwandte, dachte er nur an Lorben. Lucy chauffierte Ted und Stryke in Teds Wagen zum Schüttentkasse, Greg folgte ihnen mit den Jungs. Während der Fahrt sagte niemand ein Wort. »Joan hatte genau gewusst, was sie tat«, dachte Stryke, als die vertrauten Straßen an ihm vorbeizogen. Es war eine große Erleichterung, dem Leichenwagen nicht ins Kömatorium folgen zu müssen, sondern Joan sterbliche Überreste in einer Form zurückzuerhalten, die man an seine Brust drücken und in nicht allzu fahrender Zukunft an einem sonnigen Nachmittag im engsten Familienkreis auf ein Boot mitnehmen konnte, um dann still von ihr Abschied zu nehmen. Vor den Fenstern des Schüpp in Kasse lag die wolkenverhangene ruhige Bucht. Stryke holte für Ted und sich selbst zwei Pines, ließ seinen Onkel dann in der Obhut fürsorglicher Freunde zurück, ging zum Tresen zurück, bestellte sich eine doppelten Famous Graus, den er in einem Zug hinunterkippte, und trat schließlich mit seinem Bier ans Fenster. Das schlammbraune Meer glitzerte gelegentlich im Widerschein der silbernen Wolkenränder. Vom Fenster des Hotels wirkte St. Maus wie eine Studie in Maus und Schiefergrau, in der lediglich die kleinen, im Schläck liegenden Ruderbote fröhliche Farbakzente setzten. Alles klar, Didi? Er drehte sich um. Paulworth hatte Ilza mitgebracht, die Stryke in die Arme nahm. Sie hatten gemeinsam die Grundschule von St. Maus besucht. Wenn sich Stryke richtig erinnerte, hatte Ilza, genau wie alle anderen Mädchen in der Klasse, Paulworth früher nicht besonders gut leiden können. Über Daves Schulter hinweg entdeckte Stryke Paulworths Frau Penny, die sich mit einigen Freundinnen unterhielt. Komm, Nick lehre auch gern gekommen, aber er muss arbeiten, sagte Ilza. Schon gut, sagte Stryke. Schön, dass du es geschafft hast, Ilza. Ich hab John sehr gern gehabt, sagte sie einfach nur. Mom und Dad haben Ted am Freitagabend zu sich eingeladen und Dad will am Dienstag mit dem Golf spielen. Die beiden Paulworth-Trächter, die nicht leider für gutes Betragen bekannt waren, spielten zwischen den Trauergästen Fangen. Die Jüngere, Stryke konnte sich nie merken, welche Ross und welche Mer war, lief um sie herum und klammerte sich einen Augenblick lang an Strykes Beine, als wären sie ein Möbelstück. Sobald sie ihre Schwester näherkommen sah, rannte sie kichernd weiter. Und wir haben ihn für Samstag eingeladen, vor Paulworth fort, als wäre nichts geschehen. Beide Ätternteile griffen für gewöhnlich nur ein, wenn sie sich selbst durch die Kinder gestört fühlten. Mach dir keine Sorgen, Didi. Die kümmern uns um den guten alten Ted. Danke, Kumpel, wachte Stryke mit Möhe hervor. Er hatte in der Kirche ebenso wenig geweint wie in den gästlichen Tagen davor, dafür war zu viel zu organisieren gewesen, und er hatte dankbar jede Gelegenheit genutzt, um sich abzulenken. Die Anteilnahme seiner Freunde jedoch schleifte die emotionalen Barrieren. Noch hatte ihm Paulworth, der Stryke und Lucy zu sterbenden Schoen gebracht hatte, keine Gelegenheit gegeben, ihm seinen Dank auszuspeichen. Als Stryke gerade dazu ansetzen wollte, geselten sich Penny Paulworth und zwei Frauen zu ihnen, die er noch nie gesehen hatte, die ihn aber strahlend anlöchelten. »Heik, komm«, sagte Penny. Sie hatte dunkle Augen, eine Stupsnase und trug seit ihrem fünften Lebensjahr einen praktischen Pferdeschwanz. »Abby Ginn und Lynn, die wollten dich gern kennenlernen.« »Alo«, sagte Stryke ohne zu lächeln, und gab den beiden Leiftgeräts die Hand. Er ahnte, dass sie mit ihm über seine detektivischen Erfolge reden wollten. Dabei wollte er heute nichts anderes sein als Jones' Neffe. Anscheinend war Abigail Lindys Tochter, wenn man sich deren sorgfältig und geometrisch präzise aufgemalten Augenbauern die künstliche Bäune wegdachte, hatte man zwei ähnliche Pfannkuchen der Sichter vor sich. »Sie war so stolz auf sie«, sagte Lindy. »Wir lesen alles über sie, was in der Zeitung steht«, teilte ihm die ordentliche Abigail mit und kicherte verhalten. »Woran arbeiten Sie gerade? Das dürft Sie bestimmt nicht verraten, oder?«, fragte Lindy und verschlang ihn förmlich mit dem Blick. »Hatten Sie schon mal mit den Voids zu tun«, wollte Abigail wissen. »Scheiße noch mal.« »Nein«, sagte Stryke. »Wenn Sie mich entschuldigen, er ich hier. Ahm, ich brauche dringend eine Zigarette.« Er hatte sie boskiert, aber das war ihm egal, auch wenn er Jones' Tadel wehgerechtem Ohr hatte, als er sich von dem Krüppchen am Fenster entfährte. Es hätte ihn nicht ungebracht, mit diesen Leuten ein bisschen über seine Arbeit zu plaudern, hätte sie zu ihm gesagt. Joan hatte ihren Neffen immer gern vorgezeigt, schließlich war er einem eigenen Sohn am nächsten gekommen. Und nach diesen langen Tagen der Selbstvorwürfer ereilte ihn mit einem Mal die Erkenntnis, warum er dieses kleine Oertchen so lange gemieden hatte. Weil ihn die Teetassen und Spitzendäckchen und oberflächlichen Gespräche, Jones Besitz ergreifen das Stolz und die Neugier der Nachbarn mit ihren verstohlenen Blicken auf sein halbes Bein, langsam erdrückt hatte. Er stapfte durch den Flur, annette sein Handy heraus und wählte, ohne nachzudenken, Robins Nummer. »Hi«, sie war überrascht, von ihm zu hören. »Hi«, sagte Strike, blieb vor dem Eingang stehen und zog mit den Zähnen eine Zigarette aus der Schachtel. Er überquerte die Straße, zündete die Zigarette an und ließ den Blick über das trockengefallene Ufer schweifen. »Ich wollte mich nur kurz melden und mich bedanken.« »Wofür?« »Für die Blumen von der Deliktei. Sie bedeuten uns vier.« »Oh, freut mich. Wie war die Trauerfeier?« »Na ja, es war.« »Eine Trauerfeier.« Strike beobachtete eine Möwe, die auf dem ruhigen Wasser dimpelte. »Gibt's bei dir etwas Neues?« »Ja, allerdings«, sagte Robbin nach kurzem Zögern. »Aber das ist jetzt sicher nicht der richtige Augenblick. Ich erzähle es dir, wenn du widert...« »Nein.« »Jetzt warst es sogar ganz ausgezeichnet«, erwiderte Strike, der sich nach Normalität zähnte und über etwas nachdenken wollte, was nicht mit Joan, Tower oder St. Morse zu tun hatte. Also erzählte ihm Robbin von ihrem Gespräch mit Paul Satchwell, und Strike hörte schweigend zu. »Und dann hat er mich eine miese kleine Schlampe genannt«, schloss Robbin, »und ist gegangen.« »Grundgütiger«. Er war ehrlich beeindruckt, wie viel und was sich Satchwell alles entlockt hatte. »Ich sitze gerade im Land Rover und recherchiere ein bisschen, fahre dann aber zurück nach London. Blanche Doyce Satchwell ist 1945 im Alter von zehn Jahren gestorben. Sie wurde auf einem Pfiethof in der Nähe von Leamington Spa beigesetzt. Satchwell hat es als Gnadentod bezeichnet. Naja, verbesserte sie sich selbst. Genau genommen hat er von einem Traum gesprochen. Satchwell hat es jedenfalls Margot erzählt, damit er es im Falle eines Falles würde leugnen können, schätze ich mal. Damals war er gerade sechs Jahre alt. Er hat diese traumatische Erinnerung ziemlich lang mit sich herumgeschleppt. »Allerdings«, sagte Strike, »und in gewissem Sinne stellt das ein Motiv dar. Wenn er Angst hatte, dass Margot die Polizei einschalten könnte.« »Was hältst du von der Sache mit Janice?«, fragte sie. »Warum hat sie uns nicht erzählt, dass sie Satchwell kannte?« »Gute Frage. Kannst du noch mal wiederholen, was genau er über Janice gesagt hat?« »Als er erfuhr, dass Janice uns erzählt hat, Margot sei ein Leamington Spa gesehen worden, meinte er, sie habe Ärger machen und ihn irgendwie wegen Margos Verschwinden drankriegen wollen.« »Das ist wirklich sehr interessant. Stirnrundzünd betraftete Strike die Möwe, die mit dem Schnabe zum Horizont auf dem Wasser trieb. Und was war das mit Roy?« »Angeblich hat ihm jemand erzählt, Roy sei ein Muttersöhnchen mit einem Stock im Arsch«, zitierte Robin. »Aber er wollte mir nicht verraten, wer dieser jemand war.« »Klingt nicht nach Janice, aber man weiß er nie«, sagte Strike. »Verdammt gute Arbeit, Robin.« »Danke. Wir reden ausführlich über den Fall Bambereau, wenn ich wieder zurück bin«, sagte Strike, »und über alles andere auch.« »Klasse. Bis dahin alles Gute«, sagte Robin in einem Tonfall, der das baldige Ende des Gesprächs ankündigte. Strike hätte gern weiter mit ihr gesprochen, aber sie schien an diesem letzten Nachmittag, den er mit den trauenden Angehörigen verbringen würde, seine Zeit nicht über Gebühr beanspruchen zu wollen, und ihm fiel kein Vorwand ein, mit dem er die Unterhaltung hätte verlängern können. Sie verabschiedeten sich, und Strike steckte das Handy wieder in die Tasche. »Zum Wohl, Liddy«, Paul Wolf war ihm mit zweifischen Pines nach draußen gefolgt. Strike nahm das Glas dankend entgegen, und beide nahmen einen Schluck. »Da wär's morgen zurück, oder?« »Ja, ich bin aber bald wieder da«, erwiderte Strike. Joan wollte, dass wir mit Tads Boot rausfahren und ihre Asche auf dem Meer verstreuen. »Schöne Idee«, sagte Paul Wolf. »Hör mal, Kumpel, ähm...« »Vielen Dank für alles.« »Nachher schon auf«, sagte Paul Wolf. »Da hätt es das Gleiche für mich getan.« »Stimmt«, hätte ich. »Du rast leichter jeden, du Arsch«, gab Paul Wolf hier aus der Pistole geschossen zurück. »Meine Mom ist längst tot und mein Dad ist weiß Gott wo.« Strike lachte. »Ich bin Privatdetektiv. Soll ich ihn für dich ausfindig machen? Scheiß, er bloß nicht. Das fehlte mir gerade noch.« Sie trankt ihre Pines. Kurzzeitig wiss die Wolkendecke auf, das Meer verwandelte sich in einen Diamantteppich und die dahintreinende Möwe in ein papierweißes Origami-Gebilde. Strike kannte Gedanke, dass Paul Wolfs leidenschaftlicher kornischer Patriotismus möglicherweise eine Reaktion auf die Abwesenheit des in Birmingham geborenen Vaters war. »Apropos Väter«, sagte Paul Wolf, »Jon hat erzählt, deiner will sich mit dir versöhnen.« »Ach, das hat sie dir erzählt?« »Hack dich nicht so. Du weißt ja, wie sie war. Sie wollte mir damit nur sagen, dass du gerade eine schwierige Phase durchmachst. Keine Chance, nehme ich an?« »Nein«, sagte Strike, »keine Chance.« Der daraufhagende kurze Augenblick der Stille wurde von Paul Wolfs Töchtern beendet, die aus dem Hotel stürmten und, ohne ihren Vater oder Strike eines Blickes zu würdigen, unter der Kette hindurch schlüpften, die die Straße vom feuchten Kies trennte und zum Wasser hinunterliefen. Einen Augenblick später folgte Luke, der eindeutig die Absicht hatte, die beiden Mädchen mit zwei Kreentörtchen zu bewerfen. »Hey«, bette Strike, »lass das«, Luke machte ein langes Gesicht. »Aber die Arme an dir fahren«, der zeigte auf einen weißen Schmierer am Rücken seines eigens für die Beisetzung seiner Großtante gekauften Jacketts. »Und ich mach dem Ganzen hier mit ein Ende«, sagte Strike, die Paul Wolfs Schästern späten, kichernd hinter einem Ullabot hervor, hinter dem sie in Deckung gegangen waren. »Leg die wieder zurück!« Luke funkelte seinen Onkel böse an, dann nahm er einen trotzigen Bissen von einem der Törtchen, machte auf dem Absatz kehrt und staffte ins Hotel zurück. »Kleiner Scheißer«, mummelte Strike. Paul Wolf sah äußerlich unbeteiligt zu, wie seine Töchter einander mit kaltem Meerwasser und Sand bespritzten. Er ging erst dazwischen, als die Jüngere das Gleichgewicht verlor, hinüber in der etwa 30 Zentimeter hohen eisigen Flut landete und anfing zu kreischen. »Na, Scheiße! Wein mit dir aber sofort! Und dir auch zu flennen! Das sei deine eigene Schuld! Wein mit dir, hab ich gesagt!« Die drei Paul Wolfs verschwanden wieder im Schipp in Kasse. Strike blieb allein zurück. Die Möwe, die zweifellos Touristenhorden, das Dröhnen und Stampfen der Fähre nach Thormouth und täglich durch die Bucht schippern der Fischerboote gewohnt war, hatte sich durch das Kreischen der Mädchen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ihr aufmerzheimer Blick war auf etwas weit draußen auf dem Meer gerichtet, das Strike nicht erkennen konnte. Erst als sich die Wolken widerschlossen und das Meer sich erneut metallisch dunkel verfärbte, erhob sich der Vogel in die Lüfte. Strike sah ihm nach, wie er mit seinen gekrönten breiten Flügeln die schützende Bucht hinter sich ließ, um auf offener See den harten, aber unvermeidlichen Kampf ums Überleben aufzunehmen.